Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Leben von Daniel Davis. Ja, gar nicht so lange ist es her, dass wir ihn hier ins Bett geschickt haben. Da stehen wir auch schon wieder hier und ja, ich würde sagen, wir schauen nochmal, was die wunderbare Nachtschicht heute wieder alles bringt. Es wird uns bestimmt nicht langweilig werden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Und natürlich auch hallo und herzlich willkommen, alle, die schon im Chat mit dabei sind. Hallo, hallo und ja, danke auch schön, danke auch, dass euch das Intro immer noch so gefällt. Das freut mich. So. Wir, ich wollte überlegen, genau, den wollte ich heute drüber ziehen. Aber was passt da drunter? Hast du nicht nach vier Uhr einen Akten geschrieben? Nein, ich hatte ausnahmsweise keine Akten zu schreiben. Die hat Davis alle sauber an Graf's Cousine abgedrückt. Die hat das heute abbekommen. Was passt denn da so drunter? Passt da vielleicht so ein langärmliches Hemd sogar drunter? Haben wir dann hier hochgekrempelt. Das ist falsch. Das ist auch kurz an. Das ist eine nur kurz an. Ja, nope. 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 Die kann man auch nicht... Kann ich hier alle zumachen? Nein, nur das letzte. Mega. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ah, es freut mich zu hören, es freut mich zu hören. Okay, und das ist dann vielleicht der drüber? Bei der ehrlich gesagt fast schon übertrieben ist. Der ist... Wir müssen uns aufheben für... Ganz... Der geht nicht drüber. Ach, das ist der. Ja. Ja. Was passt bei dem für eine Schicht drunter? Packt die irgendwo durch? Nö. Okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Okay. Und dann die beiden Sachen einmal hier rüber. Gut, 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 gut. Ja, die Jacke hat echt was. Die habe ich mehr oder weniger gerade so ein bisschen zufällig gefunden bei Davis im Kleiderschrank. Wusste ich gar nicht mehr, dass die noch existiert. Was ist das denn für Schuhe? Das sind solche. Und irgendwelche blauen. Ist okay, ja. Ich würde dann auch für die Nachtschicht heute nochmal Rippchen mitnehmen. Energy und hier der Coke. Und für jetzt zum Frühstück, also Frühstück, oder aber zum halt jetzt aufstehen essen, will ich das einmal gönnen. Und wir gehen einmal auf den Balkon und schauen mal, was für SMS wir alle schon verpasst haben. Das Wetter ist absolut kacke. Bin schön nass geworden eben. Ja, das Wetter ist jetzt wunderbar. Dem kann ich nur zustimmen. Wetter hier ist auch nicht sonderlich besser. Grau in Grau in Grau. Okay, SMS haben wir. Wahrscheinlich nur eine Abmeldung. Oh nein. Was, was will ein Deport von mir? An. 4 aktiv. 325 aktiv. Was ist los? Okay, ohne eine Zuschauer. Wow. Oh, Deport. Sorry. Okay. Ja, da habe ich verschissen. Da habe ich echt verschissen. Verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum. Aber okay. 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 Wieso erwähnst du meinen Namen in einer Pressemitteilung ohne meine Zustimmung? Koskela hat den Satz jetzt als dein Assistant Chief entfernt. Okay. 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 Ja, was soll ich anders noch schreiben? Tut mir leid. Ja, kann ich nicht anderes schreiben. Es ist halt so, mich fragt auch niemand. Meine Namen werden ständig irgendwo veröffentlicht. Deswegen so, okay, klar. Mir hat es nicht leid getan. Ja, es ist aber Deport, ist egal. Der ist nachtragend, habe ich eh verschissen. Ja. Werde ich in Zukunft absprechen. Diese Info ist nicht unbekannt, das ist halt das nächste eigentlich. Das ist, ach. Das ist so, keine Ahnung, es wurden selbst Einsatzleitungen in Presseartikeln erwähnt. Einfache Officer. Und, ja. Egal. Hat jemand anders vielleicht noch Crazy Cuts offen? Zu denen gehe ich ganz sicher nicht zum Friseur. Nee, natürlich hat kein anderer Friseur offen. Wie sollte es auch anders sein? Oh, gut, hier ist schon da. Sonst noch irgendwas. Hat Digital Dan zufälligerweise auf? Gleich wieder ins Bett gehen. Nee. Das schüttelt der innerhalb auch nicht offen. Gut. Einmal ein paar Sachen, die schwierig sind. Kann ich davon ein Lied singen? Ach ja. Ob geschlossen ist hier. Bin nur ich die Art und Weise schwierig? Was, wie du Paul mit Davis geredet hat? Klar, absolut. Der kann eigentlich so nicht mit einem Chief reden. Aber das ist halt wieder so ein Ding. Der ist eh Detective und, ja. Achso, hier habe ich ja schon die Schuhe. Und, du weißt, wie die Detectives manchmal sind. Die Detectives unterstehen nur direkt dem Commissioner. Du weißt, wie oft wir die Diskussionen schon hatten. Ich habe mal abschlossen den Briefkasten zu. Weinen haben wir noch nie erwähnt in den Presseartikel. Das werde ich weiß. Ja. Danke, der hat einen ermittlungstechnischen Hintergrund, dass mein Name nicht öffentlich überall stehen sollte. Gut, ja. Als ob der nicht eh schon bekannt ist. Aber ist okay. Ich glaube, wir sollten ihn mal kurz wieder ein bisschen bewegen. Der stand schon sehr, sehr lange rum. Nicht, dass der zum Flughafen gebracht wird. Wenn ich gerade eh schon hier bin. Und ich lege aber schon immer krass unter dem Radar meiner Arbeit. Und da falle ich besonders auf. Ja, kannst ja. Du kannst ja mal mit Graf reden. Der kennt sich da aus. Jeder Verhandlung wird das doch öffentlich gemacht. Ja. 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 Den Namen weiß sowas von jeder in dieser Stadt. Aber ist okay. Den Blick da nach hinten kann ich mir sowieso sparen. Da steht es immer noch nicht besser aus wie dem Wagen. Mann, das ist immer noch voll schade. Ich kann mal kurz einmal ordentlich hinparken wieder. Graf lebt in der Florenzi und der wohnt ja insgesamt. Das wissen wir doch. Ne. Also wohnen tut er da nicht. So viel weiß ich zumindest. Aber es fühlt sich manchmal so an, ja. Es sieht echt schon sehr cool aus. Wenn jetzt noch die Folierung drauf wäre, wäre echt 10 von 10. Na, was geht hier so? Ja, das Übliche. Ab in den Dienst. Ja, nur als bekannt. Jeder kennt Du Paul. Ist für jede weiß, wer Kowalski ist. Ist halt leider so. Das entgeht dir nicht, wenn du eine gewisse Zeit lang im PD bist. Da wie sehr, sehr viele auch wissen, wer Davis ist. Also Davis ist absolut kein unbekanntes Blatt mehr. Nur ein. Cognito mit neuer Frise. Ja. Ja. Ich würde ja gern ändern, aber Friseurladen ranbekommen um Uhrzeiten? Schwierig. Und darf extra außer Dienst gehen? Ne, sehe ich nicht. Und wer geht's dir so mit Fincher im Department? Ungewohnt wahrscheinlich. Und als Chief ist Depore nicht bekannt, aber als Captain. Also er ist ja Führungsebene, also er ist halt die Führung von... genau. Du hast Spaß, das freut mich. Ja, jetzt wird er für den Sekunden-Freeze. 4-1-6 fehlt. 4-2-3 gehört hier nicht hin. Findest du auch so schön, dass... Ach, der Satz war schon 10 von 10. Ich verstehe es gar nicht, warum er das jetzt so erwähnt hat eigentlich. Ich meine, er hätte den Artikel sogar selbst bearbeiten können. Just say... Ne, kann er nicht. Kann er nicht. Ne, nehme ich zurück. Kann er nicht. Ja, es gibt noch keine Zukunftsrechte auf fremde Artikel, aber ja. 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 wir können gleich suchen aber die brauchen wir die beiden sachen und kris keller ist auch irgendwie nicht david seine system schief ja man kann viel rp gestalten gibt unendliche viele möglichkeiten und selten leerlauf das ist absolut richtig hier mal gucken wo fincher der pinches reise hingeht ja ja also nach uns gibt es nur ein weg ja aber da wird nie was passieren hat ja kater schon gesagt da werden wir wahrscheinlich pech haben so eingestempelt ist sind wir deshalb auch geklappt das macht eigentlich der kühlschrank warum die noch mal was haben die schon leer gefuttert das meer ist ausreichend noch drin aber sie haben kaum officer im department also von daher war es schon die kühlschrank leer essen ist ja eh niemand da 4 4 zu aktiv check sind da Also Finch und Finche finde ich ja IC wie OOC unglaublich witzig. Es ist auch so genial. Als ich das gelesen hatte, Bewerbung Finche, dachte ich so, no way, wir brauchen die. Es gibt Finch und Finche. Es kann nicht sein. Es war so gut einfach. Natürlich hat Koskela wieder das nicht aktiviert. Die Fronttüren wenigstens offen. Natürlich auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Koskela ist gar nicht mehr bei uns im Department. Der hat sich bestimmt schon rübergeschummelt in die Administration. So, wir haben es ja meinen Artikel jetzt angepasst. Die haben komplett den Satz einfach rausgelöscht. Einfach komplett weg. Die Detective Unit ist komplett rausgelöscht worden. Ach, die Detective Unit findet ebenfalls in und dann habt ihr das Westbrook-Police-Police-Pato. Okay, hier unten. Check. Okay. So, schwarzes Brett. Das ist nichts von gestern. Okay, cool. So besser. Hier irgendwas. Nope. 3,25, Funk-Check. Check. Oh. Das ist nur ein kurzes Check von Goutier. Wenn genervt ist. Er klingt schon genervt. Das ist da, dann wird schon wieder los. Okay, Kündigungsfrist von Hope ist jetzt auch vollkommen offiziell durch. Das heißt, ich kann ihren Account jetzt auch hier verkündigt setzen. Hope, 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 Hope. Sonderrechte, keine gekündigt. Zack. Bams. Das ist jetzt auch hier weg. Ich kann sie mal hier unten in die Liste eintragen, auch wenn die eh niemanden interessiert, wirklich. Unterhalb 3,22, Hop. Meine Finch eigentlich ist eine Fortbildung für heute angeboten. Tactical Enforce, Kontakt. Du, Sicherheit im Einsatz. Check. Okay, zum Glück nicht viele. Der arme Sterling. Das ist ein Praxismodul. Wie viel Sterling dieses Modul machen mit... Ich habe gar keine Lust, das zu zählen, wie viel das sind. 4,27, 4,54, 4,87, 4,96. Okay. 17 Uhr. 4,24, 10,20, Lamesa, PD. Okay, so wie hierzu. Halt. Ich muss ja noch einen Punkt kündigen. Der muss ja auch noch raus. Da steht sie auch noch drin. Ist ja auch noch auf suspendiert. 5,3,0, aktiv. Check. Sie im Einsatz. macht die Glöösen auf und denkt mit. Das ist kein Theorie-Modul. Also, jetzt weiß ich was. Das war nicht an mich gerichtet. Das war dein, äh, Sicherheit im Einsatz-Modul. Jetzt habe ich verstanden, was du willst von mir. Leitstelle für Inportland kommt. Ja, das Mitdenken ist so eine Sache. In ca. 5 Minuten wird es ein Bürgeranliegen vom FD bezüglich eines Führungszeugnisses in Lamesa geben. Ja, schickst du mit, Inportland Ende. Meine Mitarbeiter. Der Davis, äh, ja. Wie schwierig ist es abzuschreiben? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe das doch alles gemacht. Geburtsdatum, Einstellung, Datum, Kündigungsdatum und gegebenenfalls Positionsabteilung, falls für Ihre Unternehmenbehörde relevant. Nee, ist nicht relevant. Ich habe das doch genau so gemacht. Was wollt ihr denn von mir? Das ist schon eine hohe Anforderung. Also Mitdenken ist schon eine hohe Anforderung. Definitiv. 4-2-3-10-20 Stadtpark Community Policing. Ihr Brandschutzzertifikat. Cool. Rechnung 0-0-0, jawohl. Ja, kann ich da so lassen, wie es ist. Ich kann ehrlicherweise den alten, der Peropost, also das alte Brandschutzzertifikat rauslöschen. Weil das brauchen wir ehrlicherweise nicht mehr wirklich, äh, nicht rauslöschen, äh, auf erledigt packen, was so nicht geschehen ist. Verbinde ich nicht Konzepte an Frage, was ist das alte Brandschutzzertifikat? Das ist das alte, das können wir dann auf der Peropost erledigt packen. So, cool. Dann haben wir immer noch diese komische Presseanfrage, die ich mir jetzt mal durchlesen muss. Amos Recheri wurde uns zugetragen, dass Aussagen zu einem Raubüberfall an die Täter ungeschwärzt weitergegeben wurde. Natürlich, diese Kenntnisse über Namen und Aussagen haben. Kurze Zeit darauf wurden die Zeugen von den Tätern bedroht. In diesem Vorfall möchten wir Ihnen gerne einige Fragen stellen. Ich weiß ja nicht in die folgenden Fragen zu. Wie geht die Settholis im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Ist Ihnen bekannt, dass die Zeugenaussagen als Raubbefall an der Gruppierung gelangt sind und diese Rückwirkung gefährlich auf die Zeugen auswirkt, auswirken kann? Wie kann ein solcher Leak entstehen? Wie wird mit den Zeugen in solchen Fällen umgegangen? Gibt es hier einen besonderen Schutz? Wie wird mit den Täterumgang die eine besondere Gefahr für die Zeugen darstellen? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Ist das die Bahn-Sache? Also die Akte, wo von diesem Officer so schlecht geschwärzt wurde? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. 4,76 auf dem Check. Ich Check. Ich habe keine Ahnung. Wer könnte sowas... Also ich will nicht wie der Gautier auf die Nerven gehen, aber ich glaube, der weiß es am ehesten. Ehrliche Antwort, ich wüsste nicht, was ich dazu schreiben soll. Ja, ich... Ihr geht mir halt ähnlich. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Diese werden aufgenommen und in die Fallakten geschrieben. Tschö. Ich darf nicht so... Ich darf keine sarkastischen Antworten mehr ausdenken. Ich muss mal kurz gut hier anrufen. Der freut sich bestimmt. Ich wusste doch, dass du dich freust, mit mir zu telefonieren. Ich habe eine... Ich habe eine wunderschöne Presseanfrage vom Observer drin und ich habe keine Ahnung, was oder was da passiert ist. Es wurde im Rahmen einer Recherche von Observer festgestellt, dass Zeugenaussagen zu einem Raubüberfall ungeschwärzt weitergegeben wurden, sodass die Zeugen daraufhin von den Tätern bedroht wurden. Hast du irgendeine Ahnung, was da passiert ist? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was da los ist. Ich habe keinen Plan, was... Hä? Also... Gibt es da irgendwie noch mehr Infos oder einfach nur das? Ich kriege nicht mal Namen von den Zeugen oder irgendwas zu einem Raubüberfall. Zu welchem? Wissen die, wie viele Raubüberfälle es hier in der Stadt täglich gibt? Es ist echt ganz schwierig. Okay, also... Nur für mich jetzt zum Verständnis. Der Observer hat herausgefunden... So 24 von Check. Check. Dass, ähm... einer Raubakte, die eigentlich geschwärzt sein sollte, die Namen weitergegeben wurden und die Zeugen daraufhin... War es angegriffen worden oder wie? Bedroht. Bedroht. Oder bedroht wurden. Okay. Hä? Das ist mir in keinem Fall bekannt. Der Punkt ist halt auch, es steht ungeschwärzt drin. Das impliziert ja nicht für mich automatisch, dass die Zeugenaussage überhaupt geschwärzt sein hätte sollen. Weil, ich sag mal so, die meisten Zeugen Zeugenaussagen... Und, äh... Richtung Davis-PD unterwegs. Check. Also, ich hab mir verstanden, dass die geschwärzt sein sollte, deswegen... Nee, okay... Der Punkt ist halt, dass ich mal unsere meisten Zeugenaussagen sind ungeschwärzt. Die meisten Fallakten sind ungeschwärzt von uns. Deswegen, ja. Der meiste fände es das auch relativ, aber ich wüsste keinen Fall, um den es da gehen soll. Das geht mir halt ähnlich. Es ist... Also, sowas hätten wir doch eigentlich mitbekommen. Also, am ehesten klang mir das jetzt halt sowas mit diesem ungeschwärzt nach diesem Fall, den wir eh bearbeiten in den Zellen, wo Ariane Barnes auch was abbekommen hat. Ja, meinte vor, die auch gerade neben mir war auch mein Gedanke, aber die Akte wurde, soweit ich weiß, nicht angefragt. Okay. Also, kann das ja nicht aus der Akte stammen. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, letzten Endes ist das ja wahrscheinlich eh sogar über den Anwalt halt weitergegeben worden, weil das ist ja, sag ich mal, wie immer die größte Lücke, dass der Anwalt das weitergibt, weil der die Akte anfragt, kriegt die ungeschwärzt zurück und der gibt dann munter die Aussagen oder die Namen raus. Ja, immer noch traumhaft unsere ganzen Dinger, ne? Also, ich guck gerade, warte mal, ich kann mal in die Akte gucken. Also, die Akte wurde heute erst weitergeleitet, aber die wurde nicht rausgegeben, also zumindest wurde es nicht eingetragen, wenn dann, was eigentlich eingetragen wird von Ant-Man oder? Ja. Oh, die kannst du nicht ganz, ne? Danke dir. Ja, weiß ich nicht, aber dann muss es halt Observer mehr Infos geben, aber so wüsste ich keinen Fall. Das Problem ist, sobald ich Observer... Sobald ich Observer sage, haben sie ein paar mehr Infos, weiß der, dass ich keine Ahnung habe. Soll ich mal so? Hört, komm. Die 2.24.1 ist ja bereit am MRPD gekommen. Steckst du mit Trennung 5.3.0 für Leitstelle, komm. Hört, komm. Ja, wenn Tankvorgang beendet, einmal die 2.24 aufnehmen, komm. Ja, check, jetzt 10.40, MRPD, komm. Check, Leitstelle, Ende. Das ist halt echt mal wieder wie immer. 4.2.3, 10.20, Davis PD und löst sich auf. Schwieriges Thema. Ich weiß, was du meinst, ich bin halt die ganze Zeit überlegen, ob es da einen Fall gibt, den ich vielleicht gerade vergessen habe oder so, aber mir ist keiner bekannt. Also, entweder ist uns der Fall selber noch nicht bekannt oder ich kenne es zumindest nicht. Das ist halt das Problem, es gibt so viele Akten hier, das kann was sein, was Sache teilweise vielleicht ein Vierteljahr zurückliegt, das ist halt auch möglich. Das könnte sich auch sein. Also, entweder du redest mal mit Commissioner oder mit Koskaler wegen Edmund, ob der irgendwas weiß. Sonst, keine Ahnung. Okay, ja, nee, das ist so, sag mal, du kriegst halt auch immer meist mit, deswegen war es mal du meine erste Anlaufstelle. Ja, jetzt verstehe ich sonst auch, aber da kann ich dir tatsächlich nicht weiterhelfen. Okay, ich glaube halt wirklich sogar letzten Endes, das ist so ein Ding, das ist wahrscheinlich gar nicht wirklich aus unserer Hand passiert, das wird irgendein Rechtsanwalt gewesen sein. Ja, aber weißt du, es schreibt sich doch viel schöner, wenn wir daran schuld sind. Ja, das ist natürlich wieder ein Argument. Nee, Frau Backe-Skehl oder so, ob die vielleicht was wissen, ob es da von Edmund irgendwie mal einen Fall gab. Probiere ich mal da. Ich danke dir für die Rückmeldung. Na klar, dann bis dann. Bis dann, ciao. Kuskela freut sich, wenn ich dich in eine Rufe. Hallöcha. Hallo. Ich habe hier so eine Presseanfrage vom Observer bekommen, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, weil die leider sehr spärlich mit den Infos waren. Und zwar soll es eine Akte gegeben haben zu einem Raubüberfall, wo Namen und Aussagen der Zeugen an die Täter weitergeben wurden, worauf daraufhin die Zeugen von den Tätern bedroht wurden. Das sind alle Infos, die ich habe. Ist dir da irgendwas im Kopf geblieben? Ähm, nö, kann aber, also bei jeder Akte sein. Sehe ich halt ähnlich. Ja. Der Anwalt hat halt keine interne Regel, wie wir. Der kann alles vorlesen, dass da drin steht. Richtig, ja. Also, die Akte wirst du nie finden. Okay. Ja, nee. Das ist halt leider auch, ich kriege halt auch keine Infos vom Observer, so einem Raubüberfall. Danke für die Info. Also, wir bräuchten halt, wenn dann irgendwelche Namen dazu. Von Zeugen oder Geschädigten oder irgendwas. Ja. Ansonsten kannst du es echt einfach lassen. Ja. Äh, ach ja. Also, alles wie immer. Richtig. Perfekt. Ich danke dir für die Info. Bis dann. Bis dann. Ciao. Äh, ja, gut. Ähm. Cool. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da schreiben soll. Ich, die Fragen sind halt auch, ähm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht, ich weiß nicht mehr, was ich zur Frage 1 schreiben soll. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja, das halt sowieso. Egal, was ich da reinschreibe. Ich, ich mach uns zum Deppen. Ich mach dem, mach das PD zum Depp. Egal, wie ich das Ganze beantworte. Einen wunderschönen Hallo, hallo an euch beide. Willkommen, willkommen. Kein Plan. Wie Kuskeler gesagt hat, das kannst du gleich lassen. Ja, es ist eigentlich im Endeffekt. Ja, da glaube ich einen wird. Die glaube ich neutral ist. Ja, darfst du mir wohl nicht sagen. Wegen Backseat Gaming. Kann ich mit den Gesetzen einfach antworten? Kann ich den Gesetze um die Ohren schmeißen? Interessenkonstruktion mit Daten? Ja. Ja. 5, 3, 0, aktiv. Zenserwerb. Anscheinend und Beschwerden ist auch nichts. Check. Ich muss halt irgendwo, wo sind der Paragraf Akteneinsicht, Akteneinsicht, Beweismittel. Mit dem Voraus der Hauptverhandlungen zu übersenden Beweismitteln zählen, insbesondere, sofern Einsicht mündlich oder schriftlich in Rechtsanwalt und Einklang beantragt wurde, Fallakten, Anklagen, Schrift sowie sonstige Weismittel sowie Anträge. Ist das alles, was mit Einsicht hier kommt? Beschleunigter Verfahren. Akteneinsicht. Jede Person, welche als Beschuldigte innerhalb eines Strafverfahrens geführt wird, hat das Recht auf Akteneinsicht, sofern die jeweiligen Person eigenständig vertritt. Der Rechtsanwalt hat das Recht Akteneinsicht für seinen Mandanten einzufordern, sofern dieser als Beschuldigte in einem Strafverfahren ist und der Rechtsanwalt das Mandat für dieses Rechtsgeschäft innehat. Die Informationen, die der Rechtsanwalt bei Akteneinsicht erhalten, dürfen nur an Mitarbeiter weitergegeben werden, welche ebenfalls der Verschwiegenheit unterliegen. Die Informationen dürfen nicht mündlich an Dritte weitergegeben werden, mit Ausnahme des jeweiligen Mandanten oder sofern der Rechtsanwalt die Zwischemissmandanten über die Offenlegung von Informationen nachweisen kann. Das heißt, wenn der Mandant sagt, yo Anwalt, du darfst die Zeugen nennen, dann darf der Anwalt die Zeugen nennen? What the fuck? Und zwar jeder x-beliebigen Person. Das Distribute in das Office kann Akteneinsicht unter anderem durch Schwärzung einschränken gegen diese Entscheidung, kann Beschwerde, Entscheidung der Richterschaft ist unanfechtbar. Ja, und nun bin ich noch nicht so wirklich weiter. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Ich verstehe die Frage nicht mal. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Boah, halb 10 nieder. Wir haben ein Bürgeranliegen, das uns bedroht. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? 5-3-0-10-20-Sandy-Department. Zeugenaussagen werden aufgenommen und schriftlich in einer Fallakte dokumentiert. Schön. Ist Ihnen bekannt, dass Zeugenaussagen eines Raubüberfalls an eine Gruppe gelangt sind und diese sich rückwirkend gefährlich auf die Zeugenauswirken kann? Unter den von Ihnen genannten Daten kann ich solch ein Ereignis nicht eingrenzen. Wie kann ein solcher Leak entstehen? Mäß § 25 StPO Besteht das Recht auf Akteneinsicht Keine Ahnung, was soll ich da hinschreiben? Zum Schutz und Zeugen mit Zeugen mit einem Satzaktik kann ich dies nicht beantworten. 24-4-1-10-20-Lameter-Department Das kannst du halt, das hat ja auch offiziell nie eine Polizei kommentiert. Wie gehen sie mit Zeugen in solchen Unfällen um? Das wird dir keine Polizei kommentieren. Zum Schutz von Zeugen mit einem Satzaktik kann ich dies nicht kommentieren. Da geht es ja um Einsatztaktiken, das kann ich nicht kommentieren. Wir würden mit dem Tätelumgang gerne besondere Gefahr für Zeugen darstellen zum Schutz von Zeugen und Einsatzaktiken kann ich dies nicht kommentieren. Ich würde ja sonst offenlegen, wie wir die dranbekommen und irgendwas. Klammer Riggs wird nicht begeistert sein über diese Aussagen. Wie geht die State Police im Allgemeinen mit Zeugenaussagen um? Zeugenaussagen werden aufgenommen und schriftlich in einer Fallakte dokumentiert. Guten Abend. Und den von Ihnen genannten Daten kann ich solch ein Ereignis nicht eingrenzen. Wie kann ein solcher Liege entstehen? Aus § 25 StPO besteht das Recht auf Akteneinsicht. Ich bin echt unzufrieden mit den Fragen und mit den Antworten dazu. Aber was soll ich da noch anderes schreiben? Das sind so Antworten, das sind so Fragen, da kannst du nur verlieren als State Police. Da können wir nur verlieren, absolut. So, hat SMS geschrieben. Oh, Finch und Burns. Das war ein Zufall. Ich habe echt gar keinen Bock, darauf zu antworten, auf diese Venture Mail. Einfach gar kein Bock. Das war alles. Ich habe jetzt einen nachher. Das war es so. Jau,amos mal constantly entender. 418-Funk-Check. 526 übernimmt temporelle die Leitstelle. 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 626 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 übernimmt temporelle die Leitstelle. 727 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 übernimmt temporelle die Leitstelle. 827 übernimmt temporelle die Leitstelle. 116. Funktrack. Check. Bestimmt wo ist eigentlich die 416? Ich wollte vorhin noch gucken. 414. Katja ist doch nicht im Team. Was ist die 416 schon wieder? Wo hier eine Versuchfunktion. 06, 07, U.S. Marshal. Ja, die Office Dynamics warten sie noch kurz. Wir müssen nur kurz was nachgucken und reden gleich nochmal mit den beiden Herren. Hast mich gerade ein großes Geld habt. Wie war unser 416 geklaut? Ich bin grad schon am suchen tatsächlich wo die hin ist. Etage 1-1 Dings. WPD. Minus 1. Was siehst du denn auf dem Minus 1? Der untere Parkplatz. Ja. 611. 630. Speedofox. Ach da! 416 hier. Ja okay. Immer noch anderes Fahrzeug da. Du hast jetzt gleich 17 Uhr das OHK Modul richtig? Ja, vielleicht sag ich das auch ab. Wieso das denn? Weil, also noch haben sie Zeit, aber bis jetzt fehlen noch, also mindestens einer. Aber für zwei Leute mache ich das nicht. Ich brauche mindestens drei. Ja, sonst warte nochmal und frag spontan, ob jemand mitgehen möchte. Sonst würde ich einfach zur Vertiefung nochmal mitkommen. Warum bin ich das? Warum bin ich das? Schade nix, wenn ich es zweimal mache, denke ich. Na dir würde es am wenigsten schaden. Nein, klar. Spaß. Was? Ist schon okay. Sarschen, wie reden Sie mit unseren Officern? Ach Quatsch, alles gut. Mit dem wurde ich eingestellt, mit dem kann ich so reden. Nee, ich weiß nur nicht, also ich kann laufen wieder, aber halt auch nicht allzu lange. Das Weigen weiß ich jetzt nicht, ob es da sinnvoll ist. Aber sonst würde ich es mitmachen und gucke, wie ich zurechtkomme mit dem Bein. Alles gut. Zwei Plätze sind einzig da frei. Du kannst es dir überlegen, wenn die kommen. Also die haben ja noch Zeit. Ja, ja, ja. Bahns kommt vielleicht auch mit. Dann möchte ich das mit angucken, damit der im Zweifel das auch mal übernehmen kann in einigen Tagen. Hm, ich komme auch mit und gucke mir das an. Ach scheiße, ich dachte, ich habe meine Ruhe vor dir. Nö. Ich muss das aber gucken. Ich muss das ja jetzt auf eine Stunde runterkürzen. Ich bin gespannt. Ich habe ein, zwei Sachen mehr mal selber schon rausgenommen. Ja. Nö, ich nehme mein Bürogramm mit und arbeite dann von dort aus und gucke nebenbei zu, was du machst. Machst du das oben am Fort Sankudo oder an der 427? Sankudo. Ah, okay. Ja, da war ich damals auch mit Miller und, äh, ja. Hm. Also wenn ich wirklich mitkomme, würde ich mich wahrscheinlich beim letzten bei der Treppenübung erstmal rausnehmen. Alles gut, ja. Ah, ich muss gucken, da tu wie zu einem Engine auf. Da, da, da. Muss ich später auch noch irgendwann mal erreichen, weil die nochmal ein Motorrad haben. Mhm. Oh, Digital Den ist zur Verfügung. Hast du das jetzt, wo du mir gesagt hast, dass du mitkommst, habe ich wieder so eine Anspannung. Alles gut, ich gehe hauptsächlich nur mit, weil ich nicht im Büro sitzen möchte für meine Büroarbeit. Aber deswegen alles gut. Ich gehe nicht mit, um dir auf die Nerven zu gehen. Nur ein bisschen. Digital Den, Jayden, aber gerade, hallo. Hallo, äh, Chief Davis von dem Delpero Department. Sie hatten noch eine Bestellung, ähm, die Sie an uns ausliefern wollten oder einmal anfragen wollten, wie es da bei uns zeitlich aussieht. Ich habe gerade gesehen, Sie haben offen, deswegen wollte ich nachfragen, wie es denn heute Abend vielleicht bei Ihnen aussehen würde. Ich schaue mal eben, ob schon alles da ist. Also es müsste Fotokamera, Videokamera und, ähm, also diese Videokamera quasi in dem Bundle mit den zwei... Fotoapparat, Filmkamera, Studio-Lampe, Studio-Lampe. Genau das, ja. Ah, okay. Ähm, sind Sie den ganzen Tag erreichbar, oder? Ich bin noch ein ganzes Weilchen erreichbar, ja. Das muss jetzt nicht akut sein. Okay, dann kann ich es später ausliefern. Ja, das wäre hervorragend, melden Sie sich gerne später. Aber, ähm, an eine gewisse Dienstnummer oder ist das egal? Äh, an Dienstnummer 325. Einfach über die Info-Hortline Bescheid geben und an 325, dass Sie das an mich weitergeben, dann weiß ich Bescheid. Okay. Ich rufe auf, bevor ich ausliefer nochmal an und frage, äh, ob denn grad zeitlich, äh, bis zeitlich passt. Das wäre ganz gut nochmal. Na gut, danke. Dann danke ich Ihnen. Dann... Einen schönen Abend noch und bis später. Ebenso, bis später. Danke, tschüss. Zwei Monaten kommt dann diese, oder kann ich mich dann entscheiden, ob ich diese Metallplatte raus haben will und dann mal gucken. 417 30 MAP. Ja, bis jetzt, wo ich dich habe, mir ist was eingefallen, weil ich noch darum gekümmert wurde. Ich wollte eigentlich, aber dann kam was dazwischen damals. Ähm, ja. In der Vorgesetztengruppe habe ich darauf eingeschrieben, dass Reading noch keine Weste hat. Äh, Reading keine Weste, okay. Ja, Kat hat zwar geschrieben, check, aber war nicht da zu dem Tag. Ich wollte das dann mit Gauté machen. Ich habe Gauté gefragt, aber es kam danach ein Einsatz rein. Und deswegen konnten wir das nicht mehr zusammen machen. Wir haben keine... Haben wir welche noch in der Waffenkammer? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Das ist dein. Da musst du gucken gehen. Okay, dann gehe ich kurz gucken. Dein Foto- und Videospielzeug kommt übrigens heute. Leitstelle für 346 kommen. 40 kommen? 346, äh, ein Teil bereit, Delperopidi kommen. Die Leitstelle also mit und kümmert sich, komm. 346, Ende. 442, 10, 20, Lamesa für die 442 löst sich auf. Nope, ist nichts da. Also muss mal VPD. Ich weiß ja, eigentlich wollten wir das schon am Donnerstag machen, aber da kam leider was dazwischen. Das habe ich voll vergessen. Also, das machen wir am besten nachher, wenn wir eh beim Rollcall da sind oder irgendwas. Gehen wir da kurz vorbei. Ich höre mir aber eben auch nur kurz eine Jacke vor sein Kudo. Ist mir zu kalt in den Urhemd. Deswegen habe ich mir auch die Jacke schon mitgenommen. Check. Gegenparker, Fließjacke, Gegenjacke, Felljacke. Ich reich doch die Fließjacke, oder? Die hat so blöd geklippt, oder? Was geht? Es könnte schlimmer klippen. Ja, das ist okay. Es könnte schlimmer sein. Ja. 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 Und einfach geklaut. Unverschämt, Finch. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid Hatte keine Eile, deswegen fahre ich dafür an Aber dann weißt du auch schon mal Bescheid, dank dir Ah, okay, top Okay, alles klar Pass auf dich auf, bis später, tschüss Wer sagt über 14, der Perro PD? Ich sag, treffen wir uns direkt bei Fortsan Krud, oder wie ist es so geplant? Ne, ne, wer war, ich hab hier ausgeschrieben, die sollen schön herkommen Okay Der Perro, der Perro hat auch mal einen Mittelpunkt stehen So viele Parkplätze haben wir gar nicht Ja, klar haben wir nicht so viele Parkplätze Doch, doch, das reicht schon Das kriegen wir hin Ich bin richtig sauber über Dynastee Echt? Ich krieg ne Nachricht Dass ich den Schlüssel abholen kann Zu den natürlich ordentlichen Öffnungszeiten, ist ja klar So, ich dachte mir aber, okay Ich hab vor, boah, ist das jetzt auch schon Halbe Stunde her, vor ner halben Stunde hab ich die Nachricht bekommen Und dachte mir, okay, ruf ich mal an Vielleicht könnt ihr mir jetzt schon mal Schlüssel geben Damit ich dann nach dem Modul abholen kann In Kanaran Hab die Admin erreicht Ja, die Admin, nein, ich mach sowas nicht Warum sollte ich sowas machen? Ich weiß halt schon, dass mir die Admin auch schon vorher Schlüssel rausgegeben hat 4.18.30, der Perro PD Check Hab auch gesagt, naher wird schwierig Deswegen würde ich den gerne jetzt abholen Ne, macht sie nicht Muss ich zur Eröffnungszeiten kommen Alles gut, ich hab damals Ich wurde damals von meinem alten Informator gekündigt Und war wirklich auf Deadline Ganz knapp Und hab gesagt, kriegen wir das nicht hin Mit Schlüssel, ein bisschen Züge Ich brauch den Schlüssel Ne, der da braucht seine Zeit Ich bin wegen, glaub, letztendlich Zwei Tagen vor der Deadline rausgekommen Aus meiner alten Wohnung Wow Das war halt wirklich so Das ging mir der Arsch echt schon aufgrund des Weil ich hatte halt sonst so Was mach ich? Muss ich alles rausräumen? Irgendwelche Lage packen oder irgendwas? Bis ich die neue Wohnung dann bezugsfertig hab Also das war Ja, deines Stil bin ich auch Finde ich cool Ja, ich auch Ne, für dich dann, damit du schon mal weißt Ich bin dann nach der Ausbildung kurz weg Was soll die dir den Schlüssel geben? Dann wahrscheinlich kommt wieder irgendwas anders bei denen dazwischen Ne, ich hoffe, die geben mir den Schlüssel Dann mach ich einen Umzug Hallo Ich hoffe, die machen dann vor 19 Also, dass ich das so Nach vor dem World Cup wieder zurück bin Aber ich versuch dann nach der Ausbildung Einmal wieder das hier zu erreichen Und mir den Schlüssel zu holen Ja Ach ja, schön ist es doch Ja, ich hatte dafür heute mal wieder Eine wunderschöne Presseanfrage vom Observer Okay, warum geht's? Ja, ob denn uns bewusst wäre Dass es einen Fall gab Bei einem Robberfall Dort wurden die Zeugen Namen sowie Aussagen Ungeschwärzt weitergegeben Und dann wurden die Zeugen bedroht Ob wir denn das wüssten Ähm Wie denn mit Zeugenaussagen bei uns umgegangen wird Wie dieser Leak entstehen kann Was für Techniken wir zum Schutz von Zeugen anwenden Und mit welchen Techniken wir Täter bestrafen Ich kenn den Fall No way Du kennst den Fall sogar? Ja, da gibt's sogar eine Supervisorakte Aber da hat ein Detektiv reingeschissen Und ich hab jetzt denen geschrieben Dass ich nicht weiß, welcher Fall das ist Wenn ich mal dich gefragt wurde Ähm, da wird nämlich ein Recruit Der ist jetzt bei Recruit bei uns Also zwei Freunde von mir Stehen hier in der Akte drin Und die wurden einfach rausgegeben An die Mayhams Gibt's sogar einen Supervisorfall Ich hab denen das nicht erzählt Also die wissen selber Aber ich hab denen jetzt nicht erzählt Was das ist Such mal nach einem Supervisorfall Der von Miller angelegt worden ist Brian Miller Brian Miller Da, äh Ist das der? Warte, jetzt muss ich kurz gucken Und das Parkhaus? Nee Bin ich grad falsch? Es wurde auf jeden Fall einer angelegt Es geht nämlich um einen Vorfall Mayhams am oben House of Arts D1 überfallen Okay Check Oder hat Foul-Idee Ich weiß Warte mal Ich glaub ich hab ihn Ja, ich hab äh Ich hab den Äh, ach nö Ich hab die Akte gefunden Ähm Such mal nach Supervisor Also SOP 15 11 20 23 01 Von Prentice Ja, von Prentice Die Kollegen für die Fortbildung Äh Die waren teilweise eben noch In der Maße In der Mesa Kann dann ein bisschen später kommen Ich weiß Ich hab das grad schon gehört Deswegen Wir warten einfach nochmal 10 Minuten hier Kann halt, dass die schon fertig sind Aber Eben waren die noch in der Maße Müsste der sein Wenn ich mich nicht irre Ja Hab den mir mal ausgedruckt Guck mal ganz Kann ich in die Dings ringkuchen? 430 Delperopidi Lese ich mir nachher auf Forza and Kudo durch Was da passiert ist Was ich einmal auf Gautier verlässt Einmal Ja Ja, das ist das Ich hab ganz kurz mal reingeguckt In die Dingsakte Ob ich die richtigen Zeugen lese Ja, das ist die Akte Okay Da wurden nämlich alle Zeugen Aber okay Hat sich ja entscheidlich erledigt Weil vorher hab ich nur Brian Miller gelesen Ähm Das erscheint jetzt bei anderen Leuten Wieder gelegen zu haben Ja, das ist ja eh Insgesamt gar nicht So viel Drinnen in dieser Akte Also so viel Information wirklich Ne, aber In der anderen Akte Also ich weiß Ich hab's auch noch mitbekommen Weil ich mir jeden Tag Die Supervisorakten durchlese Da hab ich das gelesen So nebenbei Und dann ist mir das halt aufgefallen Weil da halt Namen Vom Bekannten von mir drin stehen Mhm Da kommen schon mal drei Ich hab mich auch mal reingezogen OHK Mit meinem Auto Äh, Chief Ja Uns, äh Skikiklin hat gerade angerufen Da hieß es wohl Die hätten hier die Erlaubnis Selber zu reinigen Ja, weil das ein Kollege von uns ist Okay, alles klar Ja, da hatte ich an der Stimme auch rausgehört Ich wollte nur nochmal nachfragen Ob das so korrekt ist Das ist doch was Was unter der Skräder ausgemacht wird Deswegen Das haben wir erstmal so weitergeführt Weil Okay Nee, ich wollte nur nachfragen Ob die Information wirklich korrekt ist Die ist korrekt Alles gut, ja Okay Super Fehlt noch einer, oder? Ja, ich wünsche jetzt, da fehlt Die ist, glaube ich, gar nicht da, oder? Ja, ich suche sie gerade Ich sehe sie nicht Ich gucke mal, ob sie eingestempelt ist Weil sonst alle rufen Ich bin nicht gesehen in der Nachmeser Ich übersuche sie mal anzurufen Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da Dann hat sie wahrscheinlich irgendwas dazwischengekommen Nicht eingestempelt Ja, man lässt seinen Sergeant nicht stehen Und warten für eine Fortbildung Geht gar nicht Hallo Frau Winchester Ähm Sind Sie bei der Fortbildung dabei? OHK? Genau deshalb anrufen Okay, dann warten wir auf sie Weil sie, wie sie noch nicht Im Dienstdienst gesehen haben Deswegen dachten wir Wir rufen mal eben schnell an Also gut Ja, was habe ich hier Hallo 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 Ja, ist gut Hier ist ja heute mal wichtig Was los hier Ja Gibt es Soll es auch mal geben Hier Ja Sie brauchen sich noch ein Auto Ich lasse sie kurz anrufen Aber ich bin einfach noch Zu spät dran Vielleicht Ich würde einfach mal durchgehen Ja Mach das Viel Spaß Finch geht nur auf die Toilette Ich dachte, es geht los Dachte schon, es geht los Ja, aber Finch geht nur auf die Toilette Ach, jetzt ist er geschwitzt Ach, die Sache ist das Ja, und sonst so? Ja, üblich, ja Du hast auch noch eine Nachtschicht geschoben gestern, kann das? Bisschen, ja Ab um, wenn war es? Vier Uhr? Ja, es ist Bis hier nicht schwohnt ist immer, ne? Ja, genau Ja, natürlich Bin ich eingestempelt? Aha Einfach Ja, wo ich jetzt sonst eure Stempelu benutze, da kennen die nix, ne? Ne, die gibt es nicht, das ist unsere Stempeluhr Wie? Du hast mir recht entzogen, dass du nicht reinkommst in die Achso Ich bin hier eingestempelt, alles gut Okay So wird das also gehandhabt, ich verstehe Und wunderschön Siehste, meine Streife nehme ich an Nicht? Okay Weil sie 10,30 Peropidi sind, deswegen Achso, okay Okay, alles klar, dann Nevermind Ja, ich dachte nur Ja, ich dachte, es wäre ihre Streife gewesen Aber okay, dann Nevermind Jo, ciao Bis dann, ciao 530 überführt Wahrscheinlich das Tablet unter das Klemmbrett geklemmt Dass es nachher so wichtig aussieht Da gibt es doch diese True Paper Tablets Kennen Sie die? Die hier Sich wohl anfühlen, wie auf echtes Papier zu schreiben und sowas Sind die auch Touch? Papier ist Touch Und komischerweise hat das Klemmbrett und ein USB-C-Anschluss Wird Frau Winchester hergefahren? Ja, sie wird abgeholt Weil ich gerade von Brand gehört habe, dass die rüberfahren nach der Perro oder so Herr Hume fährt einmal zurück, weil er ist auf dem Weg hierher Weil dann haben wir, wir brauchen ja nicht 300 Lamesa-Autos Dann haben wir jetzt zwei hier, dann passt das ja So Ist Herr Hume auch dabei? Nein, oder? Guten Abend Ja, wunderschön Ja, dann kommt er gleich Einen wunderschönen guten Abend Sie können ruhig noch warten Wir warten auf eine Kollegin Dann geht es gleich los Yep Check Oh, die ermitteln das sogar richtig Crownstein habe ich doch gar nicht auf meiner Liste gehabt Ja, oder hat er sich jetzt, das kann der da spontan noch dazu Er hat gesagt, er ist dabei Welche Nummer hat Crownstein? Hm, warte, sag ich dir sofort Warte, 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 das ist die... 4,76 Ja Okay, der war nicht eingetragen, aber ist ja kein Problem dabei Krass Wir versuchen es sogar richtig, der zu ermitteln Soll ich auf Platz 2 ist, kann er es machen Der ist vor allem, ist der außer Dienst eingetragen Soll ich es kurz ändern? Herr Crownstein, kommen Sie da rüber kurz, bitte? Oh, das ist meine Ja, das ist meine Yep Sind Sie eingestempelt? So, positiv Sie haben sich das System noch nicht umgetragen Können Sie das kurz nachholen, bitte? Yep Können Sie sich gerade hier bei mir einmal anmelden Das passt Natürlich, denke Leria Ragucci 4,87 Hunkdeck Da waren es wahrscheinlich Also Hast du mit mir? Du bist mit der 418 hergefahren Ja Ja, ja, ja Fällt ihr das Amtsanmaßung? Da können Sie mich dann von 30 Tagen nach Zuständung wie das Beschluss beim Faith and Social Center abzulassen Eine Strafgeldmöhe von 1.000 Dollar Erledigt Erledigt Zu beweisen Ich werde nicht dafür mit offenen Beschlusses droht Ein Ordnungsgement von 1.000 Dollar Weißt du, warum Frau Winchester später kam? Ähm Sie Wenn ich das gerade richtig verstanden habe Sonst fragst du sie gleich nochmal Ähm Hat sie die Augen nicht richtig aufbekommen Wenn du verstehst Also das hat sie mir gerade am Telefon so gesagt Wahrscheinlich Genau Zu viel gesoffen Let's start Oder was Entschuldigung Einfach so ein Kennen Sie die McClend'sche Bombe? Die McClend'sche Bombe? Ja Sie nehmen Cappuccino Hauen dann je nachdem wie müde sie sind Einen doppelten oder einen vielfachen Espresso rein Und dann schlafen sie nicht mehr Ja gut, aber dann sind wir auch gefühlt halbtot dann Na eben nicht mehr Check So, das ist meine Abholung Dann wünsche ich viel Spaß Und äh Stay safe Bis später Stay safe Stay safe 1, 2, 1, 2, 3 So, wer fehlt? Herr Hume ist jetzt noch unterwegs Ja Äh Hume mit Winchester Die sind noch unterwegs Er hat sich gerade eingestempelt Das heißt Er wird glaube ich jetzt mit ihm auf dem Weg Soll ich schau mal kurz Wo ist denn Herr Hume? 4, 4, 2 Es tut mir jetzt schon leid Warum? Hörst du gleich merken Der Antragsstelle beantragte die Namensänderung gemessen Als Begründung wurde durch die Antragsstelle gebracht Dass ihr Vater bei einem Bankraub von den Räubern Kalblich erschossen worden wäre Und dass sie das bei ihrem Alltag beeinträchtigen würde Alles was du siehst oder mitbekommst Bleibt unter der Fortbildungsverschwiegenheitsklausel, okay? Die gibt es nicht, aber ist okay Ich scheine mich noch nicht losgefahren Geführt aus der Antragsstelle Weil das sein Adresse ist Und dort die Beamten für gewöhnlich mit Nachnamen angesprochen Warns, geht's dir gut? Ich Meine Klamotten, die passen noch nicht richtig Entschuldigung Willst du mit deinem Rekrut auf deiner Uniform stehen haben? Ja, Sergeant Rekrut Hast du noch den Patch von dir? Nein, der wurde noch am gleichen Abend Habe ich mir einen neuen Patch genommen Ja, du hast den alten behalten Dann hätten wir den Warns aufkleben können Hey, ich hatte auch einen, ja? Wurde ich kurz sagen Ich hatte auch einen Rekrut, einen Badge Das habe ich mir dann später Ich hatte zu tun, weißt du Habe ich mir dann später runtergerissen Einen neuen raufgemacht Schön Das passt alles Das war der Sergeant Rekrut Der kennt ihn nicht Naja Gibt ja auch Sergeant Anwärter Also warum auch kein Ressageant Rekrut? Ja Demand hatte ich die Abzeichen links und rechts drauf Das war, wie gesagt, nur das Badge zum Glück Kann man ja tauschen Das läuft Das war zu gut Ich finde das schön Ich wollte eigentlich um 18 Uhr fertig sein Das wird nicht ganz klar Aber Ich bin ja ein guter Ausbilder bei sowas Das erste, was wir machen in Fort St. Kudo Gibt Strafe, Liegestütze Weil wir später anfangen Du kannst ja gucken, wann wir hier gleich losfahren Und so viel dementsprechend Machen wir Liegestützer Das werden Sie hier Liegestützer werden auf jeden Fall Oder so Ich habe gesagt, um 17 Uhr das Treffen hier Klar, es kann was vorkommen Wollte ich nicht sagen Aber trotzdem wird bestraft Finde ich gut Können die Swat-Rahme mitnehmen Und die können gleich mit der Swat-Rahme nach oben und unten laufen Nein, Spaß Ich musste das Ach nee, das war Technik-Gelaufwässer-Training Wo wir es machen mussten Ja, das war Technik-Gelaufwässer Ja, deswegen So weit möchte ich ja auch nicht übertreiben Da wird in der FFN einfach 10 Liegestützer Und dann ist gut Nee, ich dachte, das wäre bei OHK gewesen Aber das war Technik-Gelaufwässer Ah, fast das gleiche Ja Ja, das stimmt Sag mal, ich habe mal eine Frage an Euch Wie wurde Euch das beigebracht? Wo steht die 1? Links oder rechts? Kommt drauf an Also, kommt drauf an Kommt drauf an, wo das Scharnier ist, oder? Kommt drauf an, wo das Scharnier ist Wenn Du Doppeltüren hast steht die 1 rechts. Also sowohl als, also ist eigentlich egal. Ist egal, weil ich hab nämlich nochmal, irgendjemand hat mir gesagt, die 1 steht immer rechts. Und das stimmt gar nicht, weil im Blatt steht gar nicht so nah. Die 1 steht immer von der Seite, von der angegriffen wird. Ja. Das heißt, wenn du von rechts an die Doppeltür kommst, wird zuerst die rechte Flügel mit der 1 besetzt. Wenn du von links an die Doppeltür kommst, steht dort die 1 zuerst. Das weniger Leute crossen müssen quasi. Aber ich weiß, dass das teilweise auch falsch beigebracht wurde. Wie gesagt, ich kenn's halt nur so da, wo die Scharniere sind. Naja. Aber bei einer Doppeltür hast du ja 2 Scharnierseiten. Und da steht die 1 da, von der Seite, wo du zuerst an die Tür rankommst. Okay. Da trage ich mir mal ganz kurz meine Notizen selber ein. Es stand mal ursprünglich auch so in dem UHK-Ding drin, aber ja. Deswegen hab ich mich gewundert, weil ich glaub, als ich mal bei dir mit bei war, hast du das mal gesagt gehabt. Aber ich hab das nicht gefunden, weil ich hab mal Ewigkeiten nachgeguckt und es steht auch nicht in der neuen Fassung. Dann, das wurde komplett rausgenommen. Es ist aber auch ehrlicherweise sinnvoll, dass die 1 von der Seite zuerst steht, weil dann muss die 1 nicht crossen als Team Lead. Es ist absolut sinnvoll. Die 1 ist die erste Einheit, die anfährt. Der übernimmt das. Und dann steht er da, auf welcher Seite er ankam. Punkt. Ja. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, aus welcher Richtung das kommt, aus sowas auch wie Kolonnenlauf, weil da ist ja 1 und, äh, also gerade und ungerade gebunden, links, rechts. Deswegen hätte ich kann mir gut vorstellen, dass es aus der Ecke kommt, dass es deswegen so beigebracht wurde. Ich zieh die auch schon mal rein und schwein wir uns das gleich. Wo ist die denn jetzt? Die sind schon. 3,53 Funkcheck. Ähm. Das ist die Frage. Wir haben, glaube ich, gerade eine... Ist noch außer Dienst. Wir haben eine Academy... 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 Academy-Modul, wolltest du sagen? Ja. Wir gehen dann einfach in... Äh, gibt's noch Ausbildung? Ausbildung... Ja, schön, ist weg. Dann gehen wir einfach in Einsatz 1. Kannst du einfach mit der Leitstelle kommunizieren und dann passt das. Also ich hab jetzt... Also der Native ist immer... Ich hab einfach SWAT-Funk genommen. Durch, dass ich halt... Ich sag mal, SWAT-Lover war, hab ich halt immer SWAT genommen. Weil ich wusste dann, dass der Kanal frei ist. Ja, true. Ist auch wieder wahr. Aber kannst du auch theoretisch Einsatz 2 nehmen, ist auch kein Ding. Ja, dann nehmen wir einen, so zwei gleich. So, da kommen ja die letzten beiden. Also ich muss schon mit einer Gemütsruhe... Guten Abend. Melden uns zu spät zur Ausbildung. Oh, Winchester, kommen Sie einmal kurz rüber, bitte. Äh, Sie müssen sich noch bitte einmal kurz hier... Können Sie den PC einfach nehmen, kurz einmal in Dienst eintragen und einmal in Orkard ziehen, ja? Ich ziehe Chum schon mal rein. Ach, ist schon. So, Fortbildung, 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 so. Darf ich... Ich muss da einmal drängeln. Einfach jeder irgendeine andere Jacke anhat. Ja, die Feldkragenjacke, Finsch hat den Regenparker an. So, alle, die zum OHK-Modul gehören, können einmal vor mir antreten. Gut. Müssen dann alle sein. So, was jetzt einmal ist, kleiner Ablauf. Wir werden jetzt einmal zum Forza Kudo fahren. Ähm, Sie müssten schon im dementsprechenden Reiter sein. Bitte besitze die Fahrzeuge, mit welchen Sie hergekommen sind. Wir überführen dann gleichzeitig gleich alle rüber. Ich melde uns dann einmal ab und wir werden uns den Einsatz 2 Funk begeben. Haben Sie das so mit? So mit, Sir. Gut, der Rest erfolgt ja nochmal im Forza Kudo. Denn einmal Fahrzeuge besetzen und warten noch Fahrzeuge weiter. Ja, der Regenparker ist echt relativ am besten aktuell. Komm in die 418, ich hab die hier schon hier. Wo ist jetzt nicht meldet sich ab? Was, der meldet sich jetzt schon ab? Tja, keine Ahnung. Kurz Nahkampfmodul. Ne, die 418 habe ich eh hier, deswegen lass einfach die nehmen. Der Michael Auto fahren möchte. Du kannst gerne fahren, wenn du möchtest. Nö, nö. Das willst du auch nicht, das sitzt nicht unbequem in der 418. Da ist schon ein anderer Hinternabdruck drin. Hammer. Nur meiner, ja. Der und Anderson, der ist auch schon ab. Hallöchen, willkommen zum Stream. Wechsel schon mal Funk, Einsatz 2. So, 411, 412. Achso. Hören Sie vor. Aber ich muss eh die Tor aufmachen. 411, 412. Aber die sind langsamer, deswegen dann fahre ich, passe ich mich da in der Geschwindigkeit an. Leipzig für die 3142, komm. Check. Für Sie zur Information, alle Leute, die sich in Fortbildung ORK befinden, überführen jetzt Richtung Fort San Kudo für das Modul. Wir befinden uns somit im Einsatz 2 Funk, komm. 3142, Ende. So, sind alle in Einsatz 2 rein? Bin dran. Ich hab auch schon Funk. Ich glaub tatsächlich relativ wenig, weil den hab nur ich gecheckt, den Funk-Check, deswegen. Warte ich noch ein anderer da dran? Boah. Ja, ich hab das gesagt. Ich hab Einsatz 2 gesagt. Wer nicht wechselt, das ist nicht mein Problem in erster Linie. Da kriegt der nachher noch einen auf den Deckel. Ja. Ja, vorragend. Gucken wir mal, ob wir das für die Westseite anfahren. Mal gucken, ob das jeder mitbekommt. Nein, eine Emotion für die Anfahrung an Einheiten in Fort San Kudo. Wir werden uns einmal von der Westseite anfahren und dort vor dem Tor warten. Dann. Es ist keine von... Okay, wir haben es. Check. Ach doch. Okay, ich wollte gleich sagen, ich will sagen. Hier wird so, check. Okay, Glück gehabt. ja ich muss ein bisschen eine stunde kürzen lustig ja du musst ja jetzt nicht auf zwang eine stunde leidung nicht hinbekommen ich habe gesagt was soll schon mal gesagt habe ich werde da einiges von einfach übernehmen text steht es war nur mal angedacht dass wir halt versuchen es etwas zu kürzen wenn es halt nicht klappt ist es so wir sollen es halt nur ein bisschen optimieren das war halt das grund ding deswegen habe ich ja früher gestartet jetzt naja wenn du halt ein bisschen länger jetzt brauchst bei ohrk als eine stunde ja dann ist das jetzt auch also alles gut was ich als training zum beispiel kriege ich mittlerweile auch eine stunde hin außer wir sind ein paar mehr dann vielleicht auch ein ticken länger kommt auch immer darauf an aber ein bisschen optimieren ja ich muss mit bars mitfahren nein ich habe es einfach absolut intuitiv angezogen keine sorge dem auto passiert nichts ich glaube das ist wichtiger als seine wohnung oder sonst irgendwas okay ich habe mich ich bin also als ich gesehen habe und mitbekommen habe das finde ich uns die die buffalo es ihr kriegt ein buffalo es ich konnte es gar nicht glauben ich habe es nämlich schon mal angesprochen da hieß es ja kauf uns ein dann haben wir eigentlich so schade jetzt haben wir ein ich bin richtig happy ich mag den wagen sehr bei dir so schon so eingedrückt deine arschbacken sind schon eingraviert ja so dann klemm ich jetzt mein tablet hier so das klemmbrett ran ja ja nachher springt das display nee nee es gibt sogar inzwischen schon sowas also es ist so lustig es gibt inzwischen wirklich schon klemmbretter die für tablets gemacht sind die haben wirklich so eine tablet halterung da drin aber warum brauche ich ein klemmbrett das tablet ist doch an sich quasi schon ein klemmbrett es sieht autoritärer aus okay warum das ist leider nicht so unrecht warum brauche ich mein tablet ich habe mir das gekauft für fast 2000 dollar aber bei digital denn deswegen benutze ich das auch ich benutze es bei jeder anderen kacke aber jetzt kommt das klemmbrett das ist böse ja okay du verstehst mich so eine information für die einheit die noch nicht hier waren sobald wir uns auf das gelände begeben einmal co2 warte jetzt Ich war es nicht, ich war es nicht, warte, bist du auf? Boah, sie ist schon wieder abgeschlossen, das wäre gut. Nee, habe ich mich nicht getraut, nicht zweimal hintereinander. Ey, ihr habt uns auch ganz genau gesehen, wie du an dieser Funk-Bedienung rumgespielt hast hier. Was? Ich weiß von nichts. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Du blutunschuld, ihr Kinder, ach schön. Wenn ich gleich die Anwesenheit mache, magst du mal überprüfen, ob die Leute abgeschlossen haben und für sowas gibt es noch mal eine Stoff oder mehr. Ja, mach ich. Ah, top, scheiße, ich sehe es gerade. Gut, dann kommen Sie mal mit. So, dann stellen Sie sich einmal in der gelben Linie auf. Und? Alles gut. So, Träumchen. Dann fangen wir mal an mit 20 Minuten Verspätung. Also jetzt ist einmal die Anwesenheitsliste. Ich habe gesehen, es kam noch einer mehr dazu, der sich nicht eingetragen hatte. Stimmt das so? Also ich hatte mich heute noch mehr da reingetragen. 4,96 Jugend. Nee, sie standen drauf, Herr Kornstein, sie standen nicht auf der Liste. Ist jetzt nicht so schlimm, es waren sechs Plätze ausgeschrieben. Daher passt das, alles gut. Nächstes Mal bitte aber noch eintragen bei sowas, okay? Ähm, habe ich tatsächlich. Da hat das System nicht übernommen. Dann müssen Sie gucken, bitte auch überprüfen, ob sowas übernommen wird. Das ist in Ihrer Verantwortung. So verstanden. Gut. Das war ein Diskutieren. Die 4,27, Avons. Dreck, positiv. Die 4,54, Vandiver. Ja, Sir. Gut. Die 4,76, Kornstein. Jawohl, Sir. Die 4,87, Winchester. Hi, anwesend. Und die 4,96, Hume. So sieht es aus. Gut, Träumchen. Da wir 20 Minuten Verspätung haben, fahren wir mal als erstes mal an mit einer kleinen Aufwärmungsrunde. Das können Sie sich jetzt schon mal angewöhnen. Wenn wir einen Termin haben, dann wird der Termin auch so eingehalten, wie das ist ursprünglich. Dementsprechend machen Sie einmal 20 Liegestütze. Herr Kornstein zählt an. Eins. Ich möchte, dass Sie das gleichzeitig machen. Das ist hier kein Einzelferein, wir sind ein Team. Das müssen Sie auch lernen. Bei OHK ist das sehr wichtig, dass Sie als Team fungieren. Deswegen, Herr Kornstein. Sie ordinen wir das Team. Okay. Auf mein Kommando. Eins, zwei, drei Liegestütze. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, siebzehn, neunzehn und zwanzig. Gut. Was ist denn da los? Wollen Sie weitermachen? Wann da aber? Nein, Sir. Ich stehe da schon. Wie nur eins. Ich seh's. Gut. Dann kommen wir mal zum Thema OHK. Das heißt, Orts- und Häuserkampf für Sie. Sie werden jetzt auch gleich merken, warum das Ganze sehr teamentscheidend ist und warum Sie hier als Team fungieren müssen. Das ist kein Einzelkampf. Sie rennen nirgendwo alleine hin. Sie fungieren immer als Team, da Sie auch als Streife irgendwo anfangen. Da gucke ich mal um meine Sachen. Als erstes fangen wir mal an mit zwei, drei Grundbegriffen, die Sie am Anfang schon mal gehört haben müssen, damit Sie auch später wissen, was das bedeutet. Das sind einfache Wortrichtungen. Also wenn Sie irgendwie eine Richtung hören, dann was würden Sie sagen? Wie würden Sie jemandem sagen, okay, da ist jemand? Versuchen wir mal mit 496 um. Fangen wir raus. Mal versuchen, die Himmelsrichtung zu benennen. Läuft Richtung Norden oder TV läuft Richtung Norden oder jemand zu sehen, der in der Richtung vom Gebäude sowieso. Also nötliche Richtung. Genau. Das ist auch unsere Absicherung. Genau. Sie können grundprinzipiell sowas beschreiben mit Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten. Sie können auch sagen, auf die Richtung, wo Sie gucken, auf 12 Uhr, auf 3 Uhr. Also Sie nehmen einfach nur. Oder auch ganz einfach links, rechts, oben oder unten auch nicht vergessen. Sie dürfen sowas nicht vergessen. Es kann auch sein, dass eine Person über Ihnen steht oder auch im Treppengang unter Ihnen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Sicherung. Es gibt so Grundbegriffe wie Zugriff. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Darunter fällt auch ein Go. Dann gibt es ein Clear, Cleared und Clearing. Das sind drei unterschiedliche Begriffe. Clear heißt, ein Teil ist sauber. Cleared bedeutet, dass ein Raum sauber ist und Clearing ist, dass es gerade im Vorgang ist. Das heißt, wenn Sie jetzt anfangen, gehen Sie natürlich rein und fangen an mit Clearing. Sie beginnen, wenn der Teil sauber ist, Cleared. Äh, Clear. Wenn der Raum sauber ist, Cleared. Das ist, glaube ich, auch ganz simpel. Brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Denn, was Sie auch schon natürlich im Funk gehört haben, was machen Sie, wenn Sie einen Suspect finden? Suspect and custody. Das erklärt, dass Sie den Suspect gerade gefangen genommen haben. Würde ich sagen, aber custody ist ja gefangen genommen schon. Und da kommt auf wieder zum Punkt Richtung, wenn Sie einen Suspect sehen, sagen Sie natürlich auch an, wo der ist. Das heißt, Suspect auf 12 Uhr gesichtet. So. Nachladen. Es kann vorkommen, dass wenn Sie in ein Feuergefecht landen, dass Sie schießen müssen und auch Ihre Munition weggeht. Dazu gehe ich später nochmal mehr ein. Merken Sie sich einfach nur die Wörter, dass wenn Sie nachladen, entweder rufen laden, reload oder reload. Loading. Kommen wir zum Thema Flure. Es gibt sozusagen sogenannte T-Flure. Es gibt L-Flure oder F-Flure. Können Sie sich vorstellen, was das sind? Also was das bedeutet? So ein L-Flur, was so ein T-Flur ist oder ein F-Flur? Hier, Simon, das ist ein Wörter. Hauen Sie raus. Ein L-Flur knickt nur 90 Grad in eine Richtung ab. Ein T-Flur knickt in beide Richtungen ab. Genau. Und dementsprechend erklärt sich, glaube ich, was ein F-Flur ist. Hey. Ich will die auch in meinem Department haben. Klar, das gibt es natürlich auch noch mit mehreren Varianten. Sie können sich das aber so merken. Dementsprechend merken Sie sich auch, was ein T-F- oder L-Flur ist, damit Sie sowas auch benennen können. Wenn Sie sich da unsicher sind oder das nicht ganz verständlich ist, nehmen Sie einfach das NATO-Alphabet. Das heißt, Lima-Flur oder Foxtrot-Flur. Und sowas können Sie sich auch merken. Und zum guter Letzt kommen wir ins Treppenhaus. Das werden Sie heute auch noch kennenlernen. Im Treppenhaus, das ist ganz einfach, wir haben die Stairs und die führen halt nur in eine, beziehungsweise die führen halt nur in zwei Richtungen. Einmal nach oben und einmal nach unten. Das heißt, für Sie merken Sie sich einfach, Treppe führt nach oben oder Treppe führt nach unten. So, ganz wichtig zum Schluss. Sie müssen sich nicht alle Wörter merken. Das ist jetzt nicht so, dass Sie die jetzt auswendig lernen. Sie müssen nur wissen, was die Bedeutung dahinter ist, wenn dieses mal angesprochen wird von Kollegen. Oder Sie haben ähnliche Wörter, die den gleichen Sinnbild dahinter haben. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt lernen müssen, okay. Macht ja gut, Herr Finch. Suspekt und Kasselie. Sie können ja auch sagen, Person gesichert. Das reicht ja komplett aus. In dem Fall. Weil das unterschiedliche Dinge tatsächlich sind. Das ist nur, was der Begriff bedeutet und wie Sie das im Zweifel auch umschreiben können. Gut. Als nächstes gehen wir zu unserem Body-Prinzip. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Sie agieren ja auch in einer Streife im Body-Prinzip. Das heißt, ein ORK-Cleaving wird in einer Regel nur mit dem Body-Prinzip gemacht. Das heißt, mehr als ein Officer. Man rennt nirgendwo alleine, man hat immer eine Absicherung. Es ist immer die Größe des jeweiligen Objektes oder der Öffentlichkeit, um gegebenenfalls den Objekten zu betrachten. Also es heißt halt, was haben Sie? Haben Sie mehrere Objekte vor Ort? Haben Sie ein Objekt? Es ist jetzt nur ein leichter Flur. Es ist was Größeres, wo es mehrere Räume gibt. Einfach mal das Krankenhaus als Beispiel. Da gibt es 20.000 Räume. Da kommen Sie nicht zu zweit ganz klar. Da brauchen Sie schon mehrere Leute. Ja, der findest du auch alle nachgezählt im Krankenhaus. Ja, klar. Genau. Entschuldigung. Mal so dämlich Kommentare aus dem Offen. Genau, schätzen Sie die Größe des Bereiches ein. Ganz wichtig ist, die erste Einheit, die vor Ort ist, die muss in diesem Bereich am besten schon einschätzen können. Überlegen Sie sich, wenn Sie die erste Einheit sind und Sie rufen Verstärkung. Sie wissen, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr. Das kriege ich nicht zu zweit hin. Kommen wir wieder zum Thema Krankenhaus. Das kriege ich nicht zu zweit hingekleert. Sie sind die erste Einheit vor Ort, rufen Sie sich Verstärkung, damit ein zweites Team da mitmachen kann. Im Zweifel ein drittes, ein viertes oder sonst wie viel. Sie brauchen dafür. Sie entscheiden das als erste Einheit vor Ort. Wenn die Lage zu unübersichtlich wird. Also wenn Sie nicht wissen, was Sie machen. Und das ist jetzt ein guter Hinweis auf alle Situationen. Egal auf welches Modul, auf welche Fortbildung oder in welche Einsatzlage. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, dann geben Sie diesen Einsatz ab. Das ist ganz wichtig. Rufen Sie sich einen Sergeant oder einen anderen Vorgesetzten dazu, der sich Überblick über die Lage verschafft. Briefen Sie diesen und klären Sie diesen auf. Es wird Sie keiner umhauen. Es wird Sie keiner sonst irgendwas mit Ihnen machen, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Das ist ganz normal. Das kommt vor. Dementsprechend auch, wenn Sie eine Einsatzlage haben und Sie nicht wissen, wie viele Räume da sind und Sie keinen Überblick mehr haben und Sie können das Ganze nicht mehr handeln, geben Sie das ab. Das können Sie sich auch hinter die Ohren schreiben für wirklich alle Einsatzlagen, die Sie jemals haben werden. Wenn das nicht weiter geht, geben Sie es ab, bevor irgendwelche Fehler passieren, die gravierend oder schlimm für Kollegen sind. Okay. Kommen wir einmal zu den Zugriffsarten. Als Hauptinformation, es gelten grundsätzlich je nach Einsatzlage abzuwägen, ob vor einem Inside-Kling oder ein Outside-Kling, das zu betretenen Objekts erfolgen muss. Das heißt, man muss gucken, muss ich reingehen oder muss ich jetzt außen was machen? Das beachten. Es gibt halt, wie gesagt, zwei übliche Zugriffsarten. Zu einem, das leise reingehen, um den Überraschungseffekt zu benutzen. Das heißt, wir schleichen uns rein, wir gehen Silence rein oder das deutliche Ankündigen der Stürmung der State Police. Da bedenken Sie bitte, wenn Sie dies machen, dass Sie auch den Leuten Zeit geben. Das heißt, Sie rennen nicht rein, State Police, sondern kündigen Sie auch an, hier ist die State Police, kommen Sie mit Erhobenen hinten raus. Das können Sie je nachdem auch variieren, wie die Einsatzlage natürlich vor Ort ist. Aber das ist dann sozusagen das laute Claim, was wir haben. Wir geben den Leuten dann natürlich Zeit, dass diese sich natürlich auch ergeben können. Sollten diese sich innerhalb von, sagen wir mal, 20 Sekunden keine Reaktion zeigen, nicht ergeben, können Sie natürlich rein stürmen. Auch dahin, dann kennen Sie das ja vielleicht schon, Sie haben bestimmt schon mal alle einen Ladenzugriff mitgemacht. State Police auf den Boden oder sonst was. Beim leisen Vorgehen, wissen Sie, warum wir da leise vorgehen? Könnte durchaus sein, dass auch hier Geise dementsprechend sind und wir diese natürlich auch nicht gefährden wollen und daher auch ein leises Vorgehen von Sinnen ist. Genau, das ist der Überraschungseffekt, den wir haben. Wir kündigen uns nicht an, wir gehen rein, um Leute zu überraschen und diese auch damit zum Ergeben zu bringen. Ganz wichtig ist, klären Sie vorher ab, was Sie machen. Nicht, dass einer sagt, okay, wir machen leise und der Nächste, das ist jetzt einfach mal ein reines Beispiel, Frau Winchester steht vorne an der Tür und schreit, State Police, bleiben Sie stehen. Oder machen Sie was? Also, Provinzisch ist das nur ein Beispiel, okay? Okay. Ähm, klären Sie vorher ab, was Sie machen wollen, wie Sie vorgehen wollen. Auf Toilette. Ähm, machen wir mal ein kleines Beispiel dazu. Wir haben einen stillen Alarm, einen 24-7. Ähm, Sie kennen alle unsere 24-7s, die meisten haben so eine schöne Glasfront und es ist einsehbar, was passiert. Ich sehe keine Suspects vor Ort, oder Sie sehen keine Suspects vor Ort. Ähm, wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie machen? Äh, 487, Frau Winchester. Frau Winchester. Ich, äh, würde das trotzdem draußen einmal ankündigen, denn ich weiß ja nicht oder kann nicht direkt einsehen, ob es noch Hinterräume gibt. Genau, richtig. 690, Jungen. Ja, Herr Jungen. Man kann zum Beispiel auch das Megafone dazu nutzen. Dann hört's auch jeder da drin. Richtig, darauf habe ich gewartet, das Megafone. Nutzen Sie das Megafone. Das ist lauter als unsere Stimme. Sie merken, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich kann nicht so laut aktuell. Für mich wäre das Megafone auch eine optionale Idee. Jungs, Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ich kann sie gerade nicht zuordnen. Das ist eine gute Idee. Optimal. Danke. Es ist heute nicht das erste Mal, dass ich mir was spreche. Können Sie den, äh, Chief hinter mir fragen? Optimale Sache. Das ist nie das erste Mal bei dem. Nutzen Sie das Megafone. Künden Sie das an. Besonders bei den 24-7s. Wir haben einen Glasschalb. Sie wissen, auch wenn Sie im ersten Moment keinen sehen. Sie wissen nicht. Hat sich jetzt gerade einer hinter den Tresen hingelegt. Hat nochmal kurz rüber geluschert. Und gesehen, ah, da ist was. Oder er hat sich einer schnell in den Hinterraum versteckt, als er die Sirene gehört hat. Als wir angefahren sind, hat er das Blaulicht gesehen. Wir kennen das ja alle in der Stadt. Große Hochhäuser. Das Licht reflektiert ja auch mal schön. Und wir sind da schon auf weiterer Sache zu sehen. Dementsprechend meine 24-7 ankündigen, dass sie reingehen. Wer bringt Ihnen auch einen stiller Zugriff nicht? Dementsprechend schätzen Sie auch die Einsatzlage vor Ort ab. Ist es jetzt wie hier? Sie haben keine, Sie sehen nichts. Türen sind zu. Die Leute können Sie gar nicht mitbekommen. Oder ist eine Glasfront vor? Haben Sie Scheiben dran? Also gucken Sie dann, was ergibt Sinn für solche Sachen. Okay. Nächster Punkt. Deckungsarten. Es gibt zwei Deckungsarten. Wir haben visuelle Deckungen und ballistische Deckungen. Was können Sie sich denn darunter vorstellen? 4-54 Vendiver. Vendiver. Ich würde das einmal mit dem Auto vergleichen. Eine ballistische Deckung wäre hinter dem Motorblock. Das heißt, eine nicht so leicht durchschießbare Entdeckung und eine visuelle wäre zum Beispiel Hintertüren oder Ähnlichem. Also nicht metallischen Gegenständen, dass es also nur visuell Entdeckungen gibt. 4-56 Hüben. Ja, Herr Hüben. Zum Beispiel halb hohe Mauern ist zum Beispiel. Also ist beides. Eine visuelle Deckung, weil ich mich dahinter verstecke und gleichzeitig, ich kann da drüber lunschen. Und gleichzeitig ist es natürlich eine ballistische Deckung, weil wenn jetzt da hinten zum Beispiel, da sieht man diese Einschränkungen an so einem Tor, hat man dann ja auch entsprechenden Schutz. Genau, richtig. Mit den Metallarten sind Sie vorsichtig. Aluminium ist auch eine Metallart, kann trotzdem durchgeschossen werden. Nur mal ein kleines Beispiel. Genau. Wir unterscheiden bei visuellen Eimer von denen, die gesehen werden. Das ist auch ein Metall. Das ist flüssig. Dazu zählt, also visuell, ich kann nicht gesehen werden in dem Fall, hohe Mauern, auch ganz einfach, Gras, Büsche, alles, wo sie im ersten Moment nicht sichtbar sind. Passen Sie aber auf, visuelle sind auch meistens keine wirklichen ballistischen Deckungen. Das heißt, sie werden zwar nicht gesehen, aber wenn da jemand hinschießt, geht das durch. Bei Holz kann auch ein Schuss durchgehen, bei Aluminium geht ein Schuss durch, bei einem Busch, gut, brauchen wir nicht reden. Ich glaube, da ist uns jedem klar, dass da auch was durchgeht. Ballistische ist in dem Fall dann Mauern, starke Mauern, das kann ja auch Panzerglas sein, da können sie ja gesehen werden, aber da kann nicht durchgeschossen werden. Das heißt wirklich Sachen, die in Deckung gehen, Autos, wie gesagt, gutes Beispiel, wo stellen sie sich hin, wenn sie am Motorblock, äh, jetzt hab ich's verraten, am Motorblock stellen sie sich hin, genau, am Motorblock stellen sie sich hin, wenn sie beschossen werden, weil da ist die ballistische Deckung, weil da der Motorblock zwischendurch ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich das gerade selber noch verraten habe. Genau. Ähm, gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Feuerarten. Ähm, beim ORK, in den Aufgabenbereich des, ja, der State Police nutzen wir nun zwei Feuerarten. Welche mehrere militärische Feuerarten, wie Deckungsfeuer, Feuerschutz und Unterstützungsfeuer vereinen. Im grobsten sind das zwei wichtige Feuerarten zusammengefasst, oder sind es einfach zusammengefasst worden. Wir haben das zielgerichtete Feuer und das Unterdrückungsfeuer. Was können Sie sich darunter vorstellen? Ihr 27 Evans. Hauen Sie raus, Herr Evans. Unterdrückungsfeuer, dementsprechend, wir halten, äh, die Personen im Schach, ähm, so dass wir weiter vorrücken können unter unserem Feuerschutz, den wir uns selber damit aufbauen. Und das zielgerichtete Feuer ist dann explizit auf diese Person, auf den Suspekt gerichtet. Ja. Genau. Gibt's eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Seien Sie bitte vorsichtig danach, wenn Sie Unterdrückungsfeuer machen. Sie haben nur zwei Gaben-Magazine dabei. Das heißt, überlegen Sie sich gut, wann Sie wirklich Unterdrückungsfeuer nutzen. Bei zwei Magazinen geht sowas schnell weg. Wie gesagt, da ist wichtig, überlegen Sie das sich genau. Haben Sie irgendwelche Fragen zu diesen Feuerarten? Negativ. Nein. Okay, so negativ, negativ. Ähm. Gut. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Punkten. Jetzt geht's erstmal richtig los mit Häuserkampf. Oder Wombclearing. Ähm. Der Häuserkampf ist grundsätzlich wichtig für Sie, da Sie meistens die ersten Personen sind, die zum Beispiel in ein Gebäude reingehen. Wenn Sie zum Beispiel einen stillen Hausalarm haben, Sie sehen die Wohnungstür ist offen, sind Sie die erste eine, die reingehen. Dementsprechend merken Sie sich das schon mal, das ist jetzt wirklich wichtig für Sie. Ähm. Sollte es natürlich größere Sachen geben, ist es eigentlich Teil des Swats. Also Aufgabe des Swats, Spezialinheiten werden sich darum kümmern, wenn man Häuserkampf innen führen muss komplett oder anderes machen muss. Trotzdem sollten Sie diese Vorkenntnisse haben. Da auch bei Gefahr im Versug, heute hab ich's wirklich, Gefahr im Verzug, ähm, Sie die erste Highlight sein können, die reingehen müssen. Oder wie gesagt, stille Alarm, Wohnungstür ist offen, Sie müssen drinnen einmal prüfen und es kann ja trotzdem vorkommen, dass drinnen auf Sie geschossen wird. Dementsprechend sind Sie hier und müssen das Ganze auch lernen. Oder das Wort nicht verfügbar. Oder das Wort ist nicht verfügbar. Okay, machen wir's ganz kurz. Wenn Sie einen Einfall haben, können Sie das auch gerne rufen. Alles gut. Okay. Bin da nicht so. Aber jeder kann nicht immer alles wissen. Ich muss auch hier im Moment einiges nachlesen. Genau. Dann fangen wir erstmal an mit den Türen. Schreibt nebenbei das Drehbuch. Also, wir haben Türarten und wie wir damit vorgehen. Was kennen Sie denn so für Türarten? Doppeltür, äh, visueller Schutz, also Zune, sowie Glastüren. Türen mit Lichtfenster. Türen, die nach außen oder... Was kennen Sie denn für Türen? Schiebetüren, Holztüren, Metalltüren. Genau. Sie können bei solchen Sachen einfach entscheiden. Einzeltüren oder Doppeltüren. Wir haben links von uns, haben wir eine Doppeltüren. Das heißt, die geht, ähm, man kann links und rechts da vorne stehen, man hat den Gang nach hinten. Da kommen wir aber gleich zu. Und wir haben die Einzeltüren. Ähm, bei den Einzeltüren gilt es zwingend darauf zu achten, auf welcher Seite die Scharniere sind. Genau an dieser Seite der Tür wird sich dann das Einsatzteam, ähm, das wie gesagt immer aus zwei mindestens besteht, im besten Fall natürlich drei, in einer Reihe hintereinander an die Wand positionieren und vom ersten Officer bis zum letzten durchzählen. Durchzählen. Zu der Durchzählung und Aufstellung kommen wir gleich nochmal. Ähm, genau. Sollte es sich hierbei um eine teildurchsichtige Tür handeln, wird notgedrungen auch über die Seite des Türgriffes eingedrungen. Das heißt, 24-7, stellen Sie sich mal vor, da ist eine Tür verkeilt und Sie kommen nur von der linken Seite rein. Aber drüber gehen ist ein bisschen schlecht, weil dann könnte ja auf Sie schon geschossen werden. Also gut, das ist ein dummes Beispiel, ehrlicherweise. Aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Ja, so. Ähm, genau. Dann müssen Sie über die Türgriff-Notgedrungen eindringen. Wenn aber zum Beispiel nur ein kleines, durchsichtiges Fenster oberhalb der Tür ist, können Sie sich auch gehockt oder kriechend darunter vorbeischleichen. Vergessen Sie nicht, das ist ein kleiner Tipp von mir, persönliche Erfahrung, nutzen Sie vielleicht auch dieses Fenster aus, in irgendeiner Art auch mal kurz zu gucken, ob man da irgendwas sehen kann, von links oder rechts. Man kann ja, man muss ja nicht direkt davor stehen und sagen, hallo, hier bin ich. Aber wir können uns ja ein bisschen links daneben stellen und in den linken Bereich oder in den rechten Bereich so ein bisschen reinschielen und gucken. Genau. Bei Doppeltüren, ähm, teilt sich das Team auf beide Seiten auf. Dabei begibt sich der erste Officer auf die Seite der Tür, aus welcher zuvor angerückt wurde. Das heißt natürlich, ähm, wenn Sie jetzt von links angefahren sind, ist der erste Officer natürlich auch von links, geht der erste Officer auch von links vor. Wenn die zweite Einheit dann von rechts anfährt, muss diese auch an die rechte Tür gehen. Ähm, sofern es sich um keine durchsichtige Tür handelt, werden alle geraden Zahlen, also 2, 4, 6, auf der anderen Türseite gehen und dort Stellung beziehen. Während ungerade Zahlen, 3, 5, 7, oder natürlich auch 1, 3, 5, 7 oder sonst was, ähm, sich somit auf der ersten, also dem ersten Officer einreihen. Das machen wir gleich, das gehen wir gleich durch. Ähm, genau. Wenn es sich um eine teildurchsichtige Tür handelt und man auch nicht andersweitig unbemerkt auf die andere Türseite gelangen kann, wird das Vorgehen einer Einzeltür angewandt. Da haben wir es wieder gesagt. Gucken, wo die Scharniere sind und da reingehen. Gut, kommen wir einmal zum Aufzählen, äh, Aufstellen und Anzählen. Das ist eigentlich relativ einfach. Merken Sie sich vor Ort, der erste Officer, beziehungsweise die erste Einheit, die vor Ort ist, übernimmt erstmal die Einsatzseitung. Das heißt, Sie kümmern sich darum, wie der ganze Zugriff gestartet wird oder wie der ganze Zugriff vonstatten geht. Der erste Officer steht dann natürlich auch von der Seite, wo man angefahren wird, wo man anfährt. Äh, und Sie fangen dann an abzuzählen mit 1, 2, 3, 4, wir haben jetzt hier in dem Fall 5. Ähm, bei der Aufstellung ist der erste Officer immer das Teamlead. Die Aufstellung läuft nach Schema ab. Das heißt, wir haben immer wieder das Gleiche bei einer Doppeltür. Oder, wenn wir eine Einzeltür haben, ist es auch immer das Gleiche, ehrlicherweise. Ähm, und da würde ich gleich sagen, bevor ich Ihnen das jetzt irgendwie hier von meinem Zettel gut vorlese, machen wir das einfach in der Theorie. Ähm, wir fangen von links an abzuzählen. Sie sind 1. 1. 2. 3. 4. 5. Genau. So. Herr Kornstein ist jetzt von der linken Seite, da vorne haben wir eine Doppeltür. Herr Kornstein ist von der linken Seite angefahren. Er ist die 1 und würde sich somit links hinstellen. Hinst du gerade wirklich zählen üben lassen? Das heißt, wie müssten wir jetzt vorgehen? Ich stehe dann rechts, weil ich eine gerade Zahl habe. Und ich stehe hinter ihm. Genau, und dann stellen wir uns mal so hin. Alles klar. Was notierst du dir eigentlich die ganze Zeit? Ich mach Bürokram nebenher. Ich notiere mir nichts. Ich mach, ich schreib Drehbuch nebenher. Ja. Drehbuch. Ich muss für diese scheiß PD-Sendung muss ich das Drehbuch schreiben. So, genau. Auftrag von Kommissioner. Sie gehen Sie in dem Fall davon aus, dass hier draußen gesichert ist. Sie haben den Außenbereich schon gesichert. Sie können dann zu der Tübung machen. Genau. Aber war nicht falsch, der Gedanke. Ich hab keinen Bock, den ganzen Tag da dafür im Büro zu sitzen. Deswegen nehm ich meinen Notizblock mit und schreib unterwegs. Wir haben jetzt die ungeraden Zahn auf der linken Seite und die geraden Zahn auf der rechten Seite. Was wär jetzt, wenn der Cronstein von rechts angefahren wär? Dann wären wir nach rechts gelaufen. Und die anderen beiden nach links. Genau. Einfach, ganz einfaches Prinzip. Haben Sie das soweit verstanden? Hey, ich war Kata. Okay. Jetzt ist die rechte Tür zu. Da ist eine Mauer. Wie würden Sie sich dann hinstellen? Also, die existiert nicht. Also, es ist dann nur noch eine Tür. Das ist nur noch eine Tür. Nur noch die Tür ist hier. Ja, dann äh... Stellen Sie sich mal so auf. Überlegen Sie. Nur mal behalten Sie erstmal noch. Wahrscheinlich mal zwischen Sie. So, stehen Sie richtig oder ist das die falsche Seite? Worauf muss ich da achten? Die Türscharniere. Türscharniere, genau. Genau. Sie stehen richtig in dem Fall. Wenn wir jetzt nur eine Tür haben, achten wir auf die Türscharniere und Sie stehen richtig. Dann heißt das, wir gehen nach Reihenfolge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Wichtig ist jetzt, das anziehen. Sie können mal wieder die Position von davor für die Doppeltür wieder einnehmen. Da passt aber hinten was nicht. Wer war von euch die zwei und wer war von euch... Ich bin die zwei. Ah, ah ja, top. Okay. Wir haben es heute aber... Mach die Luft hier oben. Dann haben Sie mal einen Schluck auf, so wissen Sie. Ja, ja. Nun. Okay. Was wichtig ist, dass wir durchzählen müssen. Die Durchzählungsart kann entweder über Funk erfolgen oder hier vor Ort. Dabei achten Sie natürlich auch, wie Sie vorgehen. Wollen Sie still vorgehen? Kennen Sie den Bereich? Wissen Sie, da ist jetzt nichts hinter? Oder sonstiges. Wir machen das jetzt gerade mal erstmal ohne Funk. Wenn wir durchzählen, fängt die Eins an zu zählen mit Eins steht. Dann geht es weiter mit Zwei steht. Und das machen wir so lange weiter, bis der Letzte dran ist. Beim Letzten ist wiederum wichtig zu merken, dass der Letzte sagt... Dass das Team steht. Genau richtig. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein, mir wurde das schon mal erklärt. Achso. Ich will Winchester in Delpero. Ich will die in Delpero haben. So positiv. Können Sie kurz eine pinke Pause machen. Verändern Sie sich, wenn Sie auf Toilette müssen, gucken wir mal da hinten. Wenn Sie jetzt hier den Weg da folgen, da hinten ist einmal die Toilette, da können Sie dann hingehen. Sie meinen die Treppe hoch? Ja. Hey, in Ordnung. Wenn kurz, kommst du kurz mal hin? Ja, ja. Also ich muss du wissen, wenn das... Also mich würde es mega stören. Also ich finde es ja gut, dass man Engagement zeigt und das reinruft, aber vielleicht lässt man dich erst mal zu Ende erklären und kann dann noch was sagen. Mir ist aufgefallen, dass Winchester jetzt schon irgendwie dreimal reingerufen hat, einfach, obwohl du gerade am Erklären warst. Also wenn es dich nicht stört, dann ist gut, mich wird es stören. Ja, in dem Fall stört du. Also ich weiß, was du meinst. Ist mir jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so aufgefallen. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Wenn das jetzt vermehrt vorkommt, dann wird da einfach reingeredet. Verdammt, ja. Ist ja gut, dass hier das schon mal erklärt wurde, aber allen anderen nicht. Also man sollte dich halt erst mal aussprechen lassen, finde ich persönlich. Also alles gut, wenn nicht. Und Finch, bitte 2, nicht 2. Habe ich 2 gesagt? Ja. Ja, mach dir nichts draus, mir passiert das auch noch einmal wieder. Ich sag eigentlich normalerweise mal 2 im Einsatz, deswegen wundert mich das jetzt. Äh, 2, also das 2. Man, jetzt hast du mich jetzt durch die Neugebracht, Travis. Ist okay, ist meine Aufgabe. Und wie läuft das Drehbuch? Äh, ich weiß es nicht. Ich komme zum Ende, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Entschuldigung? Ja. Ich müsste mal ganz kurz mit der Leitstelle reden über den Termin, den ich um Aktionär hätte. Den müsste ich verschieben, beziehungsweise mich ersetzen lassen. Welchen Termin haben Sie? Würde es genieben? STA oder Zeugenaussage? Äh, Zeugenaussage. Bei wem? Bei der Staatsanwaltschaft, oder? Äh, nee, ist tatsächlich eine Zeugenaussage, die kommt jetzt zu mir. Ah, okay. Sie haben sich spontan eingetragen für das ORK, für die Fortbildung, oder? Ähm, tatsächlich nicht. Wann haben Sie sich eingetragen? Boah, gute Frage, das dürfte vor drei Tagen, zwei Tagen gewesen sein. Ja, das war aber nicht eingetragen. Achten Sie bitte darauf, dass sich Ihre Termine nicht überschneiden. Wenn Sie jetzt eine Zeugenaussage hätten, wenn sich das verschieben lässt, aber denken Sie daran, dass jemand halt zum PD kommt und dann wieder gehen muss, ne? Mhm. Dass Sie sich in Zukunft Ihre Termine so legen, dass Sie das auch nicht überschneidend wahrnehmen können. Warte, du darfst noch nicht vergessen. Ich hab aber auch, glaub ich, 60 Minuten eingetragen und wir werden eigentlich schon 20 Minuten im Vorlauf. Ja, das ist richtig, aber ich leg, also generell sollte man sich Termine nie so legen, dass man im Anschluss direkt einen Termin hat, weil das sowieso nicht klappt. Nee, das stimmt, das stimmt aber. Also immer so, mindestens eine halbe Stunde vor Laufzeit. Merken Sie sich aber für die Zukunft, das ist nicht negativ gemeint gerade. So verstanden. Ja. Dann werde ich das kurz mit der Leitstelle besprechen, dass die dann Bescheid ist. Bitte? Ja, machen Sie. Alles gut. Sehr gut. Aber Banzi ist aber auch richtig streng geworden mittlerweile. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist nicht sinnvoll, sich direkt 60 Minuten, okay, dann leg ich mir genau dann einen Termin, das funktioniert sowieso nicht. Das sag ich dir jetzt schon. Also wir sind jetzt Theorie-Reinteutig durch, jetzt geht's einfach an die Praxis. Theorie ist eh mal scheiße. Da kannst du halt nur, weil ich kurz nur vorlösen. Wenn du bei den Treppen angekommen bist, da kannst du einfach nur bis zur Hälfte hoch, sparst du dir auch Zeit. Hey, bei den Treppen mache ich zwei Stufen, das ist gut. Ja, oder so. Weil ich musste damals ganz nach oben, das spart halt Zeit. Ja, na klar. Eigentlich machst du auch noch, also ich kenne das auch noch, dass du Spiele zwischendurch machen kannst. Das heißt, es verstecken sich Leute oben und das Team muss taktisch vorgehen. Ich musste sogar ganz nach oben in den Turm, da hatte ich sogar bei Davis hier, da hatte ich sogar OHK. Der ist dann ganz nach oben sogar gegangen. Bist du sicher? Ich glaube, ich war sogar dabei. Du warst dabei, glaube ich, ja. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, normalerweise gehst du auch nochmal hoch bis Team, aber wie gesagt, wir müssen ja irgendwie jetzt zeitlich eingrenzen, deswegen wird die Spielerei jetzt rausgelassen. Ja, es ist ja auch, ich habe ja damals auch im OHK, glaube ich, zwei Stunden oder irgendwas gemacht, das ist schon verständlich, dass das gekürzt wird. Ich finde es eigentlich, ich finde es trotzdem, du brauchst halt bei OHK auch Zeit, du kannst die Leute nicht so durchwaschen lassen, das geht halt nicht, deswegen ist das immer so ein Punkt, mit OHK musst du rechtzeitig anfangen, du musst halt Zeit mitnehmen. Ja. Deswegen finde ich das, also ich verstehe, dass wir das schneller hinbekommen sollen, aber du musst dir auch immer bedenken, es ist halt allein schon eine halbe Stunde eine reine Theorie. Was steht das gegen Drogen, Leute? Und dann gehst du jetzt erst in die Praxis über und die Praxis verändert, also da kommt es eh mehr rein, ich brauche jetzt eh nicht mehr dieses Blatt dafür. Naja. Ja. Mal du ja auch jetzt gleich, wenn du anfängst hier mit den Übungen, hier unten ja schon irgendwie das, was du ganz oben auch noch machen würdest, das kannst du ja hier einfach auch schon machen. Ist ja quasi ähnliches Prinzip wie oben. Ja, also bis jetzt, also das Einzige, was ich dir jetzt noch groß erzählen werde, ist halt, dass die erste Person, die halt bei einem Einzeltisch ist, die erste guckt halt nach rechts, damit sie die Tür im Nacken, also die Tür im Schutz hat, die zweite Person guckt dann nach links und die dritte guckt dann ein theoretisch in die Mitte, aber sonst muss sich eigentlich der Teamleiter bestimmen, wie die Leute laufen und bei einer Doppeltür wird dann links geguckt nach links, rechts guckt nach rechts und die, sagen wir mal, dritte Person guckt in die Mitte. Ne, dann geht's gleich los. Äh. Und von unten gucken wir dann einfach, wie die Leute das machen und wie die gucken, ob die in die Ecke achten. Weil das ist eh Erfahrung. Du kannst, das ist Erfahrung, wie du einfach über die Zeit bekommst. Das kommt auch auf das Terrain, ne? Also ich kann von mir aus gar nicht reingehen, wenn du willst. Ja. Ich kann ihnen jetzt eh nicht erklären, dass die in die Ecke gucken, weil das ist jedes Mal anders. Die sollen selber gucken, wie die vorgehen. Ja. Naja. So, sind wir wieder vollständig? Ja. Herr Kornstein, was ist mit Ihnen? Hat das jetzt geklappt? Alles in Ordnung, es sollte letztlich kümmert sich drum. Alles klar, gut. Ähm. Okay, genau. Wir waren beim Anzählen. Jetzt muss ich kurz überlegen, genau. Team vollständig waren, ja. Genau. Das heißt, wir zählen an. Eins steht. Ganz wichtig, zwei steht. Ich hab das wohl gerade eben falsch gesagt. Die zwei. Also nicht die zwei, sondern die zwei steht. Ja. Drei. Vier. Also einmal, wenn es steht. Und der letzte Person sagt dann, Team steht. Also fünf steht, Team steht. Es ist doch soweit ganz klar. Das machen sie dann so lange, wie viele Personen sie natürlich haben. Dann. Gut. Ähm. Kommen wir zu. Ja. Ich hab drei Punkte noch auf meiner Liste. Zwei kann ich jetzt noch mit Ihnen abhalten. Der dritte kommt zum Schluss ran. Ähm. Bei einer Einzeltür. Wie gehen Sie da rein? Ist ganz wichtig, wenn Sie bei einer Einzeltür reingehen und zum Beispiel nur zu zweit sind. Weil die erste Streife ist ja meistens nur eine Zweierstreife, besteht aus zwei Personen. Das heißt, je nachdem, wo die Scharniere sind. Sagen wir mal, Herr Kronstein, bei Ihnen sind jetzt die Scharniere in der Einzeltür. Mhm. Das sind die erste Person, die reingeht. Gucken Sie gleich auf die rechte Seite. Das heißt, die Tür nehmen Sie als Schutz. Die Tür schützt Ihren Rücken. Die zweite Person, die natürlich dann reingehen würde, würde dann nach links gucken. Achtung. Da Sie nur zu zweit sind, haben Sie auch die Mitte im Blick. Das heißt, die erste Person, die reingeht, macht ja natürlich die Tür auf. Im besten Fall kann man ja vielleicht schon mal vorher irgendwie was sehen, weil man gesehen hat, okay, die Tür hat leicht offen gestanden. Oder die Tür war gerade ein bisschen offen. Ich habe sie mal ein bisschen aufgetreten, konnte reingucken. Geradeaus ist nichts. Da ist nur eine Wand vor mir. Da kann aber auch mehr sein und versteckte Sachen sein. Dementsprechend achten Sie darauf, wie gesagt. Die erste Person nutzt die Scharniere als Rückendeckung. Die zweite Person nutzt dann den linken Raum. Also in dem Fall, wenn jetzt hier die Scharniere wären, geht die Person nach links rum. Also guckt hinter die Tür. Wie mache ich das bei einer Doppeltür? Das ist relativ einfach. Die Person, die da steht, guckt auf die Seite. Das heißt, der Crownstein nutzt die Tür nicht mehr als Deckung, sondern er geht links rum. Natürlich, weil wir einen großen Raum haben, geht die zwei natürlich im gleichen Moment rein und guckt nach rechts rum. So, und wir kennen das ja, umso mehr es werden, umso leichter wird es auch. Wenn wir jetzt drei Personen werden oder mehr, können wir das natürlich auch abgrenzen. Das heißt, bei einer Einzeltür wieder, erste Person nutzt die Tür als Deckung. Zweite Person guckt um die Tür rum und die dritte Person kann dann komplett den Mittelbereich halten. Und wenn wir das bei einer Doppeltür haben, da ist es dann eigentlich auch nicht so anders, wie man möchte. Das heißt dann, links geht nach links, rechts geht nach rechts. Und die dritte Person würde dann in die Mitte gehen, oder? Genau, die dritte Person geht dann in die Mitte. Und jetzt kommt es dazu, wir sind ja hier ein paar mehr. Was ja sehr optional, oder sehr optimal ist, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Sehr optimal ist, in dem Fall. Meistens ist es auch optional, meistens hast du zwei Handeln. Und jetzt ist der Schwerpunkt dabei. Alles, was sie jetzt lernen, ist reine Theorie. Das kann, das wird niemals so im Einsatzfall zutreffen. Leben in der Lage, da ist heute der Spruch. Jetzt kommt die Eins zustande. Die Eins, Herr Kronstein, überlegt sich jetzt, wo die Leute hingehen. Die Drei würde rein theoretisch in der Praxis in die Mitte schauen. Ist auch gut so, das machen wir auch so, das behalten wir uns auch bitte ein. Jetzt haben sie aber zwei mehr. Was machen sie mit den zwei mehr? Können die theoretisch schon ein Stück vorrücken? Die zwei Einheiten gehen dann jeweils links und jeweils rechts. Die 454 Wendler würde kurz einhaken. Ich glaube, Herr Hume wollte vorher noch was sagen. Also normalerweise kommt darauf an, wie groß der Raum jetzt ist, wenn man in einem Raum drin ist. Und entweder sichern quasi die zwei letzten dann nach hinten ab. Also quasi den Rücken decken. Oder sie werden dann von der Einheit eins quasi in den nächsten Raum geschickt. Also dass quasi der nächste Raum, falls da die nächste Tür ist, dass die quasi dann an die Tür herantreten. Und quasi mit einem Tritt in den nächsten Raum vorbereiten. Okay. War einer von Ihnen schon mal bei diesem Praxis-OHK-Modul mit bei, was Ginny manchmal macht? Nein. So negativ. Ich hätte aber noch eine Anmerkung. Ja, unser Haus. Zum Beispiel. Wenn wir jetzt einmal hier das Gebäude beobachten, ist nach rechts wenig Platz. Ich würde dann eine Person nach rechts schicken, also meine Wenigkeit und dann zwei in die Mitte und zwei nach links. Das kommt halt immer auf das Gebäude drauf an. Man muss sich immer dem Gebäude anpassen. Ähm, wenn wir jetzt in dem Flur wären, natürlich, äh, dann eine Person, äh, draußen. Wahrscheinlich, ähm, wenn wir im Raum sind, um den Flur noch abzudecken oder zwei Personen, kommt immer auf die Mannzahl drauf an. Also es ist immer wirklich nur reine Anpassung an das Gebäude. Ja, auch. Ein Gedanken, den Sie sich bitte sofort ausschlagen, ist, die Personen gehen weiter. Ja, der Raum wird erst gesäubert, in dem Sie sich befinden, bevor irgendwelche Personen weitergehen. Ja, alle Besen stappen und putzen. Es kann vorkommen, und es passiert auch in manchen Situationen so, dass Leute weitergehen, wenn wir mehrere Personen sind. Aber vorher wird der ganze Raum gesichert. Frau Winchester, Sie haben vorhin was gemacht, wo ich gesagt habe, das brauchen Sie gerade noch nicht. Ich habe die Rückendeckung gesichert. Wäre das vielleicht eine Idee, dass einer den Rücken sichert? Hey. Definitiv. Genau. Das war mit dem Flur auch gemeint, dass einer eventuell im Flur bleibt oder zwei. Also was wir jetzt erstmal machen, wir gehen jetzt mal in die Praxis um, das heißt, Sie gehen gleich in den Bereich rein. Wir behalten das uns ein, die erste Person schaut nach links, die zweite Person nach rechts und eine natürlich in die Mitte. Jetzt haben wir noch zwei, die mitsichern können. Sie kennen den Raum da drin noch nicht, und das wird immer wieder vorkommen, dass Sie irgendwelche Räume nicht kennen. Sie passen sich den Gegebenheiten an, entweder nutzen Sie den Raum so, dass wir dann einen kompletten 360 Grad Winkel abdecken können, oder dass wir nur 180 Grad abdecken können. Das heißt, die zwei Personen können variiert werden, die können gucken, okay, muss ich jetzt in irgendeine Ecke gucken, wie sind die Gegebenheiten dahinter und da muss man sich anpassen. Und jetzt ist das, was das gemeine ist an dem ganzen Thema, die Eins kümmert sich darum. Das heißt, die Eins ist Teamleiter in dem Fall und die bestimmt, was mit den Einheiten passiert und wie die Einheiten stehen müssen und wie die Einheiten gleich reingehen und welchen Bereich die absichern müssen. Deswegen meinte ich zu Ihnen, das ist in der Praxis immer ein bisschen anders und Sie brauchen einfach Erfahrung in diesem Thema. Gut, dann würde ich sagen, du kannst eigentlich reingehen, ich weiß nicht, worüber du rausgekommen bist. Ich dachte, das dauert noch, deswegen. Wir gehen jetzt, genau, wir machen das jetzt einfach. Ja, wir haben dann wahrscheinlich jetzt den Herrn Bansans TV, denke ich mal. Wenn man einen Täter in Kassidy hat, bleibt man ja bei dem oder eine Einheit geht raus und bringt den zu den Kollegen außerhalb des Gebäudes, oder? So, genau, Bansans ist unser TV, der reicht, wenn Sie den gesehen haben, dann sagen Sie einfach Taser, Taser. Sie tasern nicht, Sie nehmen bitte jetzt den Taser auch raus. Sollte hier einer tasern oder jemand eine Person tasern, dann sehen wir uns demnächst im Schiefgespräch wieder. Ich reiche den Arzt auf, wenn Sie das tun. Ich meine das ernst, das wird ein Schiefgespräch. Das ist nicht gut, tasern Sie sich nicht gegenseitig. Sie nehmen den Taser raus, ich möchte keine letale Waffe hier sehen. Sie werden die Westen anbehalten aus Sicherheitsgründen. Das ist auch übrigens der Moment, an dem ich meine Weste anziehe. Dich auch. Genau, was machen wir mit den Suspects? Jede Person, die in diesem Raum ist, wird festgenommen. Es ist egal, ob sie Zivilist ist, ob sie der Geisel ist oder ob es TV ist. Im besten Fall stehen natürlich Einheiten draußen, die sich dann drum kümmern. Oder sie werden von zum Beispiel zwei Personen weggebracht. Das heißt, jetzt haben wir hier zwei Leute, die sich drum kümmern könnten. Die könnten rückwärts gehen und die Person rausbringen, um die dort abzugeben. Oder es kommt ein Team rein, was die Personen abholt. Da kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Es muss am Anfang entschieden werden, wie viele Personen brauche ich. Was macht das Team in der Zwischenzeit? Es sichert den Raum. Es hält so lange den Raum einfach, bis das Team wieder vollständig ist. Wenn sie merken, okay, da kommt vor uns nur noch eine kleine Abstellkammer, weil da auch ein kleiner Clearroom oder so dran steht, dann können sie das natürlich auch variieren und wissen, okay, da brauche ich vielleicht nur noch drei Leute. Das kriege ich auch mit drei Leuten hin. Das ist dann die Einsatzlage vor Ort. Im besten Fall holen sie sich Leute rein, die von hinten aufrücken und die Person rausholen. Wenn das nicht so ist, dann bleiben die Suspects so lange da drinnen, bis der Einsatz zu Ende ist. Nicht wahr, Herr Davis? Das ist ja klar. Ja, was hast du als Anrede? Ich überlege gerade noch dafür, dass du irgendwas machst, oder? Nee, es ist halt schwierig. Ja, im Prinzip müssen sie ja drin bleiben so lange, aber schwierig. Ja, es ist in der Praxis immer schwierig. Ja, genau. Okay. So, jetzt gehen wir einfach mal das durch. Herr Barnes da drinnen. Der ist irgendwo da drinnen. Sie klären den ersten Raum. Das heißt, wir machen keinen Flur. Wir kümmern uns um den ersten Raum, der hier vorne ist. Ich kann Ihnen sagen, dass ein Raum, den klären Sie als erstes als Fünfer-Team. Herr Barnes-Team, Sie sind Einsatzleitung in dem Fall. Sie sind der Team-Lead und Sie bestimmen. Wer wo hin gehen soll, wer was machen soll. Gut. Eins steht. So steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Team steht. Sehr gut. Sehr gut. Dann zwei, eins, rein. Raum geradeaus noch. Weitere Tür. Was war das? Was war was? Das ist meine Ecke. Das ist meine Ecke. Was? Hat er sich hinter der Tür versteckt? Frau Winchester, kommen Sie rein. Als erstes habe ich gesagt, Herr Thornton, Sie sollen sagen, wo die Leute stehen. Oh. Das heißt, nicht am Anfang sagen, Team steht, sondern Sie machen aus. Sie sagen, okay, Frau Winchester sichert den Rückraum ab. Herr Evans, der stand, glaube ich, hinter Ihnen. Der, also die Eins guckt nach links gleich, was passiert hinter die Tür. Und dann hält ihn lang gerade einen Gang. Jetzt haben Sie den Raum schon mal gesehen. Ich weiß, das ist gemein. So. Herr Evans kann dann zum Beispiel hier in die Ecke gucken, nach vorne gehen. Wie ich es gemacht hatte. Genau. Die, äh, zwei guckt nach rechts. Hinter die Tür. Die haben selber gesagt, da ist kein Platz. Dann müssen Sie denken, oh okay, wenn da kein Platz ist, kann trotzdem sich jemand hinter die Tür verstecken. In dem Fall Herr Barnes, der hat meine schöne Position genommen. Da passt genau eine Person rein und könnte alle töten im Zweifel. So. Dann die Drei guckt in die Mitte. Ganz fix im Toilette, Entschuldigung. Und die Vier kann dann zum Beispiel hinter den Tresen abgehen, während die Drei den Bereich hält. Das heißt, hier steht die Drei. Ich bin sicher in den Bereich. Okay. Da ist, äh, ich halte den Bereich sicher, wenn da jetzt gleich einer hochspringt. Und die Vier kann in den Bereich gucken. Okay, hier ist keiner und rechts ist auch keiner. Und in den Zweifel nehmen Sie sich Frau Winchester mit zu als Fünf, weil da hinten muss gerade auch nicht abgesichert werden. Das heißt, die Vier, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Die, äh, Vier, äh, guckt hier hinter und die Fünf im gleichen Moment hier in die Ecke. Oh Gott, ja. Wichtig ist wieder Kommunikation. Sagen Sie am Anfang. Deswegen meinte ich, der Team-Lead bestimmt, wo die Leute hingehen sollen und was sie gucken sollen. Gut, wir gehen jetzt nochmal raus. Wir machen das gleiche nochmal. Ähm, Herr Alvin, Sie sind diesmal Team-Lead. Diesmal wird sich anders hingestellt. Und los. Willst du nicht drinnen stehen bleiben? Dann kannst du neben deinem Buch noch gucken. Nee, ich hab Angst, dass ich mich wegtaisern. Also, äh, ich würde linksrum den Raum clearen. Mr. Vandiver rechtsrum. Mr. Cronstein geradeaus den Raum. Ähm, Mr. Human. Ähm, Sie würden dann mit Mr. Cronstein dementsprechend abrücken. Mr. Human. Falls da irgendwelche Regale oder sonstiges sind. Und diese mit zur Sicherheit clearen. Nicht, dass da hinter sich einer versteckt. Und, ähm, Miss Winchester, Sie würden dann den Rückraum decken. Soweit klar? Check. 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 Eins steht. Zwo steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Team steht. Zugriff in drei, zwei, eins. Rein. Nein. State Police. Hände hoch. Flur clear. Vorne clear. Nein. Habt. Flur. Elf nur. Nach rechts abknicken. Zwei Türen. Bleiben bei einer Treppe hoch. Wir sind, ähm, die Pfeil tot. Und, äh, unterm... Warum die Türen gesagt haben? Die sind nicht festgenommen. Oder sie selber. Okay, das war mir jetzt nicht sicher, ob sie jetzt ausgestiegen waren oder nicht. Die sind hinter der Treppe, ja? Oder unter dem Treppe, ja? Ja. Ja. Es waren, also... Es ist nicht schlecht, was sie machen. Wir machen das gut. Aber das ist nicht optimal. Vielleicht werden Kleinheiten, die fehlen, weil... Ich sage Ihnen auch, warum. Warum wir das so streng machen, gerade bei der OHA-Fahr. Deswegen erzählen, dass ihr immer noch mal so logisch dabei wirst. Deswegen ist, gerade aktuell oder regelmäßig, dass es vorkommt, dass sie halt angeschossen werden. Oder Kollegen angeschossen werden. Deswegen machen wir das hier so genau. Damit sie so gut die Möglichkeiten vorbereitet werden, wenn es mal zum Ernst weiter kommt. Und am Ende liegen sie im Endi oder sind sie vielleicht sogar tot. Und das will keiner. Ich glaube... Beide, sie kennen ihn nicht. Also, ähm... Herr Vendiver, stimmt? Vendiver hat ja den Schreibtisch gehalten. Mit Herrn Kornstein zusammen. Das waren zwei Personen. Jetzt hätte Herr Kornstein in dem Fall hier um die Ecke gehen können. Und hinten... Aber auch die Ausgabenverteilung. Weil ich hätte ja ein Linkchen in einem Regal. Das heißt, ein Regal ist ja nicht nach links abgegeben. Das hätte ich ja hier nicht gemacht worden. Hier in die Richtung. Damit haben wir hier die Ecke, dass Herr Kornstein in dem Fall nicht von... Ich habe eine Links-Rechts-Präsche. ...von links getransen wird. Ähm... Aber das ist doch, was ich meine, mit Kommunikation, ne? Das ist wichtig. Genau. Das ist die Meinung der Punkt. Zweifel... Nee, alles gut. Es geht darum, dass sie sich hier verbessern. Es geht darum, dass sie merken, was falsch ist. Das ist der Punkt Kommunikation. Wenn sie merken, okay, dahinter ist noch nichts. Der ist noch nicht sauber. Dann sagt der Team nicht. Oder von mir aus auch Herr Kornstein. In dem Fall, okay, setzt nicht. Ich schaue den Bereich dahinter. Reden. Reden ist ein ganz großes Thema. Redet miteinander. Es rettet euch den Arsch. Was ist der Vorteil, den wir in der Polizei haben, gegenüber allen anderen? Funk. Was ist Funk? Kommunikation. Genau. Dann die Kommunikation. Wir können uns über Funk verständigen. Wir sind leer. Wir haben mehr Einheiten vor Ort. Wir koordinieren. Klar, wir sind oft zufrieden und alles geht zufrieden. Aber wir können das koordinieren durch Kommunikation. So. Wir machen das Ganze nochmal. Oh, das ist jetzt. Okay. Die 1 sichert rein nach links. Die 2 direkt hinter die Tür nach rechts. Die 3 rückt vor in den Raum, sichert das Hindernis nach links. Die 4 sichert das Hindernis in den Raum rein nach rechts. Die 5 deckt den Rücken. Verstanden? Check. Check. In Ordnung. 1 steht. 2 steht. 3 steht. 4 steht. 5 steht. Team steht. Hey, in Ordnung. Auf 3. 1, 2, 3. 3. Ich warte nur darauf, diese Taser-Schüsse zu hören. Also dieses typische Geräusch von Taser-Schüssen. Ich warte nur darauf. Ich warte nur darauf. Das war jetzt viel besser. Sogar. Das ist bestimmt. Nach einer letztendigen Zeit, quasi Filmzeit. Viertelstunde. Wahrscheinlich Viertelstunde bis 20 Minuten. Wird man sehen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so übel, das Drehbuch tatsächlich. Schreibt. Ab. So eine Kacke, wa? Mhm. So, jetzt haben wir hier einen langen Gang. So. Ein Einziger. Ja. Frau Winchester, Ihr Team. Koordinieren Sie. Sie wollen weiter. Sie gehen als nächstes bis vorne. Ähm. Wollen wir mal. Ja, doch. Doch, machen wir. Der ganze Flur muss... K-Pop-Event ein Safe Space für jeden. So, machen wir mal der ganze... Das Rennsport-Event ist heute auch noch. Also, das ist die Ecke rum. Ja. Ach so, ein wichtiger Punkt, den wir vergessen haben in dem Fall. Ja. Ganz wichtig. Hier fällt auch gerade noch was ein. Ja, sagen Sie? Vielleicht, wie finde ich... Die Tür rechts von mir aufgesehen. Zecken, ob diese verschlossen ist oder zugänglich ist. Weil hier könnte dementsprechend sich auch noch ein weiterer versprechen. Nee, wo wollte ich denn hin? Nee. Genau. Genau, richtig. Sie prüfen einmal, Sie gehen einmal ran. Das ist das Flutbecken auf alle Fälle. Kann ich dran rütteln, kann ich sonst irgendwie die aufmachen. Also, das ist das, was man hier sieht, das Flutbecken. Können Sie jetzt in dem Fall, können Sie es kurz sein lassen. Frau Winchester, Sie sind jetzt natürlich... Sie fangen gleich von vorne wieder an. Also, Sie gehen gleich komplett raus und machen den Bereich mit dem Flur. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Als nächstes, wenn Sie hier drinnen sind, Sie haben den ersten Raum gesichert, dann fangen Sie die Ausstellung wieder von vorne an. Das heißt, eins steht, zwei steht, drei steht. Klar, das ist jetzt hier ein bisschen gemeiner mit der Schläufe. Aber auch das... Das ist die Mine, müsste das sein. Im besten Fall, die eins bleibt immer die ein, die drei bleibt immer die zwei, die drei bleibt immer die drei. Ah, Thanksgiving. Wenn sich das doch mal ändern sollte... Ist das Prime? Ne, das ist... Ist das Prime? Also, der Team bleibt immer timid. Bin mir nicht sicher. Ist das Finlay? So. Genau, und das machen Sie bis hinten, also nicht zur Tür, sondern da, wo der L2 anfängt. Das ist Check. Gut, dann können Sie einmal rausgehen, Frau Winchester. Wie gesagt, vergessen Sie nicht, neuer Bereich ist dann auch ein neuer Bereich, wo Sie sich neu absprechen können. Sie haben den Raum gecleared, Sie haben die Zeit und Sie können das machen. So, Herr Banz und ich gehen natürlich wieder rein. Mhm. Achso, zu mir oder zu denen? Wir können uns ja schon besprechen, oder? Ich frage mal kurz, ne? Entschuldigung, könnten wir uns schon besprechen oder geben Sie dann per Funk durch? Ah, okay, alles klar. Wir können komplett schon anfangen. Gut. Achso, eine Neuheit, die in dem Fall zutrifft, wir sind alle, Sie sind alle im Einsatz Funk 2, stimmt's? Ja. Äh, aha. Gut. Äh, die Anzählung findet über Funk diesmal statt. Mit 1 steht, 2 steht. Okay. Ähm, die 1 geht rein, klärt nach links. Die 2 geht rein, klärt nach rechts. Die 3 geht rein, rückt vor, klärt das Hindernis nach links, sofern eins vor Ort ist. Die 4 geht rein, klärt ein Hindernis nach rechts und rückt nach, sofern ein Hindernis vorhanden ist. Die 5 deckt den Rücken und deckt das Team, so verstanden? Die San Andreas State Police hat das Ziel ihrer Umstrukturierung am Samstag erreicht. Mit sofortiger Wirkung darf ich Sie auch in einem altbekannten Ort begrüßen, das Vespucci Police Department. Hier steht das Headquarter unserer Polizei. Drei, zwei, eins, Zugriff. Lamesa, Delpero, Davis und Blaine County. Jedes dieser Departments hat Schwerpunkte, die Sie nach und nach auf der Webseite von der San Andreas State Police nachlesen können. Wir möchten uns insbesondere bei Miguel & Olsen und weiteren Spezialisten bedanken für den Aufbau dieses wunderschönen, aber geschichtsträchtigen Gebäudes, welches tatsächlich auch einen neuen Anschluss bekommen hat. Das neue Design, was Mitte Oktober angekündigt wurde, tritt ab sofort in Kraft. So zeichnen sich die neuen Uniformen darin aus, dass dies eine Mischung aus den ehemaligen Uniformen des LSBD und BCSO ist. Auch die Fahrzeuge wurden neu foliert. Also, so sehen unsere Fahrzeugflotte ab sofort aus. Sie sehen, alle Fahrzeuge sowohl im Norden, Süden, Westen, auch Osten haben nun diese sogenannte Folierung. Ja, zum einen sehen Sie, welches Fahrzeug in welchem Bereich gehört, das steht hinten am Heck. In dem Fall ist es ein Fahrzeug aus dem Mission Road Department und von einem Supervisor, also einem rufängigen Policeofficer, der sich auch um Anliegen der Bevölkerung bei Beschwerden und Ähnliches kümmert. Die State Police hat diesmal aber auch an die Umwelt gedacht. Es sind keine neuen Fahrzeuge, wir haben dafür keine Anschaffungen getätigt, sondern es ist der gleiche Vorpakt. Die Fahrzeuge sind lediglich vorgierend worden, die alte Folie wurde abgemacht. Nach den Terrorangriffen im März sind seit Samstag nun wieder alle Departments voll einsatzbereit und im 24-Stunden-Dienst für die Bevölkerung da. Drei, zwei, eins. Cool, 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 cool. Wow, traurig. Da lest man ständig von Überschreitung der State Police. Vielleicht mal darüber berichten, anstatt Werbung für das PD zu machen. PD News liefert gleich in zwei Berichten dazu ab. Ey, ich muss mich dazu ausloggen. Ich will nicht, dass er sieht, wer ich hier geschaut habe, aber... What the heck? Hauptsache mal direkt meckern. Genau, danke. Darf ich kurz was anmerken? Was denn? Natürlich. Der Kollege Crownstein wäre im Flintstiefahr jetzt tot. Genau. Und warum? Das Fenster. Da kann dementsprechend ein Schwarzbeck durchdrauen und durchschließen und das hätte Mr. Crownstein gar nicht gut mehr reagieren können. Genau. Vorbeikriechen. Also was. Das Fenster hatte ich angesagt. Dann kommen wir wieder zum Punkt Kommunikation. Ich weiß nicht, wenn ihr merkt, da ist irgendwas. Ich hatte das gehört. Nachdem Mr. Crownstein jetzt so stand, war mir bewusst, er ist höchstwahrscheinlich langgelaufen. Und ja, wahrscheinlich wäre es sogar sicherer gewesen, er zieht erst mal an der Tür entlang, damit das gar nicht so auffällig ist, weil aus dem Winkel... Also Mr. Crownstein hätte lange nach der Tür und hätte dann verschieben müssen, nachdem er links hier beim Treppenaufgang auch Einsicht gehabt hätte, ob da jemand steht auf der linken Seite. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Der war noch nicht. Das ist echt spannend. Kommt man hier eigentlich durch? Oh ja, kommt man. Ich weiß nicht, wo ich hier hingehe. Ich soll dich hier rumlaufen. Achso, okay. Du kannst gerne mit reingehen, wir sind im Flur jetzt inzwischen, die fangen jetzt nur noch von vorne an. Ich wollte nur gerade nicht reinlaufen, weil ja. Ganz kurz, der Davis ist kein TV. Er ist... Also, die 1, die kehrt nach links, die 2 nach rechts, die 3 kehrt links, die, falls ein Regal dort ist oder irgendwie ist, die 4 kehrt nach rechts sozusagen ab und die 5 kehrt dann von hinten. Haben sie das alle so mit? Check. Hey. Check. Das klingt gerade voll nach Schwarz feiert bei ihm. Check. 1 steht. 2 steht. 3 steht. 4 steht. 5 steht. Team steht. Check. auf 3. 1, 2, 3. Stürz. Auf Schreibtisch. 4. Rechts 4. Ein Stück pro. Ich muss zum Schreibtisch. Ich gehe um den Schreibtisch. Tatverdächtiger. Hände hoch und Waffe runter. Tatverdächtiger gestellt. Es fehlt noch was im ersten Raum. Die Tür bitte. Ja, ich rücke vor. Und dann ansagen, dass die Tür sicher ist und verschlossen ist. Ja, Tür sicher und zu. Genau, dann machen wir weiter. Dann war es gerade einfach zu leise. Check. Team aufstellen für Flur. Flur. Die gleiche Aufstellung wie gerade eben. 1 steht. 2 steht. 3 steht. 3 steht. Aufstellung. Dauert viel zu ewig hier irgendwie. Check dann einmal die linke Seite. 3 hat Probleme. 3 hat Probleme. Check. 4 27 Funk. Check. Ich fange nochmal von vorne an. Die 1 kleert links. Geht dann unter dem Fenster Richtung Scharnier von der Einzeltür. Die 2 sichert rechts ab nach der Schleuse. Die 3 sichert nach vorne weiterhin ab. Die 4 sichert dann auch noch weiter in den Flur ab. Und die 5 hinter uns. 1 steht. 2 steht. 3 steht. Hier steht. 5 steht. Team steht. Check. Stürmen in 1 auf 3. 1, 2, 3. Rechts nix. Kenn ich die eigentlich schon? Ah ja doch. Die kenn ich schon. Genau das Ende. Das Ende. Ne, mach mal kurz mal hier das Ende. Ich benötige die 2 einmal hier und die 3 einmal hier. Die 4 sichert weiterhin den Flur in Richtung mit der 5 hinter ab, da hier eine Wand ist. Wir stürmen jetzt mit 1, 2 und 3 einmal den Raum. 1 geht nach rechts. 2 geht nach links. Und die 3 sichert die Mitte ab. 1 steht. 2 steht. 3 steht. Team steht. Check. Wir stürmen in 3. 1, 2, 3. Täter wird der Tür ab. Täter, Täter, Täter. Tür geradeaus. Täter in Kassidy nehmen. Täter ist in Kassidy. Super. Wir gehen einmal zur Tür vor. Ne, ist er OHK-Training. Eins mal die Tür verschlossen. Raum kliert. Gut, da kommen wir nur kurz raus. Siebern bleiben da kurz stehen. Ein Punkt für Herr Hume. Nächstes Mal die andere Seite nehmen. Das ist besser. Da habe ich noch einen kleinen Augenblick. Wurde aber so angesagt. Das ist jetzt, hm? Ja. Eine Empfehlung, die aufgelösen ist an der Seite. Oder zwischen den Team reinkommen, der hier nach unten zu gehen. Und zwar, sie können hier auch ins Thema gehen. Genau. Da ich immer wieder die Wache runternehmen muss. Immer wenn sie da rumgelaufen sind, müssen Sie immer die Wache nach unten nehmen. Nach dem Team ja auch. Auch auf Crossfire ist es ganz wichtig. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Wenn es euch noch wichtig ist. Es wird immer wieder vorkommen, dass Crossfire da ist. Sagen sie sowas an. Und dann eigene Gegenspon raus. Genau. Damit ihr das Team Bescheid weiß. Aber sonst war das Ganze ja auch. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Herr Hume. Sie sind ziemlich nichts. Jetzt kommt aber die nächste Schwierigkeit dazu. Der Bereich hier zählt komplett. Wir machen da den Stop. Aber das wäre der nächste Raum. Der L-Gang zählt. Genau, der L-Gang zählt komplett. Und wir spielen das jetzt nochmal durch. Und jetzt steh ich hier als ganz neue Fälle. Und weiß ganz genau, wer ich bin und was ich kann. Ich lass nichts mehr an mich ran. Ich bin immer noch da. Nichts kriegt mich klein. Ich bin immer noch da. Und so soll es auch sein. Ich bin immer noch da. Gut. Am Team. Wir werden jetzt in den Raum eingehen. Eins geht nach links. Zwei geht nach rechts. Zwei geht Mitte. Und geht dann ein bisschen 45 Grad nach links. Zwei geht rechts und geradeaus. Weil die Deste dahinter sind, werden die durch vier zentriert. Zwei geht links. Sie sichert im Zweifelsfall vier und vier sichert im Zweifelsfall die drei. Fünf geht nach hinten ab. Fragen. Zwei. Zwei. Eins geht. Zwei steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Team steht. Team Renni. Ein, zwei, drei, drei. So, Andreas, geht bei dir. Auf den Boden. Ich habe den Schreibtisch. Links sicher. Einer mit dem Schreibtisch gucken. Ja, mache ich. Ich habe irgendwie keinen Callout von Finch gehört. Kein jeder Finch clear. Check. Tür checken. Wurde Finch gecallt? Ich sichere Tür. Aber krasses Lied auf alle Fälle. Check. Okay. Einer wird tot. Ja, ich werde tot. Weil ich in sie reingelaufen bin. Also, sie nicht gesehen habe. Ich habe nicht genau hinter die Tür geguckt. Ganz wichtig. Immer hinter die Tür gucken. Es ist, ich weiß, es ist scheiße. Aber da verstecken sich die meisten Leute. Sonst war das soweit ganz im Raum. Schau doch mal leise. Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt nicht weiter von vorne an. Weil uns fehlt auch noch die Zeit. Wir sind jetzt schon drüber. Was? Uns fehlt die Zeit? Gar nicht. Der Junge ist weiterhin Team Lied. Es geht weiter. Der ganze Raum, sowie der Raum da vorne. Vergessen Sie nicht. Gehen Sie einzeln bei sowas vor. Nutzen Sie jeden Raum als einzelnen Punkt nochmal. Check Aufstellung. Team bleibt so bestehen wie gerade eben. Information. Wir werden jetzt den Gang schicken. Ich fand die Rap-Einlage zwischendurch voll krass. Rechtsseite befindet sich eine Tür. Ich glaube, ich habe es hier noch nicht rappen gehört. So wie ich das hier sehen kann. Ansonsten ist vorne eine Tür. Die Tür muss abgesichert werden. Dann haben wir da hinten einen Gang. Also einen L-Gang. Also einen Floh. Der L-Floh. Nee, es ist der falsche L-Floh. Aber ich habe nichts gesagt. Eins geht links ran. Zwo geht rechts an die Wand. Und dann immer quasi versetzt, sodass wir uns da nicht gegenseitig crossfiren. Die Zwo geht unter der Tür und sichert geradeaus die Tür und guckt oder hält quasi auch Ausschau nach rechts in den L-Gang hinein. Die Drei sichert die Tür geradeaus. Stimmt, das wollte ich auch noch schauen. Und die Vier sichert die Tür mit dem Fenster und Fünf sichert nach hinten ab. Alles andere gleich tragen. Was? Spannend heute. Nein. Gut, ihr haut jetzt schon ab. Eins steht. Zwo steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Team steht. Zografen, drei, zwei, eins. Was ist das da? Shoutout. Shoutout, SISP, sagt man, Dick Hopkins, Detective Malach, soja. Vielleicht keine Richtung bisher. Demo, klar. Weg. Wir offen. Check. Links bis auf die harte Corner. Alles einsehbar. Bisher keine Person sichtbar. Außer in der harten Corner könnte eine Person sein. Vier steckt weiter in den Elfbruch. Fünf bitte unter der Tür über mich gehen. Und zum Rennleiber. Und die drei hier in der Tür stehen haben wir in den Zugriff in den Raum. Schade, ich hatte mir echt ein bisschen mehr Message erhofft in dem Lied. Und der letzte, kümmern sich um die Mitte. Dann, Eindricks, drei, 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 War leider nur dieses übliche, Yo, Fuck the Cops, Yo, Fuck Five O's, Fuck, 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 Also, ja. War dieser, dieser Standard, äh, Rap-Kram. Nabbend. Ich hatte echt gedacht, da kommt ein bisschen mehr so. Eigene kommen raus. Ich kenne tatsächlich einige Lieder OOC. Meinst du, äh, Dorito? Meinst du Doritos Lieder? Die kenne ich OOC. Aber die ergeben gerade IC keinen Sinn, für Davis die anzuhören. Aber ich kenne die Lieder von Dorito, kenne ich. Ne, okay, dann weiß ich nicht. Mr. Wendlabe, sie gehen rein nach rechts. Ähm, die, ja, deswegen muss er ja nach rechts gehen. Sie gehen ja nach links, und er geht nach rechts, direkt hinter links. Ich sage es so, wie bei dem Eingang gerade eben. Ähm, Mr. Grollenstein, sie sichern quasi die Fahrstuhltür und gehen auf die Fahrstuhltür zu und kontrollieren die. Und, äh, unsere Nummer 5, sie geht nach hinten nach rechts. Check. Dann. Und wir sind drei, zwei, zwei, drüben. Nur, was Davis auch hören würde, okay. Dann umso schwieriger. Also es ist halt, ich, ich, ich will eigentlich Kopfhörer, weil ich, ja, ich würde echt gern Venture Music nutzen. Aber ich habe keine Kopfhörer. das sind doch angeschlossene PCs, oder? Das waren sie so bis zuletzt. Ja, waren sie. Da habe ich ja sogar PC-Zugriff hier. Umso besser. Da ist auch noch nichts passiert. Wie sieht Streifenblatt so aus? Beschissen sieht das Streifenblatt aus. Ich sag's, wie es ist. Es sieht beschissen aus. Wir haben eine aktive Streife. Zwei. Nach ein bisschen Tempo. Wir haben nur zwei aktive Streifen. Das ist halt echt nichts. Zwei aktive Streifen ist nichts. Aber es bringt halt auch nicht mal, wenn ich mich jetzt quasi rausmelden würde, da würden wir keinen einzigen Streifen mehr hinbekommen. Keinen einzigen. Ja. 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 Wird diese Liste eigentlich überhaupt noch genutzt? War so eine Frage. Diakonin Sunny Jones. Ich bezeichne, dass das noch aktuell ist. So. Ich sag Ihnen jetzt mal was, wenn ich von dieser Ecke hier aus anlaufe, wann du sagst, wann du mich siehst, okay? Ja. Das wusste ich selber. Ja, ich sehe ihn noch nicht mal an, so quasi. So, wann ist Berger eigentlich Deputy Attorney General? Das wusste ich gar nicht. Dr. Anderson, Chief Justice Bureau, Washington. Genau. Hier ist nämlich der Punkt. Bei solchen Rundungen gehen Sie von hier an. Ab hier haben Sie den Punkt. Genau. Ich sehe hier Bands Arm wahrscheinlich gleich früher, als Bands mitziehen würde. Deswegen bei welchen Situationen, wenn Sie hier den Raum rein klären, nicht die Rundung nehmen, gehen Sie hier, sondern die gegen Überliegung. Und dann können Sie hier rein. Ey, ich höre ein Lommen. Da sind auch wieder wilde Namen hier. Charlie Kowalski. Okay. Jeder, die Jungen, boah. Fuchs, so wie ist das, kennt Davis halt nicht mehr mehr. Aber Justus Henker gibt es gerade auch gar nicht mehr. Liberty Law gibt es halt noch. Das ist halt auch Lied Donner, wenn es mir das noch geführt hat, ob der... Ich sehe ihn nirgends. Ich habe hier gerade geguckt, aber ich sehe ihn nirgends. Ich sehe hier nirgends einen Justus Henker. Damit kann man ein bisschen besser arbeiten. Damit kann man es ja irgendwo auftauchen müssen. Ähm, wir machen jetzt erstmal noch keinen Durchlauf. Wir müssen nochmal einen letzten... Jetzt kommen wir zur letzten Lektion für heute. Der... 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 Okay. Nein, der Fuchs zur Wiese kennt Davis nicht. Der ist gar keine... Kein Dingens mehr kennt er nicht. Oh, meine Dienstnummer wurde sogar gesperrt für Esti. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das sogar jemand gemacht hat. Oh ja, es ist ja eh mittlerweile hinfällig. Ich weiß nicht, wie... Honey Hope steht hier noch drin. Das hat er vergessen. Aber ist sogar doch einigermaßen aktuell. Ich hätte gedacht, das ist, äh... weniger aktuell. Ja, Fincher steht drin. Okay, McKinnies Nummer wurde auch gesperrt sogar für den Norden. Ja, nur kein Sinn, dass es eine PD 125 gibt. Ja, wieso nicht? Finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so schlimm. Es ist eh noch nicht alles hier aufgeführt. Auch von den Hundertnummern haben aber echt nicht viele überlebt. Schönen wir noch die Verrentiss. Tempelkommun durch Sorgensbeschluss. Eigentlich mehr oder weniger im Moment warten. Ich bin hierher mitgekommen, weil ich, äh, was heißt das, das Drehbuch schreiben musste, aber ich bin jetzt mehr oder weniger durch da damit. Deswegen, äh, ja, warte ich aktuell darauf, dass die mit ihrem OHK fertig sind und dann können wir wieder zurückfahren. Vielen Dank. 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 Der Ausblick von oben ist aber gigantisch. Tanakas Begründung einfach, als ob du einen echten Beschluss lesen würdest, ganz ehrlich. So wie das aufgestaffelt ist und alles, äh, aber Respekt. da, da, da geht es um. und Verjährungsfrist. Ist da irgendwas Interessantes? Streitschuss. Jim C ist ja auch verstorben gewesen. Steckschussverletzung und Toresbereich. Ein Streitschuss der linken Hüfte. Ein Streitschuss. Wenn auf eine Gefundung ist, dann kann die Toxin-Substanz mitnehmen. Fünf steht. Team steht. Die Hüfte nachgewiesen. Ich habe eine negative Anforderung. Wir kommen dann, wenn die Treppe clear ist, einmal wieder vor und reden dann weiter über die weitere Treppensicherung. Stimmung auf drei, eins, zwei, drei, drei. Kannst du auf was sagen? Sie haben Blutverlust. Ich habe ein Blutverlust. Ja, von Crazy Cuts hintergeschossen. Deshalb waren dann die Blumen von Crazy Cuts. Ja, von Cutschen. Sie ist auch verstorben? Nächste Etage clear. Nächste Etage clear. Ach, sie war das! Das haben wir ja gestern im Supervisorbericht gesehen gehabt. Senden wurde getasert und stützte daraufhin einen Hügel. Man wurde hin und entschloss sich schwer am Asphalt. Wurst wurde für sie von dem Einsatz vorgefunden und MD verbracht. Wurde eine verschobene Querfraktur im Unterarmen und Entschwenken. Mit leichter Hirnprellung. Die OP verlief anfänglich ohne Probleme. Der OP stellt sich heraus, dass der Patient weiterhin Symptome aufwies, wie starre und verzögerte Pupillen. Seine neute CT zufolge hatte im Klinkern heraus, dass sich die Blutung zwischen Geliton und Hertha hinhaut. So wie ein Aneurysma in der Außenbillen nicht ersichtlich war. Genau, wenn geht der letzte Mann nach oben und der Volus guckte nach unten. Ein erneuter Eingriff wurde eingeleitet. Es stellte sich heraus, dass das Hunde noch so bereits geplatzt war und eine schwere Blutung auslöst hatte. Während der Versuch die Arterie zu rekonstruieren, für die Patientinnen und Hertha flirren konnte nicht wieder geholt werden. Achten Sie drauf, wenn Sie auch vor Ort. Können Sie auch noch weitere Etagen haben, dann muss da wieder neu gesichert werden. Es können führen sein. Frau Winschester, Sie können auch runter. Tiers Kingston, Lamy Salat, auch Steckschüsse abbekommen. Walter Weisheim Atome. Edwin Heer, ist es ihr Totenschein? Ja, ist auch nochmal das gleiche. Nero Morales, das ist doch, das ist doch unser Recruit. Zertee, verschwindet C1, C2. So einen kleinen Baseballschläger auf den Kopf bekommen. S7, ganz schön 4. Jeder Schwindel, Übergang, dem ist unauffällig. Hallöchen, willkommen zum Stream, hi! Vielleicht Anisokor. Schreibt Anisokor nicht mit CH? Egal. Steffel Nackenzugang gelegt. Tag, 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 tag. Das können wir dann schon. Also, Kassi, Raum für Raum, Etage für Etage. Tommi Brekowski hatte eigentlich relativ viel davon sogar. Dafür war der Funk aber relativ schlecht gestern. Tommi Brekowski hat auch nur eins, also ich mal Funktheorie. Theorie nur das wichtigste, Schusstraining mit der Glock. Funktheorie nur das wichtigste. Spannendes, bis jetzt klappt noch nicht wirklich viel. Das wichtigste, alles außer L-Stellung. Wieso keine L-Stellung? Das ist auch wert. Nur die Stürmung, Verkehrskontrolle. Ja, letzte Übung, damit sie einmal die Übung haben, bist du den Stairs und alles vorbei. Mhm. Okay. Ich weiß, mit dem Streifen ist Scheiße, aber ich kann halt, wenn die Leute Fragen stellen, das muss denen auch nicht erklärt werden. Alles gut, alles gut. Alles gut, ja. Du brauchst Zeit bis zum Raw-Call im Endeffekt. Ja, nee, es hilft mich trotzdem, weil man sagt, 60 Minuten, es klappt irgendwie. Ja, gut. Sagen wir mal so, wir hätten jetzt anderthalb gebraucht, weil wir 20 Minuten später auch haben. Ich sag dir aber auch, ich brauche lieber länger, wenn ich merke, die brauchen Hilfe, dass die es vernünftig einmal erklärt und verstehen. Ja. Dann brauche ich lieber länger, weißt du? Ja. Ich würde es dann abhängig machen, wie die sich anstellen. Gut, wir haben mittlerweile eins, zwei, drei, vier, vier Streifen immer hin. Ja, immer in vier Streifen ist besser schon mal. Team steht. Ich sag dir auch gleich, ich bin gleich nochmal weg, weil Deiner C hat jetzt auch schon mit dem Schlussabend machen. Umzug, dann komme ich wieder erst. Ja. Go. Rechts clear, ich stecke den Schreibtisch. Sind wir soweit clear? Ja. Wir sind nicht existent aus, gut. Links soweit auch. Sehr langer Flur scheint L-Flur zu sein, inklusive einer, zwei weiteren Türen. Kann man hinter den Schreibtisch gucken? Ja. Links neben dem Schreibtisch ist noch eine Tür. Hintere Schreibtisch clear, ich gehe zur Tür. Ja, zur Tür. Ich sicher abruhe mit weiß. Tür check. Check. Ausstellung. Suspendiert. Warum clear? Aber wieder aufstellen, gleich rein, Frau Röcke. 5 sichert weiterhin nach hinten ab. Achtung, Tür mit Fenster. Bedeutet, äh... Ich gehe rechts entlang bis vor an die Kante, dementsprechend zwei dann nachrücken. Drei geht auch mit hinterher. Vier bleibt auf der linken Seite. Die 5 sichert dann dementsprechend weiter hinten ab. Soweit klar? Check. Zwo check. Check. Eins steht. Zwo steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Team steht. Zugriff in 3, 2, 1, go. Weißt du, wo das Event heute sein soll? Von Motor LS? Nee, wurde ja geheim gehalten. Aber es gibt auf Venture Cram ein Bild. Das sieht nach Flutbecken aus, das Venture Cram Bild. Das oberste Stark Events in Fotos. Unsere Bikes, das sieht nach Flutbecken aus. Ich gehe nach rechts rein. Oh ja. Eins geht nach links rein. Und ich sag mal so, auf einer offiziellen Straße kann es nicht sein, weil sonst hätten wir über den Beschluss die Straßensperrung mitbekommen. Da gibt es aber keine, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, eigentlich dürfte da irgendwo an einem abgesperrten, auf irgendeinem Privatgelände sein. Ja, okay. Ogeti schrieb mal, weil er ist schon weg, dass wir das im Auge haben müssen. Einfach mal die Info, dass die das wissen, die Kollegen. Aber ja, irgendwo jetzt speziell hinfahren, da können wir ja jetzt auch nicht wirklich. Nee, ist schwierig. Es wird ja kommuniziert werden, früh oder später, aber aktuell halt noch nicht. Ja. Let's go. Ja, das ist alles für die Hände hoch. Vielleicht die Seite klären. Ich mach gleich kurz die Leitstelle an, dass die das schon mal auf dem Zettel hat, weil ich weiß nicht, ob ich es bis zum Rolli schaffe, weil ich helfe Finch gleich beim Umzug. Geht's gut? Oh je. Danach bin ich wieder da. Ja, eigentlich geht der Umzug schnell, aber es gibt einen gewissen Kleiderschrank, der ist, ja. Ja, aber bis Finch wieder ganze seine Klamotten raus hat, glaube ich, so viel wie der hat. Ihr redet ehrlich gesagt nicht von Finch. Habe ich mir fast gedacht. So, dann wieder Aufstellung, Tür, inklusive Ecke. Ja. Mr. Human, Sie rücken... Der heißt doch nicht Human. Ich muss jetzt mal gucken. ...gerade aus den Fahrstuhl mit im Blick. Der heißt Human. Wo ist da ein Human? ...und sichern mit nach vorne, inklusive einer bleibt an, die vier bleibt an der Tür. Ja, das typische Frauenfug. ...weiterhin dann den Rückraum ab. Man könnte es so nennen. ...vier so mit. ...und zwei so mit. Gut, eins steht. Zwo steht. Drei steht. Vier steht. Fünf steht, Team steht. Zugriff in drei, zwei, eins. ...kommt. ...kommt. ...gehe ran, drücke. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist cool gemacht auch. Ah ja. Ausbildungsübersicht ist top geführt. ... für die Treppen. Ich gehe direkt dementsprechend Unterseite der Treppe checken. G2 sichert dementsprechend nach oben mit ab. Und dann ab der 3 einmal direkt inklusive mit hochclean. Ah. So, somit komm. Gut, Zugriff in 3. 1 steht. 2 steht. 3 steht. 4 steht. 5 steht. Team steht. Zugriff in 3, 2, 1. Aber Obkens hat auch eine gekriegt, cool. Natürlich. Reed hat aber auch gut gesammelt. Martinez auch. Etage 2 clear. Tür auf der 2. Nach oben hin clear. Naja. Nächster. Nach oben clear. Ja. Ja, Jack. Dann einmal Übungsende. Dann einmal kurz wieder vor den State Verlangen. Oh, das sind auch die ganz alten. Tommy Perlman. Das ist ausgetreten. Neo Caruso verstorben. Neil Caruso verstorben. Philip Riley verstorben. Schon abends wurde er im Mord und in der Peripherie vorgefunden. Chase Gunn. Das ist im State Prison. Clubhouse. Machen wir mal so. Haben Sie irgendwas? Irgendwas? Ich glaube, ich sollte mal mit raus. Ach du, die stehen da hinten. Die stehen bloß da hinten rum. Die stehen bloß da hinten rum. In dem Fall haben wir uns noch ein bisschen interessiert. Guten Abend. Das passt ja. So. Joel Bingham verstorben. Cooper Wang. Romland verwiesen. Ja. Heute einreise, ich drück dir die Daumen. Wenn Sie nutzen, richtig ist, dass der Sünder dahinter verstanden ist und dass Sie wissen, wie Sie die im Zweifel entkommen können. Das bleibt bezüglich auf jede Lage. Sie können das auch so machen. Ich finde Ihre Idee sogar gar nicht mehr so schlecht. Was stimmt Sie? Das ist wieder der Weg der Kommunikation. Beseitigen, wie man das am Anfang handhaben möchte. Wenn man die Einsatzhaltung ist, ist man bestimmt zwar alles. Aber man kann auch Vorschläge reinwerfen, die für sowas das Leben praktischer machen. Genau, vielleicht ist irgendwann mal IC auf alle Fälle, ja. Freddy Clay? Gut, da kommt jetzt aber der Punkt hinzu, da haben wir die Erfahrung einfach. Da kommt der Erfahrungswert dazu. MC Tattoo, 1% Patch als Tattoo und Spinne, okay. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kommen wir wieder zum Punkt Spezialeinheiten. Ich wusste gar nicht, wie viele Details da auch gibt. Es geht nur darum, dass Sie hier in dem Fall alles einmal so lernen. Aber von meiner Seite gibt es keine Anmerkungen. Oder doch, der kleine. Herr Hume, ich habe das Ihnen gerade eben erzählt. Das geht auch an alle. Fahrzeuge. Okay. Der hat hier hinten abgesichert gehabt. Also, und dann, Herr Vendaiver hätte aber am Rücken geschossen werden können. Er hätte ruhig bisschen vorgehen können, das haben wir gerade mit Ihnen gemacht. Und dann kann er hier den... Hallöchen. Willkommen zum Stream. Und dann gucke ich auch so ein bisschen, okay, wie stimmt mein Kollege, ist der gerade mit dem Rücken irgendwo hin und kann abgeschossen werden. Da ein bisschen eigenständig handeln. Es muss nicht alles komplett vorgestellt werden, aber sonst war alles in Ordnung. Oder? Herr Vendaiver, haben Sie irgendwas? Für die ist... OG Chamberlain-Bornas. Ich bin schon ein Top-Mergus-Killer, Family-Killer, Bornas-Killer, Marapuntas-Killer all day. Sli-Fon-Live. Sli-Fon-Live. Klin-G A5 und Hood. Das ist wirklich ein Teil. Blickblock-Antwort. Aber kommen wir auch wieder zum Punkt, bevor da irgendwas komisch wirkt. Das ist wieder ein Venture. Blickblock-Antwort. Gut. Super, dann gehen wir einfach nochmal draußen hin, stellen uns nochmal kurz an die gelbe Linie. Dann gibt es noch ein paar Worte von mir und dann geht es vorbei. Oder Frau Wittler, dann möchte ich nochmal Einsatzleiter machen. Ich mache das Modul gerne nochmal. Wolltest du draufkommen, letzte Worte? Oh, es wird dunkel schon. So, dann kommen wir zum allerletzten Teil. Keine Sorge, es ist nichts mehr, wo Sie irgendwas merken müssen oder sonst was. Es gibt noch ein paar letzte Worte von mir, die wichtig sind. Ein ganz passendes Sprichwort für diese Fortbildung und das Vorgehen im Orts- und Häuserkampf ist, don't do stupid things. Entscheiden Sie rational derjenige, die Einsatzleiterin sind, entsprechend auch auf achten und halten Sie klare Kommunikation untereinander. Sie sind ein Team. Ich habe Sie am Anfang Liegestütze machen lassen. Ich habe gesagt, der Kornstein zählt ab. Das wird als Team entschieden. Sie haben gemerkt, Sie müssen in dieser ganzen Situation als Team agieren. Das wird auch immer wieder vorkommen, dass Sie in OAK reingeschwissen werden. Das kann egal wo kommen. Das muss nicht mal ein Gebäude sein. Es kann auch außen kommen, dass Sie außen klaren müssen. Deswegen gucken Sie drauf, wie die Einsatzlage ist. Ich habe es am Anfang ebenso gesagt. Wenn Sie überfordert sind mit der Situation, dann sagen Sie das. Schämen Sie sich nicht dafür um Himmels Willen. OAK ist ein Punkt. Den lernen Sie über die Zeit. Ich hätte es auch regelmäßig überfordert. Alles gut? OAK ist einfach Training, was Sie über die Zeit haben. Sie können immer diesem Modul mit teilnehmen. Ich werde Sie auch für dieses Modul freischalten. Das heißt, Sie können selber nochmal nachlesen, was im OAK ist. Ich gebe Ihnen sogar einen kleinen Tipp. Da sind noch süße Bildchen mit bei. Da können Sie dann drauf gucken und schauen, was ein, zwei Sachen bringen. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Modul, können Sie die jedem stellen. Jeder, der das Modul hat, sollte wissen, wie das geht. Wenn Sie allgemein Fragen haben und gerade nicht weiter wissen, kommen Sie auch gerne auf einem Vorgesetzten zu. Wir sind jederzeit dazu bereit, Ihnen das auch nochmal beizubringen. Nein, nein nicht. Wenn Sie in der Einsatzlage gerade die erste Einheit vor Ort sind und Sie wissen auch nicht Bescheid, scheuen Sie sich nicht, das abzugeben. Sie müssen das ebenfalls noch lernen. Das ist, wie gesagt, einfach Zeit, die kommt. In der Zeit, da können Sie es. Verhalten Sie sich nur diese Grundbegriffe drin, damit Sie schon mal wissen, wie das ungefähr geht. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Herr Davis, Herr Barnes, haben Sie erstmal noch was? Das ist Herr Davis in Vortritt, Sven? Also negativ. Okay. Ich habe eine letzte Sache kurz. Ich habe es ja vorhin am Anfang schon mal grob angesprochen. Merken Sie sich eine Sache, dass wir das hier halt, wie gesagt, nicht machen, um Sie vorzuführen oder irgendwie zu sagen, Mensch, hier kann der ja gar nicht. Darum geht es hier nicht. Es geht einfach wirklich darum, dass Sie so gut wie möglich geschult werden, dass Sie das im realen Einsatz umsetzen können. Das heißt, wenn wir so wie zwischendurch immer sagen, ja, Sie sind tot oder hier und hier und das müssen Sie besser machen, wir stellen Ihnen halt nur die Hilfe, ja. Also das ist halt konstruktive Kritik, nichts Persönliches. Das sage ich immer und auch Herr Kollege, Mr. Finch, Mr. Davis, immer in jeder Fortbildung, dass Sie das bitte nicht persönlich nehmen, ja. Wenn mal irgendwas ist. Ich mache mir die meisten Druck, glaube ich. Alles gut, ich wollte es nur einmal machen. Also ich finde das sehr wichtig, diese Ausbildung. Ich fand das auch sehr, sehr gut. Muss ich mal als Feedback zurückgeben. Es war auch kein Spaß, dass ich sagte, ich würde das gerne nochmal machen. Mensch, hast du gut gemacht. Sehr gut, wenn Sie das sagen, hier, ich möchte das gerne nochmal machen. Das ist ja sehr selbstreflektierend, tatsächlich. Sie brauchen sich dafür nicht schämen, wenn Sie das nochmal machen. Ich habe es dreimal gemacht. Ich habe es in meiner Rekrutenseite gemacht, nur zweimal als Officer 1 sogar. Das ist jetzt auch das dritte Mal. Deswegen nehmen Sie das mit. Jeder hat auch nochmal andere Einblicke. Also Sie haben gerade meine Einblicke mitbekommen. Ein anderer Kollege hat nochmal ganz, ganz andere Einblicke. Das variiert jedes Mal. So, haben Sie noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen zu diesem Modul? Oder Fortbildung? Gerade nichts, Sir. Da ist ein wichtiges Modul. Arrogator dafür. Für 96, genau. Ich würde auch sagen, und es war sehr spannend und sehr lehrreich. Ja, Mensch, finde ich. Da wir uns überzogen haben, machen wir jetzt nochmal das, was wir am Anfang gemacht haben. Frau Winchester. Sie kümmern sich da darum. 20 Liga-Stützer. Sie sind ein Team. Merken Sie sich das? Hey, in Ordnung. Auf drei, eins. Ja, warten Sie mal. Was denn? Auf was? Bin ja auch noch nicht bereit. Brauchen Sie erst noch ein Handtuch, wo Sie es drauf machen können? Jetzt teilt es ja einfach aus. Was? Mach auch mit. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. 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 Fünfzehn. Jede Liegestütze zählen. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Zwei noch. Neunzehn. Zwanzig. Also vor, dass wir Ihnen nicht sagen, dass Sie Onigiri dahinter sagen müssen. Ich kann da Onigiri dahinter sagen. Das ist gar kein Problem. Ich liebe Onigiri. Ja, das meine ich nicht. Das müssen wir nämlich teilweise. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Gut, dann ist das Modul vorbei. Wir überführen einmal. Sie können die dementsprechenden Departments einmal wieder zurück überführen, wo Sie herkommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Lamesa, glaube ich, ne? Lamesa. Du fährst uns nach Dings. Ich fahre auch noch mit euch nach der Perro. Alles gut. Das habe ich schon. Stop. Dein Eimer aufsetzen. Ich mache vorne das Tor auf. Wer zu spät kommt, der bleibt hier. Denken Sie daran, dass Sie kurz zwei anmachen. Ich habe gerade eben nochmal gesagt, mit dem hier ist es nicht persönlich, weil ich das Gefühl hatte, zwischen euch haben die sich so ein bisschen angemockt. Ich fahre den... Sie können jedenfalls wieder in den Live-Gleich-Funk zurück überführen. Ich fähre es gleich an. Läge Sie gleich in den Funk, wenn wir draußen stehen. Ja, ja, mache ich auch draußen. Ich bin schon mal drüben. Ich höre es dann zumindest, falls es was ist. Ich gehe jetzt den Feierabend kurz an Dienstunterbrechung, weil ich mache jetzt kurz einen Umzug. Franz, kommst du mit? Hilfst du mir? Ja. Ich habe mich schon darauf eingestellt, bin ich ehrlich. Okay, let's go. Ich wechsle den Punkt. Letztunter für die 3.5.5.5. Ja, bitte kommen. Er ist die Information, die Fortbildung für AKC mit Abschluss, die Einheit über die Hinkommen. Er checker die Letztunterbrechung mitkommen. Bereit, ich muss sagen, je nachdem, wie der Abend heute läuft, mache ich heute eine Übung noch. Du musst gleich Deines dir anrufen und fragen, ob die eine Pegasus frei haben. Das mache ich jetzt jeden Tag. Ich rufe jetzt auch Deines dir anrufen. 441, Überführungsfahrt, Lamm, Meser, PD. Ruf mal besser jetzt schon an, dass du die Enttäuschung gleich bekommst. 345-3-1, wieder aktiv. Meinst du mich, oder wie? Nee, ich meine Finch, weil ich auch nicht glaub, dass er seinen Schlüssel bekommt. Warum nicht? Weil Deines dir etwa ein Saftladen ist. Bei mir hat es immer geklappt. Einfach schön, Herr Finch, mein Name. Ähm, ich hab... Herr Finch, mein Name. Das klingt so, als ob sie auf mich gewartet haben. 542, aktiv. Alles wartet auf Finch. Wieso ist mein Name weit bekannt? Ich glaub, Finch hat Freunde bei Dynasty 8. Okay, ich wollte nur fragen, ob sie vor Ort sind, weil ich mach gerade Feierabend. Interne herausgegeben. Was ist denn da schon wieder für ein Telefonat? Was war das denn für ein Telefonat? Ich wurde noch nie so gefolgt in meinem Leben. Von Dynasty? Von Dynasty. Da würde ich mir aber Gedanken machen, jetzt wenn ich drüber auch... Herr Finch, Ihr Name ist bei uns weit bekannt. Ich frag, warum? Sie sind der Typ, den wir anrufen fünfmal am Tag und der nicht rangeht, aber beim sechsten Mal angeht und wir nicht da sind. Ihr Mensch, Finch, kriegst du gleich mal später noch ein Modul wie telefoniere ich bei uns? Wie die 80 Minuten sich ab. Ach ja. Wie telefoniert man? Franz, kommst du in deine alte Wohnung? Dann hol ich kurz Schlüsse ab und ich glaube, die wartet auch gerade. Naja. 442, Überführungsfahrt La Vesa PD. Tschöck. Also, das ist wirklich das Gefühl, dass sie sich teilweise angekauft haben? Nein, nein, nicht angekauft, aber dieses, ja, aber es wurde ja gesagt und es war ja eine Anweisung, da hatten sie recht mit. Wurde ja auch angewiesen von dem jeweiligen Teamlead. Okay. Es klang aber immer so, ja, ich hätte das anders gemacht, aber es wurde mir ja so gesagt. So, dieser Unterton, den habe ich ganz stark rausgehört. Ja, deswegen kommen wir wieder zum Punkt Kommunikation und ist wichtig. Klar, Teamlead entscheidet, aber sie sind ein Team, die können, das ist Kommunikation. Es müssen klare Strukturen herrschen, ja, aber ich bin auch immer dankbar, wenn mir jemand eine Entscheidung gibt, zum Beispiel, dass mit dem 1 steht, 2 steht oben wieder. Ich habe das hier über die Übung keine Idee. Ich habe noch keine Idee. Ich habe es aber noch zwei abschließend nochmal ganz deutlich gesagt, dass das hier halt, wie gesagt, halt zum Lernen ist, ne? Und nichts irgendwie persönlich oder irgendwie sowas. Also merken wir mal, wir brauchen mindestens anderthalb Stunden mit 5 Personen, immer noch mit 6 Personen. Je nachdem, wie die es sich machen und wenn die natürlich jetzt alles auch an die verstanden hätten, wären wir schon vor einer halben Stunde durchgegangen. Ich kann aber nicht einmal in der Praxis mit denen durchgehen, weil das bringt denen einfach gar nichts. Die müssen das halt lernen. Weil mir bringt das auch nichts. Wenn ich einmal Praxis mache, dann stehe ich nächstes Mal dumm da und Theorie ist halt zu viel zu trocken. Und ich glaube auch, ehrlicherweise, das war schon eine relativ gute Gruppe vom Kenntnisstand her. Die haben für mich einen guten Eindruck gemacht. Ja, ja. Stell dir mal vor, du hast da eine schlechte Gruppe, die keine Ahnung hat, dann wird es da was noch länger. Ja, das ist wahr. Okay, dann ich komme gleich zu Dingens und David, du wählst uns wahrscheinlich später auf dem Dienstag. Jo, bis später. Tschüss. Ich muss ganz kurz telefonieren. Ja. Ich muss noch ganz kurz, die Leute, die das Modul gemacht haben, muss ich noch eintragen. Dann bin ich im Freie Abend. Judy ist aber schon zu Hause. Ich kann auch gleich den Schlüssel abholen. Ich fahre gleich auf dem Heimweg den Schlüssel abholen. Judy ist aktuell bei uns zu Hause. Wenn du möchtest, kannst du Alexis schon mal nehmen und dann zu unserem alten Apartment fahren. Ich weiß, ich habe halt mehr überlegt, so von der Zeit her, es ist wieder Zeit für eine Übung. Wir haben lange nicht mehr gehabt. klein, was wir schon mal kontrolliert haben. Ich habe noch meinen alten. Ich glaube, es reicht ein Auto eigentlich, weil wir haben eigentlich alle schon in Taschen gepackt, außer Kleidungsstücke. 4, 2, 1, 4, 2, 1, aktiv. Kleidungsstücke haben wir aussortiert, also wir haben welche weggeschmissen und ganz viele zu links gebracht. Welche weggeschmissen? Sortiert. Es sollte ein großes Auto reichen, ja. Nee, ein Auto reicht aus. Wir haben ja selber noch zwei. Natürlich. Alex ist gleich Bescheid. Mike zieht sich jetzt auch um. Ich muss halt wie gesagt nur noch zwei Leute eintragen. Genau, Jules ist schon daheim, klingelt einfach Sturm. Geht er auf den Sack. Super, danke, bis gleich. Tschüss. Klingelt einfach, geht er auf den Sack. Ich trage die doch immer noch bei OAKD, die sollen das auch noch nachlesen können, stimmt's? Die 441 löst sich auch. Äh, ja. Irgendwie wurde ich mal vor Ewigkeiten rausgenommen und ich habe mich gewundert, warum. Ja, mittlerweile ist es ja eh egal. Aber ich glaube, das ist der Übersichtlichkeit halber geschuldet, weil, ja, diese Spalte oben wird relativ voll. Ja, ja, ich weiß. Aber ja, es sind ja Leute auch eingetragen, dementsprechend. Ich gebe dir gleich noch die Karte und wieder zurück, erinnere mich bitte daran. Ja, alles gut, du bist ja auch später noch im Dienst, vermutlich, hätte ich jetzt gesagt. Ich will die jetzt nicht privat mitnehmen, darum ging es mir gerade. Ja! 427, mehr Ritz, ich glaube. 3,4,3,1, 10,30, MAPD. Den habe ich jetzt freigeschalten, die ganzen Leute, dann gehe ich noch kurz an die Mitarbeiterakten. Ich wundere, dass das Kote schon weg ist. Tja, der hat die Flucht ergriffen heute. Kein Bock mehr auf dich. Nur dann schon schlafen, oh je, oh je. Hier ist er heute. Der 25. Danke dir. Kein Ding steht ja nicht etwa oben hier drüber, aber... 4,1,8, 10,20, Lame Sopedi und rüst dich auf. Check. Wir sind froh, 10,20, Lame Sopedi und rüst dich auf. 14, Häusercard, Dozent. Check. Ja, es wurde immer noch nichts eingetragen. Die Leute melden mir einfach keine Fälle. 3,42, 3,42, 5, so, dann kopiere ich mir das mal. 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, oh, der ist sogar durch. Den markiere ich mal gleich an. Er ist durch. War nicht unser Department, aber egal. Ah, nee, ist der nicht. Nevermind. Der ist noch nicht durch, weil der braucht noch Spurensicherung. Das ist ja auch neu. Das fehlt noch. Hat er noch so eine alte Mitarbeiterakte, wo das nicht drinsteht? Ja, ich muss das kurz aktualisieren einmal. Dann ist das vielleicht besser. Spurensicherung. Ach du Scheiße, weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn Amy jetzt weg ist für Wochen, wer macht denn Spurensicherung in der Zeit? Niemand. Außer wir reden hier nicht von vier Wochen, wir reden hier von deutlich mehr. Ja, sie meinte drei bis vier Wochen oder vier Monate. Ja, und ich rechne eher mit vier Monaten. Können wir in 13,20 sind die Tankstelle? Einfach sicher ist sicher so. Ich rechne nicht damit, dass es so schnell geht. Ja, dann ist es vielleicht wirklich wichtig, dass wir dafür Ersatz finden. Ja, geht aber nicht. Also es gibt einen Ersatz, aber da ist die Terminfindung noch schwieriger. Weiblich Williams kann das machen. Was ist mit Graf oder Dings hier? Gutes Freunden. Mit Graf. Du willst, dass Graf eine Fortbildung hält? Nein. Graf musste mal bei mir eine Fortbildung. Der hat damals bei mir eine Befragung bei mir gehalten. Ja. Nein. Was ist mit Vera hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat auch keine offizielle Freigabe, es zu machen. 2,70 Funk, check. Check. Ja, vielleicht sind die ja beide beim Rollcall nachher dabei, dann frage ich mal. Also frage ich mal zumindest weiblich Williams. Ich nehme es mir in Zweifel auch mal mit für die nächste Supervisor-Besprechung, weil das ist halt auch ein Thema dafür, aber das ist mir gerade mal so eingefallen. Ich glaube, da hat, glaube ich, gar keiner dran gedacht. 4,54 mäßig aus dem Punktkreis ab. Ja, hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ehrlicherweise ist es mir das lieber zieht sich und die Leute verstehen das, was man denn sagt. Bin ich eigentlich voll und ganz breit. Deswegen habe ich ja von der Firma gesagt, ich finde das in einer Stunde nicht machbar. Es geht einfach nicht. Es geht nicht, nein. Wenn die Leute Fragen haben, dann haben die Fragen und du würdest hier irgendwie durchschießen. Ja, wir haben einen Kollegen, der Marsch ist mit in der Streife, das ist so richtig rum. Du musst hier irgendwie durchschießen. Weil das ist, dieses Modul ist, finde ich, eines der wichtigsten, die wir haben. Ja, ja. Weil das schützt uns den Arsch. Amateur 421 zu mit, kommen. Leitschille Ende. So, sind alle soweit eingetragen. So, ich ziehe mich mal um. Jawohl. Karte. Genau das ist der Grund, warum ich dir das gesagt habe. Genau das ist der Grund, weil mein Kopf ist gerade schon im Umzug. Schön. Äh, ist das die? Ja. Danke dir für die Karte auf jeden Fall. Kein Ding. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. 404, 1220, Strawberry Tankstelle. Willst du den, Jadon hier, hallo? 325, Chief Davis von der Perro-Department hier. Sie hat wahrscheinlich nochmal angerufen, wegen der Lieferung. Genau, äh, wenn sie gerade vor Ort. Wenn sie es vor 1940 schaffen, wäre das hervorragend. Dann kriegen wir das hin. Gut, dann fahre ich jetzt sofort los. Perfekt, ich warte auf Sie. Dann bin ich zehn Minuten da. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Ich denke mal ein bisschen eine anderthalb Stunde oder so. Bis gleich. Gut. Ich kann schon mal einen Rucksack holen. G014, 120, MAPD und löst sich auf. Tschüss. 25 wendet sich ab. Ich kann ja nicht platzieren. Verdammt. Ach, Rucksäcke kann man allgemein nicht platzieren. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, Rucksäcke kann man auch platzieren. 291 meldet sich ab. Hey, geht ja nicht alle auf einmal gleich. Okay. 421, 1026, westlich, LSP, einen Satz. Check. 530, 1026, Yeng, Yangtang-Stelle. Check. Zuständigkeitssektoren aufgeteilt. Ja, wir schicken die Leute wieder weg. Sehr sinnvoll. Ne, das heißt halt im unteren Ding. Weiß nicht, wo wird ausgenommen. Hiervon sind Mitglieder Detektives zu beachten. Die stehen extra separat so drin mittlerweile sogar. 4a. 4a. Verhalten sind immer mit Detektives. Das ist kein Mimimi. Gibt ja, 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 schon klar. 5, 3, 0, 10, 30, wie, 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 wie. Oh, ich muss mal noch kurz, wenn ich da gerade dran denke. In meinen eigenen Fallakten. Hier einmal bitte wieder die Beweismittel freigeben. Moment, ich muss das vorschreiben. Das werde ich nicht hinbringen. Okay, ich glaube, Elena wird nicht dabei sein beim Rollcall. Okay, ich glaube, Elena wird nicht dabei sein beim Rollcall. 4, 3, 1, für die Leitstelle kommen. Hallo. Hallo. Lieferung für die 3, 25. Korrekt, 3, 25 steht vor Ihnen. Ah, hallo. 4, 3, 1, für die Leitstelle kommen. Ich würde gerne einmal rübergehen, wenn Sie möchten. Ja. Vorsichtig, die große und schwelle für den Körner. Ah, jetzt, jawohl. Die, die 3, 9, schmeiß ich ab. Jawohl. Perfekt. Super. Die Rechnung, geht die an Administration, oder? Genau, einfach an State Police Administration. Okay, super, danke Ihnen. Da ist Sie Bescheid. Perfekt, ich bedanke mich. Ich auch, und dann einen schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Wir haben unser Kamera-Equipment. Leitstelle für die 418 kommen. Seit Sie kommen. 418 wäre ein Teilbereit am MAPD. Komm. Hat die Leitstelle so mitkommen? 418 Ende. Was denn hier? Perfekt. Equipment. 10, 3. Hier kann man die hinpacken. Hier kann man die hinpacken. Okay, mich interessiert es einmal kurz, wie es geht. Ah. Irgendwann frei, 10, 20, Baby, Lodge. Aber du kannst so nicht dadurch filmen. Okay. Du musst dir dann trotzdem wieder für die eigentliche Aufnahme runternehmen. Okay. Ich verstehe. Okay, die geht nirgends rein. Wie muss der nicht hier hin? 2, 57 für die Leitstelle kommen. 2, 57 hat sie kommen. Sind Sie ein Teilbereit im MAPD kommen? Na ja, dann muss ich 10, 4 kommen. Dann aber bitte mit der 418 kurz schließen und eine Streife bilden kommen. 6, so mitkommen. Ah. Leitstelle Ende. Verrückt. Also, ich sollte mich auch zum Schrank drehen, wenn ich die einräume. Sorry. Wie sehen die Studiolampen aus? Achso, das geht nur vom Inventar aus. 4, 2, 1 aktiv. Check. Cool. Technik, die begeistert. Ja, es ist, ich hab das erste Mal so, so Spielereien hier. So, das mal sung und sung. So, das ist, ich hab das erste Mal so, 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 ich hab das erste Mal so ich habe bescheid vorgesetzte in unserer waffen eine foto kamera eine video kamera und zwei studio ich finde ich so ich kann mich schon mal auf den weg machen zum vpd 421 1030 in langtanksteller hier ist ja niemand die ich mitnehmen muss ich würde einmal kurz die jacke noch austauschen die feldjacke sieht besser aus weil die kippt weniger die ist doch ein bisschen arg am klippen leider und dann mit weste drüber die kippt am wenigsten am wenigsten auffällig zumindest weil die kippt hier an der seite ja das ist am besten habe ich nicht was gegessen habe ich vorhin ich habe nichts gegessen ich habe es vergessen gehabt alles gut never mind ich habe nichts gesagt war ins vierbeführungsfahrt der peropüdie vpd check so 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 Vielen Dank. U1420 VPD Check Gute Körperspannung, Herr Staatsanwalt. Gute Körperspannung. Gute Körperspannung, Herr Staatsanwalt. 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 Ja, kommt hin. Sag mal, Davis, bist du auch mal fertig mit Essen vielleicht? Du hast jetzt zwei Teller Spare-Raps gegessen. 5-1-3-10-20-Bit-Stop. Check. Genau, ich wollte mal überlegen, Übung, was kann man machen? A, wen haben wir hier? 4-0-2-Überführungsfahrt wie bitte? Die sollten wir uns angucken. Kann das eigentlich sein, dass ich ranghöchste bin heute? Oh nee, gar kein Bock. Ja, mi, mi, mi ist okay. Nee, it's okay. Eine Übung. 4-3-1-10-20-Bit-Stop. Check. 5-1-3-Überführungsfahrt wie bitte? Check. Könnte eine entführte Person üben. Aber das ist halt auch mehr so Standard. Wir haben Streifenwagen, klar. Wir haben 10-99 Übungen hinter uns. Wir haben Entführung aus 10-26 geübt. Was gäbe es denn theoretisch für einen Entführungspot, wo wir uns gut verstecken könnten? Wo wir üben können, ob die Entführungspots auch wirklich sauber gekleert werden. Check. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Manchmal fahren die Leute zu schnell an diesen Entführungspots vorbei einfach, um das richtig zu prüfen. 4-0-4-10-20-Bit-Stop. Was? Check. Ja. Boah. Das wäre mega gemein. C7. Irgendwo am Court Center. Findest du nicht? Hinter einem Grabstein. Bombe. Das ist das Observatorium. Siehst du auch nicht im Puren vorbeifahren? Maceband Greener gibt es halt auch Möglichkeiten. Flughafen. Grenzehafen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe meine Übung für heute gefunden. Aber wir müssen gucken, wie, ja, was halt abgeht in der Stadt, ob wir das durchziehen können oder nicht. Hier wäre ein bisschen mehr geschenkt. Tatsächlich, also hier quasi Fahrzeug hinstellen und dann hier oben hoch, Leiter hoch hinten verstecken, wäre eine Möglichkeit. Ölfelder, durch die ganzen Hallen, wäre eigentlich tatsächlich sogar am effizientesten. Weil, ja, weil Ölfelder, weil die halt tatsächlich als allererstes angefahren werden. Die werden meistens als allererstes angefahren. Deswegen, ich will es dir nicht so leicht machen. Fair, aber auch nicht zu leicht. Das ist Human Labs. Ne, das ist Fischerdorf. Das ist Human Labs Fischerdorf. Das geht halt tatsächlich auch gut. Hier das Fahrzeug in die Scheune und dann unter der Brücke verstecken. Geht auch gut. Hallo. 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 Hört mal langsam nach oben. Grüße. Wunderschönen und guten Abend. Bevor ich den Rollcall verpasse. Vor lauter Übungsplanung. Geht hinten noch was ansonsten. Ja, gute Idee, ne? Gute Idee. Tasche 3? Jawohl. Ja, ist so richtig. Danke. Das ist Ericsson. Hallo. So. 5, 2, 10, 30. Wie bitte? Check. So, wir warten eben noch, bis wir vollständig sind und es auch 1945 ist. Leitstelle, wie viele Einheiten fehlen noch? Die 5, 1, 3. Die ist jetzt gerade angekommen. Das war's dann. Das ist die letzte Einheit? Alles klar. Wie geht's Ihnen soweit? Besser und selbst? Hervorragend. Kann mich nicht beklagen. Sehr gut. Wunderbar. Ne, tip top. Sehr schön, sehr schön. Jo, wir sind heute alle motiviert für den Abend. Wird bestimmt nicht langweilig werden. Es ist Samstag in der Stadt. Da werden uns die Leute auf Trab halten. Ja, haben Sie wohl recht. Das ist Samstag in der Stadt. Hallo? Es ist so weird, einfach hier zu stehen. Als Ranghöchste im Dienst heute Abend. Das ist crazy. Jetzt sag ich ganz ehrlich, absolut crazy. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich mal mit Davis hier als Ranghöchster stehe. Ich glaube, das hat ehrlicherweise in niemand von euch gedacht. Nie, nie, niemand. Gab's die Regel nicht? Ja, dann. Ja. Müssen wir das mal wieder. Bleiben lassen. Es wird zu spät, kommt 200 Dollar. Ja gut, nach dem Skater gekündigt wurde ich ja, aber da davor, ich glaube, das wäre sowas, da hätte niemand jemand damit gerechnet. Ja, wir sind gleich nach vorne, gern Grüße. Hallo. Was würdest du davon halten, dass wir das wieder auf, äh, erwecken lassen mit 100 Dollar für jeden, der zu spät kommt? Finde ich gut. Ich finde, es ist heute ein guter Tag dafür. Mhm. Finde ich gut. Das können wir gerne so machen, ja. Ich glaube, es kommen ein paar zu spät und wir brauchen gerade Geld. Dann machen wir das so. Wir müssen die Haut vorne irgendwie finanzieren. Ja. Ach ja. Mitte oder Hügenschale? Sterling ist der McKinney kommen. Was? Ja, C kommen. Ja, fahrt schon mal los, wird eben ein eigenes Fahrzeug kommen. Ja, das wird doch halt ein Schott. Kommt, kommt. Also, da kann er noch so mit Co3 durch die Stadt heizen, würde er nichts schaffen. Nö. Ja, aber wenn er mit Co3 fährt, kann er auch eine andere Strafe gleich hinterher zahlen. Ja. Wie war das, wir brauchen Geld? Ja, richtig. Die Staatsanwaltschaft sitzt ja in einem Raum. Mhm. 417, Überführungsfahrt Richtung GD. Check. Und. 415 mit einer Überführungsfahrt zum BPD. Check. Gut, nach meiner Uhr ist es 1945, aber ich höre richtig, wir warten noch auf mindestens zwei Einheiten, Leitstelle. Ja, so korrekt. Okay, dann warten wir eben noch. Und nur, dass du dich mal beschert weißt, ich hätte ganz am Schluss noch einen kleinen Punkt. Okay, ja. Ich hab gar nichts. Hervorragend. Wird halt kurz und knackig. Ich wollte sagen, ich glaub, das wird heute ein sehr schneller Rollcall. Außer ein Officer kotzt sich jetzt hier aus. Ja. Wo ist heute eigentlich dieses Motorradrennen? Dieses Event? Dadurch, dass wir keinen Beschluss für eine Straßensperrung haben, gehe ich von Privatgelände aus und es gibt auf Venture Cram and Build, das sieht nach Flutbecken aus. Ah, okay. Ja, das. Aber vielleicht mal ein paar Streifen da immer mal vorbeifahren. Ja. Hätte ich auf meiner Liste gehabt für den Rollcall. Mhm. Da war ein Bild? Oh Gott. Vielleicht hab ich dann geguckt. Von dieser Stark Events und so weiter. Da wurde ein Bild gepostet und da waren die Bikes von dem Event zu sehen und das sieht nach Flutbecken aus, das Bild. Ah, ja gut, ich war da noch nie drin. Alles gut. Ja, dann ist es natürlich. Ja. 4,15, 30, BPD. Ja, 46 schon. Mhm. Mhm. Ach, Chris Keeler. Wir haben ja auch alle Seelen ruhig reingelaufen. Ja, ist ja nicht so. Also, wir warten ja. Ja, die beiden, die rein sind, kommen nach dem Rollcrawler zu mir noch. Gut, ich sehe hier noch vier freie Plätze. Ich sehe vier stehende Personen. Das geht genau auf. Perfekt. Parallel dazu fangen wir schon an. Dann herzlich willkommen zum Rollcall am 25. November mit drei Minuten Verspätung um 19.48 Uhr. Soweit beginne ich einmal von meiner Seite. Wir haben heute als wichtigen Punkt zu beachten. Wir haben dieses Motorradrennen in der Stadt heute Abend. So wie es nach aktuellem Stand aussieht, würde ich das Ganze interpretieren, dass das in dem Flutbecken in Istela stattfinden würde. Wenn Sie da andere Informationen haben, dürfen Sie da gerne herkommen damit schon. Gibt es anderweitige Informationen von Ihnen, wo das stattfindet? Gut, das interpretiere ich mal als Nein. Na, dementsprechend an die Leitstelle senden Sie mal in regelmäßig Abstände oder auch Streifen, ein bisschen Community-Policing im Auge behalten, weil wir dann eben doch die Tuning-Szene, Street-Racing-Szene heute auf der Straße unterwegs haben und es dann natürlich auch potenziell zu Straßenrennen kommen könnte. Genau, des Weiteren behalten Sie natürlich weiterhin auch als Leitstelle die Situation im Norden im Auge. Mindestens eine Streife in Palito dauerhaft haben, die dort Streife fährt, auch im Norden nicht vernachlässigt insgesamt. Des Weiteren bedenken Sie, Afrodonis gab es in letzter Zeit wiederholt, Raubüberfälle, dass Sie dort auch in regelmäßigen Abständen Streifen vorbeischicken, sofern es die Kapazität zulässt. Soweit gibt es von Del Perro und der Öffentlichkeitsarbeit keine Anmerkung. Hat eine andere Abteilung bzw. Department irgendetwas loszuwerden? Das deute ich ebenfalls mal als Nein. Hat einer der Officer noch etwas vorzutragen? Der Marshal-Service hat noch etwas vorzutragen. Ja, bitte. Ab nächste Woche werde ich anfangen mit dem State-Prism-Modul, was das betrifft. Alles klar. Dann haben Sie es gehört, tragen Sie sich da freiwillig ein und machen Sie da fleißig mit, dass Sie da auch ausgebildet sind. Daher gehen, falls die Marshals da mal Unterstützung brauchen, dass Sie dort unterstützen können. Sonst noch Meldungen aus der Runde hier? Leitsteller hätte noch was. Ja, bitte. Also so wie es aussieht bei diesem Motor-LS-Event, kommt man nur in die Location, wenn man ein Taxi von Downtown Cap nimmt. Deswegen, wenn mehrere oder eine auffällige Menge an Downtown Cap-Fahrzeugen irgendwo stehen sollte, dann gucken Sie da einmal nach. Vielleicht befindet sich die Location in der Nähe. Das war's. Kurze Frage von der 346 dazu. Ja, bitte. Das Rennen ist angemeldet und genehmigt oder findet das illegal statt? Solange es auf Privatgelände ist, dürfte es da keine rechtlichen Probleme dahingehend geben. Aber wir haben die Staatsanwaltschaft auch mit hinten im Raum. Dann richtig die Frage an die Staatsanwaltschaft. Ob das Rennen genehmigt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber solange das auf Privatgrund stattfindet, ist das soweit in Ordnung. Ja gut, der Flutkanal ist ja, glaube ich, kein Privatgrund, oder? Doch, das ist Privatgelände, das nach meinem Kenntnis stand. Okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, dann würde ich abschließend noch das Wort an meinen Assistenten Schiffkoskeler weitergeben. Ja, ich hätte nur noch eine ganz kurze Bitte an die weiblichen Kollegen, wenn sie jetzt gerade noch ihre Regenjagd dabei haben, dass sie dann auch einmal gleich zu mir kommen nach dem Rollcall. Perfekt. Damit wären wir um 19.51 Uhr auch schon durch mit dem Rollcall. Gehen Sie zur Leitstelle nach unten, lassen Sie sich neu einteilen und dann, ja, stay safe. Stay safe. Stay safe. Habst du hier noch irgendwas, oder? Äh, ne. Ne, soweit aktuell nicht. Dann überführe ich jetzt hoch und gehe in den Feierabend oder Dienst und dann bei ich mir mal gucken. Schönen Feierabend. Jo, danke. Schönen Feierabend. Ciao. Man hat keine mehr, diese Jacke. Da heilt meine Stimmung. Irgendwelche. Hm. Okay. Ich kann auch ein bisschen näher kommen, wenn ich so rumflöden. Klar. Ich kuschel ihn auch. Also, nochmal. Weshalb wart ihr jetzt zu spät? Wir hatten ein super weises Ausschuldigung, Mann. Sie, Kommander. Ne, genau. Wir hatten ein erstes zuweisergespräch, mussten dann auch den Herrn Nolan kurz neuen Klamotten ausheben. Da war aber der Spin noch nicht gefüllt. Ja, warum war das nicht? Was? Warum war der Spin nicht gefüllt? Wurde vermutlich dann übersehen. Oder, keine Ahnung, ein Fehler. Hm. Das ist schlecht. Chris Killers, not amused. Das müssen jetzt alle Kollegen hier warten, bis ihr da wart. Entschuldigung, schon mal dafür. Ja. Ja. Entschuldigung, dafür. Ja, ohne Dienstklamotte losfahren wäre halt ein bisschen blöd gewesen, oder? Ja, das ist klar. Ja. Wer hat denn, wir müssen noch die Spinde eingeräumt. Also, umgeräumt. Ja. Pomer, ich und Volli. Ja. Dann, die Leute waren zu spät. Heißt, was heißt das? 400 Dollar. Richtig. Wer das zahlt, ist mir relativ egal. Das könnt ihr aufteilen, ist mir egal. Ja. Ja, ich brauche das. Ne, Quatsch. Ich mache auch meine 100. Ich müsste mal kurz an ATM gehen. Kurze Frage. Dürfen wir eh nicht in bar machen. Ja. Waren diese Bestrafungen nicht nur dafür gedacht, wenn es keinen guten Grund gibt, dass man sich verspätet? Ja, ist kein guter Grund. Wir haben ja nicht rumgetrüttelt oder so. Wir haben ja Aufgaben erledigt. Also, das wäre auch meine Frage gewesen. Ich frage nur. Einfach nur Verständnisfrage. Ja, das war jetzt keine Aufgabe, wo man jetzt nicht hätte planen können. Es war ja eigentlich eher so, man hat mal wieder verkackt, einem Kollegen in Uniform in Spinn zu bringen, deshalb kommt man zu spät. 5-0 überführt zum Sandy-Shop-Departement. Ja, gut. Ja, verstehe ich den Punkt, dass es keine Aufgabe sein muss, die man jetzt hätte erledigen müssen. Aber so grundsätzlich ist es halt so ein bisschen, weiß nicht, wenn man halt arbeitet, man pumpt ja nicht in der Nase rum, deswegen ist man nicht zu spät gekommen, hat halt irgendwas erledigt. Aber ich verstehe den Punkt, dass man halt sagt... Höllen die wegen 100 Dollar gerade rum? Naja. Sollen wir das jetzt gleich irgendwo machen oder wo? Ja, würde ich auch direkt jetzt hier machen. Könnt euch vorher noch drum plügeln, wie ihr das zahlt, ist mir relativ egal. Aber wir kommen am Ende des Tages auf 400. Ja, jeder 100 und fertig, oder? Ja, abfahrt. Dann einmal 3 aufstellen. Ja. Und wie heißt das? Irgendwann 100 Dollar noch diskutieren. Ich hätte es vom Rekruten, hätte ich es verstanden, dass der halt nichts dafür kann. Der kann halt wirklich gar nichts dafür. Ja, das sind nichts, das ist nichts. So, machen wir. Dann viel Spaß noch, schönen Abend. Gleichfalls. Ebenso. Hast du ausreichend da von den weiblichen Regenjacken? Die sind so aktiv. Soll ich die für der Peronichter gleich einmal gesammelt mitnehmen, dann hätte ich die verteilt in die Spinde? Nee, die habe ich auch schon eingesammelt. Achso, du hast eingesammelt. Also muss man nur quasi verteilen, oder hast du das auch schon gemacht? Äh, nee, wir müssen jetzt einsammeln, dann holt die Warehouse ab und dann verteilen wir wieder. Das wird jetzt ein paar Tage haben wir... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, das ist ein Direktaustausch. Mh, nee, nee. Jetzt wird auch heute erst geklärt und so weiter und so fort. 4, 3, 1, gedacht. Kommen hoffentlich heute spätestens morgen. Check. Mh, okay. Wir tauschen dann. Nee, dann fahre ich gleich zu der Perro und hole alle Regenjacken rüber. Dann machen wir das so rum. Nee, die sind schon hier auch. Achso, das, okay. Dann müssen wir wirklich nur noch warten, bis sie geliefert werden von Cypress. Okay, okay. Hast du zufälligerweise noch eine schusssichere Weste für Männer unten da in der Waffenkammer? Ja. Genau, weil tatsächlich irgendwie, es fehlt eine bei uns insgesamt. Dann höre ich. Du musst dir einfach eine rausnehmen. Okay. Gut. Dann mache ich das so. Dann danke ich dir. Bis später. Kein Ding. Bis später. Ja, für den Rekruten tut es mir wirklich leid. Er kann absolut nichts dafür. Da hat irgendeiner halt verkackt, seinen Spind einzuräumen. Und er muss jetzt blechen dafür. Verstehe ich absolut. Rekrut ist scheiße. Aber die anderen. Sterling, das ist Rumgeheule schon wieder. Ach, schön. Es hat sich einfach nichts verändert. Genau. Rekrut hat am wenigsten gejammert. Nee, wo waren die? Nee. Hier. Hier. Hier waren die, ich glaube, drin. Nee, hier ist weiblich. Es ist in der Sechser drin. Hier war es drin. Hier war es drin. Hallo. 530 10, 20, Sandy Shores Tankstelle. Check. 421 aktiv. 10, 3. 421 aktiv. 2. Check. Das heißt 2. Steht schon ein Torwart, habe ich gar nicht gesehen. 530, 10, 20, Sandy Shores Department löslich auf. Alles bitte. Hands up, motherfucker. Check. Mhm. Alle wegen dir, bro. Ja. Ist doch mal da vorher gar nicht kauft. 422. Nein, bin ich nicht. Schönen Abend, euch. Eee, peace. Check. Gut an beachten. Schön. Wollen wir jetzt hier mit einer Überführungsfahrt zum Delper OPD? Check. Eigentlich erst mal schön, äh, Amtsanmaßung abhandeln. LSPD Hands Up, Amtsanmaßung. Also, eigentlich let's go. Danke. Okay. 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 U1-14-20, der Peropidi löst sich auf. Check. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt nicht eine goldene mitgenommen, aber das war eine silberne. Ich habe nur kurz die Beschriftung von der Jacke gelesen. Gibt es nicht mehr dementsprechend. Ja, ja, ich verstehe. Aber er hat ja trotzdem, LSPD sagt ja Police Department und der Begriff Polizei ist ja an sich schon eine Anmaßung. Zumindest im deutschen Sinne würdest du das durchkriegen. Aber vielleicht nicht unbedingt im amerikanischen Sinne. Reading hat die 18. 416. 416. 416. Aktiv. Check. War er eigentlich da diese Woche irgendwie? Ist das aufgefallen? Wie ist das aufgefallen, dass das fehlt? 416. Äh, er war kurz da. Achten Sie auf den Funk, Leitstelle greifen Sie durch. 10-3. Ist eigentlich die 44? 402, aktiv. Hä, was, was stellst du mir für eine dumme Frage? Natürlich gibt es die 44. Natürlich. 431. Du kriegst mich hier voll aus dem Konzept. Check. 431 für die Leitstelle kommen. Ich weiß nicht, er kommt aus dem Konzept gebracht, ja. 416. Der Strafengebiet ist an Norden, komm. Check. Leitstelle Ende. 417. Aktiv als Verweiser. Check. Natürlich bist du das. Hm, haben wir jetzt jemanden da, mit dem wir die Übungen zusammen durchziehen können? Ich habe halt Angst, dass die Übung gleich eskaliert, dass die Stadt gleich eskaliert. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe. Ja, aber er muss ihn ausbilden. Das macht keinen Sinn. Ich darf nichts sagen. Alles gut. Ich frage auch nicht nach deinen Antworten manchmal. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Du brauchst nicht alles checken, Finch. 440 Funkzeug. Check. Hm, Levante. 4, 1, 5, aktiv. Check. Mit Finch könnten wir die Übung gut durchziehen. Ich bin schwer am Überlegen. Aber wir müssten halt jetzt anfangen. Bei 21, wo ist die Kacke am Dampfen? Würde wir starten jetzt direkt oder erst später dann? Aber jetzt ist der Streifendienst sehr, sehr viel da. Jetzt kann man nicht gut koordinieren. Ich ruf mal kurz mal Kini an. Ich ruf ihn kurz als Einführer. Hallo. Hallo. Wenn du das so schön gefunkt hast als Supervisor aktiv, ist Sterling bei dir gerade eine Ausbildung? Ja, Sterling ist Sergeant Trainee. Okay. Alles gut. Das wollte ich nur kurz wissen, weil du das so wunderschön gefunkt hast. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass da ein Sergeant Trainee mit dabei ist. Nee. Ich sag auf die Observer-Schreibung, das wäre ganz gut, wenn du da auf den EALs und so gekommen bist. Check. Alles gut. Alles gut. Ich wollte da nichts wegnehmen oder irgendwas. Ich wollte nur kurz nachfragen. Perfekt. Alles klar. Dann bis später. Ciao. 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 Ich brauche Finch. Ich brauche Finch. Ich brauche Finch. Ich brauche Finch. Das wäre jetzt cool. In sich ca-ky thenの Baussalon case. Das wäre j汗. So, five minutes, assuming... ky then who's the역 over to рекomma state. Is-tu ungefähr... Wie lange? Ups��ate Du doataforest ... Ungefähr, äh-tunow ... Dienst ist, nur in der Nähe, gerade eine Übung zu machen, bräuchte aber eine zweite Person. 4-0-2-10-20, Brodinger, Community Policing, check. Ist das Bild nicht ein bisschen schwierig, sag ich mal, also so RP-technisch, weil das sind echte Menschen? Also durchbricht ein bisschen die vierte Wand so? Weiß ich nicht. 4-4-2 mit einer Überführungsfahrt ins WPD. Check. Haben wir schon eine Rechnung bekommen? Ne. Ach nein, sich abgelehnt. Schön. Das kann ich abhaken. würdeln. Höller, verteleteigt. Genau. assosors 15 30 wenn ihr so Detectives in Ornament Meta, leider. Nope, keine Detectives. Okay, wo gehen wir dann hin? Das ist die Chicken Farm. Die ist auch sehr gemein. Es muss ja was sein, was kein Privatgelände ist. 442 1030, wie bitte? Check. Etwas, was möglich ist, relativ einfach zu erkennen. Das Observatorium wäre theoretisch eine Idee. Da könnte man das Fahrzeug, dessen Beschreibung natürlich durchgegeben wird, ... Hmm. das wäre glaube relativ fair der entführung spot jetzt muss nur noch überlegen würde die story insgesamt einfädeln sie muss realistisch klingen wir können nicht irgendeinen x-beliebigen wagen nehmen weil der kommt immer auf officer zurück wenn die das kennzeichen prüfen das heißt wir müssen potenziell das ganze so machen dass davis in seinem eigenen auto entführt wurde quasi sorry gegen das mikro gehauen dann parken wir das auto hier dann gehen wir halt wirklich ins offene gelände nach hinten ich glaube das geht so davis wurde in seinem eigenen auto entführt finsch meldet das ganze weil er gerade in den dienst gehen eine gerade nicht gehen wollte er gibt keinen sinn weil dann ist er nicht bei mir ich brauche noch irgendeinen melde irgendjemand muss mir das melden meine story hat schon wieder lücken verdammt ich bräuchte echten unbeteiligten zivilisten sogar aber davis hat keine freunde das ist das problem ja ne doch doch das geht so finsch ist hat das nicht gesehen sondern davis hatte telefoniert mit finsch guten abend hallo ich nehme kurz den anderen computer 475 übernimmt die leitstelle es ist aber davis das ist so das ist okay davis hat keine freunde also keine außerhalb vom dienst ja aber das wäre eine möglichkeit da lasse ich mich erst mal kurz einteilen dann werde ich bitte nachher hallo herr kress wie kann ich weiterhelfen davis sie haben doch bestimmt gleich mega lust um die streife zu fahren stimmt da war ja was wir können mal versuchen wie weit wir kommen ja wenn nicht ist auch nicht schlimm nur ich frage immer gerne mal zwischendurch auch bei sattet finsch und frau kater einfach mal ob ich glück habe nick wo sind sie gerade ich bin gerade im vpd ich habe noch zwei kleinere bürger anliegen und dann bin ich so weit ready okay dann würde ich mal den streifenwagen bis jetzt so in einmal richtung vpd rüber kommen ja alles klar dann bis gleich bis gleich tschüß hat er ne stimmt er hat man schon länger angefragt auch bist du es ja wir setzen mal kommen rüber zum vpd und finsch muss ich trotzdem bei mir melden ähm bitte 402 aktiv 252 aktiv Dann bis später. Bis später. Ja, wir können kurz mit dem Streifen fahren, bis Finch da ist, aber dann ist er nicht, er ist nicht wichtiger als eine Übung. Entschuldigung, so böse das klingt. 4, 2, 1, 10, 30, observator. Wir müssen echt gleich den Ort verschieben, wenn die die ganze Zeit im Observatorium rumhängen. Okay. Dank der dauerhaften Streife, jetzt kommen wir nicht, ja, an meinen Entführungspot, da müssen wir wechseln. Aber es gibt noch ein paar andere Boote, wo man das machen kann. 4, 1, 0, 1, mit einer Überführungsfahrt von der Peropedi zum VPD. 4, 1, 5, 10, 20 Pacific Blast anstelle. 4, 1, 7, 10, 20, Delpero, Pia. 4, 1, 10, 20, 20, 25 Blast anstelle. Ich kenne das alle gar nicht, dass das der Abholspot ist. Ja, ich kenne das alle gar nicht, dass das der Abholspot ist wahrscheinlich. 421 für Leitstelle, komm. Herzlichen Glückwunsch. Wir können uns sogar dann mit dem Fahrzeug leihen. Check. Leitstelle, Ende. 410S 1020, WPD. Check. Crema. Sind die eigentlich noch regulär in unserem RDP drin? Was sind die? Zugangsverwaltung. Jetzt gucken wir mal bei Chief. Habe ich die noch? Omnis? Nee, die sind noch rausgenommen. Was sind andere mit dabei? TARF, TARF? Nee. Sternier, Shellfreate. Primo? Es gibt ein paar, es gibt ein paar, wo man nutzen kann. Okay. Es sind nur nicht alle davon. Die paar sind nicht freigegeben. Ja, das ist auch ein Prioso. Ich kann mal kurz die Frage mir selber stellen, auf was die zurückkommt, wenn man die abfragt. Hier zum Beispiel so M, K, N, H, X. M, K, N, H, X. Auf was kommt der zurück? M, K, N, H, X. Die kommen echt auf nichts zurück, die Kennzeichen? Die sind komplett undercover? Cover? Ach, Nua ist sogar auch noch da. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hä, denn war der gerade auch schon da? Naja, wir bleiben bei uns im Plan, aber... Abbrechen, abbrechen. Y, J, W, T, K. Y, J, W, T, K. Y, J, W, T, K. Die bringen echt keine Suchergebnisse. Verrückt. Verrückte Welt. Die sind wirklich echt so eingetragen, dass man die gar nicht findet. Aber ich meine, du findest alle anderen sonst. Selbst die Streifenwäge, die ganzen, findest du. Ja, easy. Und selbst unser Anmarkt. U5ZDE. Ne, jetzt war das falsche Kennzeichen dann. UZ5DE. U5ZDE. UZD5E. Ja, die kommen halt auch auf Police Department zurück. So, ich hatte gedacht, der Herr Kress kommt auch raus. Seit der Chief reinkommen. Zehn, drei. 415, aktiv. Check. Ich mache der Herr Kress, das ist ein paar Bürgeranliegen. 402, 1020, nördlich Bahama-Mamas, Fahrzeugüberprüfung. Danke. Das mache ich. Zeig. Leitstelle für die 402 kommen. Herr C, kommen Sie. Einmal bitte folgendes Kennzeichen überprüfen, komm. Ja, kommen Sie. 3, 1, D, B, J. Ich wiederhole. 3, 1, D, B, J. 0, D, B, J. Nato Alfebeter, sein Freund. Nato Alfebeter, sein Freund. 2, B, J. 3, 3, 4, 1, D, B, J. 3, 4, 1, D, B, J. 5, 4, 1, D, B, J. 7, D, B, J. 7, D, B, J. Mal schauen, wer zuerst fertig ist. Crest oder Finch? 431, Überführungspfad WPD. Check. 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 ja ja das leben ist schwer das leben es hat oh tschuldigung keine ahnung ich habe nur dumm daher gelaufen alle ist gut bin dann gleich fertig alles klar 402 aktiv tschek 417. Aktiv. 421. 1020. Dino-Danner. Tankstelle. 421. 1020. Dino-Danner. Tankstelle. 421. Aktiv. 422. 1020. In Young Tankstelle. Check. Die ziehen das volle Kanne durch. Dieses Bild ist immer noch so cool. Ich mag das voll. Hier sind Persönlichkeiten so schön abgebildet. Ich mag das voll. Ich mag das voll. Ich mag das voll. 415. 1830. Wieder aktiv. Check. Die Leitstelle mit einer Information in den Funk. Am West-Putschi-Binko wurde einem Zivilisten gerade Drogen angeboten. Dabei handelt es sich um zwei Personen auf einem weißen Roller, die Richtung Norden geflohen sind. Aufsassen wie folgt beschrieben. Helles Oberteil. Dunkle Hose. Dunkler Hautton. Mit einem Slang. Ja. Was für Slang? Was für Worte wurden verändert? 431. 1020. Wie PD. PD111 löst sich von der Streifung. Check. 416. 1020. Ron Tankstelle bei Crazy Cut. I tried Byte. Cooler Spruch. 012. 1020. Was für Putschi-Binko? Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile auf dem Spendenkonto? War doch ein bisschen was ist noch dazugekommen. 417. 1220. Was für Putschi-Binko? So. Entschuldigen Sie. Alles gut? Können wir? Ja. Perfekt. Perfekt. Ist auch weniger als ich gedacht hätte, ja. 416 aktiv. Check. 416 aktiv. PD111 wechselt in Marshall Funk. Alles gut soweit bei Ihnen? Ja auch. Ja auch. Hervorragend. Wollen Sie fahren oder funken? Äh. Ist gleich, Chief. Ja, ich frag sie, weil ich ihre Entscheidung dazu wissen möchte, nicht meine. Dann fahr ich. Okay. Ich mach halt beides gerne, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Alles gut. Gut. So, ich pack sie aber eben noch mit rein. Das ist mir perfekt. Das ist mir bewusst, wenn du mit den Schrauben willst. Ich mach es mit mir. Boah! Wie ist das? Was? Wie ist das? Und ich mach es mit mir. Wie ist das? Wie ist das? Was hast du denn? 410S aktiv. Check. Ach ja, ist jetzt auch schon wieder länger her. Auf alle Fälle, ja. Können wir ja selber noch, ja, selten genug eigentlich auf die Straße, muss ich sagen. 4107 aktiv, Nabreißverhandlung, Miss Pucci Bingo. Check. 4107 aktiv, Nabreißverhandlung, Miss Pucci Bingo. Ich denke ja dann auch an Herrn Finch und so weiter, da ist ja auch sehr viel im Büro. Ja. Wir haben halt leider akuten Personalmangel. Wir haben halt leider auch in Delperbo, muss man sagen, nicht mehr so viele Officer mittlerweile. Das heißt, es bleibt halt sehr, sehr viel auch an den Vorgesetzten selber hängen. Deswegen, also, deswegen frage ich ja da auch so oft nach, also ich weiß ja, dass da immer relativ viel ist und so weiter, was es dann zu klären gibt für sie. Aber nach vorne kostet ja nichts und wenn es dann eben mal am Abend nicht klappt, dann ist es halt so. 4102 für Leitstelle, komm. 4102, hat die komm? Einmal das VPD anfahren, einen Kollegen rauslassen und mit der 210 eine neue Streife bilden, komm. Hat die Finch und so mitkommen? Ich kann Ihnen auch Bescheid geben, nächste Woche bin ich noch da, übernächste Woche bin ich zwei Wochen im Urlaub. Alles klar, ja. Ich habe wahrscheinlich die Urlaubsliste eingetragen im Streifenblatt, füge ich das dann noch hinzu. Perfekt, ja. 1210, 20, Lamisa, äh, VPD. Check. Oh. Was ist das denn? Oh, vier Motorräder. Schön. Es sind vier Motorräder. Outlaws. Mhm. Ich habe aufsichtlichen neuen Kredit. Erkennst du das nicht, das Lamesa VPD? Das ist jetzt ganz neu, ganz neu eröffnet. Genauso wie das Dalpero VPD. Okay. Finch ist noch gut in der Zeit. Wir haben jetzt auch noch nichts mitbekommen, äh, ob man schon irgendwie einen Standort weiß von dem Event. Nee, aber bei LordVenture habe ich das gesehen, da wird wirklich nicht offiziell kommuniziert. Man soll quasi ein Taxi rufen und sagen, man möchte da hin und dann fährt ein, das Taxi dorthin. Genau, ja. Habe ich schon im Oracle Anspruch gesprochen. Ich denke, es ist das Flutbecken, also es ist ein Easterless unten dann. Ja. Aber dass es dann mit dem PD nicht kommuniziert wird, also wenn ich irgendwie ein Veranstalter wäre vom großen Event, dann würde ich doch da extra anrufen und Bescheid geben. Ja, aber ich meine, wenn man vielleicht in der Tuning-Szene, Racing-Szene, ist man vielleicht nicht unbedingt so auf, äh, ja. Darauf möchte man nicht unbedingt, dass das PD alles weiß. Klar, es gibt auch genügend Leute in der Tuning-Szene, die nicht Straßenrennen fahren, aber umgekehrt gibt es halt genauso welche in der Tuning-Szene, die Straßenrennen fahren. Die wollen dann wahrscheinlich nicht, dass das PD alles weiß. Stimmt. Also wenn man es ganz grundlegend runterbrecht, ist es halt immer noch Privatgelände letzten Endes und die können so viel Party machen dort, wie sie wollen. Mal so ganz böse gesagt jetzt. Mhm. Ja, stimmt. Also. Ich habe damals ein bisschen was mitbekommen in der Straßenrennen-Szene, als ich noch bei Races Edge gearbeitet habe. Mhm. Als es noch eine Tuning-Firma war. Mit hier dem Herr Winters. Ja. Als CEO. Der gute Winters. Der war da ja auch relativ aktiv. Mhm. Den haben wir selber auch mal beim Straßenrennen erwischt. Der hat einen Unfall gebaut nämlich. Er hat auch mal, was war denn das? Hat der nicht mal irgendwie einen Abschlepper geklaut vom ACLS oder so? Oder von... Ich... Klar, ich kann... Ich war selber nicht dabei bei dem Eis, aber ich glaube mich zu erinnern, dass da irgendwas war. Ich meine, der wurde angehalten und das Fahrzeug sollte abgeschleppt werden, weil dort illegales Tuning überprüft werden sollte oder festgestellt wurde. Und dann wurde halt ein Abschlepper gerufen. Da hat er sich einen Abschlepper gesetzt und ist mit dem Abschlepper und seinem Auto da drauf weggefahren. Beziehungsweise hat es versucht. Also... Wie man da draufkommt. 4, 1, 6, 10, 20, BPD. 4, 1, 6, ist doch gerade das Wagen. Ist Chris Kieler da mit unterwegs? 4, 0, 2, dafür ums Fort lang. Hezer BD. Doch, OOC weiß ich es. Ich weiß es, OOC. Das war während meines suspendierten Zeit. Da war Davis suspendiert. Das ist passiert. Aber das war ein F, die Abschlepper klappt, den er geklaut hat. Nicht ein ACLS-Abschlepper, aber... Ja, war eine wilde Sache. Da war auch immer was los. Daher kommt ja auch tatsächlich der Absatz von dem SWAT bei Verfolgung bei 1060 mit schweren Fahrzeugen. Daher kommt der Absatz im SWAT. Der war nämlich damals nicht da. Der ist was dadurch reingekommen. Leitstelle für die 4, 3, 1, kommen. Ja, C, kommen Sie. Gut. Wie ist unsere momentane Streifenplanung? Kommen. Aktiv im Norden, kommen. Checkst du mit? 4, 3, 1, fliegt in den Norden. 4, 3, 1, sende. Ein kurzes Telefon. Ja. Hi, für dich. Wir bringen jetzt gerade die letzte Ladung weg. Dann noch mal 5 Minuten. Ich würde sagen, ich bin dann um 21 Uhr wieder da. Dann kannst du das Video machen. Mhm. Ja. Damit du damit planen kannst. Weiß ich Bescheid, ja. Also 21 Uhr bin ich dann im Dienst wieder komplett. Mhm. Bis gleich. Oh! Ey, der hat mir Poppard geklaut! Welcher Streifenwagen fährt da gerade vorbei? Fresse hier. Okay, bis gleich. Tschüss. Bis dann. So, alles gut. Jetzt bin ich wieder da. Das ist aber irgendwie nicht so, ne? Was ist das nicht so? So. Irgendwie Einsätze, Aufträge, Leute im Dienst. Ja, Leute im Dienst haben wir eigentlich relativ gut sogar heute. Das ist okay für die Uhrzeit und alles ist okay. Ich habe mich halt gewundert, dass, also, klar ist es öfters so, dass die Leute direkt nach dem Modul gehen, aber heute war es echt, war ja OHK und Rekrutenmodul gleichzeitig und dann war OHK zu Ende und Rekrutenmodul und auf einmal innerhalb 5 Minuten haben sich 15 Leute außer Dienst gemeldet. Ja. Ja. Aber ja. Aber ja. Aber ja. Ich bin ein bisschen für Autos, deswegen frage ich. Ja, das ist ja sogar einmal hinten der Grüne auf dem Parkplatz, der immer hinten steht. Das ist das erste Auto von Ihnen, oder? Nächstes zweite. Die Folge fahren irgendwie so Panto bestimmt oder sowas, so ein typisches Anfängerauto. Ein Blister, ein Blister, also auch anderes Anfängerauto, ja. Aktuell bin ich gerade an einem Sunrise Air dran, also gekauft habe ich schon, ist aktuell noch mit dem Tuning, wo ich noch drauf warte und dann, ja, habe ich da. Mein neues Auto. Habe ich aber noch nicht gesehen auf dem Parkplatz, meine ich. Nee, nee, wie gesagt, der ist noch nicht fertig. Da warte ich gerade noch. Also direkt vom Händler ins Tuning, oder wie? Genau, direkt vom Händler ins Tuning, ja. Ah, okay. Also Sie bauen sich keine Spielekonsole in den Kofferraum, oder? Nee, nee. Nee. Ich hatte mir den ja jetzt auch finanziert und diese Woche auch die letzte Rate, also am Sonntag endlich und dann offiziell mein Auto. Sehr schön, sehr schön, ja. Hallöchen, willkommen zum Stream. Dann doch was anderes, wenn man Schlüssel hat, anstatt eine ID-Karte. Ja, ja, auf alle Fälle, ja. Kennt Davis nicht, Davis hat immer nur Schlüssel gehabt. Welche Farbe ist das? Es ist eine relativ große Folierung, wird's deswegen, also die Farbe ist blau, aber es wird eine relativ große Folierung. Man sieht nicht mehr alles von dem Blau. Hast du eine Racing-Folierung mit so Sponsoren und so drauf, oder was anderes? Nee, nee, mehr abstrakt ist es insgesamt. Hört, sie kommen. Einmal Dispatch, Pillbox, Medical Center anfahren, eine Person wurde dort gerade beklaut. Komm. Fernse 0S 1040, Pillbox Medical Center, eine Person beklaut. So mit, komm. Check, Leitstelle Ende. Pillbox, die feucht haben wir es, ja. Ich markiere es Ihnen. Das ist nämlich, äh, ja, in der Nähe vom Stadtpark. Ja. Ach wo? Ach du Scheiße. Ja. Es ist so typisch wieder, es ist so typisch. Ich wollte gerade zu ihm sagen, bringen Sie mich mal Richtung Del Perro. Es war echt so kurz davor. Ja. Wie konnte die Person eigentlich beklaut werden? Ausgeraubt oder beklaut? Ja. Wahrscheinlich bei den Black Beauty Apartments hinten, würde ich sagen. Das müsste dort im Innenhof sein. Genau, links und dann nochmal links in den Innenhof. Jetzt rein? Genau, ja. Vom Dispatch hätte ich jetzt eher hier vermutet. Ja. Fernse 0S 1020, Dispatch, Nähe Pillbox Hill. Jetzt keine Person. Nee. Wollen Sie mal über den Parkplatz drüber? Nee. Ist der Licht an links im Fahrzeug oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. So, dann halten wir nochmal an den, quasi jetzt hier nochmal links raus. Ja. Dann halt hier nochmal rechts hoch, ob es vielleicht hier irgendwann ein Bürgersteiger an der Seite ist. Dann gleich nochmal rechts rüber. Oh, hier sehe ich auch nicht so weit. Dann nochmal nach rechts. Mhm. Ob diktiere ich mir eigentlich schon wieder alles vor? Leitstelle für 410S, komm. Leitstelle kurz den Ball. Ich würde mal hochfahren eben. Ja. Da ist eine Person. Personen. Zwei Stück. Aber die bewegen sich ganz normal. Aber die warten auch nicht auf uns. Nee, aber hier ist halt das Krasse. Vielleicht ist das hier irgendwo was gewesen. Können wir mal halten und fragen. Oder? Ja, können wir definitiv... Wir haben ja eh gerade keinen besseren Anhaltspunkt. Ja. 410S, für Leitstelle, komm. Herzlich komm. Einmal den zweiten Dispatch anfahren. Der Herr wurde wohl von der Taxifahrerin, die ihn beklaut hat, eingesammelt und jetzt weitergefahren. Der zweite Dispatch ist jetzt der neue Standort, komm. Was? Ja, check submit, äh, 1040, Dispatch, äh, ja, nee, Arcadius Tower. Check, Abstelle Ende. Hier. Ich habe das glaube ich nicht verstanden. Die Taxifahrer, die ihn beklaut hat, ist jetzt weitergefahren mit ihm? Ich habe ihn eingesammelt. Ich bin aber runter. Ja. Oh, das klingt schon wieder nach so einem Einsatz, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Aber wie konnte er denn anrufen im Taxi und... Ich weiß es auch gerade nicht. Check. Ein ganz verwirrter Einsatz. Ist das auch kein Taxi? Wenn wir sie nehmen, würde die 417, die 410S bei dem Einladungsdauer schützen, kommen wir nicht. Warum ist sie hier neben uns ein bisschen hops gerade? Check, 417 auf Anfahrt, Dispatch und Ende. Wir sind hier unten bei den Parkplätzen. Leitstelle für 410S, komm. Hört Sie, kommen Sie. Wir sind hier bei dem Dispatch vor Ort, äh, kein Taxi, keine Person, soweit auffindbar. Haben Sie hier eine nähere Beschreibung, wo sich die Personen aufhalten sollen? Komm. Negativ. Der Herr meinte bloß, er wäre nochmal eingesammelt worden und jetzt wieder rausgelassen worden. Und ich sagte ihm, eigentlich er soll vor Ort bleiben. Kommen. Check, können Sie ansonsten einmal die Anrufe, Kontakt an mich weiter senden per SMS, so mitkommen? Check, wird erledigt. Kommen. 412, das Ende. 286, Funk, Check. Also, ich weiß ja auch nicht, was das schon wieder ist. Ja, ja, ja. Ich hab die Nummer. Halt auch Treppen, die nach oben gehen, Chief. Ja, ja, es gibt Fehlmöglichkeiten hier. Hallo. Hallo, Sie hatten die State Police angerufen, wegen einem Diebstahl in der Nähe vom Arcadius Tower. Wo befinden Sie sich denn exakt? Wir können Sie gerade nicht finden. Also, die Taxifahrer, die ist dann zurückgekommen. Aber ich hab die Polizei gesagt, ich hab die Polizei angerufen und hat die mehrere Sachen, also meine Sachen dann wiedergegeben. Und dann hab ich gedacht, sie fährt mich. Und dann hab ich gedacht, sie fährt mich. Ich hab eine private Nachricht von einem Bekannten erhalten, der mich fragt, dass ich wüsste, dass es eine Respektivgarage gäbe. Alles klar, dann kommen wir mal einmal rüber. Warten Sie dort, bitte. Und er erwähnte, dass dort das Event ist. Nur zum Verständnis. Einmal zum Magill Tower rüber. 416, 10.30, wie bitte. Hier weiter, oder? Ja, das ist quasi, ja. Wir müssen halt nach oben, die ist ja einmal Etage. Ja, 417, 417, äh, für die 417, komm. Ja. Ja, ihr habt den Anrufer nochmal kontaktiert. Er soll sich wohl am Magill Tower bei Casa befinden, laut seiner Information. Komm. Ja, check. Sollen wir trotzdem ein bisschen unsere Feuer machen oder ebenfalls auf den Verlegen kommen? Also, Sie können eigentlich soweit erstmal aktiv gehen, so wie ich das sehe. Die 417 fährt einmal dann Magill Tower an, somit komm. Check, somit 417 wieder aktiv. Also hoch, meint der. Genau, hoch. Genau, oben bei der Magill Tower. Da, wo wir gerade quasi vorhin schon waren, bevor uns die Leitstelle weggefunkt hatte. 410, 10.20, Magill Tower. Halt, halt, Sie können hier parken. Check. Ja. 415 aktiv. Check. Yo, was geht? Hallo. Yo, hallo. Hatten Sie uns angerufen gehabt? Ja, ich hab Sie angerufen. Okay, aber es hat sich jetzt soweit alles geklärt, dass Ihnen wurden keine Sachen gestohlen oder fehlt Ihnen jetzt noch was? Nein, also. Na, Mann, die hat Schiss gekriegt, Mann. Yeah. Ja, weil ich gesagt habe, ich rufe die Polizei. Oh nein, ich weiß, wer das ist. Nein, bitte nicht. Und da hab ich gesagt, dann gib mir mal eine Sache wieder. Und sie hat, glaub ich, echt viel Angst vor der Polizei gehabt. Nee, Mann. Aber können Sie sich vielleicht vorstellen, dass die Dame das nicht mit Absicht gemacht hat, sondern einfach vergesst hat, dass sie die Sachen noch dabei hatten? Also, Ihre Ausrede war, sie musste Schell-Luchs, weil sie ein Eischhörnchen gesehen hat. Also, Mr. Police Officer, ich glaub nicht, dass die Dame die Wahrheit gesagt hat. Oder die Dame war für irgendwelchen Drogen und hat gedacht, ein Waschbär ist ein Eischhörnchen. Vor allem haben wir ihr gesagt, dass wir zu diesem Kaser-Ding müssen und vorher zu einem ATM und dann lässt sie uns raus, lässt unsere Taschen drinnen lassen und dann fährt sie los. Voll, das rammert man nicht. Wir kommen hier an, Mann, und schon wieder irgendein Schiff, Mann. Wie kommen Sie? Oh. Nein, also, ich kann Ihnen das gerne mal zeigen, wo das war. Ja, sicher doch. Ja, okay. Können wir dann bei Ihnen mitfahren? Oder weißt du was, Mann? Wir zeigen Ihnen, dass ich... Wir passen nach fünf in die Karre, Mann. Nein. Okay, ich bin ganz aufgeregt. Ich bereug mich mal eben was und ihr zeigt das mal eben. Wir zeigen denen. Ich meine, es ist... Okay. Sie können uns das Ganze auch... Bis gleich. Bis gleich, ja, ich pass drauf auf. Versuchen Sie das Ganze doch einfach mal kurz zu erklären. Also, wo sind Sie denn losgefahren? Mit dem Taxi? Hier, beim Flughafen. Beim Flughafen. Okay. Dann sind Sie alle zu dritt eingestiegen in das Taxi. Habe ich das soweit richtig mit? Ja. Ja, richtig, Mann. Genau, und dann wurden Sie hierher gebracht zum Kaser, richtig? Nein. Na, wir mussten vorher zu so einem ATM-Ding wegen unserem Konto. Ja, du hast sogar eine Brücke gefahren. Das kann ich nicht beschreiben, Mann, aber wenn ihr mich da hinfahrt, dann zeige ich es euch so. Ja, wir wussten ja nicht mehr, wo wir sind, Mann. Das war irgendwo bei einer Brücke, bei einem Park, irgendwas mit Pille oder so. Alles gut. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das ist. Genau, dann waren Sie bei dem ATM und haben wahrscheinlich dort alle Ihr Konto eröffnet. Ja. Genau, dann wurden Sie, sind Sie wieder ins Taxi zurück eingestiegen? Habe ich das so richtig verstanden? Na, Mann, lass Sie losgefahren. Aber ich glaube, bei einem Rutschmann hat sie einen Flyer aus dem Taxi verloren. Guck mal, ob der da noch fliegt. Vielleicht kann man ja daran sehen, von welcher Firma die war. Okay, welche Rufnummer, wen hatten Sie denn angerufen für das Taxi ursprünglich? Wissen Sie das noch, oder? Na, Mann, ich glaube, da stand auf diesem Flyer drauf, der da rausgefallen ist. Es gibt Download Cap und Alice Taxi und Alice Taxi hat noch blau mit drin. Ja, das lassen Sie doch, 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 so ein gelb-blaues Taxi, Mann. Ja, ja, doch, doch. Ja, das ist ein bisschen, Mann. Okay, fehlt Ihnen denn jetzt insgesamt noch irgendwas, oder haben Sie Ihre Sachen alle wieder zurück? Eine Sache fehlt mir tatsächlich, Mann, ich weiß meine Konto nur mal nicht und das brauche ich hier anstatt mit dem Kasse. Mann, wisst ihr, wo es hier so einen nächsten ATM gibt, so? Ist das cool? Ähm, der nächste, der mir jetzt einfallen würde, wäre die Straße runter und dann quasi hier untere Etage unten an der Brücke. Ich weiß nicht, ob der Kollege noch einen nächsten kennt. Ja, das wäre auch der nächste, der mir einfällt. Das ist auch ein bisschen gefährlich, Mann. Jo, passen wir nicht auf Bürger auf, so? Natürlich passen wir auf Bürger auf, aber wir sind kein Taxi-Unternehmen. Ja, ich weiß, Mann, aber ich trau mir nicht mehr, Taxi zu fahren, Mann. Was uns gerade passiert ist, Mann, wir sind aufgeregt. Siehst du das, Mann? Ich hab ein Taxi-Trauma, Mann. Ich verstehe das, trotzdem sind wir kein Taxi-Unternehmen. Das ist keine fucking Trauma-Bewältigung, Mann. Okay, genau, weiß ich, wo wir sind, Mann. Und unsere Nana-Bessers. Okay, dann würden wir einmal noch trotzdem einmal ihre Personalität aufnehmen, dass wir das alles mal haben sollten, dass sich trotzdem noch was daraus ergeben, dass wir das ermittlungstechnisch aufnehmen müssen. Das ist cool, Mann. Ja, guck mal, wie schön der noch glänzt, Mann. Der ist noch neu. Alles klar, Mr. Walters. Jetzt nehmen wir sie einmal wieder zurück. So, die Dame auch einmal wieder zurück. Genau, also wir würden uns im Ganzen... Das heißt, wir werden uns dann einmal trotzdem den Ganzen nochmal annehmen, aber haben wir trotzdem so, dass, sag ich mal, Ihnen erstmal nichts geklaut wurde, letzten Endes. Ja, wir haben die Tasche wieder. Wie gesagt, als wir die angerufen haben, Mann, ja, und gesagt, jo, wir rufen jetzt die Cops, dann ist die zurückgekommen, die hat Tschüss bekommen. Okay, daher auch nochmal für Sie einmal ein kurzes Update. Wir werden das soweit aufnehmen. Das heißt, ich bräuchte von Ihnen auch einmal nochmal die Personalien, dass wir das Ganze einmal dokumentieren können. Jetzt ist man nicht da, wollt ihr noch eine Anzeige machen? Nein, nein. Ich hab jetzt das Zeug ja wieder, jetzt bin ich auch zu finden. Ich hatte in dem Moment Angst. Das ist cool, Mann. Ja, das ist gut. Ich will trotzdem nur mit der Vorständigkeit aber alles aufnehmen, dass wir jetzt trotzdem auf uns zukommen und sagen, ja, wir möchten noch eine Anzeige machen, zwei Tage später oder so, dann hab ich alle Sachen parat und können sagen, okay, Anzeige schreiben wir, dann müssen wir doch nicht nur diesen ganzen Druck dran machen. Ja, ich glaub, die verliert ja ihren Job, so wir machen das lieber nix, wir sagen nix. Ja, trotzdem, der Herr im blauen, der blauen College, ich gebe bitte einmal kurz den Personalausweis, dass ich's einfach der Vorständigkeit halber alles habe. Wo hab ich den denn? Ah, warte, ich geh mal da hinten suchen. Steht man. Ja, ich helfe ihm suchen, Moment. Ich kann es frei aktiv. Tak. Hab ich eben meinen Ausweis hier verloren, wo ich's mit euch gerettet hab? Das kann sein. Möglich, keine Ahnung. Ist halt aber auch ein großer Platz. Ja, und es ist nicht so gut beleuchtet hier so, ne? Schwierig so. Oh, das ist schwierig. Ja, richtig. Ich fände den gerade nicht. Kann ich euch denn einfach nachreichen? Sagen Sie mir doch bitte einmal kurz den Namen. Kommen wir erstmal kurz zur Seite wieder, dass wir unter uns reden können. Ja, okay. Hallo? Fangen Sie mal kurz einmal das Telefon zur Seite. Jetzt reden wir doch gerade, ist doch unhöflich. Ah, ja, ich bin Say. Okay, wie schreibt man das? Also Z-A-Y? Ja. Okay, Nachname? All-Man. C-O-L-E-M-A-N? So korrekt? Ja. Wann sind Sie denn geboren? Am 22. Ja, 22. Gegen Langtankstelle. Alles klar. Ich gehe die Personalität einmal soweit überprüfen im PC. Mein Kollege wartet einmal kurz hier bei Ihnen. Wenn das alles soweit okay ist, dann ist die Sache für mich okay soweit. Alles klar. Alles klar. Ah, ja, 1-Leonardo. Ah, ja, 1-Leonardo. Ah, 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 ah. 4 zu 1 Überführung. Und ich glaube, die Dame kommt mir auch sehr bekannt vor, wenn ich das mal so sagen darf. Aber blaue College-Jacke tatsächlich nicht, die Stimme sagt mir nichts. Da bin ich gerade komplett überfragt, aber das ist sehr cool, wenn man der vorhin auch angerufen hat, der ist über 10 der Furnummer bestätigt, deswegen passt. Ja, ist sauber. Genau. Die Jude Lucy ist das. Lucy? Ja, doch Lucy. Oh Mann. 4-3-1, 10-20, Mission Robby D, 4-76, grüßt die Röste 4-3-1. Genau, genau, ja. Check. 4-1-6, aktiv. Check. Ach, schön. 4-3-1, aktiv. Check. 2-24, meldet sich ab. So, die Personalien passen soweit alles, das heißt für mich ist die Sache, okay, ich frage trotzdem auch nochmal aus jeder Vollständigkeit, aber Ihnen wurde jetzt nichts gestohlen, Ihnen fehlt insgesamt jetzt nichts mehr, Sie haben alles. 4-3-4-6, meldet sich ab. Das ist doch richtig. Perfekt. Sollten Sie sich trotzdem in den nächsten Tagen entscheiden, eine Anzeige dazu erstatten zu wollen, können Sie dort gerne jederzeit einmal, das wäre das Delpero-Department in Vespucci, beziehungsweise Delpero, vorbeikommen, nach der 3-25 fragen, Chief Davis, das bin ich, und dann können wir die Anzeige nochmal im Nachhinein schreiben und das Ganze doch nur fertig machen und ermitteln, dahingehend. Müsst du so der Chef vom Laden? Genau, als Chief of Department ist das Department unter meiner Leitung, ja. Warte, dann schreibe ich mir mal deine Nummer auf, ah, P, die, 25, ja. Genau, so wie es auf der Marke steht, 3-25. Okay. 3-25. Nein, das ist nur eine Trennung. Sag mal deine Nummer, dann ruf ich dich an. Check. Nein, Sie kommen ins Apartment vorbei. Sie können gerne unter Info-Hotline 921 anrufen, da erreichen Sie die State Police auch. Ach so, aber dann mache ich ja voll Fehler, aber nicht dich. Ich brauche eine andere Info, Mann. Gibt es hier ein gutes Hotel in der Nähe, Mann? Richtung Stadtpark gibt es einige Hotels auf alle Fälle. Übrigens ist der nächste ATM da vorne, Mann. Direkt gegenüber von diesem Würfelding da. Also, ihr seid echt falsch informiert, Mann. Ihr müsst nochmal irgendwie so, keine Ahnung, bis wir in der Stadt rumfahren. Wir wissen ja nicht auswendig, wo alle ATMs der Stadt sind, Mann. Ja, wenn ihr so rumfahrt oder so, könnt ihr auch mal aus dem Fenster gucken und nicht nur runter. Ja, tun wir ja, aber wir beobachten keine ATMs, sondern... Ja, anscheinend nicht, Mann. Okay, ist cool, ist cool. Aber guck mal, das beschäftigt mal, Mann, dann weiß es ja Bescheid und so. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Vielen Dank für die Info. Ist cool, Mann. Ja, ich habe noch eine Frage. Na sicher doch. Ähm, ihr verdient doch bestimmt echt viel, oder? Die genauen Gehälter kann ich Ihnen nicht nennen. Oh. Ja, um Leben reicht's. Eher so grob? Nein, auch so grob nicht. Edward, sag dir genau und kannst nicht nennen, was mit den groben Gehältern? Die unterliegen alle der interne Richtlinie. Ich kann Ihnen da keine Details dazu nennen. Über 10.000? Ich kann Ihnen keine Details dazu nennen. Also ich habe hier eine echt hübsche Frau, neben mir stehen. 50.000? Ähm. Ja, warte. Also ich könnte dir... Könnte vielleicht, wenn du magst, euch mal vorstellen. Ja, safe. Nein, aktuell bin ich im Dienst, das ist wenn dann was, was außer Dienst erfolgen sollte. Im Dienst. Okay, wir haben verkackt, Mann. Okay. Okay, ähm... Ah, hallo. Hey. Hallo. Ja, genau so. Was denn? Alex. Okay, coole Sache, Mann. Gehen wir jetzt da rein und machen den Shit so jetzt oder? Würde ich auch vorschlagen. Habt ihr eure Koffer wieder bekommen? Ja, ja, alles cool. War nur ein bisschen verständlich. Er hat mich angerufen, glaube ich. Naja. Ach so, okay. Ich weiß ziemlich schnell alles. Ja, es ist äh... Grußlich, ja. Ich weiß. Gut. Gut, dann wünschen wir Ihnen insgesamt einen schönen Abend noch. Tschüss. Hey, der Fresse. Nun. Ich enthalte mich der Aussage. Tschüss. Ich hab leider schlechte Nachrichten für Sie. Ich hab ne SMS bekommen. Ich muss leider außer Dienst. Ich würd sie einmal dann im VPD absetzen, wenn das okay ist für Sie. Machen wir so. Dann können Sie sich von da außen neu einteilen lassen. Dann wollen Sie gleich fahren? Ja, wäre eine gute Idee. Alles gut. 410S, Überführungsfahrt VPD. Check. Ich muss ja für die Übung lügen. Zumindest jetzt knapp ne Stunde. Ja, ein bisschen Wasser haben wir hinbekommen. Ja. Und? Mein Telefon klingelt. 403, aktiv. Ja, ich bin gleich da. Ja, der Observer steht hier und will was von dir. Pech gehabt. Was? Was wollen Sie von Herrn Davis? Ich hab jetzt keinen Bock auf Observer. Okay. Ja, ich bin gleich da. Die wollen dich nochmal nerven wegen der Presseanfrage, die sie dir gestellt haben. Weil du sie bedürftig geantwortet hast. Ja. Ja, bin gleich da. Okay, ich geh kurz auf Klole. Ciao. Ja, natürlich hab ich da sehr dürftig geantwortet. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Alles klar, dann überführen sie auch gleich ins Lepero, nehm ich ja. Ich überführe auch gleich nach Lepero, genau. Dann geh ich gleich außer Dienst. F10S, 1020 VPD, D353, 50 Lütz aus der Streife, die F10S überführt ins Lepero, VPD. Dann, einen schönen Abend noch. Danke, ebenso. Bis dann, Matanil. Bis dann. Bis dann. Ja, 1030. Ich kann es aus, Farbe nicht vertreten. Oh, Rix kann mich mal am Arsch lecken mit seiner Presseanfrage. Vielleicht zerfetzen wir aber auch erst noch den Observer in der Luft. Das müssen wir uns mal aussuchen. Lügen schief. Ah. Jawohl, Übung, Übung, Übung. Ich hoffe, ich komme dazu. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht wieder irgendwas. Ich habe echt keine Zeit für Rix gerade, weil noch ist es ruhig im Dienst. Das heißt, wir müssen uns beeilen ein bisschen. Ruhig, ach ja. So, ich muss ja da hinten hin. 410S 1020. Der Peropidie löst sich auf. 325 Mal lässt sich ab. Check. Die 210 übernimmt die im Fortline. Ich habe für euch gelaufen. Ich war direkt angerannt hier. Hallo. Ja, ich bin leider ein bisschen im Stress. Wie kann ich weiterhelfen? Äh, sollen wir das hier machen? Äh, kommen Sie kurz, äh, Presseanfrage, kommen Sie kurz zu meinem Büro. Ähm, ja, okay. Ja, ich warte hier, ne? Ja, warte, ja. Wenn du ganz ruhig mitkommst. Äh, äh, äh. Äh, ähm. Okay. So, wie kann ich denn behilflich sein? Ja, also es geht um die Presseanfrage, ähm, folgendermaßen. Äh, es geht um den Raubüberfall in Palito, beim House of Arts. Wir haben bereits mit dem Commissioner gesprochen vor ein paar Tagen, ihm ist der Fall bekannt. Ähm, es gab dort Zeugenaussagen, die beschrieben haben, dass Menschen mit gewissen Tattoos, äh, die Leute dort überfallen haben. Kurze Zeit darauf, äh, hat die State Police am Yellowjack eine Razzia durchgeführt und schlussendlich wurde das ganze Ding auf die Mayhams zurückgeführt. So, die Mayhams haben daraufhin anscheinend Akteneinsicht bekommen und, ja, die Zeugen dementsprechend bedroht. Das heißt, sie hatten Namen von den Zeugen und auch die Aussagen. Jetzt ist die Frage, mit diesem Hintergrundwissen und ihrer Presse, ähm, Auskunft sozusagen, ist das alles ein bisschen mies, weil... Rein theoretisch könnte ich, wenn ich ihnen sage, es sind Zeugenaussagen gediebt worden, über einen Raubüberfall und sie sagen mir, dass, ähm, sie das Ereignis nicht eingrenzen können, stelle ich mir die Frage, passiert das so häufig, dass sie sozusagen, wenn ich ihnen so die Grunddaten gebe, sie mir nicht sagen können, um welches Ereignis es sich handelt. Sie haben mir Grunddaten gegeben, sie haben mir einen Raubüberfall genannt, das ist keine Grunddaten, das ist nichts. Okay, äh, ich hab ihnen geschrieben, dass Zeugenaussagen eines Raubüberfalls an eine Gruppierung gelangt sind. Ja, wissen Sie, wie viele Gruppierungen es in dieser Stadt gibt, die Millionen Menschen hat? Nee, aber gibt es denn so viele Leaks von Zeugenaussagen über eine Gruppierung? Sie haben ja erstmal, sag ich mal, das haben sie bei ihrer Recherche rausgefunden, das heißt, ich muss ja erstmal alles in Betracht ziehen, dass zum Beispiel auch diese Informationen falsch sein könnten, das heißt, ich muss ja alle Akten in Betracht ziehen. Bei mir sind diese Informationen nicht bekannt gewesen, ich wusste nichts von diesem Leak. Dementsprechend muss ich Dinge erst in Erfahrung bringen. Ich bin auch nicht allwissend, auch wenn ich die Pressestelle bin. Ich dachte tatsächlich, dass das bei den Chiefs ein bisschen thematisiert wurde. Also was Sie verstehen müssen, ist halt, dass nicht jeder Polizist jederzeit anwesend ist und deswegen auch nicht alle Informationen in dem Moment haben kann und auch erst geprüft werden muss und das dauert auch manchmal. Und dementsprechend ist das klar, dass Herr Davis vielleicht in dem Moment nichts darüber wusste, weil er noch nicht geprüft worden ist oder sonst was. Das ist ganz normal. Das ist einfach wie bei jedem anderen auch. Genau. Dementsprechend, jetzt habe ich, sag ich mal, die Info, ich weiß, es geht um Palito House of Arts, der Commissioner weiß Bescheid. Das heißt, es ist ein Punkt, das ist ein Anhaltspunkt, ich kann mit dem Commissioner reden und ich kann ihm dann auch mehr Informationen geben. Okay, äh, ja. Aber ich sag, spontan, ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ich bin da immer noch nicht im Bilde dazu. Okay. Dann hatte ich ja allgemeine Fragen gestellt, wie generell mit Zeugenaussagen umgegangen wird. Sprich, vielleicht muss ich das genauer formulieren. Dann müsste man denken, werden, wenn diese Anfrage gestellt wird zur Akteneinsicht, werden die Akten ungeschwärzt zur Staatsanwaltschaft gebracht, beziehungsweise zu den Anwälten und die, ist es deren Aufgabe, die Namen zu schwärzen oder ist es die Aufgabe der State Police? Also, wie gesagt, da kann ich auch nur wieder auf das Gesetz leider hinweisen, weil das ist in diesem Paragrafen 25 von der Strafprozessordnung eindeutig geregelt, dass es Schwärzungen geben kann und diese über die Staatsanwaltschaft kommen und über eine Richterschaft da Beschwerde eingelegt werden kann. Okay, das heißt, die Schwärzung muss von der Staatsanwaltschaft ausgehen? Genau, steht ja so drin in Absatz 4 von der Paragraf 25. Das District Attorney's Office kann die Akteneinsicht unter anderem durch Schwärzung einschränken. Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingereicht werden. Okay. Das heißt, die Schwärzung liegt nicht in unserer Hand. Bedeutet das, wenn ich jetzt eine Zeugenaussage mache und die an sie weitergebe und eventuell jemand merkt, okay, hier läuft ein Verfahren gegen mich, er bei der Staatsanwaltschaft Akteneinsicht bekommen kann und wenn ich dann aber nicht sage, bitte schwärzen Sie meinen Namen, der Täter volle Akteneinsicht bekommt, weil ich das vorher nicht gesagt habe. Also volle Akteneinsicht bekommt er nicht, er bekommt nur Teile der Akte zur Verfügung gestellt. Welche Details das tatsächlich sind, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das Aufgabe der Administration ist, diese Informationen herauszugeben. Das heißt, auch da kann ich die Informationen gerne für Sie in Erfahrung bringen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Aber die sind nicht vor. Das wäre super, wenn Sie das machen könnten. Such dir eine aus. Dann erübrigt sich nämlich auch die Frage, inwiefern Zeugen dann geschützt werden können. Weil wenn das sowieso nicht in Ihrer Hand liegt, welche Schwärzungen gemacht werden, dann kann ja darüber auch der Zeuge gar nicht geschützt werden von Ihnen. Wenn Sie jetzt nur darauf hinaus wollen, nein, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einen Zeugen zu schützen, als nur durch Schwärzung. Deswegen muss ich da halt sehr allgemein antworten darauf, weil es gibt halt sehr viele Einsatzaktiken, die da dahinter stecken können. Aber natürlich zum Schutz der Zeugen kann ich dort keine Details nennen, sonst würde ich ja unsere Zeugen, die geschützt werden müssten, in Gefahr bringen. Ja, gut. Also wie der Zeugenschutz funktioniert, das weiß ich ungefähr. Ja, wüsste ich gar nicht, dass sie so allwissend sind. Wenn jetzt bekannt ist, dass die Täter Akten an sich bekommen haben und Zugriff oder beziehungsweise Kenntnis über Namen und Aussage haben und bereits bekannt ist, dass dort Drogen stattgefunden haben. Ja, ist es die Aufgabe der State Police dahingehend auch zu ermitteln, erneut? Oder läuft das über diese, wie war das, Superweise Akten? Äh, ich glaube, da vermischen Sie jetzt ein bisschen was. Aber im Prinzip, sage ich mal, wir können natürlich tätig werden, wenn es, sage ich mal, zu Vorfällen kommt, die strafgesetzrelevant wären. Dann können wir natürlich jederzeit tätig werden. Und warum passiert das nicht? Was wissen Sie, woher? Von den Zeugen. Da wären wir wieder der Punkt. Ich habe keine Ahnung über diesen konkreten Fall, den Sie hier ansprechen. Ich musste aus den Informationen dazu einholen. Vorher kann ich das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es Supervisor, ähm, ich weiß nicht, ob das Supervisorakten sind oder Supervisorgespräche gab. Warum weiß die das alles? Da folgten weitere Vorfälle. Und bisher ist nichts passiert dahingehend. Weder bei den Tätern noch bei den Zeugen. Okay, was wir grundprinzipiell erstmal sagen können als allgemeine Antwort, dass wir Ihnen keine Auskunft geben würden, ähm, über Fallakten oder sonst was. Das heißt, sollten Ermittlungen da sein, können wir Ihnen nicht mal eine Auskunft geben, da wir Leute damit gefährden oder nicht. Das ist Ihnen ja, glaube ich, klar. Das ist ja auch so im Pressegesetz verschrieben, dass wir, beziehungsweise wir dürfen auch nicht so viel Informationen rausgeben, da wir vorsichtig sein müssen wegen Informationen, da wir damit Ermittlungen gefährden können. Und auch in diesem Fall sollten wir, also ich kann Ihnen das selber jetzt nicht sagen, ob was gerade ist, das müsste Herr Davis dann auch rausfinden. Aber im Zweifel können wir Ihnen das auch gerade nicht sagen, weil wir vielleicht damit Ermittlungen gefährden. Sie sagen selber, Zeugen werden erpresst. Sie stellen sich mal vor, Sie schreiben rein, ja, Ermittlungen finden statt und dann wissen die das auch nochmal und dann werden die Zeugen noch mehr erpresst. Das ist glaube ich auch nicht so schön. Ich passe natürlich auf, wie ich schreibe und ich werde nicht auf diesen speziellen Fall anarbeiten, deswegen geht es mir eher um den allgemeinen Fall, wie mit Zeugenaussagen umgegangen wird und was Zeugen sozusagen machen müssen, damit ihr Leben nicht gefährdet wird durch eine Zeugenaussage, die vielleicht spontan getätigt wird. Wir wollen ja nicht, wenn das die Runde macht, dass Menschen, die überfallen werden, sich zweimal überlegen, sie anzurufen, weil man Angst haben muss, dass die eigene Aussage dazu führt, dass man erneut bedroht wird. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist im Moment der Grundtenor. Verstehe ich, verstehe ich Ihre Besorgnis, ja. Aber das sind, sage ich mal, Sachen, die Staatsanwaltschaft und auch gesetzlich gegeben sind, natürlich. Ja, sie sind natürlich nicht der Einzige, mit dem ich sprechen werde. Dadurch, dass ich jetzt die Information von ihnen bekommen habe, dass da hauptsächlich die Staatsanwaltschaft zuständig ist, werde ich natürlich auch mit denen sprechen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant zu wissen, inwiefern da eventuell grundsätzlich nur allgemein, nicht in Bezug auf diesen einzelnen Fall, gehandelt wird. Natürlich, ja, werde ich nochmal eine Erfahrung bringen, wie es da mit Akteneinsicht aussieht. Das wäre super. Ja, ich habe gar keinen Bock. Das ist sicherlich auch für sie, glaube ich, im Sinne, dass da ein bisschen aufgeklärt wird. Nee, ist nicht in meinem Sinne, aber egal. Okay, kann ich Ihnen sonst noch eine Frage beantworten? Mir gerade nicht. Gut, dann raus aus meinem Büro. Ich habe tatsächlich eine Frage, beziehungsweise, Daniel, eigentlich wollte Winston mit dir sprechen, der ist aber aktuell in Texas. Und zwar geht es um den Fall, ich weiß nicht, ob du darüber, also ich denke, du weißt darüber Bescheid, aber es geht um den Fall, wo das Auto von weiter weiß geklaut worden ist. Da seid ihr ja beim ACLS einmarschiert und so wie wir gehört haben, ist ja der Besitzer direkt, ja, unter Generalverdacht gestellt worden. Dass er was damit zu tun hat, ist wohl irgendwie auch in Präventiv genommen worden oder festgenommen worden für, ich weiß nicht, eine Zeit X. Und er hat uns das halt so geschildert, ja, dass er halt mit Waffen bedroht worden ist und ich meine, ganz ehrlich, wenn mir jemand eine Waffe ins Gesicht hält, würde ich dem auch sämtliche Schlüssel rausgeben. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, warum so jemand festgenommen wird und halt direkt unter Verdacht gestellt wird. Ich meine, derjenige wurde bedroht und im Umkehrschluss sagt man so, ja, der muss unbedingt was damit zu tun gehabt haben und Herr Weiß kündigt die ganzen Verträge mit dem ACLS und er hat das ja auch kundgetan, ne, auf Venture, was er ja gerne mal macht. Also, sehr, sehr schwierig und also, ich versuche oder wir versuchen das halt zu verstehen in der Redaktion, warum so jemand direkt unter Generalverdacht gestellt wird, wenn er offensichtlich sagt, dass er bedroht worden ist. Kann ich auch zu dem konkreten Fall nicht sagen, weil ich da nicht dabei war und nicht im Bilde bin. Ich weiß allgemein um den Diebstahl von dem Fahrzeugbescheid, aber nicht bei diesem konkreten Vorfall bei ACLS. Dort war ich selber nicht dabei und habe auch keine Kenntnisse darüber. Das heißt, das wäre auch was, was ich aus einer Erfahrung bringen müsste. Ja, aber ich glaube, wenn ich den Commissioner frage, der springt mir wahrscheinlich direkt ins Gesicht. Ich meine, das ist sein Auto und, ne, verständlich, dass er wütend darüber war, aber, ja, schwierig, ne, das ist dann halt wieder so ein Punkt, wo die Leute dann wahrscheinlich so sagen, ja, geil, ich werde bedroht und, keine Ahnung, ihr kommt und wollt eine Aussage und dann wird man direkt festgenommen. Also, also, so, aktuell, ich meine, ihr habt sowieso einen schlechten Stand da draußen, das ist, ne, das brauche ich euch nicht sagen. Und dann kommen halt solche Fälle und das macht es halt aktuell irgendwie nicht besser, also, und wir sind ja auch nicht da, um euch dann noch mehr an den, ne, ne, auf gar keinen Fall, sozusagen an den Karren zu pissen, also, ne, gar nicht. Wir versuchen ja auch beides zu beleuchten, aber das ist aktuell irgendwie immer schwierig. Ne, muss ich auch in Erfahrung ausbringen, kann ich leider dazu aktuell nichts sagen. Ja, das wäre mal, das wäre mal gut, weil ich weiß, dass der Artikel halt eigentlich schon fertig ist und, äh, ja, wie gesagt, wir sind heute halt mit dir direkt persönlich da. Raus, aus, beim Büro. Ja, um, hast du den Abend über häufiger mal die Sauf bestreifung kommen. Dann halte ich den Artikel halt noch zurück. Leitstelle, ne. Dann muss der ACS sich halt ein bisschen gedulden, ist das halt so. Aber ich will halt auch nichts raushauen, ohne von euch ein Statement da drin zu haben, weil das ist dann diese einseitige Beleuchtung und das ist, das ist halt nicht unsere Arbeit und das ist nicht in unserem Ermessen und auch nicht in eurem. Bin ich potenziell beides mal abhängig komplett vom Commissioner, so wie das Ding, also in beiden, ähm, Presse-Statements, die hier zu ausstehen noch. Ja. Ja, ja. Ja gut, dann warten wir darauf einfach noch. Ja. Und dann gucken wir einfach mal. Okay. Perfekt. Wir hatten gesagt, äh, sie sind im Stress. Bisschen im Stress, ja. Ja, 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 wir wollen euch nicht aufhalten, um Gottes Willen. Alles gut. Dann würden wir sie wieder nach draußen bringen. Ja. Und da geht schon los. Ja, hallo. Mensch, was habe ich gesagt? Du sollst nicht im Dienst sein. Müssen ich zuschließen? Ja. Ja, genau deswegen. Ach ja. Sorry. Was ist denn jetzt? Äh, nee, was hast du denn? Was ist denn los? Oh nein. Jetzt muss FC los. Ich bin gerade beschäftigt. Warum? Check. Ja, warum? Was ist denn los? Was brauchst du? Jetzt will Puzzle irgendwas. Ich bin frei. Aktiv. Achso, nee, nee, das nicht. Das geht gerade nicht. Hm, gerade nicht, nee. 415 1026 südlich. Ich muss wieder aufhängen, begrüßt im Gespräch. Tschüss. Ein Taxi. Scheinbar ein Insasse. Alles gut, wenn was anderes wichtig ist, dann ist das wichtiger. Nein, nein, ich war so gefreut, ob er steufe mit mir fährt. Nö, der kann gleich der andere Teil der Übung sein. Okay, hast du einen Funkcheck gemacht? Nein, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich nur im System angemeldet, aber ich müsste in keinem Reiter sein. Ähm, ja, kannst du, also quasi in keinem Reiter. Gut, ich streike mich auch einmal aus dem Reiter aus und dann, ja, machen wir das, was wir wollten. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Passt auf euch auf. Eben so. Wenn mich jetzt keiner nö, ich bin immer noch in der linken Tabelle, als im Dienst eingetragen. Nur aus Sicherheit, erst mal. Ja, ich schmeiß mich auch einmal raus. Genau, nee, ähm, komm mal mit. Wenn ich geschrieben habe, ist das zivil, da dachte ich mir, okay, mach mal keinen Funkcheck, aber hier standen welche, deswegen habe ich mich kurz umgezogen. Alles gut, ja. Einfach um es offiziell zu machen. Mal kurz hier Besprechung. Okay. Genau, also folgendes, ich habe als Übung geplant, dass, äh, ich jetzt, ich habe ja auch gesagt an den Kollegen, ich bin jetzt außer Dienst, dass ich quasi außer Dienst entführt werde, hier direkt von hinter dem, der Perot PD. Wir werden uns dann, ähm, zivil mit, ich werde in meinem eigenen Auto quasi entführt, hier sind einfach bewaffnet Leute vorgelaufen und ich werde in meinem eigenen Auto entführt Richtung Ölfelder, wir verstecken uns auf den Ölfeldern, das Auto auch ein bisschen und schauen mal, ob die Officer gut genug auch die Entführungshotspots abfahren und nicht nur einfach dran vorbeibrettern, ohne richtig zu schauen. Okay. Das wäre der Plan. Also du meinst, du würdest eigentlich gucken, ob sie, äh, wie sie die Ölfelder beobachten? Wie sie halt einfach draufschauen, genau, weil da kann man sich relativ gut verstecken. Eigentlich wollte ich zum Observatorium, aber beim Observatorium ist gefühlt alle 10 Minuten eine Streife dauerhaft, deswegen ist es aktuell schwierig, Observatorium zu nutzen. Ja, Ölfelder sind halt großläufig, da muss man explizit danach gucken. Genau, ja, und da gibt es auch was, wo man ein bisschen das unterstellen kann und es ist halt kein Privatgelände, das heißt, das können wir da relativ gut machen. Oder hast du einen Gegenvorschlag für eine Übung? Nee, aber ich würde eigentlich den Supervisern gerne Bescheid sagen bei sowas, weißt du? Weil wir haben immer gesagt, Superviser sollten Bescheid wissen, damit man guckt, wie der Streifendienst dann läuft, ohne die. Okay, ähm, ja, ähm, McKinney hat sowieso einen Supervisor-Training mit dabei, das heißt, der kann dann gerne, sag ich mal, das als Einsatzleitung übernehmen. Also nicht McKinney übernimmt, sondern Sterling als Sergeant-Training, genau. Also, dann kann ich hier bei uns bescheid sein, dass sich die Supervisor zurückhalten sollen. Mhm, genau. Also kannst du das auch gerne feststellen, wenn ihr eine Gruppe habt, kannst du das auch in die Gruppe packen. Also, dass ihr eure Supervisor-Akten zeitgerecht bearbeitet. 4, 3, 1, vielleicht eine Stelle kommen. Wir haben teilweise noch auf einer Super-Akten, die Monate alt sind, die eigentlich so geklärt sein könnten, vielleicht schon, sind. Bei Ihnen alles soweit okay, kommen. Alles in Ordnung, sind gerade auf dem Weg, wieder aktiv zu Ihnen kommen. Findet gleich, wer ist denn alles da, weißt du, wer alles da ist? Das ist ja ein Computer, geht da? Da geht's nicht mehr. Nee, 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 das ist falscher Computer. Warum haben wir hier so einen Forensik-Computer? Ich bin in meinem Büro. Checkt das nicht. Auch nicht. Kann man kurz gucken, wer da ist, weil wenn es jetzt noch 2, 3 sind, wer weiß, wer... Also, McKinney ist auf alle Fälle da, der hat ja die Supervisor-Ausbildung. Wanns ist da? Wer hat McKinney als Dings? Deeks, wa? Deeks und Sterling beide sogar. Ja, das ist sogar sehr gut. McKinney bitte auch Bescheid geben, Overwatch ist gestrichen. Die sollen das ohne Overwatch machen, weil Deeks würde als allererstes Overwatch schreien. Der ist gestrichen. Sagst du denn, kostet Kehler Bescheid, weil kostet Kehler, springt sonst der im Overwatch. Dann rufe ich kurz McKinney an. Gebt gleich Bescheid, ja. Gebt mir schon mal Bescheid, ja. Bitte keinen Overwatch einsetzen. Weil die sollen mit dem arbeiten, was sie haben. 4, 1, 6, aktiv. Check. Sterling geht gleich außer Dings, aber Dings macht das dann. Okay. Genau, dann können wir uns einmal schon mal umziehen. Und ja, da kommt schon wieder irgendjemand. Ja, wir ziehen uns jetzt aber um. Also die Übungseinleitung wird gleich so sein, wenn wir uns versteckt haben, wirst du bei der Leitstelle dann anrufen. Du weißt ja das Ganze in... Ich sag dir dann, in welcher Art und Weise melden. Du behältst Dienstwaffe, Funkgerät und Taser. Wir gehen da nicht unbewaffnet hin. Oder Kollegen rauslassen. Ja, Schlagschlag aber wieder weg, oder? Der ist immer ein bisschen schwierig, ohne... Also verdeckt zu tragen, deswegen den bitte wegfalten am besten. 4, 1, 6, du mit. 4, 1, 6, über 14 Meter. Ja. Und die schusssichere Weste bitte auch mitnehmen, sollte es hart auf hart kommen. Ah, okay. Ja. Meister, falls nachher doch irgendwie, ja, die Scheiße losgeht, dass wir da was dabei haben. 4M-Tivirus-Fahrt, ja, wie die... Check. Bist du ready? Ja, warte, ich schreib kurz noch, ich soll diese dann leiten. Achso, ich muss noch ganz kurz meine Pistole mal ein bisschen unter dem Pullover machen und den Taser. Hätte Vorteile. Hast du deine Marke dabei? Hast du deine Marke dabei? Das wäre wichtig. Ja, die habe ich auch. Falls wir von irgendwem angehalten werden oder irgendwas, dass wir sagen können, wo die Waffe herkommt. So, Davis und ich starten gleich eine Übung, die sie dann leiten. Check. 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 Die Koordination der Streifen und deren Aufteilung. Schaut explizit auf die Aufteilung, schaut explizit auf den Streifen und deren Aufteilung. Soll ich noch hinterschreiben, äh, ähm, machen wir eine Entführung? Ja, schau das hin, dass die wissen, dass es nicht irgendwas Falsches verwechselt wird, ja. 416 mit einer Überführungsfahrt nach Lamesa über Delperro PD. Check. Okay. Übung, Davis wurde entführt. Genau. Okay. 415 aktiv. Okay, also wir fahren jetzt Richtung Ölfelde, verstecken uns dort und dann, äh, ja, geht's weiter. Weil ich will nicht, dass uns jemand während der Anfahrt dort schon abcatcht, deswegen müssen wir es so machen. Ja. Weil dafür sind wir noch aktuell zu viele Streifen im Dienst. Gibt's einen genauen Standort? Den kannst du nachher gerne in die Gruppe senden, ich muss entscheiden, wenn ich vor Ort bin. Ja, die Kaufdaufe 5.5. Check. 418 überführt zum Davis PD. Check. 513 überführungsfahrt in die Department. Check. Genau, also als Übungseinleitung, du wirst, äh, am besten, bei uns ist es im Dienst, oder? 416, 20 der Päropädie. Okay, dann wirst du, dann soll er die Übung quasi einleiten. Du hast ihn angerufen, dass du von mir, okay, also, das wird ein bisschen kompliziert, weil wir das, äh, das hindichten müssen. Also quasi, ich stelle mir das Szenario so vor, du bist ja auch gerade am Delperro PD gewesen, aber außer Dienst und hast, ähm, nee, das ergibt keinen Sinn. So, Entschuldigung. Genau, also quasi du, ich habe mit dir telefoniert, während ich außer Dienst gegangen bin. Ja. Und während diesem Telefonat habe ich dir halt berichtet, oh, da kommen Leute, oh, da kommen, ja, ich bin in meinem Privatauto, da kommen Leute auf mich zu, oh, Waffen, und ich, der Anruf bricht ab. Und diese Info gibst du quasi an Barnes weiter, weil du gerade nicht im Dienst bist und Barnes gibt es dann einen Funk weiter. Weißt du, dass, äh, Davis in seinem Privatauto entführt wurde. Weißt du, nur so kriegen wir das irgendwie in den Streifendienst rein, sonst wird, äh, das schwierig, das anders zu erklären. Weil alles andere, wenn du anrufst, irgendwo gibt es einen Dispatch, deswegen, Barnes muss das über Funk geben, dass wir keinen Dispatch auslösen. Ja, ich weiß. Aber erst sobald wir dann auf den Ölfeld dann auch wirklich sind, dass wir sauber versteckt sind, bis das Ganze losgeht. Oder wir machen das einfach so, ich rufe Barnes an und Barnes sagt einfach gleich mal, Funk hatte gerade ein Telefon an mit Davis, dieser hat gesagt, er wird gerade mit Waffen bedroht. Ja, das geht natürlich auch, ja. Das ist der, glaube ich, sinnvolle Einstieg. Den Zwischenschritt, ja, ja, den Zwischenschritt weglassen. Barnes hat geschrieben, Check. Ich habe gerade nochmal reingeschrieben, wir werden uns gleich noch verstecken und schauen, ob alles richtig geprüft wird. Unser Versteck schicke ich dann über den Standort. Genau. 4-1-5, aktiv. Check. Hat er noch nie so eine Übung, deswegen, also, die fehlt ja eigentlich in meiner Starschütze. Ach, der braucht schon Übungen. Sonst kann ich es ja mal mit 10.90 Uhr, aber... Ja, das ist, ich will nicht immer so Standard machen. Ich habe jetzt relativ viele schon durch und das war so eine Übung, wo ich so explizit noch nicht gemacht hatte und auch immer mit schön zeitlichem Abstand, weil ich mag das nicht so, dass man so denkt, so, ah, jetzt ist wieder eine Woche rum, jetzt gibt es wieder Übungen oder irgendwas. Das hat, ich glaube, bestimmt zwei Wochenenden oder so nicht, keine Übungen gemacht. Das heißt, das sind ein bisschen alle, wie dass sie nicht damit rechnen. Und Streifendienst gibt es her. Das ist gerade genügend los. An Streifen. Ja, und wenn du sagst, es passt eh, dass es gerade nicht so viel ist, da kann man ja gucken. Also, bis jetzt war tatsächlich noch gar nichts. Ganz und gar kein... Also, das Einzige, was wir hatten, war ein Diebstahl, der sich, glaube ich, auch nur als Missverständnis entpuppt hatte. Also, es waren quasi drei Leute in einem Taxi, die sind ausgestiegen im ATM. Das Taxi ist weitergefahren und die hatten ihre Koffer im Kofferraum noch drin. Das ist so, yo, das ist kein Diebstahl, das ist halt blöd gelaufen. Aber die haben dann die Taxi sogar angerufen, Taxi kam zurück und die haben ihre Koffer wieder bekommen und ich bin blöd gefahren, wie sonst noch was, weil ich könnte hier nicht draufkommen. Ja, das wäre der Plan gewesen, dass man das verstecken kann. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich von hier aus drauf fahren, aber ich habe den blödesten Weg genommen, um auf die Ölfelder draufzufahren. Nämlich hier, wo es keine Auffahrt gibt. Damit kann man sich ja in der Nähe, also ich würde nicht direkt mich beim Auto verstecken, sondern wenn sie sehen, oh, das Auto ist da. Die sollen das Auto sehen und dann sollen sie absuchen, genauer, genau. Deswegen, also Bahn soll auch nochmal explizit durchgeben, welches Auto von mir ist. Ich meine, das ist eh gefühlt allbekanntes Auto. Das grüne mit den weißen Streifen. Genau das. Und jeder weiß, was es ist. Brauch einfach mit diesem Auto niemals ein Verbrechen begehen. Jeder denkt sofort, das war Davis. Ist so. Achso, ich ruf mal gleich besser an, bevor die jetzt auch reinstürmt. Vielleicht noch eine Idee. Ich weiß, dass die auch so operativ stärker werden möchte. Hallo für dich, Davis und ich starten gleich eine Übung. Die soll die mehr oder weniger leiten als Einsatzleitung. Es geht darum, dass Davis gleich mehr oder weniger entführt wird, mit Doom-Kentnis statt darüber hast. Es geht dann darum, zu gucken, wie die Koalition ist, bevor du jetzt da auch ein Crash, die anderen Supervisor wissen schon Bescheid. Damit weißt du dann auch Bescheid. Wir wollen so ein bisschen Sargent-Trainik büfen und gucken, wie der Streifendienst sich damit dann organisiert. 5,13, 20, die die Partie macht eine Ausleitung und der Rest hält sich eher mehr oder weniger zurück. Super. Dann weißt du Bescheid. Tschüss. Was fährst du hier? Ich hätte gesagt, wo ich dir links gesetzt habe, hier auf dem GPS, da gibt es eine Halle, da kannst du ihn runterstellen. Dann fällt der im ersten Moment nicht auf, wenn man von außen irgendwo langfährt. Oh, und ich habe tatsächlich sogar einen guten Punkt, wo wir uns persönlich verstecken können, aber ich glaube, der ist zu gemein. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe an dem Punkt sogar schon mal jemanden gefunden. Verletzt. Deswegen möglich wäre es. Und wir haben ihn damals nur mit Fahrzeugen gefunden, ohne Overwatch. Also könnte mir überlegen. Es ist zwischen zwei Containern, tatsächlich. Es ist übelst gemein, die Stelle. Guck mal, du hast vor uns Hallen und dann gibt es der 17-Tab, der gibt es für dir und löst sich auf. Da musst du auch wirklich reingucken. Check. Ja. So, welche nehmen wir denn da davon, wo man schön... Oh, die ist glaube ich sogar am besten. Und dann stellst du dein Auto einfach hier so an die Ecke ran. Ja. Ich gebe denen ein bisschen eine Chance, ich lasse den hinteren ein bisschen rausgucken. Aber es ist schon fair bleiben, sonst wird es echt schwierig. Marsch? Ja, machen wir kurz den Marsch. Kurz schauen, wo das war. Ich glaube, das war sogar wirklich hier direkt um die Ecke. Du bist doch richtig hell heute. Ha. Gottes Willen, habe ich mich erschrocken über dieses Don. Ja, die Ölfelder sind echt gruselig. Ne, ich glaube, das war nicht hier, wo wir hinrennen. Aber ist egal. Gibt hier viele Möglichkeiten, wo man sich gut verstecken kann. Oder? Ich würde nicht so nur an der Straße machen. Ne, hier ist es nicht. Es ist zumindest nicht da, wo ich suchen, wo ich hin wollte. Aber lass vielleicht einfach das Gebiet hier vor uns nehmen. Das tut es auch. Da gibt es auch genügend Möglichkeiten. Ich kriege jetzt irgendeinen Container. Was mit dem Roten hier? Ne, der ist so... Na, schade. Ich renne mal hier außen. Ja. Ja, hier rechts hoch, oder? Ja, wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Ah, wobei, warte, hier unten... Hier war das, wo wir, glaube... Wo ich, glaube, damals den Entführen-Spot hatte. Was genau hier? Da ist gleich rechts daneben zwei rote Container stehen. War das genau hier? Nö, stehen es nicht. Obwohl hier auch AC ist. Dann nehmen wir einfach hier... Hier vielleicht geradeaus in die Ecke? Hier so? Ich meine, es ist... Es muss schon auch... Es muss schon lösbar sein, natürlich noch. Ich renne mal kurz kurz rum. Ich will mal gucken. Ich weiß auch noch den Ort. Ich müsste auf die Karte einmal schauen, dann würde ich ihn wieder exakt finden. Ich kann mir nicht diesen Kringel merken. Hier ist er. Der ist eine Etage über uns. Hier wäre eigentlich exakt. Hallo, hier bin ich. Ja. Besser einen Ort gefunden? Nee, also hier rum nicht. Das ist nur noch ein reines Gebäude. Ja, dann machen wir das hier einmal. Dann ist es ein bisschen... Es ist zumindest möglich, uns zu sehen. Hoffentlich nicht so schnell. Ja, dann... Ja, löst mal aus. Oh, fast falsch anrufen. Hallo, du bist jetzt... Das Opfer. Mehr oder weniger. Nee, das Opfer nicht. Also du bist ja der der gleichen Funkspruch aufgibt. Ich erkläre dir ganz kurz. Wir haben uns gerade versteckt. Standort schicke ich jetzt in die Gruppe ein. Warte. So, Standort sind. Da sind wir versteckt. Genau. Jetzt, pass auf, du hast gerade mit Davis telefoniert. Davis war in seinem grünen Auto unterwegs mit dem weißen Streifen. Und jetzt musst du dich gleich in den Funkreifen überbrechen und sagen, ja, ich hatte gerade den Herrn Davis am Telefon. Der war mit seinem grünen Auto, bla bla bla, unterwegs. Grünes Auto mit weißen Streifen. Und er muss auflegen, Waffen. Wir gehen von der Führung aus. Leitstelle Ende. Super, viel Spaß. Tschüss. Bin gespannt. 431 1020 MAPD und löst sich auf. Check. So. Hast du Karten dabei? Nee. Du? Nee. Cool. 487 meldet sich ab. Gehen die jetzt alle hier? Ja, jetzt, wo wir sie brauchen. 403 für Leitstelle kommen. Ist gemütlich. Ja. Irgendwann muss man ja machen. LZ kommen. Break, break, break. Ich hatte gerade den Chief Davis am Telefon. Er ist gerade mit seinem Fahrzeug unterwegs. Das grüne mit dem Streifen drauf. Er musste auflegen. Er hatte Waffen genannt. Wir haben auch die 1099. Check. Alle verfügbaren Streifen. Einmal mit Sargent-Bahn zu Verbindung setzen. Bezüglich der Ordnung des Fahrzeuges. So, 47 für 290 kommen. Ja. Sie haben die Einladungsleitung kommen. Check. Die anderen wissen auch Bescheid. Ende. Ja, ich habe gesagt, Bahn soll nochmal potenziell Entführungen hinzufügen. Negativ. Es gibt keinen Standort. Wir haben gesprochen. Er musste auflegen. Nur noch Waffen genannt. Das ist quasi 1099 äußerst. Komm. Er ist nicht im Dienst. Er ist außerhalb vom Dienst. Oh mein Gott, die armen Detektives. Wer hätten die noch informieren sollen vielleicht? Willst du vielleicht noch kurz den Detektives Bescheid geben, dass sie sich zurückhalten? Gib mal kurz, Quima Bescheid noch. Weil die haben wichtigere Dinge als an Übungen teilzunehmen. Vielleicht mal den Weg zwischen der Papal Department von der Klausel und der David. Kannst du mal gucken, ob Detektives im Dienst sind und wenn ja, kannst du denen sagen, dass das nur eine Übung ist? Danke, weil ich bin leider nicht mehr im Computer. Ich weiß nicht, welcher Detektive da ist. Keinste Teilen für 300 Euro. Ja, danke dir. Tschüss. Ja? Ja, aber es würden Sie von der Idee halten, dass Sie einmal die Däge von Hause von Herrn David und der Hero-Departement absuchen, ob er da irgendwo... Weiß Kostgeidler, dass das eine Übung ist? Ich habe es in die Chief-of-Departement-Gruppe geschrieben. Also eigentlich soll er es wissen. Nicht, dass wir die Sektoren einmal absuchen. Nicht, dass wir die irgendwie währenddessen sehen können. Gesucht wird für Österreich wahrscheinlich ein Zugoy mit weißen Streifen und grünem Pearl-Effekt. Dein Auto kennt jeder. Ja, jeder. Ja, 415 übernimmt die Nahbereitsfahrung am Pier, weil wir gerade vor Ort sind. Check, 415... Weil die 415 sagt, würde mal nach Herrn David nach Hause fahren. Check, 415... Ja, 416 bereits. Äh, zauber Herr David, bei erst mal keine Postbekommen. Quima lässt aber auch nicht locker. Der klingelt die ganze Zeit schon durch. Jetzt lässt er locker. Also, Persail, äh, äh, habe ich angerufen. Die gibt jetzt Quima Bescheid. Okay. Aber der hat auch gerade, glaube ich, der ist gerade komplett ausgerastet. Den habe ich voll vergessen. Tut mir leid. Ja, ich auch. Ich habe halt die Chief-of-Departement-Gruppe. Also, wenn DuPort da war, der hat's theoretisch... Der weiß theoretisch, dass das eine Übung ist. Ja, gut, äh, Supervisor ist auch Bescheid, aber die Detektives sind ja nicht in der Supervisor-Gruppe, oder ne? Ja. Schaut mir den Weg zwischen Zuhause und P.D. an. Das geht aber in dem Teil schon. Ja. Wer sagt, Fehlzündung, alles dran ist. Die machen erst mal noch Fehlzündung. Schön. Ja, was man machen kann ist, RDP. Ja, 415 meldet. Der Pia soweit. Keine Sichtung. Frage in den Funk. Ist bekannt, wann Herr Davis zuletzt... Also, wer hat denn zuletzt geredet? Wann ist der Feierabend gegangen? Herr Davis ist vor ca. 30 Uhr in den Feierabend gegangen. Ich habe eben, als ich das durchgefunkt habe, mit ihm telefoniert. Also, weitere Antworten, als ich den anderen habe, habe ich aber nicht. Komm. Ja, check. 279, ne? Okay. Information der Einsatzleitung. Wir haben hier vier Streifen. Zuerst mit den Sektoren abfahren. 415, die fahren Sektor D an. 403, sie fährt Sektor A an. 416 fährt Sektor B an. Und die 430S fährt Sektor C an. 418, sie sind so eine Art Springerstreife. Versuchen Sie erstmal die ganze Stadt durchzufahren. Auf jeden Tag zum Mittag, aktuell 10.30, wenn hier alles dran wird. Also, 430S ist zumindest schon mal die Streife, wo unseren Sektor bestreift. Potenziell. Ah, mal gucken. Mhm. Ja, wir haben direkt eine Strecke zwischen Zuhause und Piti, sobald keiner auch vor den Karten. Check. Aber das ist echt ein cleverer Punkt von Coskela. Dieses Absuchen von dem Nachhauseweg. Ja. Ein Startung für 449. Mhm. Ja, hab ich ihm nur noch gesagt, soll er auf alle Fälle den Funk mitgeben, dass er die Sektoren suchen und so weiter. Ich hab grad Schotzen bestanden. Ja. Leitstelle mit einer Information in den Funk, es wurde gerade ein aktiver Überfall auf die Ford-San-Kudo-Tankstelle gemeldet. Falls ich eine Streife lösen kann, einmal anfahren. Das ist nicht die Ford-San-Kudo-Tankstelle, aber okay, Leitstelle. Welche ist denn das? Wood 68, Binko. Ja, top, das ist ein bisschen weiter weg, du. Ja. 4-1-8 fahren Sie einmal den Raumfahrt an, um die Hotline-Gebieter-San-Kudo-Tankstelle zu koordinieren. Jackson, in dem Moment auch wieder aktiv, sind es 10.40. 279 übernehmen Sie einmal Geisel-Hotline. Ja, check. Gut, dass das Fowli macht. Ja. Ja, da wird eh niemand anrufen bei der Geisel-Hotline. Außerdem haben sie ohne Verhandlungen. Hattest du aber vor der Ruf wirklich einen an? Das wäre jetzt unangenehm, ja. Boah, ich hatte aber gerade so null Bock auf dieses Presse-Interview. Ich hätte ja am liebsten rausgeschmissen aus dem Hohenbogen wieder. Weil ich weiß, dass das scheiße ist. Ich weiß, dass das absolut scheiße ist, dass die Zeugendamen rausgegeben werden. Aber das ist halt nun mal Fakt, das ist halt nun mal Gesetz, da kann ich nichts dran ändern. Und das Problem ist, ab dem Moment, wo die das publizieren, wird niemand mehr mit uns reden. Niemand mehr. Weil die werden das so schreiben wie, ihr redet mit dem PD, ihr seid tot. Das ist die Message, die die in den Zeitungsartikel schreiben werden. Ja. Und ab dem Moment, es hat unsere komplette Sache, ich musste mit dem Commissioner reden, wie wir das irgendwie gerade biegen können. Ich weiß nicht, wie ich da ein Statement abgeben soll da dazu. Wenn sie das nicht schon vorher schreibt und einfach absündet. Ja. Bei der Information von der Einsatzleitung, falls wir einen Overwatch benötigen oder sowas, ist dieses leider aktuell nicht möglich, da es Kameraprobleme gibt. Ich hab McKinney gesagt, Overwatch macht man nicht. Ja, die Info ging aber auch an die Chief of Departments raus. Kein Overwatch, die wurde gestrichen, der Overwatch. Sonst, ich will es dir nicht zu einfach machen. Die sollen mit Streifenwägen suchen. Ja, das ist gut, aber Cosme hat eigentlich gefunkt, dass nichts bei ihm bei dir war. Richtig, ja. Aber okay, ich finde den Gedanken erstmal noch nicht schlecht, okay? Mhm. Ja, vergessen Sie den Ausfall, es war schon eine Streife bei ihm. Okay, ja. Check. Ja, ich weiß, das ist immer stressig, wenn du so reingeworfen wirst. Absolut, ja. Das kommt halt auch immer aus dem Nichts, sind wir mal ehrlich. Jeder von solchen Scheiß-Eintestungen kommt absolut aus dem Nichts. Es war, seit du weg warst, es ist nichts gewesen im Streifendienst. Nichts. Deswegen passt das eigentlich perfekt, dass es jetzt einfach so aus dem Nichts einfach C-99, äh, ja, Officer entführt. Ich bin nicht ganz, wir hatten eine Verkehrskontrolle mit meinem Roller, aber ich bin nicht gefahren, sondern eine andere Person und ich hatte einen abgelaufenen Verbandskasten drauf. Gut, das wurde nicht, das habe ich nicht mitbekommen, das, äh. Doch, äh, Fatschio. Stimmt, das wurde ein Fatschio kontrolliert. Ja, mein roter Fatschio. Ja, ja, schön. Also bis jetzt ist noch keiner in den Ölfiltern. Ne, ich bin auch auf Live-Tracking, der fängt in der Richtung von den Dingern unten an, von den Silos anfängt, die 430S mit dem Suchen. Auf jeden Fall hatte ich keinen gültigen Verbandskasten auf dem Fatschio drauf. Schön, aber du bist ja nicht gefahren, das ist halt nicht dein Problem. Ja, aber die hatte auch noch nie, ne, die also wirklich die Dame, die damit gefahren ist, hat sie noch nie, äh, eine Polizeikontrolle, irgendwas oder sonst irgendwas. Aber jetzt hat sie eine Verwarnung bekommen. Schön, schön, mag ich. Mir ist ein bisschen leid, bin ich ehrlich. Doch, ich finde, ich finde das witzig, ehrlicherweise gerade. Ich weiß nicht, wenn ich über die Stoffschule fahre. Ja, diex versucht mich anzurufen. Leidstelle für 418, komm. 14, komm. 418 ist 15,20 am Store, Route 68, beim Stellenalarm. Wir sehen aktuell keinen, wir haben keine 10-10, oder? Komm. Aktuell leider negativ, komm. Ja, ist das Gute, dass wir halt 10-10 haben wahrscheinlich gegeben haben, dass die auch nicht... Wir gehen kurz in die Nahbereichsfahndung, komm. Ja. Check, wann stiller Lagen kann natürlich auch sein, dass die schon wechselnd kommen. Na, check, so gut. Ja, Percel und Warns, mal zusammen. Was halt sehr praktisch ist. Observatorium, fußläufig, A6. Gefällt mir, fußläufig, Observatorium, sehr gut. Wird normalerweise selten gemacht. Ja. Ja, wenn man so ein großes Gebiet hat. Mhm. 418 hat Sektor, Sektor B, komm. Ja, check, dann, wenn du 4154 und 6. Ja, hört sich, kommen Sie? Ja, ich war gehandelt, ich habe an Sektor. Wir haben Sektor D, sind auf dem Weg, Richtung Ölfeld, da der Recruit hat sich etwas verfahren, komm. Und hat da einen Funkausfall. Etwas verfahren, schön. Das ist gut, dass Foley weiß auch, wo wir sind. Mhm. 526 Funk, check. Check. 526 weiß Bescheid. Denken Sie auch hierbei, ein wenig out of the box zu denken. Fahren Sie die Detektoren an, schauen Sie sich aber auch mal andere Orte an, strengen Sie jedenfalls mal aus. Und schauen Sie, wo Sie denken würden, wo er eventuell einfach so hin entführen könnte. Und denken Sie von Herrn hinaus. Ja, aber so Zurückhaltung von den, äh, von Commander klappt gut. Hm? Ja gut, aber es ist auch eine gute Übung für alle, damit sie merken, dass... Absolut, ja. 526 für Einsatzleitung, komm. Paar, wird gleich ran. Ja. 526 für die Einsatzleitung, komm. 526 hört, sie kommen. Äh, aktuell eine 1099, Davis wird vermisst. Chief Davis, ist es möglich, dass Sie eine Streife besetzen und im Norden mit absuchen. Sie dürfen ja laut, äh, lang fahren, komm. Kann ich machen, komm. Was jetzt? Suchen Sie mit in den nördlichen Sektoren ab. Ich gebe Ihnen gleich im Streifendokument ebenfalls noch einen Sektor. Trennung für alle Streifen und Information von der Einsatzleitung. Ihre Sektoren sind jetzt auch schriftlich in den Streifen drin. Die Einsatzleitung. Das ist ja lustig. Die dürfen ja vom Rücken auch fahren. Ja. Also, Stellüberfall ist kurz hier und beendet. Keine Person, also, zu sehen. Aber er macht es gut, wie ich finde, bis jetzt. Bis jetzt, ja, definitiv. Wir sind jetzt wieder verfügbar als Springer. Wo sollen wir hinkommen? Also, du kannst nie alles perfekt machen. Nein, nein, nein. Also, gerade mit im Norden sind, fahren Sie erstmal runter Richtung Weinbutt und den nördlichen oberen Teilen, suchen Sie dort auch mit Abkommen. Jackson, 1440. Was mich tatsächlich auch wundert ist, dass Sie nicht, äh, viel, viel schneller zu den Ölfeldern sind. Ölfelder ist so für mich, wenn ich in den Sektor eingeteilt werde, ist der erste Anfahrtpunkt. Ich habe so viele Entführte an den Ölfeldern gefunden, ich würde immer zuerst zu den Ölfeldern fahren. Ja, aber für mich ist das schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, alle werden in den Ölfeldern entführt. Das kann doch nicht sein, dass jetzt wieder was passiert, deswegen guckt mal lieber nochmal woanders nach. Ja, aber die fahren halt gerade aktuell komplett im Hafen unten noch lange, deswegen das dauert ein bisschen, bis die vorbeikommen. Na gut, ich glaube, Fowli provoziert das auch ein bisschen raus. Ja. Ja, wobei, jetzt kommt die 415 von oben. Ne, die fährt ab. Ich glaube, Fowli provoziert das auch, der weiß ja, der kennt ja genau seinen Standort, deswegen glaube ich, der provoziert so ein bisschen Zeit raus, um zu gucken, was passiert. Soll ich mal versuchen, mit der Geisel-Hotline Chief Davis anzurufen, komm. Äh, so positiv, ich habe ihn auch schon versucht anzurufen, kommt, ne, geht niemand ran, komm. Check, 279 Ende. Jetzt habe ich erst wieder 30 Sekunden Lärmbelästigung am Handy. Natürlich. Natürlich. Ah, Ruhe. 415 20, östlich Strand vom News-Gebäude, fußläufig. Check, eine Information der Leitstelle. Das MD hat sich gerade erneut gemeldet bezüglich der schwerverletzten Person beim East Highway. Diese Person hat sich nun selbstständig beim MD gemeldet und liegt wohl laut eigener Aussage an einem Ponyhof beim East Highway. Ein genauer Dispatch für das MD ist vorhanden. Eine Streife dort einmal anfahren, eventuell mit unserem Fall gemeinsam zusammenhängend, komm. Oh, das tut mir jetzt leid, das ist nicht das gleiche, aber okay. Ich weiß halt ganz genau, wo eigentlich. Also ich greife schnell raus, gucke in den Live-Schicken rein. 517, es ist gerade in Sandyshaws losgefahren und könnte den, äh, die Caterine. Fahren Sie einmal an, fahren Sie einmal an, ich schicke in eine zweite C-S. Die X, Alter. Los, machen, nicht lang reden. 418, fahren Sie ebenfalls einmal den, äh, Ponyhof an und, äh, suchen Sie auch dort mich. Den Ponyhof, das finde ich auch so schön, das Leben ist kein Ponyhof, ab geht's. Das Gute ist, es ist Brand und, und, Bands und Pössl. Aber, aber Dix geht richtig ab gerade. Ja. Der, der macht noch Leitstelle gefühlt parallel. Finde ich aber gut, wie er es macht. Ja, absolut. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Koordination auch mit der, äh, mit der, äh, Leitstelle halten. Mhm. Aber ich finde eigentlich, du kannst es gar nicht besser, also du kannst es gar nicht gerade besser machen. Ja, also er macht das absolut solide. Also wenn jetzt nicht mehr irgendwo reingeschissen wird von ihm, ist das ein sehr, sehr sauberer Eins, dass er sich sehr viel Lob verdient von uns nachher. Ja. Ja, selber, ich wüsste selber. Einsatzleitung für Leitstelle kommt. Hört Sie? Ja, wir haben leider einen weiteren Notruf erhalten von, dem Moto LS Treffen. Dort haben gerade M-Zieler die ganzen Sportmotorräder geklaut und sind nun auf der Flucht. Diese Motorräder sind höchst schnell und nach Spezialanfertigungen. Ich hab das Gefühl, wir müssen die Übung abbrechen. Wir haben eine Treife zum Dispatch in East LS, wenn möglich und, wenn ebenfalls möglich, eine Highspeed-Unit besetzen, da diese Motorräder meist über 130 fahren kommen. Ja, wir müssen abbrechen, vermute ich. Das kannst du vergessen, da müssen wir gleich abbrechen. Das ist zu viel. Ja, Koskeler schreibt schon Abbruch. Ja, die 325 informiert. Übungsabbruch. Kollegen, schließen Sie sich in geklautem Motorräder an und in den anderen Einsätzen. Sehr gute Arbeit bis jetzt. Nachbesprechung folgt. Übungsabbruch. Chief Davis ist sicher. Leitstelle für 418 kommt. Leitstelle kurz senden. Ja, dann nochmal von der E-Alteste, wo wir beendet, schließen Sie sich der Leitstelle an und fahren Sie einmal tief. Ich würde vorschlagen, damit Kinder noch im Dienst sind, dass wir die Highspeed-Unit besetzen. Ja, wenn möglich, packen Sie auch einen Overwatch dazu. Highspeed-Unit ist gegen Motorräder auch nur teilweise effektiv. Ja. Mr. Davis, können Sie einmal Highspeed-Unit besetzen? Wir besitzen... Negativ. Sie haben alle keine Ausbildung in meiner Streife. Frage, wer hat denn da außen zu HSU kommt? Ja, keiner mehr aus der Kindheit, glaube ich, oder? Okay, 302, möglich, dass Sie es besetzen, weil Sie die Leitstelle jetzt genehmigt haben? Ja, check, damit können Sie machen. Aber sind wir ja nicht gelaufen. Zu weit. Leitstelle, wir würden dann die R1 besetzen. So, in Ordnung für Sie? Check, tun Sie dies. Der hat auch geschrieben gehabt, Abbruch gegen Dings. Ja, ja, ja. Das passt halt. Warum auch immer, wenn man eine Übung macht, oder? Immer, immer so. Nur weil du umziehen musstest. Wow. Alles gut, hätten wir früher starten können, hätten wir, wären wir schon durch, aber alles gut. Leitstelle von mir, denn heute Anruf aus dem Flutbecken von diesem Event. Die Motorräder sind alle rot-grün, sind Sportmotorräder und ich habe jetzt noch die bestätigte Information von Veranstaltern, dass die Motorräder zwischen 140 und 160 MPH fahren können. Da kommen wir nie im Leben hinterher, egal welches Auto wir besitzen. Mhm, deswegen habe ich hier den Overwatch direkt reingeworfen. Ja, selbst der Overwatch kommt, glaube ich, nicht mehr mehr hinterher irgendwann. Aber tatsächlich, ich überlege gerade, ob wir zivil bleiben sollten sogar, wegen Fahndung nach den Motorrädern. Mein Telefon klingelt? Ja? Äh, wenn es bestätigt ist, dass die 160 fahren, wäre es denn nicht, also wir sollen ja erst Vigero und dann Cloucat rausholen. Ja, aber, also 160 ist schon halt ordentlich, aber ich habe das... Da brauchst du halt den Vigero gar nicht auspacken. Das Problem ist aber, egal welches Auto du nimmst, du kannst ein Motorrad mit dem Handling in den Kurven mit dem Tempo und der Beschleunigung niemals standhalten. Eigentlich haben wir nur mit dem Overwatch eine Chance. Ja. 40, kommen Sie. Du müsstest eigentlich die Großkarte, wenn die Großkarte nicht schneller. Weil wir finden hier keinen, komm. Ja, so schlägt der 140, aber du brauchst der 160. Soweit mir mitgeteilt wurde, ist das MD auf Anfahrt, ja, komm. Ja, den einzigen Vorschlag, den ich noch entgegenbringen würde, sollen vielleicht Finch und ich erst mal zivil in meinem Fahrzeug unterwegs bleiben, weil wir eine effektivere Chance haben, die Motorräder zu finden, weil die vor uns nicht direkt abhauen. Die wissen nicht, dass wir Polizisten sind. Ja, das könnt ihr machen. Dann bleiben wir nicht erst mal zivil und suchen die ein bisschen. Also ihr habt wahrscheinlich Waffen dabei und so dann... Ja, wir sind voll ausgestattet, also wir können einsatzfähig gehen, ja. Ja, fände ich tatsächlich nicht schlecht. Okay, dann machen wir das so. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Fungst du einmal der Leitstelle, dass wir dann bei einem Sugoi als Zivilstreifen unterwegs sind? Ja, check. Leitstelle für die 3542, komm. Hör 10, kommen sie. Die 3542 sowie die 3542 sind aktuell in einem zivilen Fahrzeug unterwegs, an einem grünen, zu gold und weißen Streifen und suchen ebenfalls nach der Motorräder, komm. Check, hat die Leitstelle somit, komm. 3542 an denen. Weil, wir können halt, sag ich mal, wenn die irgendwo stehen, wir können easy an denen vorbeifahren. Wir wissen nicht, dass wir Cops sind. Wohin gehen, wenn sobald ein Streifenwagen ankommt, die steigen auf und fahren los. Ja. Wir sind da halt gerade definitiv im Vorteil. Wissen wir, welche MCs geklaut hat? Leitstelle für die 3542, komm. Ja, C, komm, sie. Haben Sie noch mehr Informationen, welche MCs die ganzen Motorräder getaut haben, komm. Negatives wurden lediglich Kundenträger, wie in komm. Ja, check, 1342. Ja, Leitstelle für die Information von 5042. 418 fahren jetzt Richtung MD. Wir haben Sirenen vernommen in der Nähe vom Highway. Check, Leitstelle somit. So. 418 enden. 403. Ich bin in der Kutter und ich sehe auch aus wie ein Acker. Heute auf alle Fälle schon. Also heute kannst du mitmachen, auf alle Fälle. Hab ja schon eine Lederjacker an. Leitstelle 279 mit einer Frage in dem Funk. Gibt es Einheiten, die in die Richtung der Mayhams und Lost MC unterwegs sind? Die Outlaws sind vorhin auch allesamt in der Säule abgefahren. Erste Stopp, was du mitnimmst. Ich werde es dir abrechnen. Ja, check. Einsatzfahrt. Ich kann auch mit dem Zivilfahrzeug eine Einsatzfahrt machen ohne Code. Also theoretisch. Aber ich provoziere es nur ungern heraus. Wie ist denn das eigentlich im Spot, wenn wir zivil unterwegs sind? Nein, du darfst nicht mit Code fahren. Also du hast keine Sonderrechte. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wenn du, sag ich mal, statt 50, 60 fährst, wird dir niemand den Kopf abreißen. Also zumindest würde ich das nicht machen. Würde ich sagen, ja, ist okay. Fahr weiter. Aber nicht mit 100. Aber nicht mit 100 und Stopp-Shirder, sag ich mal. Wenn du, sag ich mal, die langsam überrollst, wird dir wahrscheinlich auch niemand den Kopf... Aber das ist alles, sag ich mal, das ist alles nichts Offizielles gerade, was ich dir hier sage. Ja, nee, das... Also offiziell stehen bleiben normal weiterfahren wie immer. Ja, du bist in dem Zeitpunkt ja noch vollkommen zivil, ja. Das ist natürlich auch nur eine Sache dessen, was gerade an ist. Wenn es heißt so, ja, Anfahrt in 10 Minuten, ja, dann ist sowieso easy. Wenn es heißt, Anfahrt direkt zum Einsatzort, die Kacke ist am Dampfen, Operation Black ist zurück, dann kannst du auch ein bisschen natürlich mehr machen. Dann entscheide ich auch ein bisschen auf die Verkehrsregeln. Ja. Wenn Operation Black kommt, dann ist es schlimm. Eben, ja. Ja, check, 279 somit. Oder wenn es wieder heißt, an der PSB schießt einer mit einem FG auf uns. Ja, oder das. Okay, dann noch eine Frage. Wir sind ja nicht ohne Grund im SWAT maskiert. Das ist ja klar, Identitätsschützen und so. Ja. Was ist, wenn jetzt einer nach meiner Dienstnummer fragt? Im SWAT oder was, wenn du mehr im SWAT unterwegs bist? Ja, wenn ich im SWAT unterwegs bin. Äh, David-Nummer. Okay. Aber ist tatsächlich bei mir noch nie vorgekommen. Haben Sie kommen sehen? Nee, aber ich dachte mir immer so, ich dachte mir neulich, wenn jetzt wirklich irgendwas passiert. Das ist der Testpunkt von denen war, die in den Flutbecken kommen. Ähm. Dass man dann einfach weiß, okay, dann hab ich halt 20 David und in einer Woche ist dann eh Tranplay 20 David. Das heißt, ich kann jetzt noch scheiße, aber dann krieg's alles auf Tranplay. Und wo in Cypress Flats gibt's diese Garage, da kann man dann runterfahren und dann kommt man in dieses riesige Flutgelände, das dürfte nicht so weit weg sein von Wallis Browser kommen. Ja, das heißt, ich weiß nicht, was du meintest. Inter. Weißt du, was der mit der 20 David hat, warum er die unbedingt haben möchte? Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich weiß, dass es hier halt mal war. Weitest das so ein Ding? Er war das mal? Mhm. Oh, okay. Feststelle der 509, komm. Er spricht sich hoch und schön leicht, wenn die David. Er wurde die Person auf der Fairtrange gefunden, die wohl Verletzer, komm. Die Frage leite ich einmal an die 418 weiter, 418 für Leitstelle, komm. Ich war halt auch schon immer die 17 David im Spot, deswegen hab ich die halt auch wieder gerne, oder wär ich auch froh gewesen, die wieder zu haben, so. Auch wenn ich, sag ich mal, keine wirklichen, sag ich mal, keine wirkliche Verbindung zu der 17 habe. Check, Trennung, die 09 für Leitstelle, komm. Ja, ich versteh das. Aber wenn du auch schon immer warst, deswegen, also dann kriege ich das schon länger. Und die andere Einheitsserver. Er spricht sich leichter, weil ich bin jetzt auch kein Unmensch, wenn er sagt, okay, er war das schon seit Jahren in die 20 David. Also, ja, nicht, aber er war es jemals, zumindest wenn es an der Zeit im SWAT. Schussverletzungen, soweit bekannt, ansonsten keine genaueren Aussagen, am Telefon, komm. Ja, Check, wissen Sie, wo er lag, komm. Negativ, komm. Ja, Check, dann bringen Sie eine Feinerfahrung beim MD, komm. Ich mach den Boxkampf mit. Check, wenn wir vor Ort sind, machen wir das, komm. Aber ich geb die so oder so ihm. Das heißt, ich werde dann Müller vorher Bescheid geben, dass er die bekommen, weil er will. Das ist ein emotionaler Wert. Absolut, ja. Aber ich hab bald trotzdem Bock, mich mit dem Schiff zu prübeln. Haben Sie die Möglichkeit, Brooks oben aufzusammeln, zwecks Fallstreife kommen. Brake, 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 Leitstelle informiert. Äh, Lock and Load hat gerade zwei der gestohlenen Fahrzeuge unten in Elysian Island gefunden. Dispatch vorhanden, wenn möglich, ein bis zwei Streifen dort anfahren. Elysian Island, okay. Ja, 4164L kommen. Ich hab's dir mal aufs Navi gehauen, aber das ist echt wirklich das unterste Ende von Elysian Island. Wir müssen sowieso einmal tanken. Der frisst leider mehr als alle Streifenwägen zusammengefühlt. Kann auch mal mit Karolen, die sind aber langsam. Nee, alles gut. 4164L kommen. Ja, fahren Sie einmal mit der 415 den Dispatcher an. Kommt. Ja, check, fahren Sie gleich an. 4L Ende. Ja, Brake, R1, R2 FC hat Gesicht auf zwei Motorräder, die sind liegen, aber am Boden. Und Lock and Load ist auch schon vor Ort. 517S hat den Kollegen aufgenommen, wo werden wir benötigt? So, Auf- und Zuschließübung nachher mit dir. Du kannst mir hier nicht sein, Karabahn, das ist meine eigene Karre. Bleiben Sie jetzt oben im Norden, falls es sich um den May-MC handelt. Wir checken einmal, die Lage hier unten am Dispatch kommt. Ja, check, die 517S ist aktiv im Norden. 517S ist aktiv im Norden, wenn es sich um den May-MC handelt, die haben sich um drei vermisste Motorräder, das heißt aktuell müsste noch eins unterwegs sein, komm. Ja, check, 4L Ende. Knappes Ding. 416S ist auf die 448 und ist auf dem Weg zum Dispatch. Wo würdest du mit dem Motorrad hinfahren, als du gestohlen hast? Ja, 1520 Dispatch. Irgendwo hin, wo kein Motorrad, äh, wo kein Auto hinkommen würde, in erster Linie und kein Helikopter. Verdammt, das ist ein gutes Argument. Das heißt, irgendwelche engen Gassen, wo du meistens nur mit Fahrrad oder Fußgänger oder so durchkommst, oder Industriegebiet, wo es so eng ist, dass das zwischen Häusern sind, oder so. Es hört sich nur um zwei der drei gestohlenen Motorräder an, dementsprechend nach wie vor gesucht wird ein weiteres Motorrad. Die Zweifel sieht wie folgt aus, rot, grün, weiß, Sportmotorrad, äh, weiß ich nicht, vermutlich Party oder irgendwie sowas. Ihr Ende. 403, 1020, Mission Row PD, 4176 löst sich aus der 403, 403, Beführungsfahrt bei Mission Row. Tot! Check. 448, 1020, Dispatch. Ich hab den mit schwarz, äh, so schwarz so echt spät gesehen. Check. Lebst du noch? Mein Herz hat kurz ausgesetzt. Ach. So war ich noch nie in einem Verkehrsunfall dran. Hä, da war noch gut Platz. Leitstelle kurz 1030, WPD. Da kannst du mal sehen, wie gut ich fahre, wenn das jetzt meine schon, also wenn das, das nächste war in einem Verkehrsunfall, was ich hier erlebt habe. Ja. Ach ne, da war hinten einer aufgefallen, das sehen wir auch. Aha. Tod, ja, er hat tot gesagt. Soll ich dir was trauriges sagen? Was denn? Was ich um 23 schon wieder feiern kann. 4184 kommen. Was? Ja. Herzlich willkommen. Status Standort kommen. Also ich mach natürlich noch Nachbesprechung, wenn das jetzt nicht so zieht und dann die Nachbesprechung, ich mach natürlich noch mit. Ja, check. Ja, Ende. Aber. Morgen soll das V-Training ausfallen, stimmt's? Hieß es doch gestern? Äh, das ist so komplett hier auf Mittwoch geschoben, ja. Ja. Fangen wir hier links rein nochmal. Hier kannst du durchfahren. Ich fahr' erst. Entschuldigung. Alles gut. Live-Schnelle wieder aktiv. Nicht mal rückwärts in der Sackgasse. Ja, es ist okay. So besser? Danke. Okay. Ja, ich mach grad aktuell keinerlei Anhaltspunkte. Welche MC, was, wie, wo. Ist halt schwierig, kann die ganze Stadt sein. Kommt? 148, hört sie, komm. Nach Möglichkeit einmal das VPD anfahren, zwecks Supervisorgespräch, komm. Check auf Ansatz, komm. Leitstelle hin. Hm. Hast du noch irgendwelche Ideen, wo, sag ich mal, uns als Zivil gerade, wo wir da im Vorteil wären, wenn wir irgendwo hinfahren? Überlege gerade. Oh, ich hab' ne Idee. Stadtpark, Downtown, einfach. Vielleicht geben sie ja an mit ihren Motorrädern irgendwo. Oh, das kann sein. Stimmt, angeben. Ich guck mal gleich nach. 10-3, Buchspruch, komm ich durch. 4-0-13-20, MRPD. Ich guck mal gleich nach. 2-6-8-7, werde bitte bereits zur Reintalung kommen. Würde ich bitte nicht nebenbei, was ich hier mache. Check die Leitstelle, somit komm. 2-6-8-6, Anje. 3-0-13-20, WPD. Superweise Angelegenheit. Check. So, was haben wir denn, was haben wir denn noch hier? Ja, Information der EL, wir bleiben erst mal hier vor Ort und sichern die zwei Mutterräder ab. Die Einheit rund um den Kostkeler wird einmal zum Event hin und holt den Veranstalter her zwecks Motorradabschleppung oder Versetzung EL Ende. Also Lolitas wäre jetzt noch so an dem Punkt, wo ich sagen würde, das hält jetzt noch auf in dem Stadtpark. Pass mal kurz auf, ich glaube, wir werden verfolgt. Ja, aber ab jetzt werden wir es wirklich. Wir sind im Kreis gefahren. Wenn ich jetzt wieder rechts abbiege, sind wir im Kreis rum. Ja, wir werden verfolgt. Einmal funken. Ja, dann brichst du auch noch die Tarnung ab. Eine Information, die Spielstreife wäre 325 aktuell von einem roten Superbowo verfolgt. Hat sich hier abgekappelt? Roten Superbowo wurden wir verfolgt. Er hat sich aber jetzt abgekappelt. War das nicht Superbowo? War das nicht irgendwas? Ich habe es nicht richtig gesehen gehabt, tatsächlich. Wo ist denn Ihre 1020? Ja, die 1020 ist Akkrediostor natürlich verfolgt. Sie hat mehrere Minuten verfolgt. Ist jetzt vor uns abgefahren. Und sich Kontakt zu machen. Können Sie das Fahrzeug nochmal durchgeben? Wir haben es akustisch nicht verstanden. Was war das? Roter Superbowo? Roter Superbowo? Roter Superbowo? Roter Superbowo? Wir sind selber gerade sicher, was das war. Ich weiß es, ich nicht. Ich weiß es noch. Okay. Relativ kantig könnte in Richtung Futo vielleicht auch gehen. Echt schwierig zu erkennen. Okay, dann starten wir mal einen neuen Versuch Richtung Stadtpark zu fahren. Beziehungsweise Downtown allgemein, ob sie dort irgendwo sind. Also wie gesagt, Lolitas wäre er noch. Genau, Lolitas. Hat er uns gerade vertauscht irgendwie? Boah, dachte der jetzt irgendwie, wir sind jetzt hier seine Rennkollegen? Weiß nicht. Also eigentlich ist mein Auto jetzt nicht unbedingt so ein Rennauto. Ja, 10, 20 Prozent. Ziehen wir einmal kurz Richtung Lolitas rüber. Check. So, ich habe mal wieder das hier aus dem Navi raus. Ja. Ja, da unten können wir halt, also da haben wir keinen Zivilstreifenvorteil. Da unten sind eh schon Marktunits fort, deswegen macht es keinen Sinn, da werden wir noch mit runterfahren. Ne, ne, das war jetzt erstmal nur so, damit du weißt, wo du bist. Alles gut. Wie schnell fahren wir gerade? 96. Ne, also war wirklich nur eine reine Frage, das sollte jetzt nicht irgendwie heißen, dass... Alles gut, das ist Highway, ich kann da fahren, so viel ich möchte. Ja, deswegen, ja. Nein, der ist privat unterwegs im Leben, ich weiß nicht, wir sind ziemlich... Das ist doch, könnte es sein zumindest, sieht ähnlich aus. Ne, ne, der ist es nicht. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Also wenn du der meintest, der hinter, der zweite, der langgefahren ist, weil... Ne, der erste, der erste. Okay. Ne, der habe ich gar nicht mitbekommen, sorglich. Na, wir sind nur als Zivilstreifen unterwegs. Langweilig. Ja, tut mir leid. Aber würde sogar auch passen, wenn es zufälligerweise die Mayhems sein sollten, Mayhems plus Marabuntas, war da nicht was? Ja. Voll Marabuntas. Mhm. War so schön hier unten, so richtig wie es ist. Aber naja, jetzt habe ich eine bessere Wohnung. Kannst bestimmt hier nochmal herziehen, so als Ferienwohnung. Wenn der besonders langweilig ist, wenn du aber wieder ein paar Motorräder geschrottet haben möchtest. Hm, ne, ich lebe jetzt Pegasus. Hm, ist gut hier schon ausgezogen. Ne, noch nicht. Ist noch nicht frei. Okay. Bald bist du. Ich dachte, der ist das hier. Ähm, ja. Nun. Finch, würdest du mal funken, bitte? Ja, fahr mal weg, dann sehen wir das nicht direkt so. Gut, ich wäre sowieso so ausgestiegen. Vielleicht würde für die 345 kommen. Ich wäre ausgestiegen, wir sind Polizisten. Für Sie zur Information, wir haben 5 Marabuntas, mehrere Verletzte auf Boden liegen, mit gelbem Fleck sowie türkisem Fleck. Wir brauchen 1310, ja, komm. Zieh deine Weste drüber, wir steigen aus. Checkt Leitstelle somit und kümmert sich drum. Hast du besser drüber? Ja, die Zivilstreiche steht hier vor und wir haben uns ein weiteres Fahrzeug angefangen, dringend eine CNC, komm. Shooter, Tag, ich hab das für Blut. Ja, ich hab die was über. Ja, sie würde mal anziehen als Flucht in der Schittung. Du steigst wieder ein, Bro. Checkt Trennung. 516S für Leitstelle, komm. Hör sie, komm. Einmal den Dispatch anfahren. Negativ, kein Dispatch. Äh, Zivilstreife, wo war der Standort nochmal genau? Genau für Sie zur Information, wir sind genau bei Nullitas. Wir brauchen hier dringend 1010, das eskaliert gleich richtig. Checkt, 517S, einmal Nullitas anfahren, komm. Ah, die 517S so mit ist eben noch tanken bei Brunus Pizzabon, ist dann 1040. Checkt. Ja, für Sie zur Information schicken, wir sind gerade eine zweite Staffel dazu, jetzt mischen Sie sich auch noch weiter aus der Sauch ein, das können wir gleich mal anziehen, komm. Checkt. Checkt, Einsatzleitung für Leitstelle, komm. Hör sie, kommen Sie. Haben Sie noch eine weitere Streife, die Sie beigeben könnten, komm. Sie können alle Streifen, ähm, abziehen, bis auf die Koskela-Streife und die 415, komm. Wie lange die aber auch schon wieder brauchen, bis Sie eine 1010 hierher schicken, das ist akute Gefährdung hier für uns gerade. Fertig, bin zu falscher Angelegenheit und unterstützen ebenfalls, komm. Checkt, tun Sie dies. A3 ist vor Ort, wir unterstützen von der Luft aus. Checkt. Jetzt die Gasshumpeln weg. Diese Flags laufen jetzt in Richtung Azteca Zürich im Norden. Negativ, wir bleiben doch vor Ort. Information, dass hier 448, wir sind jetzt vor Ort, haben geredet wegen den Motorrädern. Es waren keine Kuttenträger, die Motorräder geklaut haben, sondern drei Personen mit schwarzen Hoodies, eine Person mit einer weißen Tiefsitzenden Hose. Aktuell auch noch, der Veranstalter wird gerade von uns gesucht. Da vorne, wir können raus. Los geht's. Fahrrad 448, wo ist Ihre genauer 1020, wir kommen zu Ihnen. Ihr, rechts von Ihnen, rechts von Ihnen. Sie sind dran vorbeigefahren, da wo die Leute alle stehen. Hey, stay right there, man, my fuckers. Ja, Leitender, wenn möglich, bitte direkt noch eine 1010 schicken. Ja, aktuell leider nicht möglich, keine weiteren Einheiten. Aztecas lagen, Vargas haben vermutlich geprügelt. Ah, der eine rand. Ah, ja, er ist ziemlich viele Personen weg. Eine Person lag auf dem Boden verletzt, ist ebenfalls weggelaufen, ja. Wir können gerade nichts machen, wenn wir keine 1010 hier haben. Ja, wir sind zu wenige, es sind zu viele, das geht nicht. Das ist definitiv zu wenig, wenn wir keine 1010 frei haben, müssen wir das an dieser Stelle abbrechen, komm. Da vorne stehen unten mal welche, die gucken, nee, nee, geht gar nicht. Ja, fünf Klicks. Ja, eine Person redet hier in Richtung coronare Westseite. Ja, Kürzer abbrechen. Das ist, die sind weg, die sind jetzt weg. Die sind hier um die Ecke gelaufen, einer ist am Strand. Dann 418, erst mal Abbruch auch an die, äh... Ja, das ist jetzt schon nicht mehr zuortenbar, wer irgendeiner behauptet war, das geht nicht. Ja, check, die verletzte Person ist auch, wie gesagt, weggelaufen. Es ist jetzt schon nicht mehr zuortbar und würden, wie gesagt, abbrechen. Komm. Ja, check, tun Sie dies. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir als Gang-Unit nochmal ein Posting davon in die Finger bekommen. Also, wie gesagt, wie gesagt, Aztecas lagen, Vargos sind gestanden. Ja, und bei den Vargos, als wir ankamen und die gesehen haben, Polizei ist, da hieß es Varmanos, Varmanos, also schnell weg hier. Einer ist weggerannt in die Seitengasse, eine Dame hier vorne und einer ist geradeaus, äh, an den Stand gerannt, hast du ja gesehen. Die Vargos sind auch schnell angestiegen. Die im, äh, roten Auto, die hier vorne stehen, die sind von der South, die wollten sich wahrscheinlich auch kurz einmischen, die standen kurz hinter uns, haben gesagt, ey, was denn da passiert, let's go. Und dann sind sie doch abgehauen. Boah, dann lass uns auch schnell hier weg. Ja. Okay. Dankeschön. Die 3 zu 5 wird sich meldet, wir haben den Einsatz zu vor Ort abgebrochen, wir geben uns jetzt wieder in die Fahrzeuge, Personen sind geflüchtet, können keinen mehr zuordern. Check, Leitstelle somit. Wer sagt, dementsprechend wieder aktiv. Check. Ja, wir gehen jetzt mal das auch umziehen, der Peropidi, weil der andere Einsatz ist ja erstmal beendet, sag ich mal, vorerst. Deswegen gehen wir wieder als reguläre Einheit unterwegs. Die haben irgendwas weggebracht, sonst wären die beiden, die weggelaufen sind, einer ist nämlich gleich in die Seitengasse und abgehauen. Alle anders weggerannt, die haben irgendwas weggebracht, das wäre eigentlich für uns die Chance gewesen, hätten wir Einheiten gehabt. Ja, das war wieder zu lange Diskussion, schon wieder von Leitstelle. Ja, können Sie noch Einheiten freigeben? Wir brauchen hier 1010. Ja, nee, wir müssen erst gucken. Ja, alle Einheiten gehören Ihnen. Aha. Das war wieder so ein Ding einfach nur. Braucht viel zu lange. Ja, jetzt ist die Einsatzhaltung, ich brauche zwei weitere Einheiten, für die die Kollegen gerade akute 1010 anfordern. Ja. Wie sieht es aus? Wenn die Einsatzhaltung sagt, nee, ist nicht, dann sagt die Leitstelle, ja gut, check den Einsatzabbruch vor Ort. Punkt. Oder so, Romer. Dann muss das so gemacht werden, ganz einfach. Muss viel härter durchgegriffen werden. 1030. Nee. Ich glaube, Finch ist runtergefallen. Entschuldigung, Finch. Ich glaube, der hat einen Abgang gemacht mit meinem Sugoi. Ich hatte leicht Rechtsstrahl drauf. Finch, seine Sicht wäre alles cool. Ja, ja. Leider streamt er ja nicht. Aber ich bin jetzt ehrlich, dieses Ah, hat schon alles gesagt. Das hat absolut alles gesagt, was bei ihm abgeht. Der ist, der ist sowas von gerade die Leitplanke runtergeflogen. Wie gerne ich das immer sehen würde. Ah, ja. 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 Oh, let's go. Ah, steht immerhin richtig rum. Hallo. Hallo. So, die anderen unten am Port, die warten auf den Betreiber, damit er die Fahrzeuge abholt. Okay. Aber ich fand trotzdem, also muss man insgesamt sagen, müssen wir halt noch nachversprechend gleich reinziehen, aber Deacs sehr, 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 sehr saubere Arbeit, würde ich sagen. Ja, fand ich auch. Ich habe jetzt da nichts auszusetzen. Hätte eigentlich gerne noch gesehen, wie reagiert worden wäre, wenn das Auto gefunden worden ist. Ja, ja, aber... Ob sie gesagt hätten, okay, Nahbereich fahren und wir gucken jetzt erstmal die ganzen Ölfelder nach, oder... Ja, aber wir haben hier uns zurück, DPD. Check. Aber schade, unten wegen Arztikas und Vagosgrad. Das wäre noch der Catch des Jahrhunderts gewesen, wenn wir da genügend Streifen gehabt hätten. Ja. Ehrlich, aber es regt mich das wieder auf. Das ist genau das, was wir gesagt haben, mit der Leitstunde, die keine Befehle gibt, sondern... Ja, mach mal, bitte. Genau, ja. Da ist gleich zwei Einheiten um die Ecke gekommen, während wir hätten die alle festgenommen, festgesetzt, wahrscheinlich sogar Drogen, Waffen festgenommen, äh, beschlagnahmt. Ja, da wäre einiges gewesen. Ja. Ich frage jetzt mal, warum ist das da wieder, äh, eskaliert von denen? Keine Ahnung. Das ist die, äh, geflippte Streife von, äh, ja, ist der, äh, von, Beschluff damals gewesen. Er hat ja auch ein paar Mal gesagt, so, oder, wo ist meine Streifel? Das hoffe ich doch. Ja. So. Pack seine Waffen auch schön wieder in die Holzloch. Genau. Leitstelle für die 3,25 kommen. 3,25 kommen sie. 3,25, 3,42 sind jetzt wieder als, äh, ja, Marktpoliceofficer unterwegs kommen. Check, Leitstelle, somit kommen. 3,25 Ende. Ja, okay, dann kenne ich den Clip sogar, ja. Dann mache ich direkt, äh, Streifenwagen besetzen und dann erstmal, let's go. Oder hast du einen anderen Plan? Nö, dann noch habe ich eine halbe Stunde, noch mache ich die. Gut, ja. Danach gehe ich aber am Feiern. Mhm. Dann saue ich mir einen weg in der neuen Wohnung. Ehrlicherweise, der ist in La Puerta. Äh, äh, R1 für die 3,25 kommen. Hört. Ähm, wo ist ihr Landeplatz gleich kommen? Ach, wir sind über 10,20 auf der Helipel. Wir führen dann zum BPD kommen. Check, dann warten Sie einmal dort auf uns. Wir würden gerne mit, äh, Ihnen und Herrn Dieks die Nachbesprechung durchführen. Somit kommen. Check, somit kommen. 3,25 Ende. Dann fahren wir da einmal kurz rüber. Ich will nicht den ganzen Streifendienst reinziehen. Ich glaube, das passt, wenn wir das einmal Dieks sagen. Und den Rest würde ich einmal über Funk auf die Schnelle geben, weil es war von den anderen auch gute Arbeit. Ja. Von Kostpeler vorhin. Ja. 4,1 sagt der, hört, kommt. Einmal BPD anfahren und zwei Marshall-Kollegen mit aufnehmen, kommt. Ich hätte eine Marktunit genommen, auch wenn du gerne an den Markt fahren möchtest. Ich sag dir, wie ist es mir so? Egal, ich fahre lieber mit der 4,1 oder S. Nee, dann fahren wir 4,1 oder S, weil wir fahren ja vielleicht tendenziell trotzdem dann noch kurz auf Streifend oder irgendwas, deswegen. Ich hätte eine Marktunit genommen. Je nachdem, wie lange das Ganze erst halt dauert. Ich bin ehrlich, hätte ich jetzt die MPU ausprobieren, wäre ich mit dir aufs Boot gefahren. Aufs Boot? Was willst du denn da? Motorräder finden? Nö. Aber einmal nochmal gucken, ob irgendwer irgendwo anhitzt. Okay. Aber dann kommen wir wieder zum Punkt, dass MPU bei mir seit zwei Monaten aussteht. Ja, ist ja bei mir nicht so natürlich besser. Ich bin ja auch immer noch so nicht ausgebildet. Ja, es fehlt halt eigentlich nur noch die Übungspfad. Ich bin zwar auch Anwärter für Ausbildungen, aber es fehlt halt rein theoretisch noch die Übungspfad, aber gut, der hat dafür keine Zeit. Das ist wie mit HSU, das ist genau das Gleiche. 4101 mit Überführungsfahrt zum WPD. MPU, was ist das? Ja, was... Ich will hier helfen und die Ausbildung mitmachen bei der MPU, weil dann ist er da raus. Ah, Freundchen. Ja, ja, ja. Ja, wäre eigentlich echt ganz sinnvoll. Weil man muss halt auch MPU, müsste man auch wirklich runterkürzen. Auch diese Aufstundenfortbildung, weil wenn das halt teilweise wirklich 17 Uhr anfängt und dann bis 19.30 Uhr ging, das ist halt auch Sachen, die schaffe ich nicht regulär unter der Woche. Geht gar nicht mehr. Das geht nur noch eine Stunde, glaube ich. Okay. Ja, wenn das 18 Uhr stattfindet oder so, ist das easy. Dann kriege ich das auch mal hin. Aber zuvor halt immer, das waren Zeiten, die für mich nicht so einfach waren. Nee, das geht runter und die Konzonen, die denken, wir nehmen die mit. 4101, 1020, der Peropedi. Äh, Korrektur, WPD. Falsches Auto. Check. Was? Hallo. Wir nehmen sie nicht mit, wir sind zu Besprechungen hier. Tut uns leid. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. 418-1020-VPD Check! Da ist deren Abholung wahrscheinlich Ja Immer das gleiche hier Hallo Ich seh grad Dix ist noch im Gespräch, dann warten wir eben einmal kurz Genau Wollen wir schon mal kurz zur Seite sein können Ja Hast du irgendwas zu der Einsatzhaltung zu sagen, McKinney? Du warst Ich hatte ihm jetzt mal Feedback schon gegeben Aber er hat vergessen, sich eine Co-Einsatzleitung zu nehmen und ich fand, er hat sich ein bisschen zu sehr auf die Sektoren versteift und auch nochmal halt auf die mal woanders zu schauen, mal auszusteigen und dann ein bisschen auf die Box zu denken hab ich ja dann noch durchgefunkt und der Rest war eigentlich voll in Ordnung Und dann hat er mir auch schon einen Tipp gegeben dass der Weg zum PD zu Davis Hause abgefahren werden soll Das wurde gemacht Also hat er eigentlich ganz gut gemacht, würde ich behaupten Das war nicht auch mein Feedback, so was ich aus dem Funk hab Ich fand das war sehr, sehr, sehr saubere Arbeit Was mir gut gefallen hat, war die Koordination zwischen ihm als Einsatzleitung und der Leitsteller Das war saubere Kommunikation auch wo dann diese Einsätze mit reinkommen sind Er hat Streifen abgezogen, direkt dorthin geschickt Das war sehr, sehr solide Arbeit Ja, finde ich noch gleich eine Meinung Vielen Dank Okay Aber das habe ich auch schon gesagt Ja Hallo So, ja, wie soll ich das eigentlich insgesamt zusammenfassen Das war hervorragende sehr, sehr solide Arbeit als Einsatzleitung da gerade Hat mich Ja, hat mir sehr gefallen ihre Arbeit Ich fand die Kommunikation und die Koordination zwischen Ihnen als Einsatzleitung und der Leitstelle besonders herausragend Die hat mir sehr gut gefallen Wo diese zusätzlichen Einsätze reingekommen sind Sie haben direkt reagiert Haben Einheiten abgezogen Zu den Einsätzen geschickt Zeit auch Einheiten genommen, die nahe irgendwo waren Das war sehr, 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 sehr saubere Arbeit Da haben Sie ein ganz, ganz großes Lob verdient Dankeschön Einzige, wo ich mir noch selber ein bisschen in die Nase passen muss Ko-Einsatzleitung Ja, das hat Mr. McKinney schon gesagt, aber passt ja Ja, genau Aber ansonsten, ich habe versucht dann alles zu denken Das war wichtig Haben wir ja schon leider öfters mitbekommen Da konnte ich mir was abschneiden davon Ja, aber Dankeschön Freut mich sehr, dass das alles so gut war Ja, also mich halt wirklich nachher noch interessiert hat Wie die Streife, die es uns selbst quasi am Einsatzort gefunden hätte Wie die reagiert hätte Weil wir waren gut versteckt Ein bisschen abseits vom Auto Auf den Ölfeldern Also das Auto war quasi auf den Ölfeldern Unter einer Lagerhalle versteckt Hinter einem Container Das heißt, das hätte die Einheit als finden müssen während dem Befahren Und dann halt, sag ich mal, reagieren Ah, da steht das Auto Wir müssen die ganzen Ölfelder abfahnden Das wäre quasi der weitere Sinn gewesen Das wäre noch was, was mich natürlich interessiert hat Aber da käme leider der andere Einsatz dazwischen Ja, ich glaube, da hätte ich aber dann tatsächlich doch auf den Overwatch angegriffen Weil dafür bräuchte man keine Kamera Sondern einfach nur ein bisschen runterfliegen Können wir aussehen Ja, da haben Sie gesagt, dass die gar nicht verfügbar sind, weil die kaputt sind Ja, weil die Kamera Nee, 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 nee Du hast mir die Kamera bestätigt Nein, nein, nein Du hast das Naja, aber Also ich meine auch, dass die Overwatch gerade defekt sind Das war eine Anweisung von mir Sie sollten ohne Overwatch lösen Deswegen wurden die abgelehnt Ey, das wäre mit der Overwatch viel einfacher gewesen sein Ich weiß Natürlich Das ist ja nur Zweck der Sache, dass es nicht einfach ist Ja Aber ich hätte Also wenn ich Overwatch da bin Dann nehme ich immer den Overwatch raus Sag ich einfach, wie es ist Weil das einfach einfach ist Dafür habe ich den Schein auch gemacht Damit vereinfacht man einfach vieles Gerade wenn es im Kollegenleben geht Nein Dann verstehe ich absolut Aber ich hatte halt auch schon Fälle, wo ich kein Overwatch zur Verfügung hatte Dementsprechend Da mussten auch Entführungen ohne Overwatch gelöst werden Deswegen Ist das immer so ein bisschen Der Punkt, den man auch vor Augen halten muss Definitiv Dass nicht immer alles möglich ist mit Overwatch Aber ja Nee, insgesamt sehr, sehr gute Arbeit Hat mir gefallen Super, das freut mich doch Perfekt, dann wollen wir sie weiter Ich muss jetzt nur noch die Prüfung schaffen bald Wenn es so weit ist Dann habe ich das auch geschafft Haben Sie schon einen Termin? Nee, noch nicht Ich muss jetzt noch erstmal ein paar Supervisor-Streifen machen Mit Einsatzleitungen Ich versuche zu viel mit rauszubekommen Dass ich ein paar Einsatzleitungen mache Dass ich da wirklich auch koordinieren kann Und dann muss ich mir noch ein bisschen die Gesetze durchlesen So wie die Dienstanweisungen Die weiß ich nicht auswendig Die sollte ich mir schon besser nochmal durchlesen Dann denke ich mir, dass es irgendwie klappen wird Ich freue mich auf die Gesichter, die dann sagen Boah, Dix, dich als Sergeant hätte ich niemals erwartet Nach der ganzen Sache, die schon passiert ist Check Ja Nee, aber sind sie auf einem guten Weg auf alle Fälle Ja, dankeschön Wird schon klappen Finn, by the way, Glückwunsch an Sergeant 2 Ja, EL Motorräder mit der Meldung Wir warten gerade auf den Veranstalter Und die Streife rund oben her Damit wir die Fahrzeuge, die Bikes hier Abtransportieren können Okay Finch, dann machen wir was wieder los, oder? Ja, ja Nee Wolltest du noch was? Ja, das Fahrzeug, was sie verfolgt hat Gab es da irgendwie einen Grund, dass sie plötzlich abgewendet sind? Nee Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Die sind uns mehrere Minuten gefolgt Ähm, und in dem Moment, wo wir gefunkt haben Sind sie gerade vorbei gezischt, also Ja, vielleicht gesehen, dass sie an der Cover Cops sind Also ich hab tatsächlich Ich bin halt im Stadtpark quasi einmal im Kreis gefahren Einmal drumherum Und die waren halt immer noch hinter mir Dementsprechend war es zu mir klar so Ja, gut, dann werden wir verfolgt Ähm Da gab es doch Entweder das Entweder das Oder da gab es doch letztens so einen Einsatz, wo Äh, viele hochrangige Officer rausgezogen worden sind War ich das damit zu tun? Achso Nee, 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 nee Okay Ich weiß, was gemeint ist Das hab ich ja ein bisschen beobachten können, glaub ich von der Luft aus Nee, war ich in der Luft dort? Oder war ich da unterwegs? Ich weiß es gar nicht Da hab ich sie ja sogar gefragt, warum sie hellere Haare haben plötzlich Achso, stimmt Ja, ja Na egal Na gut, okay Dann Weitermachen Weitermachen, genau Schauen wir mal, was die Straße bringt Alright Jawoll Wir gleich den Feierabend Hehe Schöne Abends, stay safe Er meinte die Sache, äh, damit fällt komisch nach Mhm Er fällt komisch nach Na sicher doch Kalt draußen gerade Ich find's schon relativ kühl, ja Wetterbericht zeigt halt auch Nachttemperaturen um die 2 Grad an, 2-3 Grad Da ist dann doch langsam ein bisschen kühl Ich hab heute wieder versucht, aber wir haben niemanden rangekriegt, äh, vorm Dienst Soll ich dich nach der Perro rüberbringen? Ja, warte, weißt du, was mich stört? Fahr mal das Auto ein bisschen vor, ich stehe jetzt das Commissioner Fahrzeug hier hinten hin, weil der steht immer in der Mitte und er nimmt so viele Parkplätze weg auf einmal Sollten wir das Commissioner Fahrzeug nicht, nicht bewegen? Nur im Notfall? Ich hoffe, dass ich unter der Woche jemanden rankrieg Da steht die Chance tatsächlich ein bisschen besser unter der Woche, weil da bin ich nicht so früh da Ich bin 20, Lohnermark Check So Jetzt ist besser, weil du stellst mich schon seit Tagen So, du kannst Und Um die 10 Minuten können wir noch fahren Sicher? Check Fahr mal noch rum Ich schreibe jetzt bei uns in die Gruppe, wann geht ihr den Feierabend? Okay Check Du weißt, wie es immer ist, es kann aus nichts plötzlich, äh, sehr viel passieren Ja La Ma Comunidad Ach schön Oder wie es bei uns dann geschrieben haben, an das Haus Comunidad Mhm, und da kann schnell mal aus, äh, ich betrink mich in meiner Wohnung Ich bekomme Schmerzmittel im M, die werden Ganz schnell passiert das Finish, ganz schnell Ich betrink mich in meiner Wohnung, ich muss schnell Schmerzmittel nehmen, ja, oder ich stehe mit Schruppe, äh, was? Oh, Gottes Willen, ich hab den Feiler vor mir gesehen Was ist denn los mit dir? Ja Deine Fahrweise macht mir Angst Ist top die Fahrweise Ja, klar Guck mal, schönes Haus, oder? Ich glaub ich hab das neu vermietet ist Hm Guck mal Ja, bis ist egal Guck mal Ich lebe jetzt, ich bin jetzt ordentlich weg Das müssten keine anderen Cops aktuell drin wohnen Pegasus Appartements ist aber auch scheiße beliebt Das ist, das ist das Cop hoch ausgefühlt, dieser Stadt So viel leben da aber gar nicht Kater, gut, Kater, Kater, Miller Ja 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 Und das war's, glaub ich Das reicht noch nicht? Ne, ehrlicherweise nö Ah, du hast, äh, Commissioner vergessen? Commissioner oder Marshall, einer von beiden? Marshall, stimmt, Frau Marshall lebt da Marshall hab ich heute im Klingelschild gesehen Mhm Ich wohne auch noch zwischen, äh, also Über mir lebt QT und unter mir Koriame Ah, cool Ah, hier in der Ferro muss ich ja auch mal ein bisschen durchsetzen, okay, mehr? Also, Kater und ich müssen uns hier mehr durchsetzen Durchsetzen in Bezug auf was? Mit den, äh, Pegasus Appartements Achso, ja Nee, ich kann ihn ja nicht allein lassen da mit drei Lamesern Nee, das geht nicht Gott, das will der nicht, schnell mich mal an Fahr mich lieber nach der Ferro Was ist denn los mit dir? Heuleise 430, leise wieder aktiv Check Community Police sind bei Lolitas? Kommt bestimmt gut an, nachdem wir davor in Zivil ausgestiegen sind Und warum könnte denn egal sein, wer hat denn der Polizei, was ist da an? 416 oder 448 für EL komm Also da steht keiner mehr Mhm 416, beziehungsweise 448 für EL komm Ja komm Ah, gibt's doch noch Das Wort komm Schlüsse sind soweit eingesammelt Überführen gleich zu ihnen komm Ja, check, EL, ne? Ach ja Aber ein Motorrad fällt jetzt trotzdem noch, das habe ich auch noch so richtig im Kopf, oder? Ja, ein grün-weiß-rotes Motorrad fehlt noch Hm Das war halt leider auch schon wieder scheiße, was hieß es von Anfang an halt Kundenträger Und dementsprechend waren wir spezialisiert halt natürlich auf die Suchgebiete Wurde? Wurde es angefunkt? Erd, komm Einmal MRPD anfahren und einen Rekruten aufnehmen, komm Erd, check, komm Leitstelle Ende Ich kam so schnell nicht an mein Funkgerät ran Ist gut Äh, soll ich dich vorher absetzen, oder? Nö, nö, nämlich, wo ich möchte, dann können wir danach da anfahren Okay, machen wir so rum Das ist jetzt nicht eilig, irgendwie brauchen die anderen eh noch länger Aufwuch machen wir nur noch eine 1026, weil der ist über das Stoppschild rübergefahren Und über das zweite Fähren zuerst mit einer Passi für 1060 mit einem Taxifahrer bei Lolitas Hände zwischen Lolitas und Aztecas Turf 430 schließen Fähren zuerst mit einer 1026 mit einem Taxi, eine Person Einmal Motor abschalten, Schlüsse auf das Hohenbett legen Der Fahrer steigt aus und stellt sich auf den Bürgersteig zwei Meter vom Fahrzeug entfernt Die Fahrerin Check Ja, ja, bleiben Sie locker P30S fährt ebenfalls an, um sich die Situation zu überwarten Check Gut, ja, ist ein Taxi von LS Taxi Ich freue mich nicht gucken Ich beiß jetzt von meinem Hotdog ab Gibt was ankündigen Gut, wir steigen aus, wir machen einfach hier ganz schnell Ich hab das nicht abgeschossen was Jupp Hä? Achso Guten Abend Die State Police, eine Verkehrs- und Personenkontrolle Ich würde gern einmal Personalausweis und Führerschein sehen Ja, Moment Ich leck das Papierchen da mal kurz hin, so Ja, Moment, jetzt muss ich erstmal suchen, so Hier ist mein Ausweis Mhm Und, äh Sicherungskarte, ja ne, das wollen sie nicht sehen, das auch nicht Führerschein reicht mir Ja, vorhin, das sah alles schon mal gut aus Können Sie sich denn vorstellen, warum wir sie angehalten haben? Ne, gerade nicht so Okay, sie sind ja von Und Sie sind von Norden Richtung Süden hier gefahren, vorne auf der Hauptstraße Dabei gibt es zwei Stoppschilder An diesen haben sie beide nicht gehalten 4301020 südwestig, glaube ich das Echt nicht? Deshalb haben wir sie angehalten, ja, da haben sie nicht gehalten dran Bei dem zweiten vor der Kreuzung, bevor sie rechts abgebogen sind, haben sie so ein bisschen angebremst Aber bis zum Stillstand haben sie dort auch nicht gebremst Und bei dem, ja sag ich mal in der Mitte, bei der Kreuzung, bei der Bushaltestelle, da sind sie komplett drüber gefahren, da haben sie gar nicht gebremst Ich fühle mich sehr unbehagen, mal ernsthaft Ich glaube ich komme gleich im Knast Also, äh, ja, Sir Was macht ihr denn hier schon wieder von der Chance? Reden jetzt ist okay mit mir und so, aber Ja, ich fühle mich gerade wie so ein Schwerfer bei euch, ja Wieso denn, weil Police Officer um sie rumstehen oder was? Ja, das ist mir, das ist komisch Da bin ich, da krieg ich Ja Ja, als Maldennen wirklich Hör die Klassen das ja bitte auf Haben sie dann einen gültigen Verbandskasten im Taxi noch mit dabei, dann können sie den gerne einmal meinem Kollegen zeigen und ich gerne mal ihre Personalien prüfen Gute Da, gucken sie ruhig rein, sind nur Blumenströße drin Haben sie keinen Vollballkopf? Oder ist sie dabei? Achso, achso, okay, ja ja Och, Finch, mach jetzt nicht den hier. Geht es dir, haben wir alles gut? Ja. So stellen sie sich wieder zurück. Ja, ja. Alles gut, ignorieren sie die. Ist mir egal. Sie bereiten mir gerade viel mehr Unbehandlung. Ich muss Torräder am Hafen. Check. Ja, nö, der Herr, der da hinten steht, der hat mich das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, getasert. Da kriege ich... Ja, da kriegt man unbedingt Angst direkt, weil die Leute immer das wieder machen. Okay. Einfach machen Sie mal weiter, was der Kollege lässt. Das passiert auch nichts. Der kommt doch schon gerade wieder. Letztes Mal habe ich auch nichts gemacht. Natürlich nicht. So, Verbandskasten hat gepasst, Kollege? Ja, hat soweit gepasst. Perfekt. Sie sind dahingehend auch mit dem Stoppschild in letzter Zeit nicht auffällig gewesen. Dementsprechend bleibt es hier bei einer vermündlichen Verwarnung. Sie werden kein Bußgeld von mir erhalten. Achten Sie bitte in Zukunft darauf, dass Sie auch an den Stoppschildern halten. Sie gefährden dadurch Menschen, die ja die Straße bequeren oder auch an den Kreuzungen eben. Sie haben soweit einmal Ihre Dokumente wieder zurück und dann dürfen Sie Ihre Fahrt gerne fortsetzen, wenn Sie möchten. Ja, danke schön. Dann noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Tschö. Wir sind fertig. Ich steig erst wieder heim, wenn der weg ist. Nicht, dass er mir das Auto schießt oder so. Warte mal kurz. Das würde ich gerne sehen. Ich gucke nach hinten. Können Sie Ihren Kollegen bitte sagen, dass sie vom Taxi weggehen sollen? Sonst fahre ich nicht weiter. Herr Karl, ist okay? Sie können gerne in den Taxi wieder rein. Oh, nicht die. Aber das ist keine Kontrolle mehr. Sie können gerne herkommen. Okay. Ich beise sie nicht. Also wie gesagt, ich bin in den Salat. Ja, nee, aber Ihr Kollege. Wie gesagt, ich steige nicht ein, solange Sie da stehen. Der ist schon wieder. Ich hab nach hinten. Alles gut. Ja, das ist die vom Alice. Die hat damals dort eine gefangen von uns, weil sie Anweisungen nicht befolgt hat. Wer? Die Dame, wo jetzt hinzugekommen ist. Wenn ich das richtig gesehen habe. Lame, wir haben Genki. Oh ja, das geht gleich hier los. Bestimmt wird gleich irgendeiner von denen Ärger machen. Schönen die Kamera auf den Typen, da hinten mit den schwarzen Haaren. Schön draufhalten. Absolut. Der schlägt alle und jeden hier schon. Okay, ich bin nicht das Hauptziel. Sehr schön. McKinney ist der Arsch hier. Du weißt doch, links, rechts. Alright. Entschuldigung, hat ein bisschen... Gerne. Fährt zuerst, meldet Kontrolle, 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 bei der Einheit wieder aktiv. Komm, Alter. Check. Na egal, hat er gecheckt. So, dann hol... Soll ich dich vorher absetzen oder den Kollegen zuerst holen? Nö, nö, hol den mal. Ich nervte ihn noch für fünf Minuten in der Zeit, wo er mich zurückfährt oder du mich zurückfährst. Okay. die Dame, die Dame, die wir übrigens in der 1026 hatten, ist eine ehemalige Police Officerin. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, und dann sagt die, ja, ich fühl mich wie ein Schwerverbrecher, wenn... Die weiß ganz genau, welche Techniken es alles gibt und alles mögliche, deswegen ja. Das sind mir auch die gefährlichsten, ehrlicherweise. 4-3-10-26, ein Komet Gelbert, zwei Insassen beim Lack-Katrina... Dieks hat Spaß. Sieht aus wie eine 460. Ja, wir haben eine 560, wir haben eine 560, wir brauchen eine 560 Hilfe, Fahrzeugkarte mit bunten Neonlichter und ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell unterwegs, aktuell Richtung Venetian Hotels auf der westlichen Seite, fahrt Richtung Norden jetzt. Gleich Höhe sind, äh... Ich würd gern funken, aber ich kann nicht. Am Delpere Pier, Hafen vorbei, weiter Richtung Norden. 4-3-6, schließt sich an. Abgewogen, ähm... Höhe Bahama-Mama sind wir jetzt, weiter Richtung Osten. Der kommt nur zugegen. Er fahrt extrem schnell unterwegs, keine Chance. Hä? Das ist nicht... Dieks... Es ist ein gelber Komet gewesen mit bunten Xenon, ich glaube dunkelblau und hat einen fetten Träuler hinten drauf. Lichtkontakt, Ostseite, Westseite, Golfplatz weiter Richtung Norden. Der ist an der nördlichen Seite, fährt weiter Richtung Osten. Der ist an der nördlichen Seite, fährt weiter Richtung Osten. Ich konnte euch erstmal wieder verloren. Golfplatz, du bist nicht an dem Golfplatz, oder? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hätte gehofft, dass er Richtung Westen abbiegt. Ah, okay. Ich hätte gehofft, er fährt zu Golfplatz hoch in Richtung Westen wieder zurück. Aber dem war nicht so. Ich versuche da hinten irgendwie lang zu kommen. Ja, der Sichtkontakt verloren lässt sich bei Richtung Eclipse Tower. Wie gesagt, ein gelber Komet, Spoiler schwarz und dunkelblaue Neonlichter. Ich sehe noch Lichter. Ich sehe noch Lichter. Ah, kommen wir eh wahrscheinlich auch selber nicht hinterher. Ja, wir fahren Richtung MAPD. Fährt zu West, bricht nahe Weißfahrung ab und überführt zum MAPD. Kann ich ja vielleicht trotzdem noch hier irgendwo über den Weg laufen oder fahren, viel mehr. Und da brauche ich nicht aktiv noch irgendwas vorhanden. Dafür ist Nahbereich immer so eine Sache bei so schnellen Fahrzeugen. Ja. Nahbereich von drei Meilen. Nahbereich von hier bis zwei Liter. Ja, wenn der 100 mAh fährt, weißt du, in der halben Minute wo der ist. Das ist halt so das Problem an der Sache. Ach ja. Mhm. So, ich beschrei jetzt wahrscheinlich was. Und du wirst mich hassen dafür höchstwahrscheinlich. Ja, weil du auch so Dienst gehst. Arsch. Nee. Nee. Irgendeiner hat mir mal erzählt, im Winter wird's richtig kalt. Achso. Ja. Nice. Genau. Es ist schon zweimal vorgekommen, dass es hier geschneit hat. Ich hab's schon zweimal miterlebt, ja. Okay. Okay. Also die Chance ist noch hoch, dass es immer noch schneiden kann. Ist möglich. Check. Okay, scheiße. Ich meine, es hat jetzt schon relativ kühle Temperaturen, deswegen... Das stimmt. Aber es geht noch. Ah. Morgen soll's hoch... Also jetzt sind Tieftemperaturen zwei Grad, ähm, und jetzt Sonntag sollen vier bis acht Grad werden. Ah, so eine Null hinten dran bei den zwei Grad wär mir lieber. Oh ja, wieder kurzabend nicht rumlaufen, das war schön. Ja. Fernseher ist 10.20, MRPD. Ich schreib gleich einmal die Ovi, wenn wir hier grad eben warten müssen. Wer ist schon da? Ich schreib trotzdem die Ovi. Immer hereinspaziert. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich mach eben noch kurz eine Ovi fertig von der Verkehrskontrolle, dann können wir gleich los. Hm? Wie lange sind sie schon rekrut? Es war jetzt die... Die vierte Woche. Die vierte Woche schon? Ja. Aber noch nicht so viel im Dienst gewesen. Okay. Aber jetzt wieder vermehrt. Was hatten sie alle schon für Modula? Die am Anfang, dann der Sportverfolgung und der Rest ist noch vor mir. Okay. Noch nicht so viel. Okay. Noch nicht so viel. Missachtete bei der Stopp-Schule. Die Himmelsrichtung, geb ich schon mal bekannt. Ist bei mir auch noch nicht so, ne? 1967 kommt. Also um sie... Keine Ortskenntnis? Die könnte ziemlich viel besser sein. Und die Himmelsrichtung auch noch. Welche Himmelsrichtung schauen wir denn gerade? Osten. Entschuldigung, Osten. Ja, perfekt. Das muss natürlich dann schneller gehen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Es gibt nicht tatsächlich eigentlich relativ einfache Orientierungspunkte, an denen man sich immer orientieren kann. Zumindest man sieht sie vielleicht nicht immer, man kann sie sich vorstellen. Man überlegt immer, wo ist das Weinwurtschild? Das ist nicht immer Norden. Jetzt 410S aktiv, ne? Genau. 410S aktiv. Okay. Fahrt ihr so Richtung Bepero? Hätte ich vorgehabt, ja. Vor allem hierhin. Genau, also von der Stadt aus haben sie halt immer das Weinwurtschild als Nordorientierung quasi. Wenn sie sich immer denken, wo von hier aus steht ungefähr das Weinwurtschild, dann wissen sie immer von wo aus ungefähr Norden ist. Das wäre jetzt rechts. Das heißt, das ist ungefähr von uns ja richtig Norden. Genau, sie sehen sogar gleich, glaube ich, wenn wir hier hochfahren, müssten sie sogar Klick drauf bekommen einen kurzen. Er hat einen Hund. Entschuldigung. Das klang gerade ganz falsch, aber er hat einen Hund. Das war das Schlackern von Ohren. Das habe ich gehört. Okay, man sieht es leider gerade nicht so, ne. Ein bisschen südlich sich auch. In den großen Gebäuden. Genau, genau. Ja. Und die Mace Bank Arena bzw. den Flughafen können sie sich immer als südliche Punkte merken. Wenn sie quasi denken, ah, wo ist die Mace Bank Arena, wo ist ungefähr der Flughafen, das ist immer Richtung Süden. Stimmt. Oder halt für Westen, können sie überlegen, wo ist das Meer. Wo ist Vespucci, Del Perro, das ist immer Richtung Westen. Check. Das gibt es so einfach. Ja. Und Norden wäre ja auch Richtung Norden, also Palette und so, ne. Genau, ja. Richtig. Ja, die Anhaltspunkte damit merken. Ich wollte es nur informieren, dass die Kollegen ja auch wissen, ne. Also in den 60 kommt, dass ich da mit einem Funken und Jemalsrichtung. Ist auch wichtig für den Kollegen zu wissen. Alles gut, ja. Aber es ist auch wichtig tatsächlich, dass sie das trotz allem versuchen dann auch. Der Kollege greift schon ein, wenn es nicht geht. Aber versuchen sie es. Aber ich muss sagen, wo sind wir? Ja. Ja. Aber im Witz. Gibt noch was? Nördlich ist Pucci Bidi. Ja, genau. Das ist nördlich. Ja, richtig. Jetzt kann ich wieder kurz überlegen. Gemeinmut. Norden. Ja. Jetzt fahren wir Richtung Westen. Korrekt. War Richtung Westen. Richtig. Meer. Westen. Ja. Das sind Cates Anhaltspunkte. Das hat sie damals selbst beigebracht. aus der Academy. Dass man das den Rekruten beibringen kann als Anhaltspunkte. Das sind tatsächlich die guten alten Cate Lektionen. Wo Davis hier gerade weiter reicht. 4-1-18-40. Pferde Ranch. East Highway. Spurensicherung. Ja, ich glaube du bedrinkst dich heute alleine. 3-4. Ja, merkt das schon. Check. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. 4-1-20. Oder genauso. Ja. Alles klar. Das war kurz gemeint. Achso. Viel Spaß. Lernen Sie ordentlich beim Herr Delmes. Er kann Ihnen einiges beibringen. Das denke ich auf jeden Fall. Danke vielmals. Der ist nicht ohne Grund schief. Glauben Sie mir. Guten Feierabend dir. Ach ne. Morgen bist du ja gar nicht da. Ne. Montag wieder. Guten Morgen. Danke. Schönen Abend. So frei. Aktiv hat er glaube ich schon gemeldet. Genau. Wir können einfach normal weiterfahren. Von den Modulen her. Haben Sie da schon alles in den 4 Wochen? Oder fehlt Ihnen noch was? Äh. Eben die Grund. Also die Grundmodule sag ich jetzt mal. Wo man hat beim Einstellungstag. Ja. Dann Sport. Mhm. Und Verfolgung. Okay. Da geht noch einiges. Waren Sie schon mal beim Part 1026 allerdings dabei? Das heißt Sie wissen grob den Ablauf von der Verkehrskontrolle? Äh. Äh. Ich würde überlegen. Also wenn wir jetzt nicht sehen. Jetzt haben wir 26, ne? Genau. Machen würden. Überlegung schnell. Dann ist immer glaube ich der Beifahrer, wo dann das Megafon das Fahrzeug anzuhalten. Mhm. Es ist mehr oder weniger, man kann es absprechen auch untereinander. Also das ist nicht so, sag mal fest in Stein gemeißelt. Das kann man auch natürlich variieren. Aber im Prinzip nach Standardprozedere, ja der Beifahrer macht das. Ja. Und ich glaube dann, äh, muss er natürlich dann sitzen bleiben, ne? Schlüssel noch, sagen wir mal zurück. Ne, aufsteigen. Dann überprüft man auch gleich schon das Kennzeichen, wenn man es schon sieht. Ja. Und wenn man dann, wenn der, der Besitzer vom Fahrzeug schon, wir wissen ja noch nicht, wer dann, äh, das Fahrzeug gefahren ist. Richtig, ja. Und deshalb fragt dann, ich glaube das macht dann der Fahrer, oder eben mir spricht sich dann kurz ab, wer der sprechende Part macht. Genau, ja. Also im Prinzip, äh, Standardprozedere wäre hier dann wieder der Fahrer, der sprechende Part. Ah, genau, stimmt. Genau, weil, äh, Fahrer ist ja immer Streifenführer, dementsprechend der, äh, ja leitet in erster Linie immer, sag ich mal, vor Ort die Sachen. Ja, genau. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwelche Einsätze haben, würde ich wahrscheinlich schon eher sie dann auch nach vorne schmeißen, dass sie jetzt ein bisschen was draus lassen und ich greife dann ein, wenn irgendwas nicht passt oder so. Okay. Eigentlich muss ja noch ein bisschen auch mehr die Angst noch ein bisschen verlieren, was falsch zu machen. Absolut. Es, grad, sag ich mal, jetzt als Rekrut, jetzt haben sie, sag ich mal, die beste Chance alles, nicht alles falsch zu machen, verstehen sie es nicht falsch, aber, aber jetzt ist die Zeit zum Üben, wo sie immer jemanden dabei haben, der eingreift, der sagt, wenn was nicht stimmt, wenn was falsch ist. Deswegen, jetzt ist, jetzt ist die Chance da dafür eigentlich, zum Lernen und sich ein bisschen auszuprobieren auch. Ich finde die Angst, dass es dann peinlich ist, ne, wenn sowas passiert oder irgendwie so, ne. Das ist halt so noch ein bisschen mein, mein Problem halt auch, ne. Das müssen sie einfach ganz, ganz schnell ablegen, weil das ist, glauben Sie, bei mir war von Anfang an alles perfekt? Ganz sicher nicht. Und es gibt keinen perfekten Menschen, ne. Das sowieso nicht, ja. Ja, richtig. Genau. Ich hab das auch alles mal lernen müssen. Alles. Ja, klar. Ja, bis jetzt waren die Kolleginnen und Kollegen wirklich, äh, top, also hilfsbereit und ich durfte fragen, wenn irgendwas ist, also. Natürlich. Da gehst du die Angst zu fragen. Frag, ne. Absolut wichtig. Ja, immer fragen. Finde ich peinlich sein. Frag nochmal. Lieber du fragst, ne. Ja. Nochmal, als wenn was passiert. Sie lernen ja. Das ist ja, sie fragen ja die Kollegen nicht, weil sie denn auf die Nerven gehen wollen, sondern sie fragen die Kollegen, weil sie ja was davon lernen wollen. Sie möchten ja besser werden. Auf jeden Fall, ja. Und es wurde auch gesagt, jetzt die vier Wochen, ne, heißt nicht, dass sie jetzt die Prüfung durchzwingen müssen, sondern einfach, man muss jetzt vier Wochen im Dienst sein. Genau, das ist ja nur diese Mindestzeit, dass wir halt wirklich, sag ich mal, dass sie die Erfahrung auch praktisch auf der Straße sammeln und nicht innerhalb von einer Woche die Module durchdrücken und dann fehlen ihnen aber die Praxiserfahrung auf der Straße. Darum geht's ja hauptsächlich. Oder habe ich gesagt, vergiss das, ne. Wenn du halt länger brauchst, dann brauchst du länger. Absolut, ja. Weiß dir keiner den Kopf ab. Nö. Irgendwann vielleicht schon, wenn sie mal ein Jahr rekrut sind, dann wird's vielleicht bisschen schwierig, aber... Verständlich. Irgendwann muss auch dann, ne, ist klar. Ne, das wollen wir schon nicht unbedingt. Also mein erstes Ziel ist auch mal halt dann Office 1 zu werden und die Prüfung zu schaffen, ne. Das ist mal ein sehr realistisches Ziel auf alle Fälle, ja. Das ist schon ein großer Meilenstein, klar. Dann heißt es nicht, ne, man hat's geschafft, jetzt nichts mehr dazu lernen, sondern dann muss man zeigen können. Dann geht's das richtig los. Ja, richtig. Ja. Weil dann sollte man dann nicht unbedingt dann die Fälle haben oder nachfragen. Doch, nachfragen. Nachfragen natürlich immer noch. Sie sind Officer 1. Es gibt noch so viel, sag ich mal, über ihnen. So viele Leute mit mehr Diensterfahrung. Sie sammeln in ihrer Rekrutenzeit ja gar nicht diese ganzen praktischen Einsätze. Es gibt so viele verschiedene Einsatzszenarien. Geiselnamen, Entführungen, Morde, einfache Verkehrskontrollen. Das kriegen sie ja gar nicht alles mit in ihrer Rekrutenzeit. Das heißt, sie werden immer noch auch als Officer 1, als Officer 2, vielleicht sogar noch als Officer 3 Einsätze haben, die sie noch nie in ihrem Officerleben abhandeln mussten. Also dementsprechend müssen sie fragen, wie es geht, wenn sie es nicht wissen. 1. 15. 30. WPD. Haben wir jetzt vorhin der Kollege auch gesagt, der Frage auch noch zum Teil fragen. Wenn es sich jetzt nicht hundertprozentig ist, lieber nachfragen, als einen Fehler zu machen. Natürlich, ja. Es ist halt auch nicht immer jeder Experte in allem. So ist es halt. Klar. Wir haben unsere Leute auch, die spezialisieren sich, gerade wenn es Richtung Officer 3 geht, haben wir die Spezialisierung auch. Und ja, dementsprechend hat halt jeder sein Aufgabengebiet, wo er besser ist. Und welches halt, wo er dann vielleicht auch nachfragen muss, weil er es nicht so oft hat, weil es halt nicht sein Hauptaufgabengebiet ist. Gebiet ist, ja. Eben, learning how by doing auf der Streife. Eben, ja. Die Theorie bringen ihnen die Module, aber sie lernen sehr, sehr viel auf der Straße. Es wird auch gesagt, jede Situation kann wieder, ne, wir können das nur trocken üben, in Anführungszeichen. Aber jede Situation kann anders sein. Es kann immer das Schlimmste passieren. Oder auch nichts Schlimmes passieren. Das kann man nicht voraussehen. Natürlich, ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, diese 10, 26 eigentlich unser bestes Beispiel, was Eskalationspotenzial geht. Da ist halt alles dabei von irgendeiner netten Dame, die einfach nur, sag ich mal, wirklich ein Stoppschild übersehen hat und alles cool ist. Man redet mit ihr, gibt ihr vielleicht eine geringe Strafe und dann ist alles gut. Bis zu dem Fall, wo ich selber hatte, dass ich das Fahrzeug angehalten habe und noch bevor ich ausgestiegen bin, die Waffen gezogen haben und auf uns geschossen haben. Ja, das muss man leider auch damit rechnen, ja. Eben, das ist immer dieses komplette Spektrum ist möglich. Mhm. Man weiß ja auch, wenn man sich, wie sagen wir mal, bei State Police bewirbt, auf was man sich einlässt, ne? Absolut, ja. Das ist klar. Man muss halt mal sagen, tatsächlich, die meiste Scheiße passiert immer unerwartet, siehe OPB, siehe D1026, wo Davis angeschossen wurde. Diese Scheiße passiert immer unerwartet. Immer. 4301, mit Aktiv. Check. Golden Olympus. Easterless. Die, äh, Hafenraubbeufälle. Alles immer... Bams, aus dem Nichts. Ein München. Die Motorräder werden gerade abgeschnitten, oder? Ja, lass es so korrekt kommen. Check. 249. Schmeckt's. Oder ein Expediler rein rum, dass sie Angst vor allem hat. Ach. Haben wir sonst, sag ich mal, von den Ortskenntnissen her? Sollen wir da vielleicht durch irgendein Gebiet durchfahren, wo ich ihnen ein bisschen was zeige an den Orten, oder? Haben sie da irgendwie... Also das wäre jetzt hinter uns ja die Maze Bank Arena. Mhm. Wir können es natürlich auch noch so machen. Sie können, sag ich mal, versuchen, äh, ja, die Orte, wo sie, sag ich mal, können, einfach mehr sagen. Und ich sag ihnen dann vielleicht noch zusätzlich Orte. Wie heißen... Wissen Sie die Tankstelle hier, wie die heißt? Grove, aber ich bin jetzt nicht die Grove Street Tankstelle. Korrekt, korrekt, absolut korrekt, ja. Aber die Tankstelle sind auch noch wichtig zu merken, richtig. Und wenn man ja 10, 20 dann kommt... 4, 101, 10, 30, Mesa, bitte. Mhm. Sollte man ja wissen, welche Tankstelle das man ist. Genau. Hier hat auch relativ prägnant neben uns das Gebäude. Äh, links? Äh, rechts? Genau. Achso, die Megamon? Genau, das ist auch ein sehr guter Angabepunkt hier unten in South LS. Kann man sehr gut nutzen. Dann hier geht natürlich auch immer die ganzen Gang-Gebiete hier unten, also die Turf-Gebiete. Die finden Sie auch nicht im Schwarzen Brett unter der Operations-Tab hier im Bordcomputer. Das sind ja auch alle vom Markt. Ah, okay. Hat Ihnen die schon mal jemand gezeigt, die Gang-Gebiete? Wann? Gestern hat man, glaube ich, gerade was zu tun, wo wir die Verfolgung, also die 60 hatten. Und ja, von Ammonie sind die dann runter hier. Haben sie unten runter, sind dann geschnappt. In Davies haben sie, sagt man, sie abgehandelt und dann mussten sie ins Bissen dann überführt werden. Mhm. Da durfte ich auch dabei sein. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt Gang-Angehörige sind. Und die Turfs wurden, glaube ich, noch nicht ganz gezeigt. Okay, dann machen wir das gleich noch. Zeige ich Ihnen die einmal hier unten in South Wales. Aber ansonsten können Sie sich schon einigermaßen gut einleben bei uns in der State Police. Doch, also, ich darf ganz ehrlich sein. Das macht echt, darf ich das Wort nennen, Spaß? Ja, das darf man nennen, so. Okay. Aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich sagen wollte damit. Absolut, ja. Gefällt mir, ja. Besserer Ausdruck. Nein, ich weiß, was Sie meinen. Das ist so. Ja, man erlebt sehr viel Scheiße jeden Tag. Aber, ja, man macht das halt auch nur, weil es Spaß ist. Also, weil man Freude an der Arbeit hat ein bisschen. Freude. Sonst hält man das auch einfach nicht durch, also. Richtig Freude, wollte ich sagen. Nicht Spaß. Ja. Freude. Ja. Ja. Und wir haben uns verstanden, ja. Genau. Alles gut, ja. Ich bin auch gut aufgenommen, also auch mit den Rekruttenkollegen, also untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch, jetzt immer herzlich aufgenommen worden. Sehr gut. Dann haben wir hier vor uns schon mal unser erstes Turfgebiet, und zwar ist das die 85 Ballers in Rancho. Die haben, äh, eine lila Farbe für die, ähm, Bandanas. Und sind hauptsächlich hier direkt vor uns in diesen, ja, Social Projects, nennen die sich, sind halt so, ja, Sozialwohnungen. Da halten die sich hauptsächlich auf. Okay. Wurde mir, glaub ich, auch schon gesagt, man sollte, als zwei Streife könnte man durchfahren, glaube ich. Als Dreierstreife können Sie durchfahren durch die Turf. Genau. Stimmt. Oder halt, ähm, zwei, äh, Zweierstreifen. Genau. Dementsprechend fahren wir auch einmal außenrum, und, äh, werden jetzt einmal nicht direkt durchfahren. Das ist so riskant. Ich war jetzt noch nicht sicher, ob es jetzt zwei Streifen schon waren, oder drei Streifen, ja. Das wurde mir schon gesagt, ja. Genau, genau. Das ist einmal hier auf der linken Seite dieser ganze Block, wo wir quasi mehr oder weniger gerade drum herum gefahren sind. Ah, okay. Dann kommt jetzt einmal hier rechtzeitig unser nächstes Ganggebiet. Und zwar ist das das Ganggebiet der Davis-Mörder-Gang, DMG, mit roten Bandanas. Das ist quasi hier die Straße auf einmal durchfüllt und dann links und rechts davon die beiden Wohnblöcke. Haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, da waren wir zum Beispiel unter anderem gestern wegen einer Hausdurchsuchung auch drin, weil sie das mitbekommen haben. Also nur am Funk mitgehört. Ja, ich war nicht selber dabei, aber ja, genau. Genau, ich würde auch diesen Block quasi so umfahren, dass sie einmal wissen, was ich genau meine von der Eingrenzung. Das ist quasi das westliche Ende, jetzt fahren wir am nördlichen Ende vorbei. Sehen auch sehr, sehr viele Gassen hier, sehr verwinkelt. Oh, ja. Und haben letztens tatsächlich auch ein sehr hohes Aggressionspotenzial uns gegenüber. Aber hier, wo wir die dann geschnappt haben, könnte möglich sein, ja. Doch, wir sind hier runter, doch. 410S für Leitstelle kommen. Wären wir, oder? 410S? Genau, wir sind angefangen worden, ja. Wird sie kommen? Einmal Lamesa PD anfahren und Kollegen aufnehmen kommen? Ich kann doch zäh... Äh, somit anfahrt Lamesa PD. 410S, somit anfahrt Lamesa PD. Kommen. Sehr schön. Leitstelle in. Kommen nicht vergessen. Ja, aber ist ihnen noch eingefallen, hat gepasst. Kommt das S. Hm, hat sich auch was vergessen. 410S für Leitstelle kommen. 410S fertig kommen. Anfahrt Lamesa PD abbrechen kommen. 410S somit. 410S wieder aktiv kommen. Sehr gut. Oh, war das jetzt falsch? Nein, das war falsch. Nein, das war absolut gut. 410S zur Leitstelle kommen. Ah, okay. Kommen. Ja. Einmal Lagen besetzen und VPD anfahren. War perfekt gemacht. Alles gut, ja gut. Check auf Anfahrt Lamesa PD. Check. Aber so außenrum, das ist eine offizielle Straße außenrum, ne? Genau, außenrum können sie jederzeit fahren, ja. Okay. Einmal zuerst noch das hier. Und zwar gibt es hier auf der rechten Seite dieser Häuser Block. Das sind die Criminal Backyard Shooters. Gelbe Bandanas. Sind aber, glaube ich, aktuell in der Neuformierung nicht wirklich aktiv. Aber gab es definitiv ja auch schon Gangaktivität in diesem rechten Block. Ich umfahre den auch einmal, dass wir den haben. Dass wir wissen, wo es lang ist. 410S 20 Lamesa Tankstelle. Check. Achso, das ist von der anderen Seite, jawoll. Genau. Jetzt sind wir wieder einmal rum und das ist quasi der Block, ja. Ah, okay. Hier haben wir auch noch aktuell einen wichtigen Ort. Das ist einmal hier rechts, das ist das Crazy Cat, dort wo die Dame schild und die Blumen liegen. Ah, jawoll. Genau, das ist auch fest in der Hand aktuell der DMG. Also die DMG, ja, beanspruchen dieses Gebiet. Also Davis Murder Gang, die rote Gang mit den roten Flecken. Ja. Genau, das nächste Gebiet kann ich jetzt leider nicht wirklich gut umfahren. Das müssen wir einmal ein bisschen mehr abstrakt beschreiben. Und zwar ist das die nächste Kreuzung, äh, rechts rein. Und zwar, wenn Sie das sehen, einmal ganz hinten, dort hat es ganz hinten eine Straße. Ja. Die wo dort auf und ab führt, so wie die Straße, die, äh, quasi die nächste Kreuzung der links wäre. Das gehört insgesamt zu den, ähm, Grove Street Gangster-Families, grünes Bandana. Also, was ich hier... Wo man bei der Tanke auch reinfahren würde, ein bisschen weit oben, oder? Genau, wenn man bei der Tanke reinfahren würde. Genau das ist die Straße. Okay. Und die, wo hier rauskommt, gehört eben auch noch mit dazu, die hier rechts. Ah, das gehört auch noch dazu. Das ist so dieser... Das ist ein richtig großer Block. Sie sehen auch, hier sind noch, äh, Gang... Ähm, ja. Graffiti ist das, äh, ist ja ein Gangstein, wo hier zu sehen ist mit dieser Hand an der Garage. Ah, okay. Ah, seine gute Nacht, danke dir fürs Vorbeischauen. Ja. Und dann haben wir hier unten noch, ähm, den Motorradclub in South Wales, der Outlaw MC. Ach, die sind hier auch... Genau. Das ist quasi deren Clubhaus hier unten. Die haben kein wirkliches, äh, Turfgebiet mehr mit dazu, wo die beanspruchen. Die grenzen auf der Rückseite auch direkt an die, ähm, Grove Street Gangsterfamilies. Also das, was wir hier rechts wieder sehen, die Hinterhöfe sind dann schon wieder, ähm, grüne Bandanas, Grove Street Gangsterfamilies. Und nicht nur so ein Kreisel. Ich glaube, wir waren mal... Oder ich bin mal... Genau, wenn man da reinfährt, diese... Wenn man da reinfährt, diese... Wenn man diese Straße reinfährt, ganz am Ende hat es so einen Wendehammer. Das ist so eine Art Kreisel dann quasi. Da sollten sie wirklich nur, wenn sie den Grund haben, reinfahren und auch nur mit ausreichend 10-10, das ist hochgradig gefährlich, da reinzufahren. Weil das ist halt mitten in deren Turf quasi, mitten in deren, ja, eigenen Grund, wo die flüssig beanspruchen. Ich kann nicht verstehen, den Betrieb. Da ist, äh, Finchs, äh, betrinkbar. Da so ein Satz ist wieder was anderes. Mhm. Aber sonst, klar, nee, nee. Genau, das ist quasi wie die Straße, wo wir besprochen haben. Ja, rechts, glaube ich. Genau, rechts und dann ganz nach hinten, das ist dann auch der Wendehammer. Das wäre ja dann Sauzeit, ne? Wenn mich nicht alles... Das ist alles Sauzeit hier, ja. Okay. Genau, hier jetzt an der nächsten Kreuzung trennen sich zwei Straßen ab, einmal nach rechts und einmal nach links. Jawohl. Der rechtseitige Block sind die Strawberry Gangster Families, auch grünes Bandana. Und auf der Linkseite sind die, ähm, Demon Block Click in den Chamberlain Hills. Die tragen auch lilafarbene Bandanas, weil die quasi eine Splittergruppe oder, ja, eine andere, ähm, Gruppe sind, die auch wie die Panic Block Ballers sind. Aber die müssen nicht zwingend zusammenarbeiten, die können auch verfeindet sein. Ah, okay. Genau. Das ist bei den, ähm, ja, mit den grünen Bandanas auch, die gehen vor bis zur Car Wash. Sogar? Okay. Sogar? Okay. Sogar? Das ist nicht mehr. Oh, okay. Ist das aber zufällig, ob wir mal irgendwie falsch fahren wollen wir ja dann nicht unbedingt? Ja. Na gut, das ist man ja nicht alleine. Sowieso noch nicht. Dann kann ich dem Kollegen helfen, wann man sich dann besser auskennt. Ne, da bitte nicht. Und das war tatsächlich soweit unsere Gang-Tour für South L.S. Das ist doch einiges hier unten, ja. Check. South L.S. aktiv. Check. 257 Funk, check. Check. Na, wir haben hier unten auch noch so ein, ja, Fast-Food-Restaurant. Da steht zwar Chase Chicken dran, die heißen aber mittlerweile Chick's Chicken. Ah. Ja, das ist dann aber hier, ja. Auch noch nicht. Was vorbeigefahren schon nichts Mal, aber nicht geachtet. Genau, hier linksseitig ist der Thrift-Shop. Den haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, gesehen. Weiß nicht, waren Sie vielleicht sogar schon mal privat drin? Emotische Unabartemassen zugehabt. Okay. Und glaube ich, äh, wie soll ich das nennen? Äh, ich sag's mal so, ich denke, günstigere... 5N7S 10 Pfand, das sehe ich bonus, bitte. Klamotten nenne ich das jetzt mal. Check. Es ist halt, es ist tatsächlich ein Second-Hand-Laden. Second-Hand-Laden für Klamotten, ja. Genau, danke. Ja. Wollte mir auch empfehlen, falls ich mal einen Anzug brauche und nicht das nötige Kleingeld habe. Ja, dass er so aus Richtung Afrodonis oder Proding ist halt der Anzug echt teuer. Mhm. 449 mal lädt sich ab. Echt alles verwinkelt, das ist ja Wahnsinn. Ja. Es ist ja gerade auf der Rückseite vom Vanilla Unicorn. Vanilla Unicorn, mhm. 5N7S aktiv. Genau, einmal Vorderseite. Und wenn wir hier Richtung links rausfahren, kommen wir hier direkt neben dem Pfandhaus raus. Das ist direkt links neben uns. Ja, das ist das Pfandhaus. Gut, dann mal sie jetzt auch bescheiden, wo das ist. Jep. Danke. Kein Problem. Alle Kochgeschirr, wo haben die, glaube ich, mal ein Angebot, habe ich gelesen. Genau, dann würde ich eben einmal auftanken, aber ich würde auch einmal kurz hier die Toilette nutzen von dem Laden. Melden Sie uns bitte einmal kurz 10.30. Äh, jetzt kommt, da waren wir schon. Habe ich den Namen aber nicht gemacht. Überlegen Sie kurz, wir haben, die Zeit haben wir, überlegen Sie kurz. Fällt es Ihnen ein? Wir haben es jetzt, Sie haben es, glaube ich, vorhin gerade noch erwähnt. Ja, das täuscht. Nein, muss jetzt ganz passen. Jetzt bin ich gerade... Alles gut, das ist die, das ist die Strawberry-Tankstelle. Strawberry, ja, genau. Also 10.30, genau, ja. 410S, 10.30 Strawberry-Tankstelle, ne? Genau, ja, genau. 410S, 10.30 Strawberry-Tankstelle. 510S, 10.30, genau, ja. Dann nehmen wir aus, genau. Genau, ja. Ich mache einmal, ich sage einmal das Auto voll und dann bin ich gleich wieder da. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ja, sorry, ist ungewohnt. Heute ausnahmsweise muss es sein. Okay, dann, äh, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Genau, Queen Planet war nicht ehemalig hier, aber dort befinden die sich nicht mehr. Die sind jetzt unter diesem Zusammenschluss als Ursa-Group Richtung Rancho drüben. 4, 3, 2, 10, 20, MRT Parkhaus. Genau. Hier ist der Schrottplatz. Hier ist der Schrottplatz. Ja, rechts von uns, ne? Genau, ja. Also Schrottplatz, sagen Sie mal, Nähe, Queen Planet oder irgendwas, es gibt auch nochmal einen Schrottplatz oben im Norden, das heißt, Sie müssen irgendwie hinzufügen, dass das der der Stadt ist, sonst gibt's Verwirrung, welcher Schrottplatz. Oh ja, klar. Nicht, dass die dann, ja, nur noch meinen, dabei sind, wo wir in der Stadt. Ja. Genau, genau, ja. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig, ja. Genau. Oder Sie können natürlich auch sagen, Schrottplatz, äh, Nähe, Los Santos Resources. Das wird auch gerne abgekürzt als LSR. Das, falls Sie mal hören, LSR ist Los Santos Resources. Genau. Ah, jetzt, ah, no. Jetzt, wo ich dann selber sehe, ja, alles klar. LSR. Gut. Wann ist jetzt nicht das mit den Motorrädern hier? Wann ist jetzt nicht alles hergesagt? Oder bin ich jetzt falsch? Nein, äh, die Motorräder waren unten am Hafen bei Lysian Island, und das Flutbeck ist in Easterless. Also das war beides ein bisschen entfernt von hier. Ach so, okay. Da war ich jetzt total geografisch falsch, okay. Aber das habe ich auch schon oft gehört, ja. Genau, die Tankstelle hier wird meistens als La Puerta Tankstelle angegeben, weil die ist hier quasi eben im Gebiet von La Puerta. Hinter uns ist ja die Fahrschule auch, die ist ja auch im Gebiet La Puerta. La Puerta, ja, stimmt. Ja, genau. Hallöchen. Willkommen zum Stream. Hi. In Ruhe mal für mich dann notieren und auch privat mal ein bisschen rumfahren und ja, kann ich das in Ruhe auch. Auch die Himmelsrichtung kann man ja auch so üben dann, wenn ich halt so im Kopf dann durchgehen würde, was ich jetzt sagen würde, welche Himmelsrichtung ich fahre. Können Sie im Endeffekt auf jeder Strecke machen, die Sie privat unterwegs sind. Denken Sie sich an jeder Kreuzung, wo Sie gerade abbiegen, welche Himmelsrichtung? Ja, genau. Wunderbar bin ich gerade. Was ich für dich jetzt punkten, eine 1099 ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wo man befindet. Ja. 1030 nördliche Seite Downtown Baustelle. Check. Wie würden Sie das jetzt schon jetzt sagen, welche Himmelsrichtung fahren wir denn aktuell? Osten? Nein. Doch. Wollen Sie sagen, vertrauen Sie sich mehr. Osten war richtig, ja. Osten. Weil Norden wäre ja auch wieder, ne? Bucchi. Nein, nicht das Bucchi. Mein Bucchi da. Genau, ja. Das sind sehr auch Hilfsreiche. Das Meer wäre Westen gewesen. Mhm. Also blieb dann nur noch Osten eigentlich. Und Süden, Souten, also ja. Hinter uns quasi. Also jetzt fahren wir Richtung Norden. Ja. Genau, jetzt abgebogen. In welche Richtung? Süden. Nein. Ja. Also wir fahren gerade Richtung Süden, sagen Sie. Oh nein. Bin ich, äh, wir haben das vorhin das Meer Westen. Ja. Tatsächlich ist es halt, sag ich mal, auch an sich, war schon relativ unmöglich. Mhm. Weil wir sind Richtung Norden gefahren. Es sind 90 Grad abgebogen. Norden, Süden wäre ja 180 Grad. Das war schon so. Das ging gar nicht. Oh Gott. Das ist mir so ein bisschen peinlich dann. Alles gut. Nein, alles gut. Das kann doch vorkommen. Check. Ja, jetzt können noch, jetzt ist ja für mich durchgehen, dann können auch Fehler passieren. Ja, richtig. Absolut, ja. Ja. Ja, ich muss mir auch sagen, die auch schon mehr zutrauen. Selbst wenn es mal falsch ist. Ich meine auch schon Kollegen gehört, auch korrigiere, Fahrt Richtung Süden. Ja. Geht immer mal. Gerade in 1060, dass man eh so schnell funkt quasi dauerhaft und dann kann halt mal vorkommen, dass man in die Himmelsrichtung verwechselt. Also ich hab da mal einen Kollegen, wie nicht so schnell funkt. Ich komm gar nicht hinterher mit Hören. Geht so blablabla. Oh Gott. Dachte mir Oha. Ja, da geben einige ganz schön Gas, was 1060 Funk angeht. Da muss ich mich leider auch selber nicht von ausnehmen. Da bin ich auch einer der schnelleren. Also schön. Ich finde, dass ich bewundere das auch, ne? Also. Ja, aber es ist leider nicht immer sinnvoll, weil dann halt auch die Kollegen wirklich nicht mitkommen, wie sie sagen. Deswegen es hat Vor- und Nachteile. Ach so. Deswegen, ja. Also soll jetzt nicht negativ gemeint sein, ne? Alles gut, ja. Jetzt sieht man das Weinmut. Genau, jetzt sieht man das Weinmut. Richtig, ja. Das sind ja nicht die einfachen Sachen, wo man sich merken kann, ja. Man muss gar nicht groß überlegen. Wo ist das Ding? Zack, Norden. Wo ist das Meer? Westen, ja. 1,71 für Leitstelle, komm. 1,71 hört sie, komm. Einmal die Info-Ortline übernehmen, komm. Das finde ich gerade richtig schön, das ist so ein bisschen, Kates Lernmethoden leben weiter in PD, weil Davis sie immer noch weiter gibt die Methoden. Finde ich schön. 4,1,1, Bürger anliegen, ähm, hat sich erledigt, ähm, sind jetzt aktiv Richtung Davis-PD, äh, MAPD. Zuck. Bisschen Sie, wie der Laden hier rechts heißt? 1,72, Drift-Job. Oder wie der gerne bezeichnet wird? 1,72. Du würdest sagen Suburban? Ja, gibt mehrere da davon, das heißt, die müssen das ein bisschen zu... Ach so, blöd. Ja klar, man muss ja wissen, welcher Suburban. Nee, da muss ich jetzt auch passen. Alles gut, der wird meistens als Suburban Altar bezeichnet, weil der nicht in der Nähe von der Altar Street liegt, beziehungsweise in dem Stadtgebiet Altar liegt. Stimmt. Die Busfahrtstelle Altar, ja. Ja. Oh Mann, das liegt so nah. Manche Sachen. Alles gut, das muss man halt alles auch noch lernen. Das sind sehr, sehr viele, sagen wir, so feststehende Begriffe. Aber man kann sich auch zum Beispiel an Bushaltestellen orientieren. Die haben ja auch dann gewisse Namen. Ja. Als Beispiel Altar oder, ja. Stimmt. 411, 1020 haben wir für die. Aber es gibt einige Suburbens, ja, richtig, wo. Mhm. Ein Wein wird orientieren, aber es ist hauptsächlich auch an, äh, sagen wir mal, Wohnungsblöcken oder sehr großen, prägnanten Wohnbereichen. Das wäre zum Beispiel hier rechts einmal der Fall. Rechts, ja, wo? Das ist, genau, das sind die Meteor Street Apartments hier rechts. Das ist die beiden Häuser quasi, da wo die Brücke dazwischen hochgeht, ist der Eingang und links und rechts davon sind die Meteor Street Apartments. Ah, Meteor Street, okay. Und die haben gesagt, wenn sie das diesen Block nutzen und dann Nord-Ost-Süd-West, haben sie sehr viele Möglichkeiten hier 1020-Angaben da dran zu setzen. Stimmt. Ja. Gewisse Merkmale, wo man sich dann einfach auch dann, wenn man sie dann mal drin hat, dann auch als Orientierungsneden, äh, dass man doch Hilfe nehmen kann. Das wäre zum Beispiel die nächsten Apartments, die Vinewood Gardens. Ja, rechts von uns, ja, wo? Genau, rechts von uns, genau. Und dann haben wir auf der Allerhimmelsrichtung zur Verfügung und dann haben sie einen guten zweiten Orientierungspunkt. Genau, machen wir da alles, ja. Oder Vinewood Plaza zum Beispiel. Genau, ja. Die 310S 1030 für das Pucci Police Department. Check. Hier kann man sogar auch gerne die Straße dazu verwenden, weil wir fahren nicht hier gerade auf dem berühmten Vinewood Boulevard. Deswegen kann man das auch gerne verwenden, weil hier gerade der 11060, ja, wir fahren auf dem Vinewood Boulevard Richtung Westen und mein Telefon klingelt. Moment. Alles gut. Mr. Foley, wie kann ich behilflich sein? Hey, Chief. Ähm, hast du gerade Luft oder ganz schlecht? Äh, geht gerade, bin auf Streife, was dementsprechend geht. Könntest du mir den Gefallen tun und einmal gucken, weil, äh, wann, du kannst glaube ich sehen, wann Leute auch im Feierabend gehen, ne? Äh, ich hab, äh, RDP-Zugriff, wo ich auch die Leute sehe, ja, was brauchst du? Okay, wunderbar. Der Schreiber hat nämlich vergessen, die Info-Outline weiterzureichen, ist einfach im Feierabend gegangen und die war wohl jetzt eineinhalb Stunden besetzt, aber nicht verfügbar. Äh, ich schau mal kurz bei Schreibereien, ja. Ich müsste einmal wissen, wann im Feierabend gegangen ist und wie lange, äh, also das muss nicht jetzt sein, ne, wann er im Feierabend gegangen ist, äh, wie lange er die Info-Outline noch hatte und wie viele Anrufe verpasst wurden, weil, das, ja, da muss man mit dem Schreiber reden, der macht in letzter Zeit vermehrt Fehler und das ist schwierig. Ja, ich bin mir unsicher, ob du die Uhrzeit wirklich wissen möchtest, 21.51 Uhr. Also seit zwei Stunden, wunderbar. Ja, seit zwei Stunden, ich guck mal eben kurz rein, um wie viele Anrufe es sich hierbei handelt, wo sind die Leitstellen, Verlauf, ähm. Es geht tatsächlich, es waren nur drei Anrufe, die ich sehe, die auf die, ähm, BCSO gingen. Mhm. Ja, die PD sieht schlimmer aus. Oh nein. Das haben wir zwei, äh, vier, sechs, acht, ja, sagen wir circa acht, äh, acht verpasste Anrufe auf, äh, PD-Info. Also elf insgesamt. Ja, ungefähr, ich habe es nur grob gezählt, das so, ja, ungefähr. Ja, das reicht mir erstmal, okay, dann schon mal danke dafür und, äh, ja. Jo, kein Ding. Okay, dann bis später. Bis später, ciao. So, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder voll und ganz für sie da. Alles gut, kein Problem. Da war ja auch nur die State Bank, ne? Genau, Pacific Standard, würde ich sagen, ja. Ja, alles gut. Jetzt, äh, nächstes weiteres Orientierungshochhaus haben wir links, dieses, äh, pink angestrahlte Hochhaus, das ist die, ähm, Pegasus-Apartment sind das. Im. Meldung der C11, wir haben hier im MAP die zwei Herren, die ausgeraubt wurden, die Täter sind eventuell noch vor Ort an der Südseite beim Stadtparkhöhe Kiosk, zwei Täter, eine Dame, ein Herr, beide im Hip-Hop-Slam geredet, der Herr hatte ein Gesichtstattoo, ein Stirnband um den Kopf, ein Baseball-Shirt, beide kurze grau-schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine dunkle Hautfarbe, die Dame war ähnlich gekleidet, hatte eine schwarze Jacke mit dem Aufdruck Devil Dogs auf der Rückseite, längere Haare, einen spanischen Akzent, gestohlen wurden 10 Dollar und ein paar Turnschuhe in schwarz-weiß, der Marke Acom. Weil seine Streife aktuell die Kapazität hat, Stadtpark anfahren und schauen, ob die Täter noch vor Ort sind. Sie können uns anbieten, der Leitstelle. Check 410S, Leitstelle komm. 410S, Leitstelle komm. 410S, Leitstelle komm. Letzten Funkspruch, somit komm. Somit sag ich, ne? Ja, genau. Somit komm. Check dann einmal Stadtpark anfahren und Nahbereichsverhandlung. Sag ich fahren an, ne? Sie können 1040 dafür fänden, genau 1040, ja. 411S, Leitstelle, Stadtpark komm. Moment. Check, Leitstelle Ende. 517S, 1020, WIPD, die 122, löst sich von der Streife. Check. Weiterhin von der 411-Turm, Diebstahl am Stadtpark, die beiden Herren wurden nicht aktiv mit Waffen bedroht, aber ihnen wurde gedroht, wenn sie nichts rausrücken, dass sie abgestochen werden. 411S, Ende. Das ist ja genauso raubt trotzdem. Wir gehen dementsprechend relativ frühzeitig auf Code 1 zurück, damit man uns natürlich nicht anfahren sieht und denkt so, ah, die kommen und schnappen uns, dementsprechend die relativ früh hier, ja, in eine stille Anfahrt gehen, dass man uns nicht rumbekommt. Genau. Okay. Also, Sie können dementsprechend einmal sagen, 411S ist im Nahbereich Stadtpark auf der Fahndung. 415-Überführungsfahrt, MAPD. Warte kurz noch. Ja. Noch ein Check. Check. Nachbereichs Fahndung Stadtpark, ne? Genau, ja. 410S. Funken Sie weiter, Sie haben angefangen. Funken Sie, Funken Sie. 410S. Stadtpark Fahndung. Entschuldigung. Ah, gut. Alles gut, war richtig, war richtig, war richtig, ja. Check. E3107, 20-Jährigen, Entschuldigung. Augen offen halten. Check. Ne, und eine Dame waren das, ne? Ja, graue Hose, ein helles Oberteil, aber ich habe jetzt soweit am Südseite vom Stadtpark gar nichts gesehen. Das müsste dann eben in den Nahbereich ein bisschen mehr gehen, wir haben auch ein paar Gassen in der Nähe, wo wir mal vorbeischauen können. Also, sag mal so, vermutlich, wenn die clever sind, sind die auf einem Fahrrad oder in ein Auto gehüpft und weggefahren. Weggefahren, ja. Wenn man gerade jemanden ausgraupt hat, da wartet man ja nicht darauf, dass die Cops kommen, also das ist ja... Ey, ja, klar. Würde ich jetzt auch nicht machen, also falsch verstehen. Alles gut, ich weiß, wie Sie es meinen, alles gut. Ja. Oh Mann, der ist noch sehr unsicher, der ist noch sehr unsicher. Da muss man doch sehr viel formen. 415, 1020, Storberry, Tankstelle. Das ist halt wichtig, dass man es einmal ein bisschen in die Orte erkennt, weil jetzt zum Beispiel auch ein Parkhaus, wo man nach oben kommt, wo sich jemand theoretisch verstecken könnte oder warten könnte. Ja, das ist eine Nulles Überführungsfahrt immer billig. Klingt, ja. Klingt. Das sind alles so Sachen, wenn man sich da auskennt, ja definitiv. Aber das ist halt, das braucht noch, das braucht einfach, das ist Erfahrung. Die können Sie nicht einfach von jetzt auf gleich haben. Ja, klar. Ja, das ist noch ein bisschen Wammel beim Funken, das ist richtig, ja. 4301, 1020, einmal bitte. Ist halt auch nochmal ein großer Parkplatz, wo man sich verstecken könnte, hier irgendwo zwischen den Autos oder so. Wenn man es wirklich darauf anlegen möchte. Jetzt auch noch nicht. Wird man wieder was Neues kennen? Ja. Das sind die Parkplätze für die, das ist das Gebäude hinter uns, das sind die Black Beauty Apartments zu nennen, die es ich. Ah, okay. Ja, wir können jetzt mal gleich noch hier links einmal schauen, aber ansonsten können wir auch gleich wieder aktiv gehen, weil die Chance hier noch Täter zu finden, ist halt dann bei der, ja, bei der Größe des Bereichs schon fast unmöglich. Aber es hätte ja auch sein können, dass die noch näher sind, genau. Es hätte zum Beispiel auch sein können, hätte ich schon Fälle, dass die einfach den nächsten gerade überfallen. Oder so, ja. Manche riskieren es da gerne, die leben für das Risiko. So. Man weiß dann nicht, ob sie mit Fahrer, Motorrad, Auto unterwegs waren. Mhm. Für Fuß, ja. 415, 1020, MAPD 415 flüssig auf. Check. Ja, wir kontrollieren jetzt einmal gleich nochmal hier die Gasse hier drüben. Die führt nämlich direkt Richtung MAPD. Da drüben, die kennen sie wahrscheinlich schon, da parken hier gefühlt die meisten hier in Richtung MAPD. Ja, genau. Obwohl ich gelesen habe, man soll im Parkhaus parken, oder habe ich das falsch gelesen? Äh, es wird empfohlen, ja. Das ist tatsächlich mal, damit wir unsere Autos, unsere Privatautos von den Straßen runterkriegen. Wissen Sie, wo die Parkhäuser sind? Wollte ich jetzt eben gerade noch fragen, wenn man schon hier ist. Wir müssen ja eher auf Nachbereichsfragen, deswegen können wir die auch immer gerne anschauen. Das eine davon wäre hier oben. Da müssen sie hier, ähm, rein. Genau, das sehen Sie auch schon, da parken einige von uns. Ach so, die müssen sie? Genau, sie müssen, so wie sie mit dem Auto auch rein und raus haben, müssen sie auch zu Fuß rein und raus laufen. Sie haben dort keinen separaten Abgang zu Fuß. Gut, das bitte ich so. Genau, mein Auto steht da jetzt nicht unbedingt da unten, sondern dass andere dort parken können. Genau, nee, das ist gut zu wissen. Danke. Und es gibt tatsächlich nur ein zweites, das MAPD liegt nämlich genau zwischen zwei Parkhäusern. Das zeige ich Ihnen auch noch. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch vorne geparkt, vor dem jetzt gerade vorbeigefahren sind. Ja. Und ich habe jetzt heute bezüglich der Zeit, wenn wir noch ein bisschen durchlesen. Das habe ich dann eben gelesen. Ich weiß nicht, ob es... Die Verweisung, glaube ich, war es, ja. Eigentlich ist der Davis echt ein netter Chief. Ja, ich weiß nicht, ich war zu verweisen. Genau, und hier hat es das andere Parkhaus. Ach, das dürfen wir... Ah, ich habe gedacht, das gehört vielleicht zum MAPD, das sind wir da nicht rein. Nee, das ist komplett ein, sag ich mal, öffentliches Parkhaus. Ah, okay. Genau, und dann können Sie einmal gleich wieder funken, dass die Navarachsverhandlung beendet, ohne Erfolg und aktiv ist. 4-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1.ha. Alles richtig? Absolut richtig, ja. Okay. Und noch ein bisschen schneller funken, ne? Alles gut, weil in ihrem Tempo, das passt. Sie müssen da keinen Geschwindigkeitsrekord gewinnen. Dann habe ich ja auch immer Angst, dass ich den Punkt dann zu lange blockiere. 4, 3, 2, 10, 20, Crazy Cut. So lange Sie es jetzt nicht unnötig, langsam machen. Aber passt das. 4, 1, 5, 5 für Leitstelle, komm. 4, 1, 5, 4. 4, 3, 2, ebenso. Wohnungsalarm, Rockford Hills anfahren, komm. 4, 1, 5, 10, 40. 4, 3, 2, 10, 40. Also ich glaube von den Chiefs ist nur noch, der Einzige, der noch netter ist, ist Kowalski. Kowalski ist wirklich nur ein Chief, der ist noch netter. Im Vergleich zu Kowalskis, der ist ja ein Arsch, seien wir mal ehrlich. Können wir erstmal noch ein bisschen in East L.S. umschauen? East L.S., genau, das habe ich letztens gesucht. Ja. 4, 1, 15, 40. Dispatch, Rockford Hills. Check. Kowalski. Ja, wobei Kowalski und Kowalski betteln sich an diesem Platz. Kowalski ist auch, äh, ist auch schon davon mit dabei. Die Straße zum Lamesa, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die Straße vom Lamesa. Wir haben 4 Personen mindestens, einer rennt gerade weg. Wir verfolgen eine Person zu Fuß aktuell, was direkt in ein weiteres Privatsender rein rennt. Also sich hier merken können als Orientierung, das ist die Schneiderei von Cypress Warehouse hier drüben. Achso, zur rechten Seite, ja. Genau, genau, zur rechten Seite, genau da, wo auch die blauen Autos hinten stehen. Ah, ja, ja. Und... Eine Person in Cassidy, äh, die zweite Schreibe, die gerade anfährt, passen Sie mal Richtung Dispatch, hat eine Person noch in das Privatsender reingerannt und drei Personen sind noch weggerannt, oder zwei Personen. Und der hat unterbrunliche Leuchtung an. Ja, 432, check, 1020, ähm, bis... Check. Und die jetzt noch nichts... Äh, warten Sie mal noch kurz, ob wir den noch ein bisschen näher kriegen. Achso, wir warten jetzt mit der ersten bis zur Ansage, quasi. 4103, komm. Ja, werden angefunkt. Äh, 4103, komm. Komm, 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 einmal das Lolitas anfahren, dort gerade eine Person niedergeschlagen und einmal drum kümmern, komm. Ja, dann fahren wir Lolitas an. Wie heißt das, Peritas? Lolitas. Aha. P1S, 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 kert Lolitas an. Check, Leibstelle, Ende. Oder 1040, ja. 431, 1040, Lolitas. Check. Dann gewinnt 1040, ja. Check. Untertitelung des ZDF, 2020 4, 3, 1, 10, 20 Oh, eine Akte weniger Ich dachte, wir sind erst zur Streife, aber dann nicht Ruhm findet momentan Der Gegensatz zu seiner Art Ja, der ist, die Akademie verweichlicht gerade komplett Ja, die sind weiter richtig südlich auf die Straße geflüchtet, falls sie sie nicht mehr auffinden können, gehen sie mal ins Gebäude rein, vielleicht noch dort welche drin kommen Ja, check, wir gehen gleich ins Gebäude Ja, die X4 79 kommen, hier genau 10, 20 Nördlich, bei dem Waldheimischen Parkende, wo das Tennis Gebäude ist, ja Ja, check Ja, einfach 10, 20, sobald der Funk frei ist Ja, sobald es 10, 20 probiert hast Check Und es waren drei Zwei haben uns aber von denen wahrscheinlich schon ausgerupt und eine gespottet Das sind die selbst, die den quasi zusammen geschlagen haben Ja, okay, dann schon mal danke für die Meldung, wir gehen dem nach, ja Okay, gut, mhm Okay, ciao Ciao Die müssen auch da gerannt sein Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Äh, wo denn? Wo ist Assi Chief bei uns? Glaube Ja, dann warum wir nicht da hinlaufen, wenn er nicht da ist, okay, nevermind, dann zurück, my bad Okay Ich bin aber gerade ein bisschen verwirrt irgendwie Also lag es nicht an mir, okay, dann Dann okay Ich dachte noch gerade im Live-Tracking-Szenen, dass da oben ja auch noch zwei Streifen sind Ja, weil die haben die doch Fußläufe verfolgt Und dann habe ich ja gefragt, wo und er meinte doch Tennisplatz oder nicht Aber wenn die jetzt ganz woanders sind, dann halt auch noch Okay, wie können wir euch am besten unterstützen gerade? Wo braucht ihr uns hier? Äh, wir sind gerade, wir sind zehn Sekunden vor euch angekommen Also wir wollten eigentlich die Kollegen unterstützen, weil es eine fußläufige 1060 wohl gab Ne, die ist woanders, die fußläufige 1060 gewesen Ja, ja, also deswegen, das war wohl ein bisschen verwirrend im Fungerwitten, ne? Das war das, deswegen, also dann am besten einmal mit ihm in die Quatschen gucken, ob es hier noch Zeugen gab Und sonst, äh, sehr viel mehr können wir nicht machen Und dann wird halt eine kommen Ja, check, 297, ja Ja gut, dann wird wohl nur eine gemeldet und der Zeit hat vielleicht noch mal jemand was aufs Maul bekommen oder sowas Ja Check Was? Leitstelle für 247, komm Hört sie, kommen sie Bräuchte eine Personenüberprüfung Vorname Miguel mit G Nachname Diaz mit Z Am 2.12.98 geboren, komm Check, Leitstelle, komm, stand by Das sei das nicht ihr hier? Die 431? Ne, ne Ne, ich mein, äh, hier, den Krankenwagen, wir haben ja zwei Ambulences Achso Leitstelle in der Ambulance Achso, ich dachte erst Person wird aktuell gefahndet, komm Oh Wo sind die, äh, zwei vom MD Ja, oder die kamen, macht das Sinn, jeweils getrennt? Eigentlich macht das keinen Sinn, aber, naja War nie allein, glaub ich Ich find, da frag heute nix mehr Wo sind die hin? Weiß ich nicht Können wir ja gar nicht fragen, wenn die da durch sind Dann kann einer mit dem Herrn sich unterhalten Eine, ein, also eine, eine Gruppe Mein Gott, ich kann heute auch nicht mehr reden Ein Streifenwagen, so Und der andere kurz mit dem MD, so fand ich das Frage an die Einheit, die gerade vor Ort ist, äh, noch, äh, bei der Rockfort Sind sie schon im Gebäude gewesen? Wir waren im Gebäude, Gebäude soweit clear Na ja, Check, äh, schauen sie mal, ob sie Einbruchspuren zweckste Tür finden können Laut der Person war die Tür offen und die ist einfach nur reingegangen Na sicher Check, machen wir Bestimmt auch so gewesen, ne? Mhm, ich geh ja auch für gewöhnlich mal bei irgendwelchen Leuten rein, wenn die Tür offen steht Klar Hier ist aber natürlich erst mal, hm, ist die Tür offen Ja, Mensch, kann ich mal reingehen Ja, klar Was macht man von zu zu seiner Platz? Mhm 432 informiert, das sind Hebelspuren an der Tür, also höchstwahrscheinlich mit Gewalt aufgebrochen kommen Mhm 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 So Kurkum, ja, wie können wir mit Kurkum hinpacken? Also Fo, Foley? Porma? Porma eigentlich auch, Porma wäre ich auch cool Porma wäre ich auch mit Handelsporer? Porma, wohl Porma wäre ich auch mit der Tür? Porma wäre ich auch mit der Tür? Porma wäre ich sicher Farbe? Porma wäre ich, weil wir da noch Entfernen? Foley seh ich auch Foley oder Porma Wären beide echt coole Assistant Chiefs Weil ich halt nicht weiß, ob Porma nicht da auch als Captain oder als Abteilungsleitung von der Academy gerade aufgeht Das ist immer so Manche gehen halt viel viel mehr in diesen Abteilungsleitungen Auf, als auf diesen Chiefposten, deswegen Ist immer so ne Frage Aber ich muss sagen Aber das ist tatsächlich Es ist leider wirklich realistisch Aber dieses Da ist jemand verletzt Krankenwagen Und die tanzen einfach fleißig State Police steht da mit zwei Streifen Aber es ist halt leider realistisch Es ist absolut realistisch Aber ich glaube, ich weiß, wer das ist Das ist unser Freund aus dem M-Design Ist nur was strenger Und das braucht Ja, Foley ist definitiv strenger Ich glaube, ich glaube, ich glaubeän Ich glaube, ich glaube, ich habe das Guten Abend. Hallo. Wir wurden hier als State Police mit hinzugerufen. Was ist Ihnen denn passiert, wenn ich fragen darf? War nur eine kleine Schlägerei. Das war es. Sonst nichts. Okay, möchten Sie Anzeige erstatten gegen die Personen, die Sie geschlagen haben? Nee, alles gut. Das heißt, es ist alles okay? So keine Anzeige, nichts? Nein, nein, ist alles okay. Sie wurden nur mit Fäusten verletzt auch oder irgendwas? Nein, nur Fäuste. Sonst gar nichts. Hey, ganz kurz. Hallo. Ja, eigentlich nichts. Okay, würden Sie trotzdem anbieten? Kannst du den Personalausweis zeigen? Einfach der Vorständigkeit halber? Alles klar. Mr. Cole. Habe ich so notiert. Dann haben Sie den gerne einmal wieder zurück. Ich mache einmal der Vorständigkeit halber. Aber ich bin die 325 Davis. Dann haben wir auch einmal das noch. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung und trotzdem noch einen schönen Abend. Eben so. Tschüss. Ja. Ja, wenn es keine Anzeige gibt, dann haben wir auch nichts zu tun. Ah, okay. Wer hat es denn, oder? Drin ist noch jemand umgekippt, deswegen die zweite Ambulance. Ah, okay. Also noch drin welche. Ja gut, der möchte keine Anzeige erstellen. Dementsprechend, ja. Ist das relativ schnell. War wohl nur eine Schlägerei. Irgendwas möchte niemand anzeigen. Personal habe ich trotzdem. Dementsprechend sind wir eigentlich an sich wieder ready to go. Dann, ich danke und dann stay safe und bis später. Bis später. Bis später, stay safe. Äh, nee, wir sind da vorne. Ja. Vielleicht einfach noch kurz so als Learning von unserer Aufstellung. Ich habe extra hier Abstand gehalten zu dem RTW, dass falls die schnell los müssten, falls der quasi irgendwas hat, dass die rausfahren könnten, nicht den RTW zu parken. Oh, ja, nee, das wird. Jetzt haben wir trotzdem Schutz und trotzdem kommen die vorbei. Genau, genau, ja. Dann, das würde ich haben, das sind wir wieder aktiv, oder? Genau, einfach wieder aktiv. Oder muss man einfach die Info durchgeben? Okay. 410 ist aktiv. Ob das beendet ist, muss man da nix. Es wäre in dem Fall die Aufgabe von der anderen Streife mehr oder weniger gewesen, weil die ja vor Ort war, dementsprechend werden die ja, sagen wir mal, automatisch Art Einsatzleitung, weil die erste Streife, die vor Ort ist, ist die Einsatzleitung. Auch wenn sie nicht wirklich nötig ist, in dem Fall, wäre die die Einsatzleitung, die auch den Einsatz wieder beenden müssen, dass sie das jetzt nicht gemacht haben. Passt es so, weil es impliziert ja auch automatisch, wenn sich eine Streife aktiv bildet, ist ja der Einsatz beendet. Das ist ja so ein bisschen eine logische Konsequenz. Ja gut, ja, so gesehen, ja klar. Ich habe auch schon gehört, dass sie sagt, somit Einsatz beenden. Ach so, wenn ein Einsatz, ja. Gibt es mal bei größeren Sachen, da wird das gerne mal verwendet. Also wenn niemand eine Anzeige macht, dann ist es im Prinzip dann für uns erledigt in dem Sinn. Jein, in dem Fall ja, weil es eine Ordnungswidrigkeit war und die Ermittlungshoheit liegt dann dementsprechend bei uns von der State Police. Das heißt, wir können so oder so per se entscheiden, ob wir ermitteln wollen oder nicht. Wir hätten uns auch über den hinwegsetzen können und sagen können, wir möchten trotzdem ermitteln. Aber das hätte keinen Sinn ergeben, weil er hätte nicht mit uns kooperiert und wir haben eh keine Ermittlungschancen gehabt. Weil wie soll ich den Täter identifizieren? Ich habe halt einfach nichts. Der wird mir nichts sagen können. Er wird halt nicht mit uns reden. Dementsprechend ist die Ermittlungschance eh quasi gleich null. Aber anders wäre das Ganze gewesen, wenn es ein Fall gewesen wäre, der einen Staatsanwalt beziehungsweise die Richterschaft mit dazu benötigt hätte. Diesen hätten wir zu Protokoll nehmen müssen. Immer. Ja, dann muss man, ja, richtig. Ja. Dann können sie eben noch die Aussage verweigern. Genau, dann können sie die Aussage an sich verweigern. Wobei das halt trotzdem auch so eigentlich als Zeuge ein Recht ist, wo man nicht wirklich hat. Bzw. als Zeuge hat man ja das Recht, nur die Aussage zu verweigern, wenn man sich selbst belasten würde. Das ist ja quasi impliziert, wenn man als Zeuge die Aussage verweigert, man würde sich belasten. So, deswegen ist das ja immer dieser Punkt. Ist wieder so ein bisschen, ja. Habe ich ja was zu verbergen, wenn ich es verweigere eigentlich. Richtig, ja. Natürlich, es gibt auch andere Gründe, warum man Aussagen als Zeuge verweigert. Z.B. wenn man Angst hat vor den Konsequenzen, dass man identifiziert wird, wenn man mit der Polizei geredet hat oder irgendwas. Diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Deswegen, bei sowas, da muss man immer ein bisschen mit dem Feingefühl auch herausfinden, was da gerade in der Lage ist. Ja, also ich hätte jetzt auch, also von was ich jetzt da mitbekommen habe, war dann nicht sehr gesprächig, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da hätte er auch nichts dazu sagen wollen. Ja, hätte er auch nicht. Wie ich es jetzt vorhin auch gesagt habe. Da sind wir noch mit der Zeit wahrscheinlich schon eher so ein... Wurde weitergeführt, ja. ...spitzengefühl, oder man merkt so ein bisschen, wie die Leute ticken, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt nicht, ist alles gut, dann kann man davon ausgehen, ja gut, dann wird jetzt wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn man weiterfragt. Genau, genau, ja. Ich meine, wenn ich das richtig auf die Schnelle zugeordnet hätte, er müsste auch tatsächlich Mitglied einer Gang sein. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welche, aber er müsste zu irgendeiner Southwil-Ass-Gang gehören. Dementsprechend ist es eh nicht verwunderlich, dass die eh keine Lust haben, mit der State Police zu kooperieren. Und die Kollegen haben doch noch gesagt beendet. Äh, da ist er nicht auswendig, Ja, guter Punkt, wir waren ja bei unseren 10-20-Endgaben. Hier rechts befindet sich Rainys, der Getränkehersteller. Ach, da ist er. Genau, mit den ganzen blauen Fahrzeugen, blaue LKWs, blaue Gabelstapel, das ist Rainys. Rainys, okay. Und ich glaube, die hintere Straße geradeaus, wenn wir Cypress, äh, Cyperfl, oh Gott, kann ich das aussprechen? Cyperflats? Cypress Flats, ja. Das ist Cypress, so wie die Firma. Äh, Cypress, ja, genau. Genau, hier auf der linken Seite ist einmal das Gelände von Wallis Brause, so genau hier links an dem Tor. Und da hat mein Kollege auch gesagt, sollten Sie kennen. Ich so, ja. Trinken Sie das? Ich so, ja, ja, dann wissen Sie, woher es kommt. Ich so, jetzt hier. In welche Himmelsrichtung fahren wir denn aktuell? Ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, ah, Süden. Korrekt. Äh, das ist auch gut, äh, Übungssache. Beim rumfahren muss ich mir das unbedingt einfach durchgehen und dann nebenan sitzt das, genau. Genau, und hier unten ist, äh, Cypress, die, äh, ja. Cypress, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, genau. Ich würde das, äh, ja. 五ae, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Sie hatten ja vorhin auch gesehen, der Fahrer, den wir da mit der Unterbodenbeleuchtung hatten, der hat uns ja auch massiv provoziert, der wollte ja quasi, dass wir ihn verfolgen. Der ist ja da auch in der Streuzung stehen geblieben und hat so lange gewartet, bis irgendwas passiert. Also der hat es ja provoziert. Das war doch der, ne? Ja, das war der. Ich war jetzt nicht sicher, aber dachte mir so, das Auto kommt mir doch bekannt vor. Den auch im Grund nicht provozieren lassen, ne? Also sagen wir, wir müssen natürlich schon durchsetzen und den auch natürlich festsetzen, aber nicht grundlos provozieren lassen, ja. So meinte ich das, ja, genau. Die Unterbodenbeleuchtung ist ja nur erlaubt, wenn das Auto steht. Genau, wenn es geparkt ist, ist das kein Problem. Oder auf Privatgelände, das ist uns auch egal, aber auf der öffentlichen Straße ist es nicht erlaubt. Ist das Spoten, genau. Genau, das hier rechts sind die Ölfelder. Die sind ein relativ groß, weitläufiges Gebiet, sehr viele Lagerhallen, abgelegene Orte. 09, 10, 20, BPD, Lassi, auf. Check. 4, 3, 2, 10, 20, Strawberry Tankstelle. Check. Wenn wir jetzt hier runterfahren, das ist ein relativ abgelegenes Strandstück. Hm, da war ich jetzt Hongkongi. Wird meistens als Strand südlich Nusgebäude bezeichnet. Ach, das ist das, kann man auch schon gehört, ja. Genau. Check. Da können Sie auch, also da treffen Sie sich entweder auf irgendwelche Dates oder können natürlich auch auf irgendwelche Verbrecher treffen, die hier irgendwelche Deals ablaufen lassen oder irgendwas. Wir sind ja wenig beobachtet in dem Sinn und haben schon ein Fahrzeug. Ja, aber vermutlich eher Date. Ja, genau. Ja, da hinten stehen schon irgendwie zwei Personen, wird wahrscheinlich eher ein Date sein. Wenn wir jetzt auch hier keinen Anhaltspunkt auf irgendeinem Verbrechen oder irgendwas. Ja, klar. Und trotzdem mal vorbeigucken, genau. Wenn Sie das Date unbedingt crashen wollen, kann man da... Nein, ich meine hier runterfahren. Achso, hier unten, ja. Ja, das auf alle Fälle, ja. Nein, nein, oh Gott. Nein, nein, State crashen. Nein, nein. Das definitiv nicht. Das macht man schon als Date-Police aus Versehen oft genug. Einfach so mal markante Wege, wo man sonst auch nie runterfahren würde. So meine ich einfach mal auch zum Schauen, genau. Hier den nur viermal hält sich ab. Check schon feiern. 432-1020-MRPD, die 257 löst sich aus der Streife und die 432-Überführungspfad nach Davis. Check. Genau, und das hier ist das dementsprechende namensgebende News-Gebäude, hier links von uns. Links dann, okay. Ja. Wie Sie sehen, das ist ein, ja, Sicherheitsbereich hier auch, dementsprechend. Schade, das ist ja auch mal nicht ein bisschen langzufahren. Ist auch alles Government-Gelände hier. Und die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Aber dann, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt im Dienst auch nichts verloren. Genau, im Dienst können wir hier drüber fahren, aber alles andere. Auch schwierig, ja. Einfach mal, wenn ich privat unterwegs bin, weiß ich immer, wenn es Schlankenhahn oder so irgendwas, fahr da lieber nicht rein. Genau. Jetzt sieht man das dort immer von unten in Beule. Ich kriege es leider gerade nicht mehr zusammen, was News hieß. Das war National Security Record Database. Ah doch, hier, ich wollte Ihnen gerne nicht noch sagen, wofür das News steht, aber hier steht es dran. National Office of Security Enforcement. Hier steht es dran. Ja, okay. Ja, das wurde mal in die Luft gesprägt. Oder im Gronen-Gebäude. Genau, ja. Oder? Doch, richtig, ja. Das wurde mal in die Luft gesprägt von UPB. Dann waren unsere ganzen Daten weg. Aber gut. Das ist nichts, was man jedem Rekruten gleich auf die Nase binden muss. 517S in 30 Partito-Bait-Hangstelle. Check. Genau, den Highway, wo wir jetzt rauffahren, das wird gerne als der East-East-Highway bezeichnet. Weil das quasi der ganz, ganz östlichste Highway, also ganz Ost-Ost-Highway quasi ist. Der östlichste, den es gibt auf der Insel. Ah, ja. Und auf dem gibt es insgesamt eine Tankstelle, deswegen ist das hier oben auch die East-East-Highway-Tankstelle. East-East-Highway-Tankstelle auch. Genau, und hier werden wir auch einmal tanken. East-East-Highway, genau. 410S, 1020 East-East-Highway-Tankstelle. Alles gut, alles gut, hat gepasst. Ein Versprecher, dann lieber kurz nochmal loslassen. Nicht so sehr verunsichern lassen von dem Funk. Ja, man hat passiert, dann kurz loslassen und dann nochmal neu, wo man dann lange den Funk blockiert. Den blockiert man trotzdem, soweit man drückt. 4, 1, 1, 10, 20 für die. Muss noch dem, die ein bisschen sicherer werden, aber. Ist nicht so übel. 410S, aktiv. Aber hat er halt auch noch nicht wirklich irgendwelche Einsatzlagen oder irgendwas. Das ist halt, ja, Rekrut ganz am Anfang. 511S, das war ein bisschen. Das Gelände, wo wir jetzt rauffahren, wird als E-Werk bezeichnet. Das ist eine unserer Hauptstromquellen für die Insel hier. Ah, E-Werk, okay. Ja, hatten wir auch schon, wenn hier was passiert, da gab es auch mal Brand, da hatten wir auch Stromausfall in der Stadt. Deswegen, ja, ist sensible Infrastruktur. Genau, wenn es dann heißt E-Werk, dann wissen wir, okay. Genau. Genau. Ja, bitte. Ja, bitte. Genau, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nur nicht, ob das Diner noch dazu gehört. Ja, gehört es dazu. Alles, glaube ich, hinten war auch eine Tankstelle. Entschuldigung. Alles gut, ja. Genau, und wir haben ja auch hinten, das ist noch so ein Trailerpark am Dino Diner. Das ist auch mal ein ganz guter Punkt, den man ab und zu so anfahren kann im Streifendienst. Das wusste ich jetzt noch nicht, okay? Na ja, so ein bisschen versteckt in so einem Trailerpark. Die Leitstelle für die 257, komm. Je nachdem werden hier auch komische Filmchen gedreht, aber das ist wieder was anderes. 257, ein Teilbereitung, immer bitte, komm. Leitstelle somit, komm. 257, Ende. Der Film-Schauspieler ist ja nicht mehr da dafür. 257, Ende. Ich glaube, ich habe ein Darknet-Laptop gesehen. Ich wusste gar nicht hier. Ich glaube, hier hat es ein Darknet-Laptop. Ich stelle zumindest ganz auffällig ein Laptop. Das kannst du halt eh jetzt hier nicht anspielen. Das ist nur was, was ich OOC jetzt sehe. Wo war das? Ich habe gerade einen Monitor leuchten sehen. Hier steht 100 Pro ein Darknet-Laptop. Wo war das hier? Da, das ist ein Darknet-Laptop, 100 Pro. Ja, Miloš ist, äh, Homeland. Ja, nur groß, ne? Sehr weitläufig hier. Ja, ja. Ich dachte, das hast du mitbekommen beim Einlesen. Äh, ne, der Fall wurde von Homeland damals beendet. Und, äh, auch, ja, sein Aufenthalt auf dieser Insel. Genau, richtig, das Dino Diner und, äh, da dahinter ist auch die Tankstelle. Also, Tankstelle möchte ich das nicht bezeichnen. Sagen wir es, Zapfsäule. Zapfsäule, genau. Das ist ja nur diese eine Zapfsäule hier, ja. Gestern mit einer Dame, die jetzt vorhin gefunkt hat, war... Assassin's Chief Brand, meinen Sie die? Ja, genau. Assassin's Chief, ja, genau. Auf die Streife fahren, da war man natürlich hier ein bisschen unterwegs. Mhm. Und, sagt sie denn, also, den können sie sich bestimmt merken. Denken sie an den Dino da vorne, und dann das da in der Mauer geschrieben ist, und dann haben sie es. Ja. Deshalb war ich jetzt... Ob ich es mir kurz noch... Ich bin immer so schnell mit Robin, sorry. Aber in der Zeit ist es dann drin, definitiv. Mhm. Und je mehr ihr dann hört, wo die Kollegen funken, wo sie tanken, kann man sich dann auch ein bisschen orientieren. Brobelly wurde vorhin nochmal genannt. Mhm. Hier wäre wahrscheinlich der andere Schrottplatz, wo sie wahrscheinlich von gemeint kam. Absolut, absolut korrekt. Deswegen bin ich hier nochmal vorbeigefahren, weil das ist der andere Schrottplatz. Wir sind hier gerade inmitten der, äh, das ist die Grand Sonora Desert, hier die Wüste. Mhm. 4-1-1-20, immer bitte. Check. Auch ein Wendekreisel. Genau. Ich weiß nicht, mit so Wanderparkplätzen noch mit dran. Ja. Er fehlt, genau. Genau. Sandy Schoss, Er fehlt aber wichtig dazu, weil es gibt mehrere. Stimmt, es gibt glaube ich Richtung, äh, lass mich kurz überlegen, Grape Seed heißt es glaube ich noch. Korrekt, korrekt, ja. Genau. Er ist auch noch wichtig, nicht? Ja. Also es ist halt immer dann wichtig, wenn es von irgendwelchen Sachen mehrere Sachen gibt, dann muss man den Ort ein bisschen noch genauer dazu geben. Ich bin immer so schnell mit Homeland, weil es halt auch nichts Neues für mich ist, was draufsteht, deswegen bin ich da ein bisschen schneller. Ich sehe immer nur, ich kontrolliere bei Homeland halt aktuell immer nur den untersten Namen so. Ja, Homeland, ah, check, unterste Name ist noch der gleiche, dann ist nichts Neues drauf. Hier oben halt gerade im Plain County ist auch sehr wichtig, diese ganzen, ja, Sandwege abzufahren. Das ist halt sehr, sehr viel, was hier abseits der Straßen ist. Sie sehen halt schon, was für ein Riesengebiet wirkt, weil sie gerade durchqueren auf dieser Landstraße oder auf dieser sandigen Straße, wo wir in den Hauptstraßen gar nicht gesehen hätten. Stimmt, ja, korrekt. Genau, wenn wir jetzt wieder hier links fahren würden, würden wir in Harmony rauskommen? Das wurde jetzt gerade gesagt, Inno ist doch Harmony. Ja. Genau, ja. Bei links dann, okay. Das hier vor uns ist als die Ruinen bekannt, das Ruinedorf bei Sandy Shores. Auch schon gehört. Ja. Auch noch nie gesehen, okay. Ist, je nachdem, kann manchmal ein gefährlicher Ort sein, je nachdem wie die aktuelle Lage ist, weil das wurde schon von, ja, geflohenen, also aus dem Statebüsen geflohenen Straftäter und verwendet er das unter Schlupf. Da waren auch andere Leute hier, die schon Zuflucht hier gesorgt haben. Also das immer mit Vorsicht zu genießen. Genießen, okay. Ja. Wenn sie da mal wirklich zu Fuß rein müssen, ziehen sie sich unbedingt eine 10-10 mit hinzu. Alles klar, nicht. Mir wurde auch gesagt, wir sind im Notfall lieber einmal... Du musst über eine Fett, die wir nicht hier haben. Na Gott. Soll ich eine Fahnen von einem? Dankeschön, Fahnen. Eine 10-10. Zu viel anfordern und eine zu wenig. Absolut, ja. Da ist einmal auch kein Kopfhaft, wenn da nichts mehr wird draus, aber lieber, wenn man sich unsicher ist oder nichts riskieren will. Mhm. Wahnsinn, ja. Alles gut, ich weiß es ehrlicherweise nicht und ich möchte auch nicht mutmaßen darüber, was da passiert ist. Auch noch ein Trailer. Mhm. Und da gibt es halt hier oben sehr, sehr viele, gerade vereinzelten, irgendwelchen, mitten im Nichts gefühlt. Mhm. Stehen hier einzelne Trailer rum. Mhm. Jetzt fahren wir gleich wieder Richtung Sendyshow, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber wir biegen Fuche ab. Also das war richtig, aber wir biegen nochmal Fuche ab, ja. Okay, nee, nee, alles gut. Aber nur gut, die Orientierung wieder. Genau, weil hier gibt es nicht mal einen weiteren Trailerpark. Oh ja. Der wird als westlich vom Allermusee meistens bezeichnet, weil er ist halt direkt am Allermusee gelegen und westlich davon. Westlich, okay. Ja. Auch hier kann es je nach Situationslage gefährlich sein oder auch, also aktuell ist es relativ entspannt und auch ruhig hier in diesem Trailerpark. Aber wir hatten ja auch schon teilweise Anweisungen, dass wir nicht mal durchfahren dürfen ohne 10-10 mit dabei. Also das ist wirklich so abhängig, je nachdem wie schlimm gerade hier die Lage ist. Aktuell geht es. Und was wir jetzt insgesamt machen, ist einmal um den Allermusee drum herum fahren, mehr oder weniger. Gibt es nicht so eine Sandstraße, die führt komplett nördlich vorbei, Richtung Osten, die fahren wir einmal rum. Dann fahren wir, glaube ich, auch Crabside. Genau, dann kommen wir Richtung Crabside, korrekt. Ein bisschen ist doch was geblieben. Also, ich finde ganz schön viel sogar, ist doch gut, es sitzt doch. Gut, jetzt noch die Frage, weil man jetzt hier wäre, ne? Gut, da kann man sagen, westlich vom Allermusee. Aber was nehmen wir als Anwaltspunkt? Westlich vom Allermusee, mehr geht nicht. Sie können sagen, westlich vom Allermusee, nördlich Trailerpark. Oder so, ja gut. Oder die Brücke. Ja gut, Brücken hat so viele. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ne, sie müssen hier wirklich Himmelsrichtung wählen. Das geht nur. Anders geht das nicht. Manchmal kann man es nicht genauer eingrenzen, gerade in so offenen Gebieten. Mh, eben, das ist dann eher wahrscheinlich dann, in der Stadt kannst du Gebäude rund um dich erwähnen. Und hier oben, viel sage ich jetzt mal, ist dann schon ein bisschen, hat die Himmelsrichtung relevant. Ja. Es ist die Fahrt Richtung Norden. Ja, weil wir schon eher Richtung Nordosten, weil wir drehen langsam ein Richtung Nordosten, Richtung Osten ist schon. Es gibt tatsächlich für, sag ich mal, so offene Gebiete, gibt es noch eine Möglichkeit, die Ortsangabe auch anders zu machen. Man kann eine Linie ziehen, zwischen zwei Punkten, was jemand nennt, zwei 10, 20 Punkte. Und sagt, man ist auf dieser Linie dazwischen, ungefähr auf der Hälfte oder drei Viertel da, zwei Drittel hier. Das ist möglich, aber das ist wirklich dann, sag ich mal, schon eine fortgeschrittenen Technik. Ja, ja, klar. Aber ist möglich. Kollegen, ja. Ja. Ich glaube, das wird heute gar nicht mehr beigebracht, tatsächlich dieses Auf-Linien-Teilen. Ich glaube, das wird nicht mehr gelehrt, das ist noch ein altes Ortskunde-Ding. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, dass das gelehrt wird. Aber egal, Dave, es ist eher alte Schule. Der bringt auch noch solche alten Sachen bei. Okay. im Norden kommt halt immer natürlich auch noch mit dazu im County dass sie auch immer mit Wildtieren natürlich rechnen müssen das ist halt doch ein bisschen mehr als in der Stadt ja ja und hier kann es halt auch im schlimmsten Fall passieren dass ihr in den Berglöwe irgendwo über den Weg läuft das ist möglich ja hier ist natürlich dann sag ich mal Wohngebiet von auch Wildtieren nenne ich das jetzt mal genau richtig richtig ja Koyoten Koyoten meist in Richtung Wüste hier gerade Richtung die Bergige Region gerne Berglöwen gibt's auch Wildschweine gibt's sehr sehr viel Berglöwen knabbern gern dann am besten die Parkranger oder wie man jetzt mal so einen Fall hätte sag mal wenn sie wirklich nicht also wenn der Berglöwe sie jetzt wirklich verfolgt mit dem Fahrzeug quasi sie fahren hier und der Berglöwe würde neben ihnen herrennen oder irgendwas und wir kriegen den nicht wirklich abgeschüttelt oder er legt uns im Weg dann natürlich die Parkranger da dran anrufen da dafür aber ich meine letzten Endes wenn der sag ich mal wenn sie den irgendwo langlaufen sehen und er in der Natur läuft nichts von ihnen will können sie ja mehr oder weniger ignorieren er lebt hier genau ne klar aber wenn jetzt irgendwie einen Anruf rufen die wahrscheinlich auch uns an oder denke ich jetzt mal wenn also die haben selber kommen die mit den Tieren eigentlich relativ gut zurecht das ist nur mal wenn es um mehr darum geht wenn es Straftaten oder so dabei sind dann rufen die uns mal an aber die haben auch selber Betäubungsgewehre also die können auch die Tiere betäuben wenn was sein sollte ja und wenn wir gerade von State Park Rancher sind wir sind genau bei denen gerade das ist deren Headquarter ja okay das ist jeder okay genau die ganzen Fahrzeuge von denen und hier vorne ist dann auch das Gebäude bis auch dran steht sein Andreas State Park Ah ja da stimmt ja Bettini OHN Wenn ihr es schon Mascher abonntet denn geht es dann auch schon bei denímigen auchiennent Abonniert H der steht they sie Genau, und damit sind wir auch schon in Crab Seed Crab Seed, und Leuchten dann rechts, würde ich sagen Er fehlt dann auch in, also rechts von uns Äh, genau, ja, ungefähr Ungefähr so plus minus Da, wo die leuchtenden Lichter sind Rechts von uns, da, ja Hier rechts ist auch ein Binko von Crab Seed Direkt beim S.O. Nein, S.O. heißt nicht mehr, ich nehme das zurück Crab Seed Department ist ja mittlerweile nur noch Jahrelange immer mit dieser Sheriff- und Nicht-Sheriff-Trennung Ich habe so viele verschiedene Optionen hier schon Durchlebt, deswegen, wir kommen immer noch durcheinander Ja, nee, kann ich verstehen Ich habe mich ja am Anfang, wo ich auch Ein bisschen so beworben Entschuldigung, ich nehme es jetzt auch zurück Das heißt, wir sind C-Police Das heißt, Sie möchten auch, möchtest Sie in Splane County Wieder früh oder später? Wenn ich dann noch bis zu eins Einfragen werde, mal schaffe, also ich hoffe es natürlich nicht Könne ich mir das irgendwie auch vorstellen Also nichts gegen die Stadt, ne Aber Endlich ist halt eher so mein Ding Nein, alles gut, die aus dem County brauchen auch Verstärkung Aber es kann auch noch, je nachdem, was dann noch passieren kann Vielleicht sage ich plötzlich irgendwo dann anders Und sage, oh, das wird mehr zusagen Den glaube ich auch Die Dingfarmen Da bin ich mir auch tatsächlich zu unsicher Jetzt welche Farben hier was ist Aber es sind auf alle Fälle von den Farben, ja Union Grey und da gibt es glaube ich noch die Wilson-Farm Kann das sein? Ja, es gibt also die beiden sind hier die Hauptsache Aber ich bin mir gerade unsicher Ich glaube es müsste Wilson sein Aber ich bin mir unsicher Dafür bin ich zu wenig im Norden unterwegs Am Anfang habe ich mich mal bei Wilson Aber die suchten man keine Leute, als ich ankam Deshalb wurde mir empfohlen Weil es ja noch ein bisschen dauert Bis zur Bewerbung Beim Jetzt State Police Dann Geht du nicht so Was verständlich ist, ne Müssen ja viele Bewerber Und dann mal durchprüfen Und dann einstelle Tage Und so weiter und so fort Da dachte ich mir, ja gut Irgendwas will ich hier arbeiten Und dann zwischendurch Absolut, ja Absolut, ja Jetzt kommen wir auch nochmal zu einem sehr interessanten Versteckten Ort Kennen Sie den schon? Nee Unten ist der halbe Nee Da bin ich jetzt noch nie durchgefahren Okay Ort, wenn wir da ankommen Gleich Dann wird sie als staatliche Drogenfarm bezeichnet Okay Weil es gibt, ja Es gibt Cannabispflanzen auf dieser Farm Aber die sind erlaubt Die sind staatlich Also es ist irgendwie Es ist, ja Ich verstehe Also kein Illegales Kein Illegales Genau Ja, genau Aber es ist tatsächlich ein relativ interessanter Ort Weil der Ja einsatztechnisch sehr, sehr schwierig ist Wir haben halt nur diese eine Zufahrtsstraße Über die wir gerade reinfahren Und wie Sie gleich sehen werden Wir sind komplett von Bergen umgeben Komplett Dann auch noch hier über diese schmale Brücke drüber Und ja Und hier ist halt komplett in alle Richtungen Sackgassen Das heißt, wenn wir wirklich hier einen Einsatz haben Und hier sind irgendwie oben auf den Bergen Leute drauf mit Waffen oder irgendwas Das ist ein sehr, sehr kritisches Gebiet hier Ja Ja klar, die können sich überhaupt verschanzen natürlich Ja Genau Und hier gibt es halt auch so eine Jetzt noch die Scheune, wo sagen wir mal auch ein Fahrzeug versteckt werden könnte Oder irgendwas Mhm Auch ein Haus Da könnte auch irgendjemand rausgerannt kommen jederzeit Deswegen Ja Ja Ja, hier ist man wirklich gerade, ja Umzingelt, sage ich jetzt mal, ne Ja Genau Oder könnte man umzingelt sein Genau Und ja Staatliche Drogenform Ach so Alles klar Aber wenn Sie sagen legal, dann ist alles klar Ja, ist illegal Und nur eine Zufahrtsstraße Ja Das ist halt Ja Ja Nee, da mache ich jetzt Tatsache noch nie Okay Dann haben wir das auch noch mit erledigt Hm Das ist schon Wahnsinn Ach Das wollte ich recht beeindrucken Hm Das hat auch einfach alles so, was Sie sagen Die sollten Sie halt auch mit der Zeit einfach quasi so wissen So, wenn Sie dann schon hören Ein Satz, ja Staatliche Drogenform irgendwie Keine Ahnung Sie sind mal später Leitstelle Mhm Und kriegen einen Anruf Ähm Hier liegt eine verletzte Person auf der staatlichen Drogenform Dann schicke ich halt logischerweise mindestens zwei Streifen hier rein Weil eine Streife hier alleine wäre komplett eine Gefahr einfach Wenn die da reinfährt Täter noch fort oder irgendwas Werden beide niedergeschossen und liegen daneben Deswegen Ja Wir müssen sie direkt mit 10-10 reinschicken Oder mehrere, je nachdem Ja, je nach Lage natürlich, was passiert ist Ja Ja Aber nie eine alleine, ne Definitiv Die würde ich jetzt auch nicht, ne Ja Ich mag seinen Hund Der hat ein Talent dafür immer, seinen Kopf zu schütteln Wenn er gerade entblutet ist Es gibt gewisse Gebiete, wo man dann wissen muss Ja, wie jetzt das, ne Wenn man da wirklich nicht alleine reinfährt Ja Ich habe die Links vor mir, glaube ich gestern Richtung Leuchtturm Korrekt, absolut korrekt, ja Wir haben zum Beispiel auch einen Leuchtturm, ja Doch Ich glaube, wenn wir genau zum Leuchtturm möchten Dann müssen wir, wie es auch das Schild sagt, einmal hier links abbiegen Er ist hier mit dann hingefahren, richtig Ja Und ein Häuschen noch davor stehen, glaube ich Genau, das gehört der Herbal Vitory Aber ich lüste mich auch Ah Ah Also wenn sie hier nach rechts weite, da hört langsam auch schon die Straße auf, da wird es immer unbefestigter. Theoretisch ganz am Ende kommt man hier auf den Berg hoch, aber nicht mit diesem Fahrzeug, nicht mit einem Scout, da brauchen wir wirklich schon sehr geländegängige Fahrzeuge. Geländegängige Fahrzeuge, ja. Also das letzte Mal, als sie hier hoch müssen in den Berg, tatsächlich haben wir Amtshilfe von den Rangern angefordert, dass die uns hier hochgefahren haben, weil wir das einfach mit unseren Fahrzeugen nicht gepackt bekommen haben. Die haben ja so, ja genau, müssen sie haben. Ja. Im Gebiet, ja. Aber wenn man jetzt in die Richtung weitergefährt, kommt man zu einem Ort, der wird als Fischerdorf meistens bezeichnet. Das ist so eine Anliegestelle mit ein paar Häuschen drumherum. Ah. Ich weiß nicht, was ich jetzt immer gestern... Ah, wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Das Leuchtturm auf jeden Fall. Aber beide Gefahren sind wir, glaube ich, nicht. Nee. 5, 6, 3, die meldet ihr ab. 10 und hier macht eine Tour für Windraum und Essen. Natürlich. Wissen Sie, was die Tour der Turf ist, die gerade gefunkt wurde? Negativ, wollte ich jetzt nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Genau, das haben sie richtig verstanden. Und zwar ist das, die 404 wird eine Dreierstreife sein, vermute ich. Und die werden jetzt durch die Turf-Gebiete durchfahren und die sich halt anschauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, was sie einmal so durch alle Turfs durchführen saufer lässt. Wo wir jetzt vorhin sie mir gezeigt haben. Genau, genau, ja. Oh, okay. Ja, genau. Hier sehen Sie so eine Anlegestelle. Da haben wir so ein paar Fischerbroten auch drum rum und ein paar Häuschen. Ja, genau. Wo wir vorhin gesagt haben, entweder eine Dreierstreife oder zwei Zweierstreifen. Genau. Mindestens drei Officers, so können Sie das Ganze einfach merken. Ja, genau. Richtig. Dann sollten sie ja wahrscheinlich schon eine Dreierstreife dann sein. Genau. Wenn ich richtig im Funk aufgepasst hätte, müssten sie eine sein, ja. Jetzt kommt sie auf den Kopf oder oben da. Wunderstand. Wenn ich richtig im Funk im pienso summe, bitte will ich auf dem Kopf drauf. Ja. 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 Es gibt dann, sag ich mal, von dieser Tour de Turf noch eine, ja, erweiterte, intensivere Form. Die nennt sich dann wirklich Turf-Kontrollen. Das sind dann auch wirklich mehrere Einheiten. Da gibt es auch eine feste Einsatzleitung da dazu, muss bei der Leitstelle angemeldet sein. Macht auch meistens den Sergeant dann als Einsatzleitung und da werden dann wirklich die Personen sukzessive kontrolliert. Also wir fahren rein, Code 2 an, stellen die Personen an die Wand und durchsuchen die je nachdem, kontrollieren die Personalien und so weiter. Oh nein, die eine ist nur gut. Ja, wenn wir die nehmen, können wir die Kollegen mit aufnehmen, komm. Pardon. Alles gut. Ja, machen Sie das, komm. Ich habe gerade gemerkt, da fällt was. Ja, zeig sie an zum Ende. Warum kriegen die jetzt Brand? Ich wollte die haben. Ich dachte schon, ich kriege die bestimmt jetzt gleich. Schweine. Ich muss sie sehen, in welche Himmelsrichtung wir gerade fahren. Südwest, nein, Moment. Doch, Südwest. Oh nein. Bin ich falsch. Also, West hat, jetzt fahren wir Richtung Süden oder Südwest, aber gerade war tatsächlich eigentlich relativ, sogar relativ westlich. Das hat gepasst mit nur Westen. Hm, okay. Es war vielleicht ein bisschen Südwest, aber das hätte ich als westlich durchgehen lassen. Gessen, okay. Also, sie brauchen jetzt wirklich, also, es reicht, wenn sie quasi, ähm, Nord-Ost-West und quasi jeweils die Zwischengrade, sie brauchen jetzt nicht noch wie, äh, Nord-Nord-West oder Ost-Nord-Ost, also so genau brauchen sie jetzt nicht noch mit reinfahren. Es reicht, wenn sie wirklich ungefähr grob die Himmelsrichtung angeben, weil es gibt ja halt gerade auch nur eine Straße, die hat ja zwei Richtungen, sie kann im Endeffekt, entweder fährt man Richtung, äh, ja, Richtung Leuchtturm, wo wir gerade waren, oder fährt dann Richtung Sendingschuss. Das heißt, es gibt nur zwei Richtungen für jede Straße. Das heißt, wenn sie da ungefähr grob zumindest die Himmelsrichtung haben, reicht das meistens den Kollegen, dass sie wissen, in welche Richtung sie fahren. Stimmt, ja. Aber es nützt schon ein bisschen mehr, ja, man verhält sich schon ein bisschen mehr, wenn man es mehrmals macht, ja. Ja. Und eben, wie sie sagen, die, welche Richtung, also welche Möglichkeiten haben man. Also wenn man nur einen Weg hat, dann reicht es eigentlich dann nördlich oder westlich. Genau, genau. Genau, aber noch ein interessanter Anhaltspunkt, das hier wird als Alien-Dorf bezeichnet, aufgrund der, äh, ja, Bemalung des Kunstwerkes hier. Ah, ja. Alien-Dorf, was, wenn Alien-Dorf, dann ist es hier gemeint, okay. Genau, ja. Ja, man kann den Punkten dann, ja. 403 hat die Tour der Turf beendet und ist praktisch. Okay. Ja. Ja, Tour der Turf geht meist relativ schnell, das ist einmal durchfahren, gucken grob, da ist man relativ schnell durch. Ja, wir haben ja gesehen, wir sind ja auch, ja. Turf-Kontrollen sind wirklich sehr, sehr viel intensiver, die brauchen auch deutlich länger dann. Das glaube ich dann, ja. Weil man hat gefühlt meist in irgendeinem Turf dann doch irgendeine Festnahme, weil doch jemand ein offenes Strafmaß hat und spätestens dann verzögert es sich sowieso sehr, sehr viel länger. Ja, ja. Weil dann muss man die Person festnehmen, erstmal rausfahren aus dem Bereich und dann, ja. Oh nein. Ich glaube, die Arbe-Kollegen hat jetzt gesagt, wir sind ihre Abholung, aber wir sind nicht ihre Abholung. Es tut mir leid, es sind die Falschen. Noch Hannis, Hannis Deiner, genau. Korrekt, ja. Das ist einmal ganz am Alarmussee hinten. So Richtung Norden. Weiß ich noch, wurde mir empfohlen, sagen, wir können sie nicht verfehlen, wenn die Wegweiser sind nicht zu übersehen. Das ist auch richtig, ja. Ich muss aber auch sagen, die machen echt verdammt gute Bürger. Oh ja. Gilead, glaube ich, ist der, ja. Genau, und Gilead gibt es einen auf alle Fälle, ja. 4 0 3 10 30, Ostseite Dynasty. 4 1 5, aktiv. Check. Was dann als Steigerung, sag ich mal, noch früher oder später für sie mit dazu kommt, weil jetzt reden wir sehr, sehr viel immer von diesen 10 20, von diesen Ortsangaben, wo was ist. Also, sag ich mal, früher oder später werden sie auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon schaffen, aber ohne Navi quasi das anfangen, das ist halt auch noch so ein Punkt, wo sie dann irgendwann, ja, noch mit dazu lernen quasi. Aber das ist einfach auch, sag ich mal, learning by doing auf der Streife dann. Ah, sie meinen jetzt zum Beispiel, äh, das ist plötzlich klar, dann ist man, ne, wo dann die Sachen halt ohne Navigation dann anfährt, so quasi. Genau, wenn es quasi jetzt einfach, äh, heißt, ja, fahren sie, äh, Harmony-Time-Stelle an, dass ich dann nicht aufs Navi gucke, sondern einfach direkt losfahre, ich weiß, wo ich hin muss. Ah, ich verstehe, ja. Genau, genau. Aber sie können da, sag ich mal, auch an der Anfangszeit, ähm, einfach mehr oder weniger, sag ich mal, ihrem, äh, Streifenkollegen, der auf dem Beifahrersitz sagt, ja, können Sie uns bitte einmal im Navi markieren, dann markiert er das Ihnen, und dann können Sie da auch anfahren. Und mein Telefon entlingelt. Alles klar. Hallo, wie kann ich dir weiterhelfen? Hallo. Hast du mich nicht mehr lieb? Bist du betrunken? Vielleicht ein kleines bisschen. Man merkt's. Oh nein. Nein. Ich will niemals verrunken. Scheiße, ich sehe gar nichts. Hast du mich nicht mehr lieb? Das habe ich nicht gesagt. Okay. Ist Sam wenigstens bei dir? Ich sehe mich auch betrunken. Gut. Du bist nicht betrunken. Oh, scheiße. Ich wurde gegogen. Nein. Ich hab's nicht vermisst. Du bist voll... Ich bin genauso nüchtern wie du. Das glaube ich euch. Ihr seid bestimmt alle beide nüchtern. Telefon. Kann ich dir denn irgendwie behilflich sein? Ja, ich wollte nur fragen, ob du mich noch lieb hast. Habt ihr das Gegenteil behauptet? Aber er spricht's nicht aus. Er spricht's nicht aus. Weil du nicht mal zurückgeschrieben hast. Dann hab ich dir mal Sorgen gemacht. Dann tut mir das leid. Das hab ich dann übersehen gehabt wohl. 7, 2, 10, 20. Ich glaube, es hat die Dichung lustig. Scheiße, wir müssen hier nicht klagen. Ob bin ich nichts so sicher. Scheiße, das ist alles so hell. Scheiße. Ich verstehe nichts. Störe ich dich? Okay, aber sag mal, wenn ich dir sonst gerade nicht behilflich sein kann, ich bin nebenbei noch am Arbeiten. Ja, okay. Pass auf dich auf, ja? Ja, ich versuch's. Bis dann, tschüss. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Die State Police Marshal Abteilung haben sich hiermit abgemeldet. Den Vorteil endet. Das, äh, waren, ja. Leute, die sich gerne betrinken. Und mit denen man befreundet ist. Ja, unangenehm. Ich sag's dann auch immer, sorry, ich bin gar nicht mehr am Arbeiten. Auch noch ein, ähm, wichtiger Punkt. Wir haben hier einmal das Yellow Check-In auf der rechten Seite. Ja, genau. Ja, das haben wir ja auch, die, äh, Mayhem-Beteiligung hier. Alles hinter mir, ja. Ja, ist ja der, sag mal, Clubhouse mehr oder wie. Nee, Clubhouse ist nicht, Stammkneipe, so rum kann man es relativ gut sagen. Ja, weil das Clubhouse selbst ist ein Sandy-Chance von denen. Also dementsprechend ist es nur die Stammkneipe. Ah, okay. Ah, mag Davis gar nicht sowas. Vertrunkene ist er mittlerweile, kann er nicht mehr so ab. Hat tatsächlich auch für Davis direkt Kate-Vibes gegeben. Direkt. An der Ostheimie. Doch, Ostheimie. Genau, ja. Jetzt heißt es, dann Höhe State Prison hier einmal in den East-East-Highway. Das wäre quasi linksseitig ab, aber wir bleiben auf dem Ost-Highway oder East-Highway. East-Highway, ja. Genau. Dann wäre ja links dann jetzt der East-East-Highway. Jetzt haben wir es dann. Genau, genau. In dem East-Highway kommen wir dann jetzt Richtung Diamond Casino raus. Dort auf der Höhe. Und der East-East-Highway würde ja Richtung La Mesa PD quasi rauskommen. Ja, wo wir dann im Prinzip angefahren sind. Also jetzt für die Runde. Genau. Genau, wenn Sie natürlich auf Highways 10, 20 Angaben haben, können Sie natürlich Dinge neben dem Highway nutzen. Wie zum Beispiel East-Highway Höhe State Prison wäre eine Möglichkeit. Ach so, ja klar. Dann können Sie ungefähr die Höhe, auf welcher Sie sich auf dem Highway befinden, angeben. Gut. Oder natürlich zwischen irgendwelchen Ausfahrten, Ausfahrt-Diamond Casino, wie zum Beispiel vor uns hier. Ja, jetzt rechts, ja genau. Genau. Sie sagen, der Highway ist das der Intercity Highway in der Stadt, oder? Das ist, das dafür, damit wird meistens der bezeichnet, der von Osten nach West führt, der quasi unter dem Pillbox-MD auch entlang, oder am Pillbox-MD entlang geht. Ah, okay. Damit wird meistens der bezeichnet. Ja, dann, okay. Aber ich bin schon wieder am Dauerlabern die ganze Zeit gerade. Weil ich wieder die Einführungsrunde mit Davis geben muss. Und ich muss aber, Davis gibt die Einführungsrunde. Wäre das okay, wenn wir langsam 10, 20 MRPD gehen würden? Äh, ja, ich gehe nochmal vorher einmal 10, 20, äh, Tankstelle. Weil wir es nicht immer auftanken, und dann können wir gerne zum MRPD fahren. Sind wir liegen, aber jetzt haben wir langsam die Müdigkeit. Wird sonst gerne noch weiterfahren. Alles gut. Ähm, ah, wir haben es doch vorhin gerade noch gehabt. Weinwood, ne, nicht Weinwood-Tanke, oder? Doch, es gibt nur ein Weinwood, eine einzige, und das ist die hier. War ich doch nicht ganz so falsch. Äh, 410S, 10, 20 Weinwood-Tankstelle. Check. Manchmal liegt das, äh, nah so, äh, das Fern ist so nah. Ja. Ist es nicht andersrum, das Nahe so fern? Egal. Können wir da. Können wir da. Dann wieder aktiv. Korrekt, ja. 410S, aktiv. Hier können Sie, sag ich mal, für, ähm, ja, für Ihren Feierabend können Sie gewisse Dringlichkeitsstufen damit angeben. Wenn Sie sagen, aktiv und wir fahren zum MRPD, heißt das natürlich für die Leitstelle, sie kann uns jederzeit noch auf einen Einsatz schicken, wenn einer reinkommen sollte. Weil wenn Sie ein bisschen eiliger als Richtung Feierabend haben, können Sie sagen, aktiv Richtung MRPD, das gibt quasi schon der Leitstelle so den Hinweis, ah, die haben irgendwas, was sie am MRPD machen wollen. Aber sag ich mal, wenn es trotzdem ein Notfall ist, wird die Leitstelle sie trotzdem auf einen Einsatz schicken. Wenn Sie gar nicht mehr auf einen Einsatz gehen möchten, weil Sie wirklich direkt außer den Hinweis gehen müssen, dann fangen Sie direkt über Führungsfahrt zum MRPD, weil eine Überführungsfahrt kann nicht, äh, einen Einsatz anfangen. Die ist gesperrt für die Leitstelle im Endeffekt. Ah, deshalb über Führungsfahrten. Korrekt, ja. Ah, ich verstehe, jetzt macht das Sinn für mich jetzt aus. Nicht falsch verstehen, Sinn, ja. Ach so. Genau, alles, was irgendwie aktiv im Funkspruch heißt, die Leitstelle kann jederzeit die Streife rausziehen für den Einsatz. Wenn es über Führungsfahrten sind, stehen die nichts für die Leitstelle zur Verfügung. Weil wir noch aktiv sind, ja. Genau. Das sagt ja schon das Wort, deine, ja. Ja. Wenn ihr so dringend sitzt, aber, genau. Um es gut zu wissen, zum, zum Merken. Richtig, ja. Genau. Hier bedanke ich mich auf jeden Fall für die interessante Streife. Gar kein Problem. Sehr angenehm gewesen. Und hilfreich natürlich auch. Viel Stoff jetzt auch wieder. Ja. Haben Sie ein bisschen was zum, zum Zerdenken jetzt wieder. Ne, aber es ist, es ist wirklich, bedanke mich herzlich. Gar kein Problem. An dem Moment muss ich noch was machen. Genau. Also würde ich jetzt sagen, 410S, 1020 MRPD. Die 286 löst sich von der Streife, oder? Perfekt, genau so. Genau. 410S, 1020 MRPD. Die 286 löst sich von der Streife. Doch, stimmt. Alles klar. Perfekt, dann. Und noch einen angenehmen Abend, oder morgen, je nachdem. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Feierabend Ihnen. Ja, danke Ihnen dann später auch. Danke, tschüss. Danke, Wiederschauen. Leitstelle für 325 kommen. Willkommen. 325 einteilbereit mit Fahrzeug ab MRPD kommen. Ja, wird sich darum gekümmert kommen. Somit 325 Ende. Das sind wieder seine berühmten Einteilsprüche. Ich bin mit Fahrzeug einteilbereit ab MRPD. Oh, dieses Dauerreden. 4103 mit einer Beführungsfahrt zugeschraubt. Aha, dann wird wahrscheinlich Graf sich rausdösen, bei mir reinsetzen. Ich verstehe. Ach, das ist Tucker. Das ist Ethan Tucker. Das wusste ich gar nicht. Sargent Commander Assistant Chief, die Streife ist ja auch wild 415. 26.80, meldet sich ab. Das ist es Typiker, die Autzen auf einen Einbart EIN frünen. Die Clemens� kurber January 9000. Und hier ist ein Kindheit. Und hier ist es ein Taonabach. Und hier ist ein Kindheit. Alright, ich finde die Einteil vereinen. 4.03. 10.20, bitte. Wunderschön, Sir. Hallo. 2.57, Gassi. Perfekt. Nein? Er hat mir jetzt... 4.03. Er hat mir den Rekruten rausgeschmissen, ernsthaft? Wird das schon eingetragen oder muss ich das noch machen? Ich fürchte, es ist noch nicht eingetragen. Oder doch. Steht drin. Muss mich nochmal anmelden, war gerade 10.30. Also gut, sie stehen schon drin in der Einheit. Okay. Letztlich hat das schon gemacht. Ah ja. Sie stehen übrigens als Außerdienst drin. Das ist okay, das passt so. 4.0. 4.0. 4.0. Aktiv. Check. Wie lange sind Sie schon bei uns in der State Police? Seit dem 17.11. Genau, ja. Also jetzt nur eine gute Woche. Können Sie sich schon gut einleben? Ja, würde ich schon sagen. Also jetzt noch nicht perfekt, klar. Aber das ist mit der Zeit, dass man da erstmal reinkommt. Natürlich, ja. Das braucht alles seine Zeit. Module konnten Sie auch schon ein paar mitnehmen in der Zeit, oder? Ja, die muss ich aber selber noch logischerweise festigen, nochmal nachlesen, etc. Und ich glaube, es hilft auch, wenn man das, was in den Modulen vorkam, dann tatsächlich auch mal in der Realität hatte. Absolut korrekt. Die Module sind die Theorie, die Praxis lernen Sie auf der Streife. Genau. Ich hatte als Falles einer Verkehrskontrolle, Verhaftung. Das hatten wir heute Verfolgung und Sicherheit im Einsatz. Das ist klar, ja. Da ist schon ein bisschen was da. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich versuche die so früh wie möglich mitzunehmen. So kann ich dann, wenn ich merke, okay, es passt doch noch nicht, nochmal Module einfacher wiederholen, als wenn ich die erst sehr spät habe. Und dann, wie die Zeit, nenne ich es jetzt mal, ausgeht. Ja gut, die Zeit geht ja nicht aus. Das heißt ja nicht, Sie müssen nach vier Wochen Ihre Prüfung machen. Das ist ja mindestens vier Wochen. Deswegen, ja. Ja gut, im FD wurde ich damals gefühlt zur Prüfung genötigt, so. Da ist es so, ja, Prüfung ist am Samstag. Gasly, komm ran. Ja gut, kann Ihnen hier auch passieren. Ja, gut. Es ist auch immer eine Einschätzung der Akademie, die sie einschätzt, wenn sie sagt, jetzt machen Sie eh locker die Prüfung. Dann kann es natürlich sein, dass Sie ein bisschen zur Prüfung genötigt werden. Das erklärt, warum er so gut funkt. Ja, tatsächlich so ein bisschen Prüfungsangst, also keine Ahnung, wo die herkommt. Die aber interessanterweise in Einsätzen nicht unbedingt besteht. Das ist eher, weil gerichtet wird über einen, im anderen Sinne, sage ich jetzt mal, ne? Klar. Sie können aber da auch auf alle Fälle mit der Akademie drüber reden. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie das erwähnen. Weil dann können die auch teilweise Prüfung anpassen oder das Ganze, die Umgebung, sage ich mal, für Sie entspannter machen, wenn Ihnen das irgendwie hilft. Also sowas unbedingt ansprechen. Ja, ich schau mal. Aktuell versuche ich so ein bisschen, so viele Gesetze wie möglich so ein bisschen einzubläuen. Dass ich jetzt also aus dem Stehgreife auch den Kram hinkriege. Da habe ich jetzt langsam mit angefangen. Aber das ist ein Haufen Holz. Das ist absolut richtig. Ja, Sie brauchen auch Paragraphen nicht auswendig wissen. Also das würde niemand fragen, was ist Paragraph 27 Strafprozessauto oder so. Das würde niemand fragen. Ja, gut. Zumal ich echt bin, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was Paragraph, doch ich glaube, ich weiß sogar, was Paragraph 27 Stpro ist. Aber das, äh, ja. Ja, gut. Ist mehr Glück als alles andere. Nein, also da müssen Sie wirklich keine einzelnen Paragraphen auswendig wissen. Vielmehr ist, dass Sie, sage ich mal, den Inhalt grob rezitieren können. Und gerade das halt, sage ich mal, von wichtigen Sachen wie Polizeigesetz. Das ist halt Ihr, das ist Ihre, Ihre Bibel, Ihr Handbuch. Das müssen Sie wissen, das, äh, Polizeigesetz. Warum dürfen Sie Maßnahmen durchführen? Was gibt die Legitimierung für irgendwelche Einsätze? Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie da auch, wenn ein Zivilist auf Sie zukommt, so, ey, warum machen Sie gerade die SIN 26 an mir? Was soll das? Weiß das überhaupt die rechtliche Grundlage? Müssen Sie sagen können, ja, gemäß unseren Aufgaben, die im Polizeigesetz festgehalten sind, dürfen wir zur Überprüfung der Personen, äh, jederzeit Personalkontrollen durchführen. Dementsprechend müssen Sie uns auch ausweisen, bla, 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 blub. Ob das Sie ja so, sag ich mal, da auch argumentieren können, wenn Ihnen da Zivilisten doof kommen. Ja, gut, klar. Und weiter geht's, nächste Ausbildungsstreife. Ich habe mir, äh, zugeschickt bekommen, für die Zeugenbelehrung einen Text. Ja. Ob ich den einmal vorlesen könnte, ob der inhaltlich, äh, so richtig ist. Moment, da müssen wir einmal kurz irgendwo anhalten, weil du musst jetzt einfach mal im Notizblock zücken, weil ich lese den auch noch ab. Deswegen. Ja. Wir haben ja einmal kurz einen Parkplatz. Miranda ist ein bisschen einfacher. Ja, die wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber... Das ist immer hier, nördlich Varieté. Sie brauchen uns nicht 1020 melden, einfach lesen Sie los. Okay. Äh, ich belehre Sie hiermit als Zeuge. Nach Paragraph 16 Strafprozessordnung Absatz 1 haben Sie das Recht zu schweigen, wenn Sie sich selbst belasten würden oder mit dem Angeklagten verheiratet, verwandt oder verschwägert sind. Er hat meinen Text. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, andernfalls machen Sie sich nach Paragraph 46 Strafgesetzbuch Absatz 1 der Falschaussage schuldig. Es steht Ihnen frei, sich jederzeit ein Anwalt Ihrer Wahl auf eigene Kosten zu nehmen. Haben Sie das verstanden? Ja, Sie haben meinen Text. Das ist meine Vorlage, ja. Die habe ich für manche Rekruten oder auch Office und weitergegeben. Das klingt astrein nach meiner Vorlage. Schön. Ich habe es mir direkt mit zu den angepinnten Notizen gepackt, tatsächlich auf dem Handy. Es ist nicht auch mit dem Fehler, weil Absatz getauscht ist hier drin. Das ist exakt meins. Und die? Sie sagen im Norden irgendwo. Ich glaube, da waren Sie nicht vorhin unterwegs. Wir waren vorhin im Tunga Valley. Ah, okay. Aktuell Standort und Status kommen. Ja, nordöstlich von Schumarsch Zivilisten brauchen Hilfe, ist in Klärung kommen. Ja, so mit der Stelle Ende. Ja, Nordschumarsch sind so. In der nördlichen Einfahrt. Ich bin ja froh, dass ich tatsächlich vorher sowohl beim Marathon als auch beim FD gearbeitet habe. Ich glaube, da habe ich ein bisschen, manche Sachen sind ein bisschen einfacher, was Funken angeht. Auch wenn natürlich immer noch diese Funkhemmungen da sind, weil halt gefühlt drei Millionen Leute halt zuhören, ne? Nee, also Funk hat man definitiv auch schon gemerkt. Da haben Sie sehr, sehr selbstsicher vorhin schon gefunkt. Das habe ich mich schon gleich gefragt. Deswegen habe ich auch gefragt, wie lange sind Sie schon da? Aber das war ein sehr, sehr selbstsicherer Funkspruch. Dieses 412S aktiv, da, ja, habe ich schon gedacht, da ist irgendwie Funkvorerfahrung da auf alle Fälle dann. Ja, ich will jetzt nicht sagen Funkprofi, aber ich glaube, das, was gebraucht wird, kommt durch. Ja. Und mir fällt gerade noch ein, ich muss einmal kurz eine SMS schreiben, einen Moment. Wir brauchen uns nicht 1020 melden, das geht schnell. Wer ist hier denn? Leyla. Immer noch nicht hochgeladen. Okay. Ja, Leitstelle für 279 kommen. Können Sie eine weitere Streife zum aktuellen Standort der 415 schicken, so dass einmal das Auto hier abgesichert wird. Hier ist eine Dame, der ist kotzübel. Wir müssen die mal notgedrungen ins MD überführen kommen. Ja, du bist 416S anfahren. 416S, check check, 416S. Leitstelle, beendet die Funksprüche. Sind die auf dem Highway? Ich sehe es nicht. Die stehen auch so laut Live-Tracking, sind die mittig zwischen Nord-Schumasch und Highway. Auf die nördlichen Einfahrt. Ja, ich fahre trotzdem mal von Highway aus Liebe an, weil der schickt mir gerade das Navi durch die Berge durch, da habe ich keinen Bock zu. Ja, ja, ich habe es gerade, jetzt müsste Highway-Gehen drin sein. Ja, ja. Und da kommt die FD-Vor-Erfahrung durch, direkt einmal Intersection-Clearing, hervorragend. Man muss aber sagen, so ein Streifenwagen hat ein paar geilere Sound-Effekte als ein FD-Fahrzeug, unabhängig jetzt vom großen Einsatzhorn. Wo man so ein bisschen mitarbeiten kann. Sowas halt zum Beispiel, ne? Ja. Marc, ich mache einen guten Eindruck bei Davis. Läuft das in der State Police eigentlich? Also jetzt mal eine Frage, weil wir es in Marseille so gemacht haben, dass wir... Die waren voll mit vier Personen dort vor Ort. Das ist... Nochmal... Ja, nach Informationen von... Nach Informationen von 3.25 müsste bereits abgemeldet sein, seit einigen Stunden. Das ist aber weird, warum schien dann zu viert hinterm Leitstein-Tresen? Ich weiß es manchmal nicht. Manchmal sind die da, aber nicht offiziell angemeldet. Oh wow, Vorsicht Motorrad. Versucht er wirklich zu überholen? Ja, er hat es gerade versucht. Also manche meiner Leute verstehe ich nicht. Jetzt vor 9.70 mit einer Frage in den Funk. Willst du mit dem FD auskommen? Da habe ich keine... Da habe ich keine Kenntnis drüber. Ja, Funkspruch ignorieren. Ich bin jetzt rechts von uns sein. Da sind sie. FD-1020 bei der FD-1020. Kam der durch? Ja, kam durch. Okay, check. Die FD-1020 mit einer 1026, nördlich, Lolitos, ein weißes Fahrzeug, mindestens ein... Dringend, dass man sie einmal ins MD überführt, ja. Ja, aber mit 20 auf den Highways natürlich auch, ne? Also wir können natürlich mit absichern. Ah, das FD wäre sogar auf dem Weg, gucken sie. Dann können wir das gleich einmal gut lösen. Ne, aber die können sie einmal überführen. Wir könnten eine Person überführen und die Kollegen können hier einmal sicherstellen, dass entweder fahren die mit Absicherung genau hinterher oder man holt einen Abschlepper oder, 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 ja. Aber so, weil ihnen beiden scheint es ja sehr schlecht zu gehen, ne? Sie haben ja auch gerade gebrochen. Ich habe es noch nicht ganz gebrochen, ich habe nur... Ah, Entschuldigung. Okay, dann mein Fehler. Aber ihnen scheint es ja, ne? Ja. Ihnen scheint es ja nicht gut zu gehen, ne? Sie haben ja auch was mit dem Hals, bei der Kollegin ist es was mit dem Knie und das sollte man sich schon genauer anschauen, ja? Ich weiß ja nicht, ihre Freundin, Kollegin, Bekannte, ne? Das Geliebte. Okay, ihre Geliebte, okay. Wo sind die da nur wieder reingeraten? Ich wollte nicht, dass das so rauskriegt ist. Aber jetzt hätte ich keinen. Aber so schlimm kann es ja nicht sein, wenn sie doch lachen können, ne? Was? Ich werde auch noch auf meinem Sterbebett lachen. Ich will, ja. Sorry, willst du noch was essen? Wollen sie sich vielleicht hinsetzen, solange, wenn es so weh tut? Sorry, willst du noch was essen? Nee, es ist ganz schwer, sich hinzusetzen, wirklich. Das ist nicht gut. Doch, halt, sie wird besser stehen als sitzen. Faisa, ich frage jetzt ein letztes Mal, willst du noch was essen? Nee, ich habe gegessen. Okay. Aber du hast die ganze Zeit schon Hunger, willst du noch was essen? Bist du sicher? Tori, hast du eigentlich Hunger? Soll ich noch was zu essen haben, Ben? Nee, ich habe drei Gemüse-Sticks gegessen, die geht gut. Und die können ihr vielleicht was zu essen anbieten? Klar, wenn wir unsere Rippchen haben. Nee, danke. Okay. Das sind meine Rippchen. Ich habe auch Rippchen. Ja, das sehe ich, siehsüßer. Oh Gott, das will. Da müsste ich mich aber auch übergeben. Ja. Okay, aber wir könnten ja schon mal, das FD ist auf dem Weg, wir können ja schon mal eine Person schnell überführen. Und bei wen ist es, ich glaube, bei Ihnen ist es schlimmer, ne? Hier mit dem roten Pulli. Vielen, vielen Dank für deinen Rate. Ich freue mich zu deinem wunderbaren Stream und willkommen nicht in deine Zuschauer. Hi. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich habe da ein bisschen PTSD. PTBS. Ja, aber sie sehen sich ja gar nicht wieder, wenn es so dringlich ist, ne? Wir können jetzt auch nicht zaubern. Ja, das wird auch bestimmt nicht länger als fünf dauern, was sie getrennt sind, ja? Ja, aber das ist ja dann länger als zwei. Und das hat, glaube ich, gesundheitliche Auswirkungen auf uns. Ja, ist ja auch in ihr Interesse, damit es ihnen besser geht, okay? Genau das, genau das. Dann kommen Sie mal mit, Mem. Sollen wir sie abstürzen, oder geht's? Unten geht. Okay. Scheiße, wie ihr, du bedrückst mich. Ich bin niemals. Allgute Besserung, Mann. Ja, passt auf euch auf, ne? Danke. Wenn die Cops euch anderen immer rechts ran fahren, ne? Soll ich sie noch anschneiden? Soll ich sie noch anschneiden? Wie süß. Hm? Der Cops hat sie gerade gefragt, ob er sie noch anschneiden soll. Ich glaube, der macht eine Lady an. Hey! Nein, das ist nur Standardprozedere bei uns. Wir müssen natürlich gucken, dass wir alle immer sicher ranbringen, wo sie hin müssen. Hey! Hier ist mein bestes Pferd im Stall. Also ich habe gerade mal in der ACS-Gruppe gefragt, da ist anfangs keiner mehr unterwegs. Das heißt, ich muss das wirklich machen. 410S für 279 kommen? Ja, sie kommen. Oder sie geben uns Begleitschutz vor Ort, wo mitgekommen, oder haben sie noch Fragen? Was ist denn überhaupt gerade Sachlage? Ist das Fahrzeug kaputt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also wir können damit fahren. Nur halt nicht schnell. Wir haben uns ein bisschen geflogen gefahren. Ich arbeite hier da und ich würde sagen, es ist, das Verdeck müsste vielleicht ein bisschen nachgeschraubt werden, aber sonst so, der Motor sieht gut aus. Wir können halt damit fahren, aber nicht so schnell, sonst fliegt es weg. Ich verstehe, ja. Also wenn sie uns Begleitschutz geben könnten bis in die City, weil da können wir ruhig langsamer fahren, wäre das schon cool. Ich kann eventuell mal beim Efti was fragen. Haben Sie eine Sekunde? Ja, klar. Nee, ich möchte eigentlich nur den Herrn. Alles gut. Ich könnte fragen, ob die beiden eine Schulung haben für den Abschlepper. Die können nämlich mit dem Towtruck rein, theoretisches Ding auch im Notfall. Kommt da nicht der Towtruck schon? Nee, doch nicht. Nee, nee, nee. Wir könnten aber anfragen, ob die mit dem Towtruck eventuell das Ding in die Stadt ziehen und irgendwo abstellen, wo die es halt gerne hätten. Ich denke mal, erzähl es. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Naja, aber ich muss mal fragen, weil ich weiß, dass der eine definitiv noch neu ist. Könnte ein paar von den anderen mal fragen, ob die eventuell mit einer Fliet hier anrücken könnten gleich. Ist wahrscheinlich angenehmer dann für alle. Gerne, gerne. Kein Problem. Ja, wäre eine Möglichkeit. Wahrscheinlich einfacher, wenn die den ziehen und wir hinterher fahren, anstatt dass der halt eine Bohrenkraft hat. Aber ich habe das Gefühl, da kommt eh noch ein Abschlepper, weil ich höre noch mal ein Satz. Das ist aber das Polizeisirene. Okay. Oder MD. Die haben auch so eine hohe. Hä, wie viele kommen denn jetzt hier noch? Was ist das? Ja, also. Ja, gut. Das FD muss halt auch was mal das MD rufen. Hallo, hallo. Ja, Kollegen. Es gab wohl einen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug kam in Schleudern. 10, 20 MD. Als Hintergrundinformation. Alles klar. Hallo. Hi. Hey. Wie sieht es aus? Wie geht es dir? Also die Kollegen vom FD sind ja schon da bezüglich der verletzten Personen, beziehungsweise es ist halt ein Nachverkehrsunfall, der Status aktuell. Eine Person wurde bereits abtransportiert von uns selber, der es am schwierigsten ging. Okay, okay. Sag schon mal unser Dein Sohn. Der kam uns gerade entgegen, oder wie? Es kann gut sein, dass der euch gerade entgegenkommt, ja. Ja, okay. Bild. Okay. Jetzt verdecken wir doch nicht die Sicht. Kannst du laufen? Ja. Okay. Und sonst, wie geht es dir? Ja, alles super. Äh, was? Irgendwas Verletzungsmuster bei dem Sohnabtransportierten, oder? Ich weiß nur von Übelkeit. Ich bin tatsächlich relativ spät hinzugekommen hier, deswegen ich habe nicht den ursprünglichen Einsatz hier angefahren. Ja, okay. Ja. Hier gucken wir, ist ja doch 3, 4. Ja. Aber ich finde, das kann er dazu holen. Und dann, klar. Dann stehe ich auch und gucke zu. Hier kommt der Recht. Ich bin auch ehrlich gesagt wundernom, die Kollegen vom F, die euch nicht dazu holen, aber okay. Ja gut, also guck mal auf die Uhr, dass jemand von uns noch rausfährt, ist auch schon, ne? Ja gut, das ist auch wieder ein Argument. Das ist ein Argument, ja. Ich verstehe schon, warum man uns gar nicht mehr nach 22 Uhr anruft. Ihr hattet euch auch, glaube ich, offiziell mal vor und ab gemeldet. Mein letzter Kenntnisstand, ja. Ich weiß nicht. Einen wunderschönen. Ey, wo baut er das? Schüss euch. Schaut ihr einmal zu der Patientin, die bräuchte vermutlich eine Schmerztablette oder irgend sowas, ist jetzt aber nicht schwerer verletzt. Guck mal, na klar. Habt ihr schon mal was? Dankeschön. Sonst frage ich auch. Einfach den Kollegen fragen, bitte. Ja, klar. Danke. Euch alles klar? Ja. Ja. Ich würde, darf ich fragen? Fragen Sie, ja. Ja, ja. Okay. Da ich jetzt technisch gesehen nichts mehr mit Werkstätten so mitbekommen habe, was noch irgendwas im Gange ist, wäre es möglich, mit der Flie2 den einmal abzuschleppen, wo der Halter oder die Halterin den hin haben möchte? Ist das Fahrzeug irgendwie beschädigt worden? Also laut Angaben der Dame hat sich wohl das Verdeck quasi ein bisschen gelöst und deswegen, wenn sie jetzt losfahren würden, so schnell wird das abfliegen im Endeffekt, meinte die. Okay. Weil, ja, grundsätzlich, solange nichts grob dagegen spricht, könnte sie das jetzt fahren. Auch ihrem Zustand entspricht natürlich nur, falls möglich. Ansonsten könnte ich das nur abklären. Ich meine, alternativ könnte man überlegen, ob man das hier in Schumasch abstellt erstmal. Ist ja jetzt direkt ums Eck, das wäre, glaube ich, das geringste Übel. Ja, ja. Ich weiß es nicht, ja. Aber das würde ich dann tatsächlich mit dem Halter noch abklären. Ja, genau. Ja. Habt ihr denn eine PD-Nummer für mich? Aber sicher doch, äh, 325 können sich einmal notieren. Ja. Ja, gerne. Und wenn sie möchten, auch gerne noch die 257. Ja, Sekunde, mein Stift geht gerade nicht so. 325 und 375. 257. 257. Mhm, 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 mhm. Ja, wunderbar. So, auf, auf, sie, hier, bitteschön, die 69. Und die 15. Alles klar. Ich danke euch. Ist das schon wieder die Nachtschwärmer 36 da hinten? Wer? Rechts. Achso, ja, ja, doch. Da, ja, ja. Das ist das schon wieder, also. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Du musst ja nicht immer so rumschreien. Oha, okay. Sonst geht's euch gut? Nö. Ja. Wo wart ihr denn heute? Ich? Arbeiten? Nee, das PD generell. Äh. Beim, beim LS-Moto-Event. Weiß ich tatsächlich nicht selber, aber hab ich nicht mitbekommen, wo wir dort waren. Wir haben euch ein bisschen vermisst, so gegen Ende hin. War der selber vor Ort, oder was? Jaja, wir, MD und FD, war vor Ort. Äh, ja, war so wie zu erwarten am Anfang, ne, so der ein oder andere Sturz. Mhm. Und halt gegen Ende dann die große Schlägerei mit dem Diebstahl und dem, ja, Anfang der Person. Okay, okay, ja. Die tatsächlich, äh, sehr schwer verletzt wurde. Oh, je, ja. Oh, jahres. Ja, leider. Aber weiter weiß ich auch nichts darüber. Naja, okay. Dann schau ich noch mal, wo ich mich nützlich machen kann. Also mit so einem großen Aufgebot hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Nein, absolut nicht. Ich dachte, da kommt nachher eine First Responder vom FD an und das war's. Mhm. Also das find ich definitiv noch die bessere, beste Methode. Ja. Kommt dann noch ein zweiter Respond, First Respond und dann noch das MD. Was ist hier denn los? Jetzt, wo ich die entsprechenden Sachen eigentlich unterschrieben hab und so, ne? Mhm. Was zur Hölle war da eigentlich am Genki los? Ich hab's als Zivilist teilweise mitbekommen. Auf der Nord-Nord-Seite, aber als es dann scheinbar muss es ja noch mehr eskaliert sein. Also ich hab nur diese, 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 diese Idioten, die da die ganze Zeit im Kreis gefahren sind, mitbekommen. Okay, also letzten Endes, ja, das spätere Verlauf war im Endeffekt so, äh, Leute befolgen nicht unsere Anweisung. Massivst nicht. Wir hatten Sperrzonen ausgerufen gehabt teilweise, die Leute haben dann über Büsche versucht, in die Sperrzonen reinzulaufen wieder, um uns weiter zu behindern. Das ist letzten Endes halt komplett eskaliert, weil die absolut nicht unserer Anweisung gefolgt sind. Selbst dann nicht, als Warnschüsse teilweise mit der Shotgun abgegeben wurden, wurden unsere Anweisung nicht befolgt. Ja, super. Ich war aber auch selber nicht vor Ort, dass es auch nur das, was ich so, was mir erzählt wurde, was da passiert ist. Wenn einer der im Dealer gleich Zeit hat, dann einmal bitte zu mir kommen, am grauen Fahrzeug. Ey, schlafen wir nicht. Hier, dann ist es wieder aktiv. Ach, ey, alles gut bei euch. Die Herren, ähm, wurde das jetzt geklärt, wie wir jetzt hier gleich wegkommen? Also können wir das machen mit dem langsamen Fahren und sie begleiten uns? Also wir würden das Ganze mit dem begleiten, ja, aber nicht bis ganz in die Stadt. Wir würden sie einmal nur bis zu dem Parkplatz dort vorne begleiten. Da können sie das Fahrzeug dort abstellen. Wir würden aber dafür sorgen, dass wir sie alle zumindest in Richtung Stadt bringen können. Okay. Das ist einmal von dort aus, äh, dass sie nicht hier oben gestrandet sind zu Fuß. Das würden wir soweit, äh, das lässt sich einrichten. Aha. Also ganz, äh, zur Not können wir auch noch Leute mitnehmen, ne? Das ist nicht das Problem. Also wir können halt zwei mitnehmen. Wir müssen dann halt einmal nur einen Streifenwagen nochmal hinzuziehen von uns, dass wir alle drei abtransportieren können. Oder ich frag mal kurz jemanden, ob wir abholt werden können. Das könntest du natürlich auch probieren, ja. Äh, ey, ich brauch aber gleich auch nochmal deinen Personalausweis, leider. Ich hab den von dem jungen Mann gezählt. Hi, meinst du, wenn ich den Stadtort gleich schicke, könntest du zumindest zwei von uns oder drei, warte mal, wie viel sind wir jetzt? Drei abholen? Hast du einen Viersitzer? Also mindestens einen müsst ihr mitnehmen. Den Rest könnt ihr mal machen. Ich hoffe, du bist ein wunderbares Thema. Willkommen mit dich, deine Zuschauer. Hi. Äh. Äh, so. Ja, dann machen wir das so. Ich fick dir dann noch den Standort. Wir fahren den Wagen jetzt zum Parkplatz mit den Cops und dann, ähm, ja. Ja, zähl ich dir nachher alles. Ja, ist fünf aktiv. Ja, der war toll. Okay, freut mich, freut mich. Okay. Ciao. Okay, wir werden dann gleich abgeholt. Ciao. Alle drei? Äh, ja, ja. Also wahrscheinlich, äh, nur zwei. Also dann einer, ähm, die anderen bleiben gerade bei der einen Person. Ich hol dann vier Sitz, dann anderen und dann wechseln wir. Alles klar, ja. Okay. Also für dich, wir fahren das Auto gleich ganz langsam auf den Parkplatz, dann kommt, äh, Mimiko, dann fährt einer gerade einen Viersitzer holen, also wahrscheinlich ich. Mhm. Und dann hol ich euch ab. Mhm. Wenn heute euer kein E-D-S, dann war, hab ich Fuhre gefuttert. Ich will gerade, wo ich den hab, der steht beim ACLS. Ja. Kannst du auch den In-Shot abholen. Dann brauch ich den Key. Mhm. Der steht Parkplatz, ne? War aber, mhm. Mhm. Ach, doch. Doch, die MG. Mhm. Hat, ähm, ähm, der da gesagt, mit der Glatze. Mhm. Und du musst mir nachher das Wärmepflaster runterfummeln. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Wir wollten die zwei Mädels heute nicht alleine lassen. Ne, also, das Auto muss ja irgendwie... Ja. Äh, wo ist dann das Zweite? 415-10-20-Nordöstlich-Schumasch. Check. Hey, wenn die jetzt noch nicht mitgenommen wird, ich bin verwirrt. Äh, ne, tatsächlich, ihr könnt wegen mir, könnt ihr wieder losfahren. Okay. Wir planen jetzt aktuell so, äh, wir begleiten das Fahrzeug zum Schumasch-Blaster-Parkplatz. Die stellen das heute ab und die werden alle drei abgeholt von Privatleuten. Also, dementsprechend eins ist für uns relativ schnell durch. Ah, okay. Alles klar. Dann stay safe bis später. Bis später, bis später, ja. Bis safe. Jo, passt auf, ich auch. Wir können aber schon mal die Rucksäcke eigentlich wegbringen. Direkt. Wir haben so aktiv. Dann gute Besserung, trotzdem schönen Abend, ne? Ja, danke. Ebenso. Guten Abend. Hattet ihr gerade für mich eure Nummern gerade noch? Na klar. Äh, jo. 410-S wird die Leitstelle kommen. 325. Ach, hat schockiert. Das hättest du nicht denken können, was die Stimme gehört hat. Genau, da haben wir die 257. Die 410-S, die 410-S, hört sie, komm. Status vorrauskommen? Ja, weiterhin 1020 am Fahrzeugort. Fahrzeugort. Wir werden jetzt gleich das Fahrzeug zu einem nächsten Parkplatz begleiten. Dort werden die Zivilisten dann von Privatpersonen abgeholt. So, mitkommen. So, wir kommen. Äh, vielleicht der Leitstelle. Von uns, also MD 41, MD 91. Alles klar. Ja, ja. Die fahren Weste. Lustig. Ja, dann machst du das morgen. Äh, für das PD. Ja. Ähm, warum fahrt ihr jetzt genau in Kolonne? Äh, weil das Fahrzeug, äh, beschädigt ist. Wir bringen das nur einmal kurz in einen sicheren Abstellort. Okay, weil es hieß jetzt eben nur, das Fahrzeug hätte sich nur gedreht. Ja, also uns wurde von denen gesagt, die können nicht mehr schnell fahren, weil sich das, äh, der Verdeck wohl ein bisschen leicht geöffnet hat. Das heißt, dass wenn die jetzt Gas geben würden, würde das Verdeck aufgehen. Dementsprechend, wir bringen das einmal auf den Parkplatz dort unten bei Chumash Plaza. Dort bleibt es stehen und die werden dann abgeholt alle. Alles klar. Okay, dann wissen wir Bescheid. Hätte ja sein können, dass es irgendwas Auslauftechnisches ist oder sowas. Nö, nö, da läuft nix aus. Ich bin doch Profi. Alles zugemacht. Okay. Ne, gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Ich danke euch, ja. Ich war gut dabei. Kein Ding. Ja, danke für die gute Sammlung. Das hat mich auch noch Kette, ne? Ja, gerne. Kein Problem? Ja. Dann hoffen wir euch gleich noch einen angenehmen Dienst. Ebenso. Dann glaube ich gleich, wenn wir den Feierabend sind, ja. Ja, Feierabend ist auch gut langsam. Bisschen spät schon. Oder früh. Was? Es ist kurz vor zwei. Geht die Party doch erst los. Ja, als ob ein Abendmahl nochmal mit dir endet, ne? Also wirklich. Immer. Ja. Zu ruhig. So. Hey, schönen Abend noch. Können wir dann los jetzt? Äh, wir warten noch kurz, dass sie vom FD auch abgefahren sind, dass wir freie Fahrt quasi auf dem Standstreifen haben. Dann können wir los. Oh, okay. 4-1-1-10-20-Monomode. Und jetzt? Jetzt warten wir, bis das FD weg ist, damit wir hier losfahren können. Die Cops begleiten uns bis zum Parkplatz. Dann kommt Mimiko. Dann hole ich einen Viersitzer und dann fahren wir... Aber du wolltest, dass Mimiko... Oh Gott, Mann, sagt mir das doch. Mimiko hat mich jetzt angerufen und hat gesagt, du wolltest, dass sie uns abholt. Und ich dachte von hier. Jetzt habe ich ihr diesen scheiß Standort hier geschickt. Ja, gut. Keine Sorge, wir sind keine 200 Meter weiter unten. Der Parkplatz ist gleich direkt da unten. Also, das ist jetzt auch nicht so weit weg von dem Standort, den sie geschickt haben. Okay, dann fahre ich dann schon mit Mimiko mit. Und wir warten dann halt an dem Parkplatz. Oder in der Zeit könnten wir vielleicht... Kann ich vielleicht mein Chabu-Rack holen, dass ich Tori schon mal abholen kann? Und dann holst du uns hier oben ab? Dann brauche ich gar nicht, dann braucht Mim... Ja, perfekt. Dann mache ich das so. Dann brauche ich nicht runter und diesen komischen Entruder fahren. Dann warten wir auf dich. Okay, also ihr fahrt dann auf den Parkplatz runter und da holen wir euch ab, ja? Genau. Okay. Ja, schöner Tag. Ja, ja. Ja. Das machen die jetzt vom FD. Okay. Ich kriege jetzt aber gleich noch eine Fahrzeugreparatur mit dazu, mit dazu. Ich bin mir grad unsicher, was die vom FD machen. Oh, die machen das schon. Ja. Äh, nicht mal bei Bennys Gau. Ja und sie? Haben sie ihren ruhigen Abend so? Ach, bis jetzt ganz entspannt. Ist nicht dein fucking Ernst. Was zur Hölle? Oh, shit. Alles okay bei Ihnen? Jo, wir wollen nur Freunde abholen Okay, und das ist der normale Fahrstil, um Freunde abzuholen Hä, wir haben fucking gewendet Wenn Sie ein Problem mit Wendungen haben, dann Ist der Freeway hier, darf man doch wohl mehr als 50 fahren, oder nicht? Ja, und um die Kurve driften, oder was? Wie denn driften? Ich hab ganz normal gedreht Können Sie dieses Ding wegstecken? Kriegen wir hin Holen Sie Ihre Freunde einfach ab Lock auf die Scheiße Ich weiß, wer das ist Arschloch ist das, das weiß ich auch Ja, wurde vom MD gekündigt Und hat, äh, Moment Ich will mal kurz drüber reden, was für ein Vollidiot das ist Das ist übrigens derselbe, der in den Kommentar unter dem MD-Post gebracht hat, vom Observer Das ist aber auch, das kannst du dir auch nicht ausdenken Ne, kannst du dir nicht ausdenken Ey, der sieht das PD auch so Und denkt sich, jetzt, jetzt driften War eine richtig geile Idee Okay, wir haben uns das Verdeck nochmal gerade angeguckt Wir können da leider nicht viel machen Müsst ihr halt das machen, was ihr ja schon geplant hattet Ja Ja, ansonsten Verletzungstechnisch sind wir soweit durch Alles gut, genau Und wir werden uns dann vom AK machen Ja, ich habe nur noch auf euch gewartet, bis ihr weg seid Dass ich komplett auf dem Standstreifen einmal runterrollen kann Mit denen und gar nicht in den Highway rein muss Genau Ja, genau Alles klar Sollte was sein, dann, äh Wir sind einfach nochmal durch, ne Wir sind noch ein bisschen da Alter Okay, wissen wir Bescheid Dann euch nochmal einen angenehmen Abend Perfekt, ja Kommt gut, äh Heim Ja, machen wir Achso, eine Frage noch Ihr hattet mir eben gesagt, ihr habt das MD nicht erreicht Also habt ihr da angerufen oder was? Ich weiß, also meine letzte Info war tatsächlich, das MD ist abgemeldet, deswegen Ah Wenn sie fahren, dann fahren die Cops uns bis zum Parkplatz Können wir das gerade machen? Bis über? Ja Machen wir sofort Ja, cool Haben sie gerade 15, ne? Ja, ja Check Ja, das, äh Ja, 15, 20, westlich Probierter immer nochmal durchzurufen Alles gut, ja Das ist jetzt kein Vorwurf Wir hätten so oder so mit anfahren müssen Weil es halt mehr als eine verletzte Person Aber ich habe MD nämlich probiert und, ja Waren halt sofort dran, ne? Gut Ja, gut Dann Alles gut, dann euch dann angenehmen Ebenso Tschüss Danke Check Ah, ich weiß so viel über diesen Typen Hm Er hat komplett verschissen Ja, also keine Ahnung was das ist Egal Ich, äh Ich funke mal, ne? Wir haben jetzt eine Inskontrollregelung Also bei Code 4 Vielleicht ist das was praktisch 100 Meter zum Schlimmer Lasa Check Und uns ist frei aktuell Also kommt auch nichts Ich versuche nur ein bisschen mehr links zu fahren Als die, dass sie wenn dann zu uns Erst wegrammen Als die Mhm Mit dem Tempo über den Highway Das war nichts geworden Nee Alles leider trotzdem nur einen schönen Abend Dann vielen Dank die Herren Gar kein Problem Ich versuche nochmal den, ähm, ähm, oh, ähm Ja, nicht, dass die Batterie Nicht, dass die Batterie morgen leer ist Schönen Abend Und leer geht, tschönen Abend Tschönen Abend Tschönen Abend Wir sind jetzt wieder aktiv Tschönen Abend Ah, wie heißt der von Dillys, ähm, irgendwas mit man, 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 jetzt hab ich einen Ohrwurm. Ja, egal, quasi, ja, die hat, äh, wir haben die schon in mehreren Verkehrskontrollen teilweise gehabt, die ist komplett eskaliert, direkt, ohne Grund, beleidigend, wie sonst noch irgendwas. Oh, jetzt auch wieder, ne? Ja. Nee, fucking Highway, da würden wir doch wenden dürfen, anstatt dass man einfach links abbiegt und dann dort wendet, nein. Ja, mal davon abgesehen, dass man am Steinenstreifen immer noch nicht halten darf. Ja gut, das war ja, ne, also ich wusste, dass irgendwas abholen sollte, das ergibt dann schon Sinn irgendwo, aber trotzdem. Ich hatte im ersten Moment gedacht, so wie die gefahren sind, dass dieser Autofahrer gerade von dem Motorrad verfolgt wird und sich in letzter Chance irgendwie hinter den Streifenwagen geflüchtet hat, das war meine Idee. Dachte noch so irgendwie, okay, was geht jetzt ab, aber nee, das sind einfach nur, sei voll Idioten. Wenn ich das Auto gesehen habe mit der Ausstattung, wusste ich eigentlich direkt, dass, oh Gott. Ja. Im ersten Moment dachte ich so, was will der hier und im zweiten Moment dachte ich, warum ist er hier? Ah, Hartmann, Hartmann war das, der Nachname, den ich gesucht habe. Er sagt mir nix. Ja, egal. Also wie gesagt, also er ist wohl, äh, aus dem MD gekündigt worden. Ja, ja. Er hat vom MD gearbeitet und ist dann da weggekündigt worden, ja. Wegen einer ziemlich schwierigen Geschichte, meiner Meinung nach. Okay, okay. Ja, ich habe ihm dann auch so gesagt, als er es mir dann erzählt hat, so, also ich sage mal ganz ehrlich, ich kenne keinen Moment, an dem das in der Öffentlichkeit vor Fremden cool wäre. Ja gut, das ist dann immer schon so ein Punkt, wo schwierig wird. Ich meine, klar, als Spaß unter Freunden, okay, ne. Aber wenn dann, wenn das wirklich Fremde sind, die einen nicht kennen, die einen nicht einschätzen können, schwierig. Wenn dann nur noch Leute dabei stehen. Ja. Die einem das Leben bei so einer Scheiße ziemlich schwer machen können, noch schwieriger. Hm. Naja. Muss er selber finden, seinen Weg. Sag ich, wie es ist. Ja. Aber wenn er so weiterfährt, findet er seinen Weg ins Grab, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, also mit der Aktion, also der hätte nur irgendwie um die Ecke, keine Ahnung, von hinten irgendwie ein Auto ankommen müssen, was er nicht gesehen hat. Und dann hätte man direkt richtig schön, hätten sie gerade wieder anfangen können. Ja, hätte das FD noch richtig viel zu tun bekommen. Da hätten sie ja noch eine Engine mit dazu holen können. Ja. Ey, ohne Scheiß. Wir haben jetzt jemanden, der im MD gearbeitet hat, ne. Ich meine, klar, ich mag es auch zügig zu fahren, mache ich auch außerorts vor allem. Eigentlich hauptsächlich, eigentlich nur. Ähm, und vielleicht mal auf einer Rennstrecke oder sowas, aber wo hat man hier sowas, ne, klar. Ist halt ein bisschen Schaden in Europa, hat man da irgendwie bessere Chancen gehabt. Ja, hier gibt es halt Flutbecken als beste Chance noch. Ja. Aber das ist halt auch mehr so eine Drift-Location als wirklich eine Rennstrecke. Mich wundert's, ne. Also ich dachte eigentlich, in den USA sind so diese Nesca-Oval-Rennen sehr beliebt. Die moderne Variante von Wagenrennen quasi. Aber dass es das nicht, ähm, nicht wirklich hier gibt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist leider eine gute Nacht, ja schon mal. So ein Offroad-Park oder sowas. Das ist noch das Nächste, was so ein bisschen reinkommt, glaube ich. Ja. Und die Terminal Racing Track, klar, die Kartbahn. Ja, ja. Ja, wie gesagt, äh, so ein bisschen zügiger fahren gibt's Landstraßen und einen Highway. Und auf einem Highway so ein Manöver zu ziehen, ist halt echt selten dämlich. Absolut, ja. Vor allem als jemand, der halt in der Branche arbeitet und weiß, wie die Ergebnisse aussehen können. Mhm. 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 Sie geben mir auch einfach Bescheid, wenn sie den Feierabend möchten oder irgendwas. Wenn sie mich loswerden wollen, dann sagen sie auch Bescheid und... Nein, möchte ich nicht. Alles gut. Weil sie selber Feierabend machen möchten, zum Beispiel. Ne, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ein bisschen geht noch. Und das war das Stoppschild. Stattpolice einmal Motor abschalten, Schlüssel auf der Motorenbrett legen, der Fahrer steigt aus und stellt sich auf den Bürgersteig neben die Bank. Sportwagen oder Explorer zu innen lassen. Ich mach kurz das Fahrzeug. Äh, ja. Ich hab das Kennzeichen. Ich hab schon, hab schon. Okay. Kommt auf Bilal weiß das Kennzeichen. Person wird gefahndet. Äh, ja. 750, 750 Dollar, äh, 75 Hafteinheiten. Äh, ja. Wird gleich interessant. Vielleicht haben wir... Kann ich den 10 holen? Ich sollte mal noch so gehen. Wir versuchen es mal so. Ja, okay. Ich lass sie einfach machen, ich sicher ab. Genau. Am besten rechts von der Bank dann gleich aufstellen. Ja, wir ziehen ihn gleich, wir ziehen ihn gleich nochmal mehr auf den Bürgersteig. Ja, okay. Dann können wir raus. Guten Abend, kommen Sie gerne einmal hinter die Bank, da kommen wir ein bisschen mehr Platz zum Reden zu. Ah, eh. Ich wollte hier mal eine 1010, weil wir zum... Gut, die, äh, 325, der ist mein Name, eine Verkehrs- und Personenkontrolle. Dann haben Sie mir bitte einmal Personalförer und Führerschein. Ah, eh. Lief schon, Mann. Hier, Bro, mein, mein Person, Mann. Perfekt. Ah, ja, und hier meine License. Das... By the way, Mann, ich sag's, äh, vorab so, äh, man, ich bin zur Fahndung ausgestrieben, und geschrieben, aber, äh, der shit, der ist... Ich hab die Message erst yesterday bekommen, so. Ich glaube, ich hatte noch irgendwie 100 Stunden oder so Zeit, zum Beispiel. Bei den PD zu melden. Ja, der Fall ist ein Unterschutzplan. Also, damit ich das irgendwie so freiwillig ab, äh, machen kann, denkst du, oder? Danach bin ich jetzt zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, ich bin vor. Aber sag mal, nachdem Sie zur Fahndung ausgeschrieben sind, sind Sie ja dem nicht wirklich nachgekommen? Na, 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 na. Ja, also, ich bin dann zur Fahndung ausgeschrieben, wenn ich da nicht hinkomme. Okay, ich versuch das Ganze gleich nochmal ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen. Haben Sie denn einen gültigen Ersthilfe-Kasten im Fahrzeug mit dabei? Ah, eh, verstanden. Können Sie mir das bitte einmal kurz zeigen? Ah, den kann ich mal machen. Ah, hier einfach im Trunk hoch. Darf ich einmal mit reinschauen, oder? Ah, eh, für schon, für schon. Ah ja, perfekt, der ist noch gültig. Dann können wir einmal wieder auf den Bürgersteig zurückgehen. Sie können Verformssteiger nicht schließen, jawohl. Können Sie sich denn vorstellen, warum wir Sie ursprünglich überhaupt angehalten haben? Ah, eh, ich bin übers Staubsteig gefahren, Mann. Genau, richtig, genau, richtig. Okay, wie gesagt, dann gehe ich das Ganze einmal noch mal kurz im Streifenwagen überprüfen. Wie Sie gesagt haben, gucke ich mir noch mal alles an und dann bin ich gleich wieder da. Der Kollege wartet bei Ihnen. Alright. Ansonsten einen angenehmen Abend gehabt? Ah? Ansonsten einen angenehmen Abend gehabt bisher? Ah, je. War eigentlich ganz nice, Mann. Ah, eh, ich kann mich nicht beschweren, so. Was wird er jetzt finden? Ah, eh, ich bin vorbeigefahren, Mann. Aber, I don't know. Keine Ahnung, Mann. Eh, jetzt ist das ein Zufall, so. Keine Ahnung. Ah, nee, tatsächlich ist es was anderes. Ah, was? Ah, true, Dad. Das ist die Akte 2311 slash 10. Ah, was, Bro? War es jetzt 850 oder 750 Dollar? Ich war jetzt langsam nach Hause, Mann. Ich bin jetzt schon ziemlich müde, so. 2311 23 slash 10. Ah, Bro, ich weiß nicht. Kann ich eben auf mein Handy schauen, so? Hast du auch eine Watch, Bro? Ah, je, Mann. Aber es ist dunkel, so. Und da kann ich dich schlecht sehen, also. Muss ich jetzt extra zum Laden kommen, oder? Du denkst von dir ist ein Light, Bro. Dann geh da runter, man. Ja, Bro, aber ich hab's keinen Bock, Mann. Buchen, Bro. Bro, es ist 2 Uhr, Mann. Ich bin müde, Bro. Denkst du dich nicht, Mann? Ja. Ja, dann kann er sich aber gleich im Streifenwagen, äh, 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 in einem... Pity zu schlafen legen. Das wäre jetzt gar nicht cool, Mann, wenn ihr den mitnehmt, Mann. Ja, voll... Ja, na, Mann. Das sind so... Bro, das sind coole Officer, Mann. Die nehm ich nicht mit, so. Laufst du, Mann, Mann. Ah, ich verschüb. Wir wissen, wie das Shit hier läuft, Mann. Crazy Dudes, Mann. Oh Gott, ein Schluck Wasser oder sowas, Mann. Aber... Nein. Wasser. Ich hab nur ne Sprank, Bro. Äh... Ja, gib mir... Gib mir das Wasser, Mann. Danke, Bro. Ja. Ja, und ist das Sprudelwasser, Mann? Ja, äh, tut mir leid. 58... Das ist irgendwie komisch, Mann. 75... ...häfte einhalten. Muss ich in den Pity schlafen legen. Oh, dann schauen wir mal. So, äh, Mr. Weiss, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute Neuigkeit ist... Die schlechten, Mann. Die schlechten, ähm, sie müssen uns begleiten, weil, äh, es gibt einen Strafmaßgegen, das hier offen ist, dass, äh, nichts, das nichts damit zu tun hat, was sie, was sie von den 100 Stunden haben, das ist noch nicht eingetragen. Ah, ich gehe das einmal kurz auf. Sondern es geht um ein anderes Strafmaß, und zwar geht es hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der ihnen vorgeworfen wird und wo sie auch verurteilt wurden da dafür, dass ein Bußgeld in Höhe von 850 Dollar sowie 75 Hafteinheiten nötig ist. Das heißt, wenn sie die 850 Dollar bezahlen können, müssen sie nur die 75 Hafteinheiten absitzen. Anderfalls, wenn sie die 850 Dollar nicht begleichen können, müssen sie dementsprechend halt die Ersatzhafte dafür ableisten, was in dem Fall 425 Hafteinheiten sind, also in der Summe 500 Hafteinheiten. Ehm, 500 Hafteinheiten, Mann. Wie gesagt, oder sie zahlen die 850 Dollar als die Alternative. Waren das gerade nicht 800 Dollar, Mann? 850. Ja. Ehh. Dann bleiben halt trotzdem noch die 75 Hafteinheiten. Übrig sind auch 1 Stunde 15 Minuten noch. Also wir können ihnen halt anbieten, wir nehmen sie ins Delpero-Department mit. Dort können sie sich, wenn sie möchten, in den Zellen schlafen legen auch und dann, ja, quasi stehen sie am nächsten Morgen auf, geben Bescheid, werden freigelassen und sagen wir mal, die Strafe ist, äh, ja, hat sich in Luft aufgelöst. Haben sie abgeschlafen, sagen wir es so. Ja, können wir das nicht von anders machen, Mann? Ist das schon wirklich spät so? Ich verstehe es, aber, äh, nein. Ich muss es leider abhandeln, weil ich sie damit jetzt festgestellt habe, da damit. Auf 400, wie viele Hafteinheiten, Mann? 425, also 850 Dollar kostet das plus 75 Hafteinheiten. Wenn sie 58 Dollar zahlen, setzen sie 75 Hafteinheiten ein. Wenn sie die 58 Dollar nicht zahlen, bekommen sie dafür 425 Hafteinheiten Ersatzhaft plus die 75 Hafteinheiten, die eh ausstehen, macht in Summe 500. Der kann dir nicht folgen. Eine Information für die Dame, sie ist komplett unauffällig von der Akte. Äh, sehr stark, Mann. Das sind... Das sind das, Mann, umgerechnet, Mann. Shit. Äh, das sind mindestens 4 Stunden, 4 Stunden 20 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Was heißt State Red? Also, in State nicht, nein. Sie müssen sich in einem Department schlafen legen. Wir können sie aktuell nicht mehr in State bringen. Die sind nicht mehr verfügbar, die Marshals. Aber wie, Mann? Wir können sie aktuell nicht in State Prison bringen. Sie müssten die Hafteinheiten in einem Department absitzen. Das heißt, wenn sie sich schlafen legen, legen sie sich dort schlafen. Ansonsten müssen wir sonst diese 4 Stunden 20 Minuten Halt vor ihrer Zelle mit verbringen und mit ihnen dort bespaßen. Wir können sie nicht in State Prison bringen aktuell. Ah, Welt. Also, welche Option nehmen wir? 75 Hafteinheiten und sie zahlen 850 Dollar oder sie möchten alles als Hafteinheiten? Jo, kann ich meinem Homie eben kurz die Keys geben, dann komme ich mit, Mann. Äh, ja, können wir machen, aber ich muss einmal den Führerschein von ihm sehen, dass ich weiß, dass er einen Führerschein hat. Ach, Mann, muss der Shit jetzt sein, Mann. Der will einfach nur hauen, Mann. Crazy Motherfucker, Mann. Also, wenn mir ihr Kumpel einen Führerschein vorzeigt, können sie ihm die Keys geben und dann, äh, ja, können wir los. Ja. Ja, dann musst du zu meinem Homie, Mann. Abend, haben Sie einen Führerschein? Ich probo, for sure habe ich einen Führerschein. Würdest du mir den einmal kurz nur präsentieren, bitte? Seid so crazy, Mann. Und diese Uhrzeit, Mann? Perfekt, Mr. Quest, haben Sie einmal zurück? Äh. Gut, äh, kannst du ihm die Keys geben und dann, äh, kannst du uns einmal begleiten, ja. Alright. Okay. Vielen Dank. Ach, nicht diesen. Zwing mich nicht. Ah je, wir können. Okay, perfekt. Sie können gerne schon umsteigen, der Herr im Fahrzeug. Also Mr. Crest, Sie können einmal umsteigen und gerne losfahren, wenn Sie möchten. Crazy seid ihr, Mann. Einzige, was ihr seid, ist crazy, Mann. Genau, der Kollege wird es jetzt einmal noch mal abtasten, dass sie keine gefährlichen Gegenstände mitbringen. Einmal gerne ans Fahrzeug stellen und einmal die Hände heben. Genau. Irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände, an denen ich mich verletzen könnte, die dabei? Ich habe gehört, Mann. Okay, dann fange ich mal oben an. Ja, aber fass mich nicht an den Ausschwamm. Alles gut. Alright. Jacke soweit. Jo, dann gehe ich mal noch an den Beinen lang. Oh, das kitzelt, Mann. Ich passe auf, alles gut. Muss ja shit jetzt sein, Mann. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss es abhandeln, wenn ich es feststelle. Gut. Dann tun Sie mir noch einen Gefallen. Heben Sie einmal bitte die Cap einmal an, dass ich da drunter gucken kann. Ah, je. Ich war schon mehr als gnädig. Dann haben wir es auch schon. Ja, schaut drunter, Mann. Alles klar. Können Sie wieder aufsetzen. Danke. Okay. Kollege, dann einmal noch Handschellen anlegen und dann einmal in den Streifenwagen. Immer mit dem Kopf. Jo, ihr nehmt die Hände hoch, ihr nehmt die Hände hoch, ihr nehmt die Hände hoch. 10,99, 10,99. 10,20. No way. Jo, all good, all good, all good. Ja, mach ich, mach ich. Ja, 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 mach ich. Ist ab. Du bist der Fußgängerzone. No way. Um die Uhrzeit der 10,99. Willst du mich verarschen? Ja, check. Ich bin auch auf dem Weg. Ja, 24 S hier. Mein Streifenpartner wurde niedergeschossen von Mike Crest. Schwarzer Tulip flüchtet in nördliche Richtung mit Weiß-Liederland. Und, äh, Beifahrer sind. Und dringend MZF. Okay. Ich glaub, der ging in die Weste. Ja, das glaub ich eher nicht. Das war ein Kopfschuss. Das war ein Astreiner-Kopfschuss. Deswegen ist der umgekippt auch wie nichts. Scheiße, Mann. Welche Richtung sind die weg? Nach Norden. Okay, check. Schwarzes Fahrzeug mit weißen Streifen. Ich glaube Tulip. Weiß Bilal. Und, glaube ich, Herr Crest. Dann hier haben wir von Leuten das Heft gerufen. Die müssen theoretisch noch anwesend sein. Nein, das ist doch kein... Kopfschuss wird eh nicht angespielt. Kopfschuss würde eh nicht angespielt werden. Weil Bilal trägt ne Feuchtjacke und ne schwarze Cap. Habt ihr schon eher Karchi? Ich hab hier sonst noch einen. Die wurden ordentlich ergriffen. Ja, ich hab hier... Ich hab hier ein Erste-Hilfe-Set. Ich mach den noch und leg den hier rechts hin. Es sind aber nicht mehr viele Binden drin. Wir müssen noch mal einen nehmen. Aber ich glaub, das sieht aus... Ich dachte zuerst, weil der Such direkt gekippt ist. Dann geb ich euch noch einen. Ob das in der Weste steckt. Ne, wie gesagt, ich hab ja schon geguckt. Guck mal, es... War das Handfeuerwaffe oder was stärkeres? Wunderschulde. Das war ne Handfeuerwaffe-Pistole. Aber das ist stumpfe Wunde sogar. Wie viele Schufe haben sie abgegeben? Boah. Mindestens zwei. Eventuell sogar drei. Okay, MD wollte... Wurde dann gezwungen, den Herrn Bilal, der schon im Fahrzeug war, durchsucht, äh... Wieder rauszuholen, ihm die Handschellen abzunehmen. Und vorher gesagt, wir sollen die Hände hochnehmen, Hände hochnehmen. Und darauf ist dann, ist eher weggerannt mit 10,90 und dann... Habt ihr jetzt kein Zeichen von dem Auto? Ja, Davis hat's. Müssten wir... Haben wir geprüft. Haben wir geprüft, ja. Was ist das? Ähm, eingelöst auf einen von denen. Ja, warte mal, diese ganze Scheiße mit dem Wagen könnt ihr gleich klären. Ja, ja, ich wollte nur wissen, ob das Name... Kann man jetzt... Ja, ja, alles gut, kann man hier noch irgendwie aushelfen. Seid ihr dran, so, was... Kann ich helfen, MD rollt. Oh, MD ist sogar noch da. Ja, sag mal, ich kann dir helfen, soll ich irgendwo anpacken. Wo waren die, wo sie geschossen haben? Da könntest... Direkt am Fahrzeug, neben seinem Fahrzeug, Entfernung ungefähr, da auf dem grauen Bereich, wo sie jetzt gerade sitzen, äh, dort von dort aus... Das war nur... Ich weiß echt nicht, warum Davis wegen einem Schuss gekippt ist, Ich weiß gerade, ich bin massiv verwundert auch. Wie der von einem Schuss direkt kippen konnte. Es ging übers Fahrzeug hinweg, ich hab direkt die Hände hochgenommen, in dem Moment, wo ich die Waffe gesehen hab. Und, äh, ja. Äh, Fodis such mal nach Hülsen, et cetera. Ja, mach ich sofort. Ich sichere erst mal ab, bis, äh... MD ist da. Davis mitgenommen wurde, ja. Der ist eh fällig halt. Es ist halt, leider, der wird... Einfahren. Ich glaub, der sitzt in der Weste, die Kugel. Hallo. Okay, wurde angeschossen, ja? Ja, genau, vermutlich in die Weste, aber ist noch nicht ganz sicher. Ich geh mal einen Schritt zur Seite, ich drück' aber weiter ab. Ja. Ein bisschen Blut kommt da schon, aber... Oh, es geht da. Mal schnell auf den Kollegen. Du hast mal probiert, die Weste vorsichtig zu entfernen. McKinney, Dobi? Ja, vielleicht war das. Du hast probiert, die Weste zu entfernen, oder? Äh, bisher noch nicht, nein. Okay, bisher noch abgedrückt, okay. Ein Schuss war's auch, oder? Waren mehrere Schuss, oder? Gut, es waren mehrere. Mhm, okay. Aber ich hab jetzt so jetzt nichts, nichts richtig Tiefes feststellen können. Mhm. Ich mach schon mal einen Zugang. Genau, ich sag schon mal einen Zugang. Ja, ja, Zugang und Blutkonserve direkt. Mhm. Vielleicht können wir die Weste gleich mit ihm... Mhm. Äh... Dick in den Handrücken, den Zugang. Mhm. Ah, diese Arschlöcher! Ey, was sieht doch Davis, ey. So. Ah, shit. Wo wurde sie getroffen? Kannst du uns das sagen? Ist aufgefallen, wie oft, oder sonst irgendwie was? Schulter, man. Er hat mich voll an der Schulter erwischt. Mhm. Einmal oder wie? Ich bin mir sicher... Ah, das ist an der Hüfte auch noch was. Ah! Aber, das ist erst kurz an die Kollegen. Acht, drei, E-zwei, E-drei-zwei. Acht, drei, E-drei-zwei. Bilal, Weiß, Jaden Crest. Machen Sie eine Nahbereichsverhandlung. Oder holen Sie die Arschlöcher. Hier an der Hüfte ist auch was. Also Schulter rechts oder links? Siehst du was da? Wir hatten vorhin gemeint, die wollten nach Hause. Ich glaube, da sieht rechts aus und der Hüfte, glaube ich, dann links, oder? Ja, nee, beides rechts, würde ich sagen. Und, nee, hier links, du auch hast recht, ja. Das ist schon ein bisschen... Dann, äh... Versuch du schon mal rechts die Schulter. Ich mach mal hier links die Hüfte. Mal gucken, ob wir hier irgendwie runterkommen und so weiter erst mal stabilisieren können. Ja. Also für dich, äh, Blutkonserve läuft. Mhm. Ja. Freigabe für diesen Medikament haben wir jetzt ja keinen hier. Oder darfst du das? Äh, erteilig, alles gut. Es geht auch nicht, wie du das erlangen kannst. Gut, ist drin. Ja. Gut, Schulter. Äh, der Herr einfach mal kurz hier bitte mit dem Verband draufdrücken. Auf die Schulter. Auf die Schulter. Genau, kannst du da mal abdrücken und, Tobi, ich tue dir ja schon mal die Tragen. Ja. Ja, ja. Perfekt. Fassertool ist, Kennzeichen, 8, 3, Edward, 3, 2, Besitzer ist ein Bilal-Weiß. Naja, egal, soll ich hier links unter... Schöne Dachstum, scheiße, okay. Gut, wir bringen dir das mal hier noch schön, ne? Stab-Bi gleich ins Emni und dann, na, gucken wir schnell weiter. Kriegst du schon was gegen die Schmerzen, sollte es gleich besser werden. Solltest gleich ordentlich fliegen. Ja, großartig. Ey, gefällt dir ja ordentlicher Rausch, ey, klar. Wo ist die Schatten? Gut, allen Dank. Ey, die kriegst du, wenn du besoffen bist. Bist du bereit, auf die Trage zu packen? Hm, warte, noch einmal schnell hier rum. So, okay, perfekt. Dann, Tobi, fährst du kurz mit an? Ja. 1, 2, 3. Dann noch 3 und 3, danke. Sind die Schmerzen gerade? Oh, war schon mal schlimm, aber es wird langsam immer besser. Ja, Schmerzen, die kann man nehmen. Da im Laden ist noch ein, vielleicht weißt du, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du das wisst. Ach, nee, das ist nur wieder die Presse, die fehlt mir gerade noch. Wie geht es denn, dass da dran im Laden einer steht, dem Building Officer? Bitte? Im Laden steht einer gerade hier. Äh, ich glaube, das ist Rix, das ist nur die Presse, Mann. Ach, okay. Oh, ich habe aufgemacht, aber ja, ich sage trotzdem mal Bescheid. Ja, genau. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten, sagen wir es mal so. Okay, fährst du hinten mit, oder? Ja. Ja, ja. Ja, das war schon. Im Sub-Örgenden sind wohl auch zwei Personen von der Presse. Brand und ich ging gleich mal rein und sagen, ob die irgendwas gesehen haben. Amelons 1, 10.30, äh, Richtung MD, Brio 1. Amelons 1 benötigt OP. Er war eine Woche weg, wie? Ja, aber der hat verkackt, der wird voll verkla... Der Druckverbände bluten nicht durch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Habt ihr mir vielleicht eine Decke, mir ist kalt. Ja, warte, warte, es knuspert jetzt ein bisschen, weil die ein bisschen laut ist. Alles gut. So, dann einmal hier drauf, perfekt. Danke. Wie gesagt, das Schmerzmittel müsste auch gleich wirken. Ja, die Personen haben wohl nichts bekommen, müssen wir jetzt in der Nacht. Ja. Wir sind auch gleich schon da. Können Sie sich noch an alles erinnern? Ja, die Arschlöche mache ich fertig, sobald ich wieder raus bin aus dem MD. Sobald ich jetzt erstmal um ihre Gesundheit kümmern, aber ich verstehe sie vollkommen gut. So. Das fängt wieder an. So. Lege Hilfe am Ausladen. Äh, klar, jetzt die Woche ausladen. Wie letzten Dezember. 1, 2, 3. Hm? 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 Ja, wir haben volles. Ich habe Namen, Kennzeichen, die sind alle geliefert. Muss man leider so sagen, wie es ist, die sind alle komplett geliefert. Schuss, nachdem ich Kennzeichen, Personalien in der 1026 alle Führerscheine kontrolliert habe. Schwierig. Ja, die Wunden sehen gut aus. Also, kein Durchbluten, die Verbände. War nur ein Unfall, ja. Ja. Scheiße, wollte er kuscheln. Gut. Uh. Na, hau auf hier. Ja. Dann. Einmal, eins, zwei, drei. Fünf. Ja, genau. So. Ich schieße schon mal einen Monitor an. Super, einfach die Ende. So, einmal. So, ey, klar. Dann. Ich informiere schon mal die... Ey, darf also Leute abfragen. ...die Schwestern, dass sie das führen, aber ich würde sagen, ey, kannst ja gerne assistieren, ne? Bist ja, ey. Super, krasser Typ auch und wir assistieren auch, na klar. Mhm. Also, ich meine, das sei den Kollegen, aber ey, du machst das natürlich auch selber. Nein, ich habe insgesamt zugestimmt, ihr macht das schon. Ey, na klar. Ich kann schon mal sagen, dass es nicht mal, also nicht mal eine erste OP hier und auch generell oder die anderen vor Ort, äh, finden sich für ihren Scheifenwagen... Ich habe noch versucht, auch schon mal einen vorläufigen Aktendeckel anzulegen, äh, ich habe halt nicht viele Informationen. Ach, ey, gut, alles klar. Gut. Deswegen, da ist viele XX und Klammern, aber, ne? Aber cool, dass das MD auch noch da ist. Ja, ja, notvoll. Haben wir einen Namen? Ja, ne? Ey, klar, es ist Daniel Davis, Mensch. Die war auf die Bahn und aus dem Ereau, klar, die 325. Wahnsinnig. Doch, denke ich, es geht an. Na klar. Bah, ey, klar. Gut, an meinem Tor hängt alles. Oh, ist Daniel, der operiert Daniel, das kann ja... Ja, super. Ja, großartig, das wird toll. Hab mir das vorhin schon fast schön Feierabendlitz gemünscht, auch auf der Autobahn. Ach ja, ach ja. Glauben Sie mich, hat das auch nicht auf der Liste? Äh... Ey, willst du das unter regionaler oder lokaler machen? Ne, ne, wir machen richtig... Naja, so richtig weg, Pulver noch, ne? Ja, ja. Na klar. Mal gucken, ob schon die Medikamente kommen, muss die Nacht zu den Nachrichten. Das war notvoll. Ja, genau, die... Ja, deswegen, ich würde da mal intubieren gleich sobald, ne? Klar, ey. Was haben wir denn genau? Schusswunde, einmal Schussschulter rechts und Hüfte links. Beides sieht nach Steckschuss aus. Das ist keine Auswärtswunde, das ist sichtbar. Genau. Ja, im Paralleluniversum ist das echt verrückt, ja. Genau, ey, perfekte Hand. Also, Schulter links und Hüfte rechts, war das? Andersrum. Schulter rechts, Hüfte links. Aber wie gesagt, ich hole die aus, alles. Äh, super. Gut. Und Fall-OP-Team hatte schon einmal hier... Narkose eingeleitet? Narkose-Mittel eingeleitet. Jetzt, ey, Daniel, von 10 rückwärtszählen, ne? Mal gucken, wie weit du kommst, klar. 10, 9, 8... Ne, da kommen wir bis zu 5. 7, 7... Ne. Gut, ich darf den Nova-Schwester das Rekordino spritzen, damit die Muskeln... Ich entoppier einmal schon. Ey, mir verprügelt die Leute einfach von Seattle oder Texas aus. Oh ja. So schön weiter atmen kann, klar. So, was hat ich? Gut. Dann kommt der Chefarzt jetzt gleich, den Notfall, Chefarzt. Ich habe sie schon angepingt, aber ich gehe noch mal eben nachgucken. Alles gut, wir machen das schon, klar. Gut, ich gucke mal kurz die Werte alle an. Wir gehen ja, hängen schon mal am besten eine VRL mit mit Dingsbums, Antibiotika an, damit er gleich Polima schon kann. Kannst du direkt noch mal eine neue Blutkonserve mitbringen? Ja, 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 mach ich. Erstmal war es schon ein bisschen her, war? Ja. War ja langweilig, es war ja keine OP nicht mal richtig. Tokio schweigen, so ein Saft nebenbei ab, ey. Blut noch ordentlich. Da hängen wir mal kurz die an. So, eine Blutkonserve und einmal VRL mit C4-Oxin. Oh, sorry. Naja, es dient so im Ferien direkt noch mal. Ja, ich glaube, die SWAT-Übung am Mittwoch kann ich vergessen. Nö, du kannst ja schon mal für die vorbereiten zwei einpostet schon mal vorbereiten und eine Beutel für die Kugeln, die wir überhaupt nicht gleich kriegen. Sollen wir direkt Ist es eigentlich hier auch Mode, dass die Police Officer die Kugeln zu einer Kette machen oder so, wenn die alles vorbei ist? Die kriegen die gar nicht. Echt nicht? Was? Nö. Also es gibt das für die. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Mode ist, aber ich kann auf jeden Fall eben die Beutel fertig machen. Moment. Nee, bis Mittwoch sind wir nicht wieder auf den Beinen. Hier habe ich es nicht erlebt, einen anderen, denn da habe ich das irgendwie gehört, dass sie... Nee, nee. Es geht ja nicht wie Officer. Wird ja untersucht und alles und geht übrigens. Ja, ja, aber wenn sie fertig ist. Wie muss ich die beschreiben, die Beutel? Gibt es da eine Vorschrift? Datum, dann was wir rausziehen. Also sehr wahrscheinlich müssen wir gleich abwarten. Zwei Projektilen. Genau, einmal Projektil Schulter rechts und einmal Projektil Hüfte links am besten noch Steckschuss vorschreiben. Genau. Also Steckschuss und dann der Patientennahm. Hüfte links und Steckschuss, Projektil, Schulter rechts. Aus Daniel Davis 325. Aus Daniel Davis 325. Aber das machen die Interlern eh nochmal genauer. Das tun wir erstmal damit die ersten, die wir geben, wissen, was das ist. Die erste Kugel hat er gleich hier raus schon. Seht ihr, der Kollege schon? Ich sehe sie auch schon. Äh, super. Öfter, wie am Schnür hier in der Hauptwelt. Klar. Aber die zweite, ich habe das zweite Ding gar nicht... Nupferoperator sagt auch schon, dass der Knochen gut aussieht, keinen Schaden genommen hat. Mhm. Ich habe eigentlich echt gedacht, das war nur ein Schuss. Ja. Ich dachte echt, das ist nur ein Schuss, den ich abbekommen habe. Aber offensichtlich war es mehr als einer. Hier habe ich die Beutel. Die ganze Kugel. Mehr will ich auch gar nicht machen. Nicht irgendwie dran reiben oder sonst was sonst. Genau. Eben Spuren, finde ich stumm. Nee. Gut. Nee, weiß ich nicht. Ach ja. Bloß nicht. Toll. Da hast du die erste Kugel schon mal. Die erste Kugel haben wir schon raus. Ja, Block. Da mache ich die schon mal eben sauber. Ja, super. Für den Doktor, der hat mir gerade gesagt, sollen wir einen Zossen und Zephoxin-Spülung holen, damit das gespielt wird direkt vor Dreck. Doch nichts mit Wanderung und Leistungssport. Nein, Mann, Mann, ey. Nächsten Tage hier planst du Becken und schwimmen und so wird einfach nichts in der Ternierung. Aber ey, aber da muss ich mir gleich noch sagen. So, dann spielen wir das mal kurz. Kann er sich endlich mal um PR kümmern? Ich auch, der Mann, Mann, Mann. Ey, es geht, aber ich mache voll viel PR. Wie ein Chief im Bürositz und Kommandos geben. Ja, klar. Nee, so ein Chief ist er nicht. Das ist ein Chief, der steht wie so wie so ein alt ehrwürdiger König da am vorster Front mit einem Schwert in der Hand. Ach, was geht da? Ja, alles in mir schreit gerade, ich muss mich eigentlich umziehen gehen, aber ganz ehrlich. Er schreit? Nee. Alles in mir schreit gerade mit umziehen. Ja, wenn das so gut bleibt, kannst du die Beine machen, aber das ist, ja, ja, klar. Das spritzt nicht. Also, es spritzt nicht. Mein Gott, ich bin eh gereinigt, aber, ne. Naja, es geht um die OP-Hygiene. Es geht um die OP-Hygiene. Es geht um die OP-Hygiene. Eigentlich, ne, aber wenn es so gut ist, dann... ein Feierabend. Außer wenn sie ja nur die Assistenten... Was ist passiert, ja. Der ist, der ist total gut OP-Hygiene. Ehm, ich saug nur ein bisschen ab hier, ne. Klar, ich mach den Sauger. Super. Ich mach die Nebenarbeit. Ey, Hammer. Du bist doch schon an der Zunehender sich doch, ey. Ja. Ja, der ist gut angeschossen. Schon an der Hüfte bei dir dran. Ja, klar. Wengel sich auch durch, Hammer. Ja. Die Feierabendstammhaben, glaub ich. Bitte? Der macht hier die ganze Nacht durch. Er hofft, dass der letzte Einsatz wenig ist. Ja. Gucken. Wenn die diese aggressiven Chiefs nicht immer alle provozieren, ne. Ey, klar. Bestimmt wieder so ein armer Unschuldiger da am Schocken gewesen. Und er da, äh, Attacke. Na klar. Skater. Nix da. Man ist jetzt einmal gegen die Kasse auszusehen gestoßen, deswegen Alarm und dann sofort bumm, 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 bumm. Wie Alarm? Nee, nee. Der war bestimmt mal im Shoppen oder so hier. So, gut. Hier, schau mal zu. Dachte, dass er sich ein bisschen gehalten hat. Teilweise, teilweise verdient. Wer glaubt denn schon, dass ein Officer wen ausräumt? Da glaubt dann war keiner. Deswegen. Ich hätte stehenbleiben können. so eine unglaubwürdige Sache. Ey, klar. Ey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Den Namen, die er vorher genannt hat, die haben wir hier vorher noch zusammengeflickt, die waren hier heute noch. Aber doch sagen, wir hatten auch schon mal jemanden da. Ja. Die natürlich vorher nicht sagen, aber war war nicht wegen, Also, ey, klar. Mann, 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 Mann. Das war klar, aber ich hab das gesehen, der ist nicht weggefahren. Der hat gewartet. Das war schon ab dem Moment klar, der macht irgendwas. Deswegen hab ich auch die ganze Zeit mich umgedreht zu dem. Ja, aber da war definitiv hierbleiben. Also, sollte er zumindest. Könnte ich natürlich nicht zwingen, aber ey, empfehlen wir auch. Ja, so. Die Kugel, die zweite Kugel ist da. Mhm. Ey, großartig. Viola? Dein Einsatz? Ja. Einmal Lock. Lock. Ja. Sehr schön. Hammer. So, wir spielen jetzt hier auch mal. Dann kann ich ja gleich mal oben gucken, ob die offensichtlich schon da sind zum Entdecken. Warte, lass uns zusammenbleiben. Genau, bin gleich. Alles gut. Nicht jetzt, äh, ich weiß, wer steht da oben genug zur Sicherheit, aber, ja. Die sind lange genug im Dienst. Und die müssen eh noch gleich zu ihm und Sachen abzuholen, falls er hier bleibt. Ich mach Spuren auch irgendwie oder irgendwas von dem, ey. Ja, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Nee, aber die kommen immer noch und wollen ein paar Sachen von ihm. Kann ja nicht hier mit Waffen und so schlafen. Mh, nee. Äh, gut. Ich schaue aber schon mal eben in welches Zimmer wir ihn packen, ne? Äh, sind, ja, klar, klar, klar. Ich will erst mal einen Aufbau haben wollen, oder? Erst mal. Oder willst du direkt hoch? können wir hier gleich, äh, große Ableiten, was wir machen, dann, dann, ja, können wir hier schon mal fragen und eigentlich schon mal auf Einzelzimmer und dann du bist noch kurz oben. Ich würde direkt in Einzelzimmer gehen. Ja. Wollte zweimal verlegen. Irgendwas kann auch von oben sich wieder entscheiden, dass er heute noch unbedingt raus will, aber das glaube ich eigentlich nicht. Meinst du, er ist so vernünftig? Hey, eigentlich sind die meisten da immer vernünftig. Ich weiß nicht, immer wenn ich eigentlich einen PD da hatte, sind sie weg. Aber PD ist ja falsch jetzt, die heißen ja, okay, ich hab's vor. San Andreas State Park, ne, State Police, klar. S-A-S-B, also sorry, aber. Oh nein, ich hab nichts mehr zu essen. So, er ist zu. Ey, das ist ja Hammer. Also ich müsste halt erst was auspacken, das ist grad ganz ungünstig. Der Doktor sagt auch, danke für die OP. Ey, na klar, klar, der geht auch schon direkt, ne? Ja. Ja, tschüss, mach's gut, ey. Ja, tschüss, ey. Typisch. Alter. Ey, das ist ja typisch. Ey, nicht mal Pflaster oder sonst was. Ey, fehlt, müssen wir jetzt noch ein Wundverband und alles klar. Ich hab Jotzeile drauf getan, schon. Ich muss es halt leider passieren lassen. Es ist, äh, schwierig, äh. Ey, warte, ich mach dir das Wunder hier. Warte. Also gut, das tut ja nicht weh, das Wunder schon. Bist es nach großen Wunder? Ja, das stimmt, aber du wirst ja dann halt du dich bereitest hier gleich und du es rausgehen kannst. Bist du, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, klar. Läuft ja langsam aus. Gleich fängt der an zu husten, husten die alle zusammen. Dann steckt sich am Durus oder wat? Na, Pappel. Hier, da steht keiner mehr. Mhm. Na klar. Äh, die Trager habt ihr parat oder soll ich eben eine neue holen? Das will ich krepieren. Das ist mein Nachfolger. Als ich besoffen rausgeflogen bin, hat der mal Posten angenommen. Wie wirkt denn das, wenn ich den jetzt hier umbringe? Also Attacke drauf da. Also, bloß nicht. Und dann Bewerbung direkt. Ja, klar. Okay. Scheffin, hab gehört, hast du tiefpostenfrei geworden. Ich bin da. Ja. Ja. Hey, 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 hör mal. Du hast Bock, ich hab Bock. Na, also machen wir das hier. Nee, wat? Wat? Ey, jetzt keine sexuelle Anspielung, wenn ihr einen Patienten auch hier bewusstlos gegen uns liegt. Nee, ich mein, das ist mit der Bewerbung. Ich mein, das ist mit der Bewerbung. Ah. Du hast Bock, du willst zum PD, oder wat? Nee, du, der Chef. Ach so, ey, klar. Du willst zurück auf den Posten, der Chef will die wieder haben, passt doch. Nee, ich vermisse nur Presse, sonst, äh. Ist das ja eigentlich Combat Medic? Äh, nee, es wollte Bella immer einführen. Achso, die kennt er gar nicht mehr, ne? Nee. War eine M-Dealer, die dann ins PD gewechselt ist und wieder zum MD zurück. Äh, bei Harry? Ja. Die wollte bei PD war Combat Medic anführen. Ey, wie fällt. Also ich kenne sie jetzt nicht als Kollege, aber ich kenne sie, weil, ähm, nee. Ich war noch richtig guter. Wie weit bist du mit verbannt? Ja, sowas, alles super. Klar, ja. Gut, dann können wir mal gucken, ob er langsam wach wird. Ah. Wird schon mal bereit, schon mal einen Tubus rauszuholen? Ja, klar, sobald er ein bisschen ruhig wird, dann klar, weiß er, weiß er, ja. Ja. Okay. Das geht schnell. Entlocken. Ja. Und raus ist er. Ey, Hammer. Ey, Hörchen. Erstmal hier auch, ey, klar. Ganz ruhig, ne? Bist du im OP? Alles super, alles totti. Bist du im besten Enden, ne? Ey, klar. Shit, Mann. Was für ein Mann? Alles gut. Achso, ey, klar. Ey, bleib erstmal schön liegen, kriegst du einen Schluck Wasser noch. Dann spannen die hier. Einmal vorsichtig Kopf hoch, kurz vorsichtig Schluck trinken, ey, klar. Vielleicht auch irgendwie, äh, können wir vielleicht irgendwie noch über Zugang vielleicht irgendwas, so ein bisschen, dass Vitamine reinkommen? Äh, klar. Ach, klar, klar, kriegst du alles, klar. Kriegen wir auch alles hin? Ey, klar. Perfekt. Oh, ey, klar, ist ja. Ich sehe alles hier volle Dröhnung und so, fälles Paket. Und mit keiner sagt, dass hierbei es geht auf den Tisch abkratzt. Wer hat so gesagt? Ey, nee. Alles durch. Gut, welches Einzelzimmer haben wir denn? Für den Schiff? Nummer zwei ist wunderbar parat. Nein. Äh. Gibt es einmal wir Vielzimmer? Bup, bup, bup. Warte mal, ich muss gleich mal gucken. Die zwei oder von? Wir haben tatsächlich VIP-Zimmer. Müssen wir mal gucken, ob wir die zehn oder elf frei haben. Gucken wir oben nochmal. Warte, dann schaue ich da nochmal. Ich bin mir gerade unsicher, wer ich das war. Müssen wir oben auch gucken. Die neun ist belegt, das weiß ich. Okay. Äh, klar, für so einen wichtigen Gast hier wird auch VIP-Zimmer frei gehäumt. Dann schleife ich den auch rüber, weil er da drin ist, klar. Na, die Kollegen. Let's go VIP. Äh, klar, ich lebe mir kurz die Shotgun aus, was ist da noch dabei? Nee. Da ist er, das ist ja langweilig. Gut, ich mache schon mal die Tage bereit. Mhm. Ich würde ihn hier erstmal hoch verlegen und dann lassen wir die Kollegen zu dir, wenn wir hier da sind, haben wir noch nicht geguckt. Ah, alles gut. Ist du bereit zum rüberheben? Mhm. Eins, zwei, drei. VIP-Zimmer 10 ist frei. Ja, super. Klar. Oh, hier auf VIP, hör mal. Ach so, ey, ich drücke, klar. Ich drücke es leer am Knopf. Ey, hast du recht, ich habe wirklich darauf erachtet. So. Ey, dann geht ihr schon mal in die 10. Ich gehe mal gucken, ob irgendwer vorne ist. Ja. Ich will meine 10 und so mal anschließen. Oh, klar. Da ist eh niemand da. Ich glaube, die, äh... Wir fühlen sich, Herr Davis. Herr Namensvetter. Ach, ging mir schon mal besser. Wir kriegen jetzt dafür ein VIP-Zimmer. Sehr schön. Der ist wurde angeschossen. So, dann... Einmal rüber. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Schränke hier unten sind. Äh, nee, noch nicht. Ich muss gleich... Ja, nun. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich muss... So, wir wollen mal einen Monitor dranhängen. Trinken, Essen hast du noch? Ja, ja, habe ich noch. Okay. So. Nur für OP-Team hat gesagt, die OP lief gut. Sehr schön. Glück im Umgeheckknochen war nicht beschädigt. Mhm. An der Hüfte und an der Schulter nicht. Aber wir haben beide Kugeln. Die... Gib die Kollegin gleich an deinen Kollegen. Alles klar. Dann kommen wir gleich wieder. Mhm. Und, ja, ruhe ich noch ein bisschen aus. Wenn was ist, einfach die 9 zu 2 kurz anrufen. Alles klar, ja. Und so sind wir gleich wieder da. Alles gut, alles gut. Nee, Weste wurde nicht getroffen. Weste wurde nicht getroffen. Außerdem musst du die Weste nicht entsorgen. Du kannst Platten tauschen in Westen. Das sind... Diese Westen sind ja auch nur Plattenträger. Du tauschst die, äh... Wie heißt die? Wie heißt die? Ähm... Es ist spät. Tausch die, äh... Platteninlays halt aus. Ja, Platten in der Weste. Und die kannst du einfach... Weißt du, jetzt spielst du so im Schrank aus, dass du die Platten einfach tauscht. Deswegen ist es nicht weiter schlimm. Nee, Traumaplatten waren es nicht. Die hatten nur meinen separaten, ähm... Egal, ich komm grad nicht mehr drauf. Nicht so wichtig. Ihr wisst, welche Platten ich meine. Ja. Genau, die Kevlar-Platten. So heißen sie. Ja, schön an den Stellen ohne Weste. Aha, Schulter, Hüfte, ja. Ich glaub ich auch nicht. Ich glaub ich sind... Da komm ich auch nicht ran. Oder? Nö. Nö. Ey, klar. Hier, Kollegen sind auch informiert, ne? Sind auf dem Weg. Alles gut, alles gut, ja. Das ist ganz so wichtig. Hab mir gesagt, ey, irgendwann vorbei. Hier ist noch eine Katze hier und ein Mäuschen da und so, klar. Und klar. Aber Sergeant Foley kloppt natürlich hier auch mit zwei Führungsmitgliedern, klar. Das Beste für den Besten. Ja, hervorragend. Super. So weit hier erstmal noch versorgt essen, trinken alle so weit, oder? Ja, das passt so weit. Ey, großartig. Bleibst über Nacht hier, ja? Wenn du das sagst, ja. Das ist eine medizinische... Eine medizinische Dienstanweisung. Ist okay, ich bleib hier. Ich kann dir nichts anweisen. Nein, alles gut. Ich bleib hier. Äh, super. Krankenkasse zahlt. No, klar. Ey, ist auch wie ein Bietzimmer hier, ne? Wo hast du den Ausblick überhaupt hin? Ja, okay, der ist scheiße. Im Moment hab ich eh Ausblick an die Decke, also alles gut. Mhm. Ja, ist toll. Obwohl, wenn du schräg guckst, dann hast du eine schöne Aussicht. Ja, aber gibt's bessere. Warte mal. Hätte ich doch auf die zwei legen sollen. Okay, ich weiß, warum das das VIP-Zimmer ist. Das ist ja hübsch. Man einziehen. Fehlt. Ja, das bessere Bart, ne? Ja, klar. Ja, was wollte ich denn jetzt noch? Ach so, genau. Ey, ja klar. Wenn du morgen aufwachst, kennen sie das Spielchen. Einfach bei der Info-Atlant anrufen. Äh, ja. Dann müssen die mal gucken, wie ist das mit Laufen, ne? Steckschussüfte. Mal gucken. Okay, okay. Ob du erst mal in den Rollstuhl kommst oder, naja. Mal gucken. Oh nein. Können wir morgen mit dir lernen. Mhm. Wenn nachts irgendwie mal das Licht angeht und du plötzlich ein richtiges Mannsweib siehst, bin ich wundern, das ist die Nachtschwester, die sagt nur Hallo und guckt, ob alles okay ist. Ey, das Officer, der kennt das doch klar. Ja. Der kennt das. Geh mal kurz runter, die Kollegen holen. Ey, viel Spaß. Ja, irgendwas war noch, irgendwas war noch, irgendwas war noch. Ach so, ey, gar klein Problem, ne? Ist hier auch VIP-Special-Service-Paket. Ich kümmere mich auch die Nacht drum, ne? Komm vorbei, schüttle dein Kopfkissen raus, klar, ich bin auch da. Hervorragend. Ey, super. Hättest du das mal gedacht? Du warst einfach direkt hier. Nee, nee. Nee, das nicht. Okay. Das ist denkame hoffentlich auf das nicht gedacht und nicht auf das nicht gedacht. Ja, auf das nicht gedacht, ja. Ja, wir hoffen hier, klar. Super. Großartig. Ey, fantastisch. Gut, dann holen wir die Kolleginnen und dann, ja, so war ich ja eigentlich free to go. Also nicht to go, aber, äh, klar. Free to sleep. Free to stay. Oder das, ja. Genau. Dupi. Ja, dann warst du soweit und ich flitz mal mit nach vorne. Alles klar. Dann dir gute Nacht, gute Besorung. Dankeschön. Hey, bis dann, du Lü. Tschüss. Einen Abend noch. Danke. Ach, Davis, Mann. Boah, aber der hat so Glück gehabt, dass ich nicht die Waffe früher gezogen hätte. Ich hätte den so durchlöchert, wenn ich die Chance gehabt zu schießen. Weil ich hab schon was gerochen. Ich hab's schon so gerochen. Ich hab's gerochen, dass er was macht. Mich ärgere das so. Ich hätte rechtzeitig die Waffe bereithalten müssen. Ich hab's gerochen, aber ich hab's gerochen. Ich hab's gerochen. Ich hatte das so. Ich hab's gerochen. Ich hab's gave. Tja, kommen wir heute auch mal wenigstens pünktlich ins Bett. Tja, kommen wir da nicht erschrecken, dann kommt eine ganze Kolonie, habe ich das Gefühl. Okay. Hey. Hallo. Hier noch ein paar mitgebracht. Die anderen trauen sich nicht rein. Gut. Wie er runterkommt, wisst ihr dann wahrscheinlich, oder? Wir gehen schon mal runter. Den Weg nach unten kennen wir. Perfekt. Dann danke schon, ne? Der Davies sind einfach anrufen, ja? Ja, mach ich. Perfekt. Hello, Chief. Hallo. Wie geht's? Joach, ging schon mal besser. Haben die zumindest das gute Zeug reingepumpt, oder? Ja, also Schmerzen habe ich keine, wirklich, das ist okay. Wo hat's, äh, sind sie jetzt genau? Ja, dann ist das Zeug gut genug, würde ich sagen. Äh, Schulter und Hüfte habe ich abbekommen. Scheiße. Immer schön, schön, äh, ja, nicht in die Weste. Hm. Oh Mann. Ey, so ein Arsch, wie 500 Hafteinheiten. Ja. Der hat sich ins der Peropidie zum Schlafen gelegt, wäre nächsten Morgen aufgestanden, erledigt. Nein, der muss shooten, der Depp. Ja. Der ist ein Kumpel. Gott, der kriegt jetzt ganz andere Probleme, ne? Ja, die fahren... Post wird in der Kunde abgemacht. Ja. Ja, die fahren eh beide ein. Ich habe Personalausweis von allen gesehen und vom anderen den Führerschein. Das ist leider... Ah, Jordan Crest, richtig nicht Jaden Crest. Äh... Jordan Crest, ja. Ich bin jetzt einfach mal nicht angehalten. Ja. Tut mir... Tut mir auch leid so. Können Sie doch nichts dafür. Alles gut. Ich habe so entschieden, dass wir das ohne 10-10 durchziehen. Das bringt jetzt auch nichts, wenn Sie sich irgendwelche Vorwürfe machen oder dasgleichen. Ja, check. Das war meine Entscheidung, das so durchzuziehen. Wenn, dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich Sie in Gefahr gebracht habe dadurch. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt heute Nacht zu Hause schlafen darf. Das ist richtig. Das ist richtig. Habt ihr zufälligerweise einen Rucksack bei wegen Dienstequipment? Ähm... Ne, leider nicht. Okay, ja. Aber sonst holen wir notfalls nochmal einen. Kein Problem. Könnt ihr euch... In der Peropedi liegen welche. Sonst holt ihr euch da welche raus aus der Waffenkammer. Klar. Sonst noch irgendwas, was... Was man bringen könnte oder so, was das hier den Aufenthalt angenehmer macht, sag ich mal. Was tatsächlich relativ sinnvoll wäre. Also wenn ihr mir, sag ich mal, die Dienstkleidung nehmt, bräuchte ich meine Privatkleidung. Weil sonst... Ja, können wir machen. Ja, das lässt du ja organisieren. Genau, ihr kommt ja eh alle an die Spinde ran. Ist ja kein Ding. Ne, ansonsten... Ich glaub, passt das erstmal. Wird jetzt ja auch nicht mehr viel besser. Hm. Haben sie dir gesagt, wie lange... Schnappt euch die Schweine. Ne, erstmal über Nacht wurde mir nur gesagt. Okay. Die kriegen wir schon. Mhm. Yes. Ja, das ist jetzt mal auch gefährliche KV laufen lassen, weil Mord... Weißt du ja, aber das wird dann wahrscheinlich in Sicht von rauslaufen am Ende des Tages. Ne, Mord werden wir dann nicht kriegen da dafür. Eben, es gibt es dann lieber eine mittlere Schlafmaß für gefährliche KV und dann die Fahrerliste. Mhm. Aber jetzt date mit denen. Geiles AP, was die Tage so kommen könnte. Oh ja. Vor allem, es war halt einfach... Es war eigentlich schon durch, ne? Mhm. Das war aber ab dem Punkt schon, sag ich mal, komisch, dass er nicht losgefahren ist, der andere. Da war ich schon, wenn ich mir schon mal den Gedanken so gemacht habe, so, warum fährst du nicht los, du Arsch? Aber sie haben nichts abbekommen, oder? Negativ. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Jetzt schweigen wir uns an. Das hatte ich mir den Abend auch nicht vorgestellt. Alles gut, ja. Das hat sich natürlich keiner von uns. Nein. Ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet. Aber das beweist wieder mal, dass es zu allen Überzeiten passieren kann. Oh ja. Nicht nur zur Primetime. Nein, nein, nein. Und besonders bei mir wäre 1026, das ist schon die zweite 1026, die bei mir mit Schüssen endet. Immer, wo ich angeschossen worden bin, bis auf einen war, aber ganz bei der Vergessenkontrolle. Ja. Bei David Siebert ist das beste Beispiel dafür gewesen. Mhm. Damals. Ja. Ja. Ich würde vorschlagen, wir holen fix einmal den Rucksack, damit das schon mal erledigt ist. Ja. Wollen wir alle fahren, oder nur zwei von uns? Wollte gerade sagen. Ich bin nämlich da so außer Dienst wollen, ehrlicherweise. Okay. Ja, somit. Okay. Ja, dann machen wir es so, wir überführen die zwei und dann holen wir das, okay? Genau. Okay. Gut, dann müssen wir noch mit dem MD abklären, ich weiß nicht, dass die jetzt auch alle im Feierabend gehen, dass wir hier nochmal hochkommen. Ja, frag mal, Micky. Klar. Okay, dann gute Besserung und sowieso bis gleich, ja? Dann bis gleich, ja. Bis gleich. Bis gleich. Danke. Ja. Tschüss. Also das Wortmerkmal der Heimtücke wäre gegeben und zwei sogar, Heimtücke und Verschleierung einer Straftat. Das könnte man zwei heranziehen, aber das reicht nicht aus. Alles gut, so wenig Haftanheiten sind es an sich eigentlich auch gar nicht. 500 sind schon relativ viel. Also der Punkt, definitiv faire RP-Entscheidung, alles gut. Drei? Dann kann ich bei einem nicht mitzählen. Okay. Niedrige Beweggründe. Ja, okay. Das VOD kommt im Anschluss gleich auf Twitch Online. Ja, ich hab das nur immer quasi während dem Stream deaktiviert, sobald ich durch bin, kommt es VOD rein. Alles gut. Ja, alles gut, kein Ding. John hatte gestern Geburtstag und sein Geburtstagsgeschenk erst mal Anlage wegen Mord. Nun, so kann man es natürlich auch mal machen. Nee, ich glaub nicht, dass die es auf Mord hochstufen. Ich glaub, das macht niemand. Man könnte es versuchen, aber es würde wahrscheinlich vor Gericht keine nicht standhalten. Ja, ich mein, du hast die Aussage von Amy ja damals gehört, Mord lohnt sich nicht. Also es lohnt sich nicht. Es ist bis jetzt hier noch nie verurteilt worden oder ein, zwei Mal nur. Also deswegen, ja, mit diesen Angaben versucht dann halt wirklich hier niemand zu argumentieren. Wenn das so einen schlechten Ruf, der eben vorauseilt, schon hat. Sie sagen, fast schon scheitert, dass ich morgen nicht mit Davis im RP bin. Ich glaub, die räumen morgen auf. Warum liegt der Junge um 3 Uhr nachts im Krankenhaus? Ja, weil Leute aus der South Davis angeschossen haben. Da mit dem richtigen STA geht auch Mord mal eher durch, beziehungsweise Mord im Versuch, ja. Weil nur kein STA Bock auf die Anklage ist. Das Mordmerkmal zu beweisen, IC ist unfassbar schwierig und totschlaglich. Das ist ein sicherer, einfacherer Weg. Ja, wie du es halt schon IC gesagt hast, das ist halt echt schwierig. Weil vielleicht ist ja mit Tanaka jetzt anders. Attorney General Tanaka? Das wäre nachher noch der Hammer. Tanaka bekommt Wind da mit und übernimmt die Anklage persönlich oder irgendwas. Der macht die fertig. Der bringt die wegen Mord im Versuch hinter Gitter. Wenn Tanaka Bock hat, let's go. Ja, schau. Danke. Ja, schau. kurz 15 164 diesen schwere nicht mehr da 165 netter kippt dazu ok muss ich an dass jemand schon geklippt hat da war offensichtlich jemand schon fix ich glaube ich habe besuch doch nicht dann ist der rtw auf jeden fall nicht ich war so gut wie am schlafen und hat davis heute noch so schönes vor schlafen hoffentlich hoffentlich kein rollstuhl wenn es gibt in vielen totschlag fällen erfüllte mordmerkmale weil ich da schon mit diskutiert habe aber die ec beweist das ist einfach oft schwierig da verstehe ich wiederum erst ja aber anklagen wird mir dennoch zu wenig anklagen wird genau zu wenig es muss auch nicht lebenslängig sein einfach mal für den effekt ja aber es eben gepennt und kann nicht mehr einschlafen ab und meinem geschafft ja ah 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 Vielen Dank. Wir sehen die jetzt, Perro. Ja. Ich will nachher gleich mal ausstempeln. Z-Police, Up ist ein guter Punkt. Gut, Up, äh, boah, verletzt. Was gibt's denn so Tolles auf Venture Neues? Schön, dass ich jetzt Lust habe, es tut mir leid. Ich habe euch alle vom Schlafen abgeheilt. Ihr werdet, glaube ich, alle schon längst am Schlafen gewesen, wenn nicht nun. Tja, das letzte, äh, letztens schön gesagt. Hauptsache, es wird angeklagt. Ob nun versuchter Totschlag oder versuchter Mord einen Prozess bringt, RP. Und man kann dann noch im Frissen, äh, weiter RP bekommen. Das stimmt auch wieder. Was ist passiert? Äh, Davis wurde in einer Verkehrskontrolle angeschossen. Große Haufen Ironie. Schickt Davis mal schlafen, will mir das Video dir anschauen. Ja, ja. Liegt gerade nicht mehr an mir. Ja. Ja, natürlich. Mit verletzten Polizisten. Erstmal schön die Kamera draufhalten. Riggs, natürlich. Alter 4, liegt an dir. Ich kann mir denken, warum. Ja, die Sachen müssen noch abgeholt werden. Deswegen warte ich gerade. In diesen Minuten läuft ein Einsatz der State Police. Von dem Suburban oberhalb des Westpuche-Polize-Bahn. Obwohl der genaue Grund und klar ist, es wurde ein verletzter Officer vom Los Angeles Medical Fire Transport. Bitte meinen Sie das Einzige? Weiteres. Bin das Double Posting zu entschuldigen. Leider führte die Grafik. Okay. Oh, ja. Das Event abbreitet. Habe ich gar nicht mitbekommen. Server 3, wir haben sie doch nicht mehr alle. Ach ja. Server ist immer unterwegs. Wie zufällig auch, dass Winston Riggs da vorbeikommt. So. Das kann nicht wahr sein. Jeder kann da vorbeikommen. Nein, er kommt da vorbei. Nein, er kommt da vorbei. Ja, ich habe das Gefühl, so viel früher ins Bett komme ich gar nicht, wie ich gedacht habe. Ah, die Einheit ist da. Nein, er kommt da vorbei. Nein, er hat regelrecht gegen solche Anklage sträubt. Kann aber nur sein, dass ich es also extrem empfinde, weil Amy ein Detektiv ist und wenn das Thema ist, dann viel genau darum streitet. Also ich sage es euch, also mit Davis, ich kriege das nicht wirklich mit. Hochschulfeueramt. Hey. Hallo. Ich habe jetzt einmal hier eine Sporttasche mit deinen Anziehsachen. Mhm. Würdest du dir hier einmal auf das Bett mitgeben, dann kannst du dich in Ruhe umziehen und dann habe ich noch einen großen für den ganzen anderen Kram. Perfekt, ja. Guck mal so lange dieses Bild an, das fand ich vorhin schon so faszinierend. Hab ich gar nicht gesehen. So wie wild das Bild, ne? Der eine hat eine Affenmaske auf und der hat, ist das... Weiß ich nicht. Ist das ein Waschbär? Waschbär, der sieht aus wie ein Alien und das schlägt den... Ach, die schlagen sich alle. Ich dachte, die tanzen. Nee, nee. Nachfunden. Waschbär, die schlagen sich. Wieso schlagen die? Ich dachte, die sind tanzen. Nee, die schlagen sich. Was zum Teufel. Okay. Ist als rechte. Böden. Böden. Ah, ja. Ich war ja auch noch nie in dem Zimmer. Na, ich glaube ich auch nicht. Ich war bis jetzt immer in Zimmer 3. Also alles, was da hinten so in dem Gang ist. Ist gar nicht mehr. Nee, wo ich bei der Bankaktion Schuss habe bekommen, durfte ich nach Hause, weil glatter Durchschuss und so. Hat alles reingepasst, oder? Äh, ich brauche noch für Taschenlampe und Schlagstoff. Äh, ja. Die könntest du mir auch rübergeben, dann packe ich die hier rein. Okay. Ja, einmal das. Mal so. So, die gepackte Tasche, soll ich dir dir geben, Folie? Ja, gib ihm die. Klar. Genau. Ähm, ich hab, äh, ein Magazin muss ich jetzt behalten, weil, ja, das ist, äh, schwierig. Ja, ja, auch alles gut. Ja, aber Waffe ist drin. Mhm. Okay. Was dann so, dann packen wir dir das wieder in den Spind. Oh, ich hab noch einen Punkt vergessen, geb ich dir einmal noch kurz weiter. Ich hab nur das Funkgerät dabei, das sollte ich noch nicht drüber erreichen. Ja, packen wir dir in den Spind. Hervorragend, ich danke euch vielmals. Ja, klar, gerne. Ja, gerne. Okay. Äh, dann, äh, erhol dich. Gut, ja, und dann, äh, brauchst du wahrscheinlich morgen sowieso erstmal eine Abholung, ne? Ja, mal schauen, ob ich morgen überhaupt schon gehen darf. Muss ich mal schauen. Ah, okay, okay. Meld dich einfach. Wir wurden teilweise schon Rollstuhl angedroht, deswegen mal schauen. Ich wurde halt in der Hüfte getroffen, müssen wir gucken, wie die Gehfähigkeit aussieht. Ja, melde dich sonst, ne, dann bringt dich wer nach Hause von uns. Alles klar, ja. Okay. Dann gute Besserung, ja, schlaft gut. Danke, danke, danke. Gute Besserung. Ciao. Ciao. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Das ist wichtige Infos, das ist nicht die Statusgruppe. Es hat sich niemand an- oder abgemeldet in dieser Scheißgruppe. Ich bin der Letzte, der sich da an- und abmeldet. Es hat niemand sonst interessiert. Ich stempe mich noch einmal auch kurz aus, sodass wir es noch nicht gemacht haben. Ja, noch nicht gemacht. Nein, Davis wollte nicht sterben. So, dann, ja, würde ich sagen, haben wir Davis mal wieder erfolgreich ins MD gebracht. Ich schicke ihn jetzt schlafen und, ähm, ja, wir holen ihn, ähm, Montag mal wieder, äh, zurück. Ich bleib sonntag trotzdem, äh, ne, sonntag ist mein freier Tag, komme was wolle. Aber ich muss mich neben dem Bett ausloggen, weil, äh, ja, auf Möbelstücken. Ja, der Fluch beginnt wieder. Tatsächlich, der Fluch beginnt wieder. Es, es ist einfach wahr. Okay, dann, ähm, ja, ich sage, ich schalte einmal kurz hier rüber. Ich bedanke mich bei euch für den Stream. Mal einmal auf alle Fälle den hier. Und, ja, wir gucken mal, was wir da noch so bekommen, wo ich euch weiterhin schicken kann. Als allererster, es war auf alle Fälle jetzt noch ein sehr, sehr spannendes, unerwartetes Ende. Das hatte ich so definitiv nicht auf dem Plan gehabt. Mh, ja. Nur kurz. Aha. So, wen haben wir denn noch? Mh, mh, mh. Wir haben echt sonst nur noch Foley. Dann schicke ich euch einmal gerade zu Foley weiter. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei Foley. Und ansonsten, ja, wir sehen uns, äh, äh, Montag wieder. Sehr, sehr gerne. Für den Stream sehr, sehr gerne. Hat mir ja auch, äh, mega, mega Spaß gemacht, was heute wieder alles passiert ist. Das Ende absolut unerwartet. Ich hab 0,0 damit gerechnet. Ich muss einmal kurz das Overlay schon mal ausmachen noch. Ja, gute Nacht an alle. Ich klicke einmal auf Raid beginnen. Wäre euch ganz, ganz viel Spaß noch bei Foley. Und, äh, ja, wir sehen uns, äh, Montag wieder mit Davis im Rollstuhl. Wir lassen uns nicht von Finch fahren, dass das klar ist. Ja, VioD kommt gleich. Dann würde ich sagen, eine gute Nacht euch. Bis Montag. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.